Sie hören John Katzenbach. Das Tribunal. Gelesen von Uwe Teschner. Prolog. Der Nachthimmel. Er war alt, doch noch immer reizte ihn das Risiko. Am Horizont zählte er drei Wasserhosen, die aus der glatten blauen Meeresfläche am Rande des Golfstroms in die bleigrauen Wolken ragten, Vorhut der abendlichen Gewitterstürme auf ihrem Weg nach Westen. Die schmalen, dunklen Kegel wirbelten mit der gleichen Wucht wie die Tornados zu Lande. Nur an Heimtücke konnten sie sich nicht mit ihren Verwandten messen, die gespenstisch schnell wie aus dem Nichts auftauchten. Über dem Meer entstanden diese Gebilde, wenn sich Hitze, Wind und Wasser zusammenbrauten und von der Wolkenmasse angezogen wurden. Dem alten Mann schienen sie gemächlich über die Wellen zu wandern. Da sie weithin sichtbar waren, konnte man sich rechtzeitig vor ihnen in Sicherheit bringen. Das hatten die anderen Fischer im Randgebiet des Stromes aus wärmeren karibischen Gewässern längst getan und ihre Boote verteut. So schaukelte am Ende nur noch der alte Mann draußen auf See, im Takt der Wellen auf und nieder. Der Motor war abgeschaltet, die beiden Schwimmer an den ausgeworfenen Angelrouten lagen reglos auf dem tintenblauen Wasser. Die drei Trichter waren vielleicht fünf Meilen entfernt, doch der Wind, der in ihrem Inneren mit über 200 Meilen pro Stunde tobte, konnte diese Distanz mühelos überwinden. Je länger er die grauen Schläuche zwischen Himmel und Meer beobachtete, desto schwereloser, schneller und agiler schienen sie ihm. Wie zwei Tänzer, die im Wettstreit um eine schöne junge Frau in immer rasanteren Figuren und Schritten einander auszustechen versuchten. Hielt einer plötzlich an, während die anderen beiden langsam ihre Kreise zogen, preschte der Wartende Sekunden später ohne Vorwarnung voran, sodass der Zweite einen Satz zur Seite sprang. Wie ein Menuett an einem Fürstenhof der Renaissance, dachte der alte Mann. Er schüttelte den Kopf. Das traf es nicht ganz. Er betrachtete das Schauspiel genauer. Eher ein Square Dance in einer Scheune, zu fröhlicher Fiegelmusik. Ein Wimpel an einem der Ausleger knatterte in einer kräftigen Böe und war ebenso schnell wieder verstummt, als habe er wie die anderen Boote aus Furcht vor dem tosenden Wind, der unaufhaltsam näher kam, die Flucht ergriffen. Der alte Mann zog scharf die Luft ein. Keine fünf Meilen, eher drei. Trieb sie der Übermut in seiner Richtung, waren die Zyklone in wenigen Minuten da. Selbst wenn sein offener Kutter mit 200 PS und 35 Knoten über den Ozean schoss, wäre es schon zu spät. Hatten die tosenden Wirbel es auf ihn abgesehen, war er leichte Beute. Mit ihrem Rhythmus und ihren Synkopen wirkte die Tanzformation elegant, aber auch ausgelassen. Einen Moment lang horchte er angestrengt in die Stille, als müsse der Wind ferne Musik herübertragen, die wilden Klänge von Posaunen und Trompeten, von Drums und treibenden Bässen, von fetzigen Gitarrenriffs. Er legte den Kopf in den Nacken. Der blaue Himmel hatte sich verdüstert. Geballte, schwarze Gewitterwolken fegten auf ihn zu. Big-Band-Musik. Jimmy Dorsey und Glenn Miller, dass er nicht eher darauf gekommen war. Die Musik seiner Jugend. Von Lebenshunger strotzender Jazz schmachtende Bläserklänge. Ein Donnerschlag riss ihn aus den Erinnerungen. Er fuhr mit dem Kopf herum und sah den Blitz, der über dem Ozean zuckte. Zugleich spürte er, wie der Wind langsam, aber stetig zunahm, hörte das Knattern der Tagelage und der Wimpel. Wieder wandte er den Blick zu den Zyklonen. Zwei Meilen stellte er fest. Wenn er blieb, war er fällig. Wollte er seine Haut retten, wurde es allerhöchste Zeit. Er schmunzelte. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Blitzschnell drehte er den Zündschlüssel an der Konsole. Als sei er über den Leichtsinn empört, mit dem der alte Mann sein Leben im letzten Moment den Launen der Technik überließ, sprang der Johnson-Motor mit dumpfem Grollen an. Er wendete in einem Halbkreis und kehrte dem Gewitter den Rücken. Die ersten Tropfen prasselten auf ihn nieder und hinterließen auf seinem blauen Jeanshemd dunkle Flecken, während er den Regen auf den Lippen schmeckte. Mit wenigen Sätzen war er im Heck des Bootes und holte die beiden Angelschnüre mit den Ködern ein. Einen letzten Moment lang zögerte er und warf einen prüfenden Blick auf die Wasserhosen. Jetzt dreckten sich die Riesen, nur noch eine Meile entfernt, bedrohlich in die Höhe, als hielten sie beim Anblick des Winzlings zu ihren Füßen, der sich ihnen dreist widersetzte, vor Staunen an. Das Meer hatte von Blau zu Bleigrau gewechselt, das mit der düsteren Wolkenmasse verschmolz. Als der nächste Donnerschlag explodierte, diesmal näher und laut wie ein Kanonenschuss, lachte er nur. »Fang mich doch, wenn du kannst!« brüllte er lachend in den Wind. »Ein andermal vielleicht!« Dann gab er Vollgas. Der Motor machte ein Geräusch wie schallendes höhnisches Gelächter. In rasender Fahrt hob sich der Bug und das Boot hüpfte über die Wellentäler, um nach wenigen Meilen die stilleren Gewässer unter klarerem Himmel dicht an der Küste zu erreichen, bevor der lange Sommertag im letzten Licht der Abendsonne zur Neige ging. Wie gewohnt blieb er noch bis lange nach Einbruch der Nacht draußen auf dem Wasser. Das Gewitter hatte sich aufs offene Meer verzogen und machte dort vielleicht im einen oder anderen großen Containerschiff zu schaffen, das auf den Florida Straits seine Bahnen zog. An der Küste hatte es aufgeklart, im nächtlichen Himmel funkelten die ersten Sterne. Dabei spürte er selbst hier auf dem Wasser die schwüle Luft wie einen dünnen Film auf der Haut. Seit Stunden angelte er nicht mehr, sondern saß, eine halbleere Flasche gekühltes Bier in der Hand, auf einer Kühlbox. Nach seinem kleinen Abenteuer rief er sich ins Gedächtnis, dass sein Motor jederzeit den Geist aufgeben konnte und er nicht mehr schnell genug an der Zündung war und ein solches Gewitter ihm eine letzte Lektion erteilen würde. Doch er zuckte nur mit den Achseln. Das Leben hatte es überaus gut mit ihm gemeint, ihn mit Erfolg und allem anderen, was ein Mensch sich nur wünschen konnte, reichlich gesegnet, noch dazu durch ein schier unglaubliches Zusammenfallen von Ereignissen. Wenn man nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit hätte tot sein müssen, war das Leben von da an leicht. Der alte Mann drehte sich um und blickte Richtung Norden, wo er in einer Entfernung von 50 Meilen gerade noch die schimmernden Lichter von Miami erkennen konnte. Dabei herrschte in seiner Umgebung eine Dunkelheit, die dank der Hitze und Luftfeuchtigkeit in Florida wie Tinte zu zerfließen schien. Zuweilen sehnte er sich nach den klaren, strengen Nächten in seinem Heimatstaat Vermont. Dort spannte sich die Nacht straff über den Himmel. Für diesen Moment harte er draußen auf Wasser aus. Für diesen Blick in die unendliche Weite über ihm, fernab der Lichter und des Lärms der Stadt. Der Polarstern, die Sternenkonstellationen, die ihm so vertraut waren wie der Atem seiner schlafenden Frau. Er blickte von einem zum anderen und fand in ihrer Beständigkeit Trost. Orion und Cassiopeia, das Sternbild des Vedas, den Helden Herkules und Pegasus, das geflügelte Pferd. Die beiden Himmelswagen am einfachsten zu erkennen. Sie waren die ersten Sternbilder, die er sich als Kind vor über siebzig Jahren eingeprägt hatte. Er atmete den nächtlichen Dunst tief ein und sagte laut mit tiefer, kehriger Stimme und schleppendem Südstaaten-Akzent mit der Stimme eines Mannes, den er vor langer Zeit gut, wenn auch nicht lange gekannt hatte, »Bring uns nach Hause, Tommy, okay?« Das war fünfzig Jahre her. Doch den melodischen Tonfall, das Schmunzeln, das selbst über die Bordsprechanlage und bei dem ohrenbetäubenden Dröhlen der Turbinen und dem Geknatter des Flackfeuers zu hören war, hatte er immer noch im Ohr. Und so wie damals dutzende Male antwortete er laut, »Nur keine Bange. Zur Basis finde ich im Schlaf zurück.« Er schüttelte den Kopf. Bis auf das letzte Mal. Da hatte ihnen sein ganzes Arsenal von Funkmess- und Radarwarngeräten über Koppelnavigation bis hin zur Positionsbestimmung mit Oktant nichts genützt. Wieder hörte er die Stimme. »Bring uns nach Hause, Tommy, okay?« »Tut mir leid«, sagte er zu den Toten. »Statt nach Hause habe ich euch ins Grab gebracht.« Er nahm noch einen Schluck Bier. Dann hielt er sich das kühle Glas der Flasche an die Stirn. Mit der freien Hand griff er sich in die Hemdtasche, um eine gefaltete Seite aus der neuesten Ausgabe der New York Times hervorzuziehen. Als er das Papier an den Fingern spürte, zuckte er zurück. Er brauchte es nicht noch einmal zu lesen. Die Überschrift würde er nie vergessen. »Berühmter Pädagoge, einflussreicher Berater demokratischer Präsidenten mit siebenundsiebzig Jahren gestorben.« »Somit bin ich der Letzte, der weiß, was wirklich passiert ist.« Er holte Tiefluft. Plötzlich kam ihm eine Unterhaltung mit seinem Enkel in den Sinn. Dieser war kaum älter als elf und war mit einem Foto zu ihm gekommen. Es gehörte zu den wenigen Aufnahmen aus seiner Jugend, als er nur wenige Jahre älter als der Junge war. Auf dem Bild saß er an einem Gusseisenofen in ein Buch vertieft. Im Hintergrund war seine Holzpritsche zu erkennen. An einem Strick, der als Wäscheleine diente, hingen ein paar einfache, wollene Kleidungsstücke. Auf dem Tisch neben ihm stand eine Kerze, die nicht brannte. Er war spindeldürr, sein Haar sehr kurz geschnitten. Er lächelte ein wenig, als lese er gerade etwas Amüsantes. »Von wann stammt das Bild, Großvater?« »Aus dem Krieg, als ich Soldat war.« »Als was?« »Ich war Navigator, an Bord eines Bombers. Jedenfalls eine Weile. Danach war ich nur noch Gefangener und habe darauf gewartet, dass der Krieg zu Ende geht.« »Hast du als Soldat jemanden getötet, Großvater?« »Also, ich habe geholfen, die Bomben abzuwerfen. Die haben wahrscheinlich Menschen getötet.« »Aber du weißt es nicht?« »Nein, mit Sicherheit weiß ich es nicht.« Doch das war natürlich gelogen. Stumm wiederholte er die Frage seines Enkels. »Hast du jemanden getötet, Großvater?« Und dann die ehrliche Antwort. »Ja, ich habe einen Mann getötet. Und zwar nicht bei einem Bombenabwurf aus der Luft.« Doch das war eine lange Geschichte. Durch den Stoff seiner Hemdtasche fühlte er den Zeitungsausschnitt mit dem Nachruf. »Und jetzt kann ich sie erzählen«, dachte er. Mit einem tiefen Seufzer starrte der alte Mann erneut in den Himmel. Dann suchte er in der nächtlichen Dunkelheit nach der schmalen Einfahrt zum Yachthafen Whale Harbor. Die Navigationsbojen konnte er ebenso im Schlaf wie sämtliche Lichter, die wie eine Kette die Küste Floridas markierten. Hier war er mit den Strömungen ebenso vertraut wie mit den Gezeiten, und an der Art, wie das Boot durchs Wasser glitt, merkte er, ob es auch nur geringfügig vom Kurs abkam. Langsam, doch mit schlafwandlerischer Sicherheit, wie in seinem eigenen Haus, fand er im Dunkeln seinen Weg. Der Albtraum des Navigators Genau in dem Moment, als der Tunnel unter Baracke 109 einbrach, wachte er auf. Der Morgen graute, und seit Mitternacht waren heftige Schauer niedergeprasselt. Es war immer derselbe Traum. Immer wieder durchlebte er darin, was vor zwei Jahren geschehen war, von Anfang bis Ende täuschend real. Im Traum sah er den Konvoi nicht. Im Traum riet er den anderen nicht, umzukehren und anzugreifen. Im Traum wurde niemand erschossen. Niemand starb in seinem Traum. Raymond Thomas Hart, ein spindeldürrer, stiller, unscheinbarer Mann, der nach seinem Großvater und Vater der Dritte in der Familie, der mit derselben ungewöhnlichen Schreibung den Namen des Heiligen trug, lag mit angewinkelten Beinen im Dunkeln auf seiner Pätsche. Er spürte den Schweiß an Hals und Schultern, obwohl es auch nach Frühlingsanbruch in den Nächten empfindlich kalt war. Wenige Sekunden, bevor die Holzstützen in zweieinhalb Metern Tiefe unter dem Gewicht der regengetränkten Erde einbrachen und plötzlich von allen Seiten die Pfiffe und Rufe der Wachen ertönten, horchte er auf den schweren Atem und das Schnarchen der Männer in den Betten neben ihm. Er teilte die Stube mit sieben Kameraden. Jeden erkannte er an den Geräuschen, die sie nachts von sich gaben. Einer von ihnen redete im Schlaf und erteilte den längst toten Soldaten unter seinem Kommando Befehle. Ein anderer wimmerte oder weinte. Ein Dritter hatte bei feuchter Witterung Asthma und quälte sich keuchend bis zu den Morgenstunden. Tommy Hart zitterte und zog sich die dünne Decke unters Kinn. Wie bei einem Kinofilm ließ er jeden Moment des Traums noch einmal Revue passieren. Im Traum flogen sie vollkommen geräuschlos, ohne den Lärm der Turbinen, wie unter Wasser, bis über Bordfunk der sonore Singsang des Käptens erklang. »Zum Teufel, Jungs, worauf sollen wir da draußen schießen? Schade um die Munition. Bring uns nach Hause, Tommy, okay?« Im Traum blickte er dann geübt auf seine Karten, Messschieber und Windrichtungsanzeiger, und sah, wie mit einem dicken roten Tintenstrich quer über die blauen Wellen des Mittelmeers gezeichnet, die Route zum Fliegerhorst, den Weg aus der Gefahr. Wieder zitterte Tommy Hart. Auch wenn er mit offenen Augen in die Dunkelheit starrte, sah er, wie sich die Sonne in den weißen Schaumkronen unter ihnen brach. Einen Moment lang wünschte er sich, seinen Traum wahrmachen und die Realität in den Traum verbannen zu können. Ein glatter Tausch. War das vielleicht zu viel verlangt? Er musste sich nur an den Dienstweg, die Hierarchie der Armeeverwaltung halten, dann die Hacken zusammenschlagen und dem Kommandeur das Ersuchen zur Unterschrift vorlegen. Versetzung, Sir, des Traums in die Realität, die Realität in einen Traum. In Wahrheit war er, als er den Befehl des Käptens hörte, in die Plexiglasnase der B25 gekrochen, um ein letztes Mal zu sehen, ob er vor der sizilianischen Küste einen Orientierungspunkt entdecken konnte, den letzten Beweis für seine Positionsbestimmung. Im Tiefflug rasten sie mit 200 Meilen pro Stunde gerade mal 60 Meter über dem Meer und damit außer Reichweite jedes deutschen Radars. Sechs junge Männer hätten mit einem Feuerstuhl unter dem Hintern auf einer kurvenreichen Landstraße einen Mordspaß haben und jede Hemmung wie das Gummi, das von ihren quietschenden Reifen fetzte, hinter sich lassen sollen. Doch so war es nicht. Es war vielmehr riskant wie Schlittschuhlaufen auf der dünnen Eisdecke eines zugefrorenen Teichs, die mit jedem Schritt unter ihnen einbrechen konnte. Er hatte sich neben dem Bombenvisier bis zur Bugbewaffnung mit den Zwillingsmaschinengewehren Kaliber 50 in die Nase gezwängt. Einen Moment lang fühlte es sich so an, als jagte er mit Höchstgeschwindigkeit allein über die endlose Weite der blauen Wellen, losgelöst vom Rest der Welt. Er suchte den Horizont nach irgendetwas ab, das er wiedererkannte und auf seiner Karte als Anhaltspunkt markieren konnte, um ihre Position zu bestimmen und den Weg zur Basis zurückzufinden. In den meisten Fällen verließen sie sich auf Koppelnavigation. Doch statt der Gebirgsformation oder dergleichen entdeckte er im äußersten Augenwinkel die Umrisse eines Handelschiffs im Geleitschutz zweier Zerstörer, die es im Zickzackkurs bewachten wie Hütehunde eine Herde. Für einen kurzen Augenblick hatte er geschwiegen und blitzschnell ein paar Berechnungen angestellt. Sie waren seit über vier Stunden in der Luft und die Zeit für ihren Einsatz fast vorbei. Die Besatzung war müde und hatte nur den einen Wunsch, zum Stützpunkt zurückzukehren. Selbst für drei Jagdbomber, die Flügel an Flügel in der Mittagssonne dahinflogen, waren die beiden Zerstörer ernstzunehmende Gegner. Er sagte sich, zieh einfach weg, halte den Mund und in wenigen Sekunden sind die drei Schiffe außer Sicht. Niemand wird je davon erfahren. Doch stattdessen tat er, was man ihm beigebracht hatte, während seine innere Stimme ihm wie die eines Fremden klang. »Käpt'n! Feindliche Ziele etwa fünf Meilen vor Steuerbordflügel!« Es herrschte kurzes Schweigen, dann kam die Antwort. »Ich fress'n Besen, Tommy. Was bist du doch für'n schlaues Bürschlein! Du kommst mit mir nach West-Texas und dann nehme ich dich mit auf die Jagd. Hast Augen im Kopf wie ein Luchs, Tommy. Deinem scharfen Blick entkommt kein Hase zehn Meilen gegen den Wind. Und dann schlagen wir uns den Bauch mit frischem Hasengulasch voll. Gibt nichts Köstlicheres als texanische Hasenjungs!« Was der Käpt'n sonst noch sagte, ging in der Hektik unter, als Tommy Hart durch den schmalen Durchgang wieder nach hinten kroch und der Bombenschütze seine Stelle in der Nase einnahm. Er merkte, wie die Lovely Lydia leicht nach rechts in Schräglage ging und wusste, dass »The Randy Duck« zu ihrer Linken und die Green Eyes an ihrem Steuerbordflügel genau dasselbe taten. In der Kanzel kehrte er auf seinen kleinen Stahlstuhl hinter dem Piloten und dem Co-Piloten zurück und betrachtete wieder seine Karten. Er würde nie vergessen, wie er in diesem Moment dachte, das ist der schlimmste Moment in meinem Leben. Er hätte liebend gerne mit dem Bombenschützen getauscht. Doch sie waren der Schwarmführer und hatten deshalb für diesen Lufteinsatz ein Besatzungsmitglied mehr. Wenn er aufstand, konnte er zwischen den beiden Männern bis nach vorne schauen, doch er wusste, dass er damit bis zum letzten Moment warten würde. Manchen Fliegern gefiel es, wenn sie das feindliche Ziel näher kommen sahen. Für ihn war es immer so gewesen, als starrte er dem Tod ins Auge. »Bombenschütze, alles klar?« Die Stimme des Käpt'ns war jetzt ein wenig lauter, doch immer noch ungerührt. »Zeigen wir es den Jungs da unten. Ein einziger sauberer Treffer genügt und unsere kleine Spritztour hat sich gelohnt.« Sein Lachen hallte in der Sprechanlage. Der Käpt'n war beliebt. In den brenzligsten Situationen behielt der Mann seinen Galgenhumor. Mit seinem behäbigen texanischen Singsang, der nie die leiseste Spur von Erregung oder Angst zu erkennen gab, machte er auch den anderen Mut, selbst wenn ihnen die Flack um die Ohren flog und rotglühende Metallsplitter gegen den Stahlrumpf der Mitchell krachten wie die Fäuste eines wütenden Nachbarn an die Tür. Die weniger offensichtlichen Ängste, so viel hatte Tommy längst begriffen, waren nicht zu besiegen. Tommy hart kniff die Augen zusammen, als könnte er so die Erinnerungen verbannen. Es ging nicht. Es ging nie. Jetzt hörte er wieder die Stimme des Käpt'ns. »Also, Jungs, dann mal los. Wie sagen unsere englischen Freunde noch so schön? Tally ho! Kann mir einer von euch verraten, was in Teufels Namen das heißen soll?« Im selben Moment fuhr der Pilot die beiden 14-Zylinder-Ride-Cycline-Doppelstern-Motoren so weit hoch, dass sie aufheulten und die Tachonadel weit über die rote Linie schnellte. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine lag eigentlich bei 284 Meilen pro Stunde, doch Tommy hart wusste, dass sie die weit überschritten hatten. So gut sie konnten, flogen sie mit der Sonne im Rücken, aber so tief am Horizont, dass sie, fürchtete er, jedem Geschütz im Konvoi eine deutliche Zielscheibe boten. Das erste Mal zitterte die Lovely Lydia, als sich die Bombenluken öffneten. Das zweite Mal bebte sie unter dem Feuersturm der gegnerischen Waffen. Schwarze Schwaden hüllten sie ein, und die Motoren kreischten trotzig auf. Auf dem rasanten Sturzflug brüllte der Co-Pilot ihnen etwas Unverständliches zu. Tommy sprang vom Sitz auf, klammerte sich an einen Stahlgriff und starrte aus dem Cockpit-Fenster, wo er für den Bruchteil einer Sekunde einen der deutschen Zerstörer erblickte, der bei seiner scharfen Wände einen weiß-schäumenden Strudel hinter sich ließ. Der erste Treffer. Der zweite Treffer. Die Lovely Lydia schoss in Schräglage durch die Luft. Tommy hart beobachtete, wie die Schiffsformation alles daran setzte, aus der Ziellinie der Jagdbomber zu kommen. Seine Kehle wurde staubtrocken, doch tief in seinem Inneren stieg ein Laut auf, halb stöhnen, halb schrei. »Lass sie abhauen!« brüllte er. Doch im Getöse der Motoren und dem Knallen der Flakgeschosse gingen seine Worte unter. Sie hatten sechs Fünfzentnerbomben an Bord. Die Angriffsstrategie auf einen Schiffskonvoi erinnerte entfernt an eine Kirmesschießbude, wo hintereinander weg auf eine Reihe Blechenten geballert wurde. Nur, dass die Enten das Feuer nicht erwiderten. Der Schütze ignorierte das Nordenbombenzielgerät, das ohnehin nicht zuverlässig funktionierte, nahm stattdessen jedes Ziel mit bloßem Auge ins Visier, warf eine Bombe ab, riss das Buggeschütz mit der tödlichen Ladung zum nächsten Objekt herum. Es ging furchterregend schnell. Machte er seine Sache gut, sprangen die Bomben beim Aufprall auf der Wasseroberfläche einmal in die Höhe und donnerten dann wie eine Bowlingkugel ins Zielobjekt. Der Schütze war gerade einmal 22, mit einem frischen, rotwangigen Gesicht. Auf der Farm in Pennsylvania, auf der er groß geworden war, hatte er in den dichten Wäldern von klein auf Rotwild gejagt. Und so war er wirklich gut, sehr kühl und konzentriert, ohne zu merken, dass sie jede Sekunde, in der sie ihre todbringende Mission erfüllten, dem eigenen Tod entgegenrasten. »Einer getroffen!« meldete die Stimme aus der Plexiglasnase über die knisternde Sprechanlage wie von Ferne. »Zwei versenkt! Drei!« Die Lovely Lydia herappelte jetzt unter dem heftigen Beschuss, unter dem Abwurf der eigenen Bomben und dem Flugwind, der an den Tragflächen zerrte vom Bug bis zum Heck. »Alle versenkt! Bring sie uns hier raus, Käpt'n!« Der Käpt'n zog den Steuerknüppel zurück und riss die Maschine hoch. »Häckschützenstand, wie sieht's aus?« »Oh mein Gott, Käpt'n! Mein Gott! Die haben die Duck erwischt! Mein Gott, nein, die Green Eyes auch!« »Keine bange, Jungs«, erwiderte der Käpt'n. »Zum Abendessen sind wir zu Hause. Tommy, schau mal nach. Sag mir, was du da hinten siehst.« Die Lovely Lydia hatte an der Decke eine kleine Plexiglas-Kuppel als Spähposten für den Navigator, auch wenn Tommy lieber in die Bugnase koch. Auf einer kleinen Stahlleiter stieg er in die Kuppel und sah die gewaltigen schwarzen Rauchsäulen, die aus einem halben Dutzend Schiffen im Konvoi aufstiegen, und einen gewaltigen roten Glutball als ein Öltanker explodierte. Doch ihm blieb nur ein flüchtiger Moment, um den Erfolg ihrer Attacke zu begutachten. Denn was er als erstes sah, versetzte ihnen größere Panik als alles, was er während des Bombardements durchgemacht hatte. Die orange-roten Flammen, die er sah, schlugen eindeutig aus dem Backbordmotor und züngelten quer über den Flügel. »Backbord! Backbordfeuer!«, brüllte er, worauf der Käpt'n in aller Ruhe antwortete. »Ich weiß, dass Sie brennen. Guter Job, Schütze.« »Nein, verdammt! Wir brennen, Käpt'n!« Aus der Motorhaube schlugen immer mehr Flammen und bildeten graue Schwaden am blauen Himmel. »Das war's dann wohl«, dachte Tommy. »In ein, zwei Sekunden, vielleicht auch fünf oder zehn, erreichen die Flammen die Treibstoffleitung, prasseln in den Tragflächentank und wir explodieren.« Und im selben Moment wich die Angst. Was für ein Gefühl, etwas unmittelbar vor Augen zu haben, gegen das man machtlos ist und dabei klar zu sehen, was es bedeutet. Den eigenen Tod. Ein kurzer Anflug von Frustration, dass er nicht das Geringste machen konnte. Dann fügte er sich in sein Schicksal. Zugleich erfasste ihn eine seltsame, vage Einsamkeit. Er hatte Mitleid mit seiner Mutter, seinem Bruder, der irgendwo im Pazifik war, mit seiner Schwester und ihrer besten Freundin, die daheim in Manchester in derselben Straße wohnte und die er so inbrünstig liebte, dass es wehtat. Er dachte daran, wie sie alle viel schlimmer und ungleich länger leiden würden als er. Denn für ihn und die übrige Besatzung wäre es gleich mit einem einzigen Knall für immer vorbei. Mitten in seine Gedanken hinein hörte er ein letztes Mal die ruhige Stimme des Käpt'n. »Gut festhalten, Jungs! Wir versuchen zu wassern!« Im selben Moment raste das Flugzeug im Sturzflug auf die Wellen zu. Ihre letzte Überlebenschance. Ins Wasser tauchen und die Flammen löschen, bevor die Maschine explodierte. Dann folgte dieses ohrenbetäubende Kreischen. Er konnte sich an kein einziges Wort erinnern, auch an kein Geräusch von dieser Welt, sondern nur an diesen gnadenlosen, schrillen Laut wie aus einem Höllenkreis. Für den Fall einer Notwasserung hatte er sich immer wieder ausgemalt, wie er sich hinter der stahlverstärkten Rückenlehne des Co-Pilotensitzes verschanzen würde. Doch er kam nicht mehr so weit. Vielmehr umklammerte er verzweifelt ein Rohr an der Decke, während er, wie ein gewöhnlicher Pendler in einem Waggon der New Yorker Subway an der Halteschlaufe, mit fast 300 Meilen pro Stunde auf die blaue Wasserfläche des Mittelmeers zuraste. Bei diesen Bildern durchfuhr ihn auf seiner Pritsche unter der dünnen Decke wieder ein Schauder. Als wäre es eben erst passiert, hörte Tommy den Hilfeschrei des Sergeant vorne in der Plexiglasnase. Tommy machte einen taumelnden Schritt in seine Richtung, denn er wusste, dass er in seinem Sitz feststeckte, da durch den heftigen Aufprall seine Gürtelschnalle klemmte. Doch im selben Moment brüllte ihm der Käpt'n zu, »Raus hier, Tommy, nichts wie raus! Ich helfe dem Jungen!« Kein Laut von den anderen Männern. Der Befehl des Käpt'n war das Letzte, was er von den Besatzungsmitgliedern der Lovely Lydia hörte. Zu seinem Erstaunen ging die Seitenluke tatsächlich auf, und seine Schwimmweste füllte sich prall mit Luft, sodass er wenig später wie ein Korken auf dem Wasser schwamm. Er hatte sich mit den Händen von der Maschine abgestoßen und dann zu den anderen umgedreht, die wie er aus dem Flugzeug klettern mussten. Doch niemand kam. »Kommt raus!« rief er ihnen zu. »Kommt da raus! Bitte, kommt raus!« Und dann hatte er sich auf den Wellen treiben lassen und gewartet. Wenige Sekunden später war die Lovely Lydia mit der Nase zuerst vornüber gekippt und lautlos untergegangen. Er war in der Weite des Ozeans allein. Er hatte das nie begriffen. Der Käpt'n, der Co-Pilot, der Bomber und die beiden Bordschützen waren ihm immer viel schneller und aufgeweckter erschienen als er. Sie waren alle jung und sportlich, ein bestens ausgebildetes, eingespieltes Team. Nicht nur an den Maschinengewehren landeten sie ihre Treffer, sondern auch daheim auf dem Basketballplatz fängten sie jeden Gegner ab. In seinen Augen waren sie die echten Krieger an Bord der Lovely Lydia gewesen. Er selbst dagegen nur der erbärmliche Bücherwurm, der dünne linkische Student, der weniger aus patriotischer Gesinnung zum Navigator geworden war, sondern weil er gut mit Zahlen und dem Rechenschieber umgehen konnte und weil er als Kind zu Hause in Vermont stundenlang in den sternenklaren Nachthimmel gestarrt hatte. Bestenfalls sah er sich als Teil der Ausrüstung, als Zubehör, während die anderen echte Flieger, echte Todesschützen, kampferprobte Männer waren. So war es ihm ein Rätsel, dass ausgerechnet er überlebt und die viel stärkeren Männer umgekommen waren. Fast 24 Stunden lang trieb er allein auf See, bis ihn, verzweifelt und am Rande des Deliriums, ein italienisches Fischerboot entdeckte und aus dem Wasser zog. Zu seiner Verwunderung waren die raubeinigen Männer sehr behutsam mit ihm umgegangen, hatten ihn in eine Decke gehüllt und ihm ein Glas Rotwein zu trinken gegeben. Er würde nie vergessen, wie ihm der Alkohol heißt die Kehle hinunter ran. An Land hatten sie ihn pflichtgemäß den Deutschen übergeben. So war es wirklich gewesen. Doch in seinem Traum wich die Realität einem glücklicheren Ausgang. Sie hielten sich alle unter einem Flügel der Lovely Lydia über Wasser, vertrieben sich das Warten mit Witzen über die arabischen Kaufleute in der Umgebung ihres nordafrikanischen Stützpunktes und überboten sich mit Zukunftsplänen für die Zeit nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Als sie noch am Leben gewesen waren, hatte er manches Mal gedacht, dass er vielleicht nie wieder so enge Freunde haben würde wie die Männer an Bord ihres Fliegers und wie traurig es wäre, wenn sie sich, nachdem der Krieg vorbei war, nie wiedersehen würden. Kein einziges Mal war ihm die Möglichkeit in den Sinn gekommen, sie könnten sich vielleicht nie wiedersehen, weil sie alle tot waren und er als einziger überlebte. Ein Ding der Unmöglichkeit. Auf seiner Pritsche dachte er, sie werden für immer bei mir sein. Als ein anderer Gefangener im Schlaf die Stellung wechselte, knarrten die Holzlatten unter ihm, sodass die Worte, die er murmelte, darin untergingen und nur Laute wie von Klageweibern zu ihm herüberdrangen. Ich habe es überlebt. Und sie sind tot. Wie oft hatte er seitdem seine Augen verflucht, die in dem Moment, als sie diesen Konvoi erspähten, den Tod seiner Kameraden besiegelten. Er wurde die Zwangsvorstellung nicht los, dass sie alle noch lebten, wäre er nur statt mit diesem Adlerblick blind auf die Welt gekommen. Natürlich wusste er, dass solche Gedanken sie nicht wieder lebendig machten. Stattdessen leistete er im Stillen einen feierlichen Eid. Sollte er den Krieg überleben, dann würde er mit einem Jagdgewehr quer durch Amerika bis nach West-Texas fahren, um dort tief im Buschland und in den trockenen Schluchten texanische Hasen abzuschießen. Jeden Hasen, soweit das Auge reichte. In einem meilenweiten Umkreis. Jeden Hasen. Er stellte sich vor, wie er Dutzende, Hunderte, Tausende erlegte, dass große Hasen schlachten, wie die Tiere so lange ringsum ihn krepierten, bis er keine Munition mehr hatte und er zu Boden ging. So viele tote Texas-Hasen, dass ein Käpt'n in alle Ewigkeit genug davon hatte. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Er legte sich auf den Rücken und horchte auf den Regen, der wie Gewehrsalven auf das Blechdach prasselte und mitten in dieses Geräusch hinein ein fernes, dumpfes Rumpeln. Kurz darauf schrilles Pfeifen, dann hektisches Gebrüll von wütenden deutschen Wachposten des Gefangenenlagers. Er saß schon auf der Pritschenkante und schlüpfte in seine Stiefel, als es an die Barackentür donnerte und eine der Wachen schrie »Raus, raus, schnell!« Auf dem Appellplatz war es zweifellos kalt, und so griff Tommy hart nach seiner ledernen Fliegerjacke. Die anderen Männer zogen sich hastig die wollene Unterwäsche an und schnürten die rissigen, abgetragenen Stiefel zu, während das allererste Morgengrauen durch die schmutzigen Barackenfenster sickerte. In seiner Hast zum Appell bereit zu sein, verlor er die Lovely Lydia und ihre Crew aus dem Auge. Sie glitten zurück in seiner Erinnerung, während er sich den Männern anschloss, die aus den Baracken des Stahlack Luft 13 in die nasskalte Morgenluft strömten. Second Lieutenant Tommy Hart verlagerte im aufgeweichten Lehm des Appellplatzes unruhig sein Gewicht von einem Bein aufs andere. Die Missstimmung war aufgekommen, kurz nachdem sie angetreten waren. Jetzt empfingen die Gefangenen jeden Aufseher, der an ihnen vorbeikam, mit Buhrufen und Beschwerden. Die meisten Deutschen schenkten ihnen keine Beachtung. Hier und da drehte sich ein Hundeführer um und tat so, als wolle er das zänefletschende Tier an seiner Seite auf die Meute der murrenden Soldaten hetzen, was die erhoffte Wirkung nicht verfehlte und die Männer zum Schweigen brachte, jedenfalls für ein paar Minuten. Der Lagerkommandeur, Luftwaffenoberst Eduard von Reiter, hatte die Formation bereits Stunden zuvor in höchster Eile abgeschritten und war nur ein einziges Mal stehen geblieben, als ihn der ranghöchste amerikanische Offizier Colonel Louis McNamara ansprach und wie im Schnellfeuer mit Protesten bombardierte. Von Reiter hörte McNamara vielleicht 30 Sekunden an, bevor er mit einem flüchtigen Salut – die Reitgärte tippte an den Schirm seiner Mütze – dem Colonel Weisung gab, vor den Reihen seiner Männer wieder Aufstellung zu nehmen. Ohne die Reihen der Luftwaffenoffiziere eines einzigen Blickes zu würdigen, war von Reiter zu Baracke 109 geeilt. So standen die Kriegsgefangenen immer noch unter Gemurmel und Füße stampfen auf dem Platz, der längst taghell war. Das Warten war so öde wie ermüdend, so vertraut wie verhasst. Im Lager waren fast 10.000 Kriegsgefangene der Alliierten untergebracht, fast zu gleichen Teilen auf das südliche und das nördliche Gelände verteilt. Sämtliche Gefangene der US-Luftwaffe, ausnahmslos Offiziere, lebten im Südlager. Ihre britischen und anderen Alliierten verbündeten etwa 400 Meter nördlich. Kontakte und Besuche zwischen den beiden Lagern fanden statt, auch wenn die Deutschen den Kontakt durch eine Reihe von Auflagen erschwerten. Nur mit einer Eskorte, einem bewaffneten Aufseher und einem gewichtigen Grund kam man hinüber. Am überzeugendsten war, wenn man einem der Frettchen, wie die Lagerinsassen die Wärter nannten, die auf Patrouille mit ihren Eisenstangen im Boden stocherten, unauffällig ein paar Zigaretten zusteckte. Für die Wachleute mit den Hunden hatten sie keinen Spitznamen, denn ihre Hunde waren allgemein gefürchtet. Die Lager waren nicht durch Mauern, sondern durch einen drei Meter hohen Maschendrahtzaun mit je zwei Reihen Stacheldraht außen und innen gesichert. Alle 50 Meter befand sich ein klobiger Wachturm aus Holz, der rund um die Uhr mit grobschlechtigen und unbestechlichen Männern besetzt war, die keinen Spaß kannten und nicht nur ein Maschinengewehr über der Schulter, sondern zusätzlich eine Schmeißermaschinenpistole um den Hals hängen hatten. Auf der Lagerseite hatten die Deutschen einen weiteren Zaun aus Holzpfosten und Draht errichtet, die Todeslinie. Das Überschreiten dieser Grenzmarkierung galt als Fluchtversuch und führte unweigerlich zur Erschießung. Zumindest erzählte das der Luftwaffenkommandeur jedem neuen Kriegsgefangenen bei seiner Ankunft im Stahlack 13. In Wahrheit ließen die Wachen einen internierten, der sich einen weißen Kittel mit einem deutlich sichtbaren roten Kreuz darauf überzog, bis zum äußeren Zaun durch, wenn sich beispielsweise ein Baseball oder Football dorthin verirrte, auch wenn sie zu ihrem Vergnügen schon einmal jemanden durchwinkten und kurz darauf eine Salve über seinem Kopf oder dicht neben seinen Füßen in den Boden feuerten. Entlang der Todeslinie endlose Runden zu drehen und die Grenze ihres Gefängnisses auszutesten, gehörte zu den Lieblingsbeschäftigungen der Lagerinsassen. Im Lauf des Vormittags wurde es wärmer und die Männer auf dem Appellplatz hielten die Gesichter in die Frühlingssonne. Nach Tommy Hart's Schätzung standen sie bereits seit vier Stunden stramm, während ganze Heerscharen deutscher Offiziere und gemeiner Soldaten an ihnen vorbei zum eingestürzten Tunnel eilten. Die einfachen Soldaten hatten Schaufeln und Spitzhacken in der Hand, die Offiziere furchen auf der Stirn. »Es ist das verfluchte Holz«, sagte jemand in den Reihen der Gefangenen. »Wenn es sich mit Wasser vollsaugt, fault das Zeug und knickt wie Streichhölzer weg.« Tommy Hart drehte sich um und stellte fest, dass die Bemerkung von einem kernigen Mann aus West Virginia kam, Co-Pilot einer B-17, dessen Vater noch in den Kohlenbergwerken unter Tage geschuftet hatte. Er nahm an, dass der Haudegen, der die bittere Wahrheit mit Todesverachtung beim Namen nannte, am Fluchtplan maßgeblich beteiligt gewesen war. Männer, die sich mit Erde auskannten, Farmer, Bergleute, Erdarbeiter, ja selbst der Bestattungsunternehmer, der nach seinem Abschuss über Frankreich in der Baracke nebenan gelandet war, solche Leute wurden schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Stalag 13 für das Unternehmen rekrutiert. Er selbst hatte keinerlei Anstalten gemacht, um aus dem Lager zu fliehen, und hegte im Unterschied zu vielen anderen auch nicht den Wunsch. Natürlich sehnte er sich nach der Befreiung. Doch er wusste nur zu gut, dass er bei einer Flucht in einen unterirdischen Tunnel steigen musste. Und das konnte er nicht. Er schob seine Angst vor dem Eingeschlossensein auf eine Episode in seiner Kindheit, als er sich mit drei oder vier Jahren versehentlich in einem dunklen Kellerverschlag eingesperrt hatte. In der Hitze und unter Tränen hörte er von Ferne, wie seine Mutter nach ihm rief, brachte aber in seiner Panik selbst keinen Laut heraus. Wahrscheinlich hätte er die Angst, die ihn seitdem verfolgte, nicht als Klaustrophobie bezeichnet, obwohl es sich genau darum handelte. Seine Entscheidung, zum Fliegerchor zu gehen, hatte damit zu tun. Denn selbst in der Enge eines Bombers war er draußen im Freien. Die Vorstellung, in einem Panzer oder in einem U-Boot zu stecken, war für ihn viel furchterregender als die Angst vor feindlichem Beschuss. Deshalb stand für Tommy Hart in der ungewissen Welt des Internierungslagers eines fest. Sollte es ihm je vergönnt sein, es Leben zu verlassen, dann durchs Haupttor. Denn niemand würde ihn dazu bringen, freiwillig in den Tunnel hinunter zu steigen. Aus diesem Grund gab er sich damit zufrieden, fügte er sich dem Unvermeidlichen, hätte er es wohl besser getroffen, die Härten der Gefangenschaft in Stalag 13 bis zum Kriegsende hinzunehmen. Ab und zu zogen sie ihn zu kleinen Hilfsdiensten heran, etwa als heimlichen Beobachter eines Frettchens. Jeder Deutsche, der sich auf dem Lagergelände auffiel, stand unter Beobachtung einer Wachpostenstaffel, die untereinander mit einer ausgeklügelten Zeichensprache kommunizierte. Natürlich blieb den Frettchen nicht verborgen, dass sie unter Bewachung standen. Und so taten sie ihr Bestes, dies zu unterlaufen, indem sie ständig ihre Routen änderten. »Hey, Fritz Nummer Eins, wie denkt ihr euch das eigentlich, hä? Sollen wir hier Wurzeln schlagen, oder was?« Die Fragen kamen laut und mit selbstbewusstem Nachdruck, von einem Kampfpilot aus New York im Rang eines Käpten. Sein lauter Protest richtete sich an einen Deutschen, der im grauen Overall und in die Stirn gezogener Weichermütze der Uniform der Frettchen gerade allein auf dem Platz stand. Da es drei Frettchen mit dem Vornamen Fritz gab, sprach man sie immer durch Zusatz der Nummer an, was sie jedes Mal erboste. Der Mann drehte sich um und sah dem Käpt'n ins Gesicht. Dann trat er an den Offizier, der in bequemer Haltung in der ersten Reihe stand, heran. Um das Abzählen zu erleichtern, mussten sie in Fünferreihen antreten. »Wenn Sie nicht gegraben hätten, Käpt'n, bräuchten Sie jetzt nicht hier zu stehen,« erklärte er in ausgezeichnetem Englisch. »Ach, kommen Sie, Fritz I.,« entgegnete der Käpt'n. »Wir haben nicht gegraben. Wahrscheinlich ist mal wieder ein Teil von Ihrer lausigen Kanalisation eingebrochen.« Der Deutsche schüttelte den Kopf. »Nein, Käpt'n, das war ein Tunnel. Solche Fluchtversuche sind irrwitzig. Der hier hat nun zwei Menschenleben gekostet.« Betroffen schwiegen die Luftwaffenoffiziere. »Zwei Männer?« fragte der Käpt'n schließlich. »Wie denn?« Das Frettchen zuckte mit den Achseln. »Sie waren dabei zu graben. Da bricht die Erde über ihnen ein. Sie sitzen in der Falle. Begraben. Ein Verlust.« Die Reihen der feindlichen Kriegsgefangenen fest im Blick fügte der Mann ein wenig lauter hinzu. »Das ist ziemlich dämlich, Dummköpfe!« Dann bückte er sich und kratzte mit der bloßen Hand etwas Erde vom Boden und zerbröselte sie zwischen den langen, fast mädchenhaften Fingern. »Diese Erde ist gut zum Pflanzen. Als Ackerboden, dafür ist sie gut. Und für ihre Spiele,« er deutete auf den Sportplatz des Lagers. »Auch dafür ist sie gut. Für Tunnel ist sie zu weich.« Fritz Eins wandte sich wieder dem Käpt'n zu. »Sie werden nicht wieder fliegen, bis der Krieg zu Ende ist. Falls sie dann noch leben.« Der Mann aus New York erwiderte schweigend den Blick des Deutschen. Schließlich antwortete er, »Schauen wir mal.« Das Frettchen beendete das Gespräch mit einem flüchtigen Salud und machte kehrt. Am Ende der Reihen blieb er noch einmal zu einem kurzen Wortwechsel mit einem anderen Offizier stehen. Als Tommy Hart sich ein wenig vorneigte, sah er, wie Fritz Eins die Hand ausstreckte und unauffällig ein paar Zigaretten in Empfang nahm. Trader Vic, in Anlehnung an den berühmten Gastronomen, war der großzügige Spender. Eigentlich hieß der kleine, drahtige, stets lächelnde Bombercapt'n aus Greenville, Mississippi, Vincent Bedford. Den Spitznamen hatte er sich als begnadeter Verhandlungsführer und Schieber der Formation erworben. Bedford sprach irritierend langsam und behäbig mit starkem Südstaatenakzent. Er war ein ausgezeichneter Pokerspieler und beim Baseball dank seiner aktiven Zeit in den unteren Ligen ein beachtlicher Shortstop. Vor dem Krieg hatte er Autos verkauft, was zu ihm passte. Doch sein wahres Eni entfaltete er im Tauschhandel im Stahlackflug 13, wo er Zigaretten, Schokolade und Dosen mit echtem Bohnenkaffee, die das Rote Kreuz in kleineren oder größeren Päckchen aus Amerika schickte, gegen Kleidung und andere Güter anbot. Oder er schlug zusätzliche Kleidung heraus, um sie gegen Nahrungsmittel zu tauschen. Vincent kam an alles heran. Und selten zog er bei einem Geschäft den Kürzeren. Kam es doch einmal dazu, machte er den Verlust mit seinem Spielerinstinkt wieder wett. War gerade kein Päckchen von zu Hause in Sicht, füllte er seine Bestände mit einer Pokerrunde auf. Dabei beschränkten sich seine Tauschgeschäfte offenbar nicht auf materielle Waren, sondern schlossen auch Informationen ein. Die neuesten Gerüchte und Nachrichten kannte er grundsätzlich als erster. Tommy Hart vermutete, dass er im Zuge seiner florierenden Geschäfte an ein Radio herangekommen war, auch wenn er es nicht beschwören konnte. Feststand, dass Vincent Bedford in Baracke 101 der wichtigste Mann war. In der kargen Welt des Internierungslagers hatte Vincent Bedford im Vergleich zu seinen Mitgefangenen ein wahres Vermögen an Kaffee, Nahrungsmitteln, Wollsocken, langen Unterhosen und anderen Dingen angehäuft, die das Leben hinter Stacheldraht etwas erträglicher machten. War Trader Wick ausnahmsweise einmal nicht in seine Geschäfte verwickelt, erging er sich in den endlosen Schilderungen seiner kleinen Heimatstadt, deren grandiose und zugleich idyllische Schönheit offenbar auf der Welt ihresgleichen suchte. Es dauerte nie allzu lange, bis seine Zuhörer ihm beteuerten, nach dem Krieg geschlossen nach Greenville zu ziehen, nur um den Lobeshymnen in ihrem wehmütig getragenen Ton ein Ende zu setzen, denn wenn sie an zu Hause denken mussten, lagte das Heimweh an ihnen. Alle Männer im Lager kämpften mit der Verzweiflung, und so verdrängten sie lieber jeden Gedanken an die Heimat, auch wenn es das Einzige war, an das sie Tag und Nacht denken mussten. Als das Frettchen weiterging, sah Bedford ihm hinterher, bevor er sich an seinen Nebenmann in der Reihe wandte und ihm etwas zuflüsterte. Wie ein Lauffeuer ging die Neuigkeit durch die eigene Gruppe und machte Sekunden später in der nächsten Formation die Runde. Bei den Verschütteten handelte es sich um Wilson und O'Hara, zwei der unermüdlichsten Tunnelratten. O'Hara hatte Tommy flüchtig gekannt, da er eine Zeit lang in ihrer Baracke untergebracht gewesen war, wenn auch in einem anderen Raum, sodass er nur eines von vielen Gesichtern war, denn in jeder Baracke waren zweihundert Männer zusammengefärcht. Der Flüsterpost zufolge waren die beiden Männer letzte Nacht zu später Stunde in den Tunnel hinabgestiegen und hatten mit aller Macht versucht, die Stützpfosten zu verstärken, die unter der Last der Regen durchtränkten Erde nachzugeben drohten. Sie waren lebendig begraben worden. Laut Bedfords Informationen hatten die Deutschen beschlossen, die verschütteten Leichen dort unten liegen zu lassen. Nicht lange und aus dem Flüstern wurde quer durch die Reihen der Lagerinsassen laut vernehmliches Murren. Wie eine Woge ging die Empörung durch die Fünferreihen und griff auf die anderen Formationen über, bis alle Kriegsgefangenen auf dem Platz mit gestraften Schultern Haltung annahmen. Ohne einen Befehl standen sie stramm. Auch Tommy Hart drückte die Knie durch und die Brust heraus, nachdem er einen letzten Blick auf Trader Wick geworfen hatte. Seine Beobachtung vorhin hatte ihn irritiert. Er konnte nicht sagen, warum, doch die kurze Szene weckte bei ihm ein Unbehagen, das er nicht benennen konnte. Doch bevor er darüber nachdenken und dahinter kommen konnte, halte der Ruf des Käpt'ns aus New York über den Platz. Mörder! Verdammte Mörder! Ihr Barbaren! Im nächsten Moment kam dieselbe Botschaft wie ein Echo von anderen Männern in anderen Reihen, bis die Wut über das Los der Kameraden das ganze Lager erfüllte. In diesem Moment trat der ranghöchste amerikanische Offizier vor, drehte sich zu den Formationen der Männer um und strafte sie mit einem vielsagenden, funkelnden Blick, der sie augenblicklich zur Ordnung rief. Auch wenn derselbe eisige Blick seiner blauen Augen und die schmalen Lippen ahnen ließen, wie sehr er die Wut der anderen teilte. Louis McNamara war ein Soldat von altem Schrot und Korn, ein hochdekorierter Colonel mit zwanzigjähriger Diensterfahrung, ein Mann, der nicht einmal die Stimme zu erheben brauchte, um seiner Autorität Nachdruck zu verschaffen. Für diesen unbeugsamen Mann schien die Gefangenschaft nur eine von vielen Pflichten in seiner ereignisreichen Offizierslaufbahn zu sein. McNamara wechselte mit leicht gegrätschten Beinen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt in eine bequeme Haltung und hielt seine Männer in Schach. Mit einem metallischen Klicken, das auch in den hintersten Reihen zu hören war, entsicherten zwei Aufseher ihre Waffen, zweifellos eine leere Drohgebärde, doch mit der gewünschten Wirkung. Es trat augenblicklich Ruhe ein. Schließlich rief der Vorfall Lagerkommandant von Reiter auf den Plan und in seinem Gefolge mit vorsichtigen Schritten, um sich im Matsch nicht die hochglanzpolierten Stiefel zu ruinieren, zwei Adjutanten. Ohne von McNamara Notiz zu nehmen, wandte sich der Kommandant an die versammelten Kriegsgefangenen. »Zählappell! Danach abtreten!« Er legte eine Pause ein und fügte hinzu. »Bei der Zählung werden zwei Männer fehlen. Was für eine Idiotie!« Schweigend standen die Flieger stramm. »Das ist bereits der dritte Tunnel innerhalb eines Jahres.« »Aber der erste, der Menschenleben gekostet hat,« fuhr der Kommandeur lautstark und sichtlich verärgert fort. »Weitere Fluchtversuche werden unter keinen Umständen toleriert.« Er verstummte und ließ den Blick über die Reihen der Gefangenen schweifen. Wie ein verknitterter alter Lehrer vor einer ungezogenen Klasse reckte er einen knochendürren Finger in die Höhe. »Noch nie hat es in meinem Lager einen erfolgreichen Fluchtversuch gegeben. Noch nie. Und das wird auch so bleiben.« Pause. Ein bedächtig langer Blick in die Menge. »Ich habe Sie gewarnt.« Es herrschte Stille auf dem Platz. In diesem Augenblick trat Colonel McNamara vor. Kerzen gerade aufgerichtet, mit einer Autorität, die der des Kommandanten in keiner Weise nachstand und die von seiner verschlissenen Uniform noch unterstrichen wurde, bemerkte er, »Ich möchte die Gelegenheit ergreifen und dem Oberst in Erinnerung rufen, dass jeder Offizier unter Eid verpflichtet ist, alles zu unternehmen, um dem Feind zu entkommen.« Von Reiter hob die Hand, um den Colonel zum Schweigen zu bringen. »Kommen Sie mir nicht mit Pflichten. Fluchtversuche sind verboten.« »Diese Pflicht, dieses Gebot gilt umgekehrt genauso für Ihre Luftwaffenoffiziere, die bei uns in Gefangenschaft geraten,« fuhr McNamara lautvernehmlich fort. »Und wenn ein Flieger Ihrer Luftwaffe bei seinem Fluchtversuch ums Leben kommt, wird er von seinen Kameraden mit vollen militärischen Ehren beigesetzt.« Von Reiters Gesicht verdüsterte sich. Er wollte etwas entgegnen, behielt es aber für sich. Kaum merklich nickte der Kommandeur. Die beiden Männer starrten einander an, als trügen sie mit bloßer Willenskraft einen stummen Kampf miteinander aus. Dann machte von Reiter McNamara ein Zeichen, ihn zu begleiten, und kehrte den versammelten Männern den Rücken. Die beiden ranghohen Offiziere begaben sich gemessenen Schrittes Richtung Haupttor, das zu den Gebäuden der Lagerverwaltung führte. Im selben Moment postierte sich vor jeder Formation der Internierten ein Frettchen, um mit dem sattsam vertrauten, langwierigen Abzählen zu beginnen. Mitten im Zählappell hörten die Lagerinsassen die erste dumpfe Explosion der Sprengladungen, die die Deutschen den ganzen eingestürzten Tunnel entlang detonieren ließen, um ihn mit derselben hellbraunen Erde aufzufüllen, an der die beiden Männer erstickt waren. »Es war nicht fair,« dachte Tommy Hart, »dass sich jemand als Flieger in freier, klarer Luft zum Militärdienst meldete, egal wie gefährlich die Bombeeinsätze auch sein mochten, und dann einsam und allein zwei, drei Meter unter der Erde erstickte.« Doch diesen Gedanken behielt er für sich. Der Eingang zum Tunnel hatte versteckt unter einem Waschbecken der Baracke 109 gelegen und in einer scharfen Rechtskurve Richtung Maschendrahtzaun geführt. Von den vierzig Baracken auf dem Gelände war 109 die zweitnächste zum Zaun. Um es bis zum dunklen Rand des dichten Bayerischen Waldes zu schaffen, mussten die Männer über hundert Meter graben. Nicht einmal ein Drittel der Strecke hatten sie geschafft, und dabei waren sie weitergekommen als in den zwei vorherigen Versuchen in diesem Jahr und hatten sich die größten Hoffnungen gemacht. Wie fast jeder andere Insasse des Lagers war Tommy Hart im Lauf des Vormittags einmal zum Todesstreifen hinübergegangen und hatte auf die Überreste des Tunnels gestarrt, während er daran denken musste, was die beiden Männer, die dort in der Falle gesessen hatten, in ihren letzten Sekunden durchgemacht hatten. Von den Sprengungen war die Erde aufgewühlt, das Gras Lehm verschmiert und an den Stellen, wo unter den Explosionen die Tunneldecke eingestürzt war, von Kratern durchzogen. In der Baracke 109 war der Eingang mit Beton zugegossen worden. Er seufzte. Nicht weit von ihm standen zwei weitere Gefangene, B-17-Piloten, trotz der milden Temperaturen in ihre schweren Schafslederjacken gehüllt und konnten den Fehlschlag nicht fassen. »Dabei sieht es so aus, als wäre es gar nicht mal so weit«, sagte einer der beiden seufzend. »Na«, murmelte der andere zur Bestätigung. »Richtig, na«, spann der andere den Gedanken weiter. »In den Wald, dann irgendwo zwischen den Bäumen, die Straße bis zur Stadt finden, und du hast es fast geschafft. Dann musst du nur noch irgendwie zum Bahnhof kommen und mit dem Zug nach Süden. Am besten springt man auf irgendeinen alten Güterzug, der in die Schweiz fährt, und schon bist du in Sicherheit. Verflucht. Wirklich nicht weit.« »Unendlich weit«, entgegnete Tommy Hart, »und allzu gut vom Nordturm aus zu sehen.« Die beiden Männer schwiegen einen Moment, bevor sie nickten, da sie natürlich wussten, dass der erste Anschein trug. Der Krieg spielte einem diese Streiche und ließ Entfernungen, je nach den Gefahren, die bei ihrer Überquerung drohten, entweder viel kürzer oder weiter erscheinen. Die richtige Einschätzung fällt schwer, dachte Tommy, besonders wenn man sein Leben riskiert. »Trotzdem wünsche ich mir nichts sehnlich als eine einzige Chance«, sagte einer der Männer. Er war vielleicht ein wenig älter als Tommy und um einiges kräftiger gebaut. Er war unrasiert und hatte einen Stetzen tief über die Augenbrauen gezogen. »Eine einzige Chance.« Verflucht, wenn ich auch nur auf die andere Seite von diesem blöden Stacheldraht käme, würde mich nichts aufhalten. »Außer vielleicht ein paar Millionen Krauts«, fiel sein Freund ein. »Außerdem kannst du kein Deutsch. Und wo willst du überhaupt hin?« »In die Schweiz. Schönes Land. Überall Kühe und Berge und diese verspielten kleinen Häuser. Chalets«, half ihm der andere aus. »Die heißen Chalets.« »Ja, richtig. Ein paar Wochen lang lasse ich mich, wenn Mommy und Daddy gerade weg sind, von einem hübschen Blondzöpfchen auf der Alm mit dieser Milchschokolade mästen und dann nichts wie heim in die Staaten, wo mir mein Mädchen einen ganz besonderen Heldenempfang bereitet. Darf ganz sein lassen.« Sein Kamerad gab ihm einen Klaps auf den Arm, den die Lederjacke dämpfte. »Träumer«, sagte er und drehte sich zu Tommy hart um. »Schon lange hier eingebuchtet?«, fragte er. »Seit November 1942«, erwiderte Tommy. Die beiden anderen pfiffen durch die Zähne. »Oh Mann, das ist ja eine Ewigkeit. Und in der Zeit irgendwann mal rausgekommen?« »Kein einziges Mal«, antwortete Tommy. »Nicht eine Minute, nicht eine Sekunde.« »Mann«, wiederholte der B-17-Pilot. »Und ich bin erst seit fünf Wochen hier und kurz davor durchzudrehen. Als ob es mich ständig juckt im Rücken, da, wo man mit dem Finger nicht rankommt.« »Am besten gewöhnst du dich dran«, antwortete Tommy. »Wer versucht, hier auszubüchsen, schafft es höchstens mit den Füßen zuerst.« »Werd mich nie dran gewöhnen«, erwiderte der Mann. Tommy nickte. »Ich mich auch nicht«, dachte er, während er die Augen schloss, die Lippen zusammenbiss und einmal tief Luft holte. »Manchmal«, sagte Tommy leise, »muss man seine Freiheit hier oben finden.« Er tippte sich an die Stirn. Einer der Piloten nickte, der andere kehrte ihnen den Rücken und blickte zum Hauptlager hinüber. »Hey«, sagte er, »was haben wir denn da?« Tommy fuhr herum und erblickte ein Dutzend Männer, die in dichter Formation über den weitläufigen Appellplatz marschierten. Die Männer hatten sich mit Schlips und frischem Hemd zur Ausgehuniform des Stahlack, an der besonders die rasierklingenscharfen Bügelfalten ins Auge stachen, in Schale geworfen. Jeder Mann in der Gruppe hatte ein Musikinstrument dabei. In der Maisonne blitzte das Messing einer Posaune auf, ein Schlagzeuger hatte sich eine kleine Trommel vor den Bauch geschnallt und begleitete ihren Weg durchs Lager mit einem metallischen Beat. Der Anführer des Trupps ging ein Stückchen voraus. Sein starrer Blick war durch den Draht auf den Wald in der Ferne gerichtet. Er hatte zwei Instrumente dabei, eine Klarinette, die er in der rechten hielt, und eine Trompete, die in einem bräunlich-goldenen Ton schimmerte. Der Trupp bewegte sich im Eilmarsch jedoch in unverändert strenger Formation im Gleichschritt durch das Lager, während der Anführer mit einem gelegentlichen Befehl in den Trommelrhythmus einfiel. In wenigen Sekunden hatte die seltsame Schar die Aufmerksamkeit sämtlicher anderer Internierten auf sich gezogen. Die Männer strömten aus den Baracken, um zu sehen, was der Lärm zu bedeuten hatte. In den kleinen Gemüsegärten vor den Baracken im zweiten Glied ließen die Offiziere ihre behelfsmäßigen Geräte fallen, um sich der Marschkapelle anzuschließen. Ein Baseballspiel, das auf dem Platz gerade in Gang kam, wurde je unterbrochen. Handschuhe, Schläger und Bälle blieben achtlos auf dem Boden liegen, als die Spieler sich dem seltsamen Umzug anschlossen. Der Anführer der Kapelle war klein und dünn, doch drahtig und muskulös wie ein Federgewichtboxer mit schütterem Haar. Auf seinem unbeirrbaren Marsch, den Blick geradeaus, schien er nicht zu merken, wie sich hunderte Kameraden dem Zug anschlossen. Zwischendurch brüllte er ein Kommando »Links um«, woraufhin die Marschkapelle mit einer Präzision, die der Eliteschule Westpoint alle Ehre gemacht hätte, zur Todeslinie schwenkte. Auf den lauten Ruf ihres Kommandeurs »Alle Mann, Halt« stoppten sie etwa einen Meter vor dem Draht. Die deutschen Maschinengewehrschützen im nächstgelegenen Turm richteten die Waffen auf die Männer. Sie wirkten nervös und angespannt, als sie den gefangenen Trupp unter ihren Stahlhelmen ins Visier nahmen. Während er die Szene beobachtete, hörte Tommy Hart, wie einer der B-17-Piloten, die immer noch neben ihm standen, in mitfühlendem Ton flüsterte »O'Hara«, der kleine irische Katholik, der diese Nacht im Tunnel gestorben ist. Der kam wie der Bandleader da vorne aus New Orleans. Sie sind zusammen eingerückt, zusammen geflogen, haben zusammen musiziert. Ich glaub, ihm gehörte die Klarinette. Jetzt drehte sich der Anführer zu seinen Männern um und rief »Stahlberg Luft dreizehn internierten Jazzband«. »Habt acht«. Die Männer schlugen die Hacken zusammen. »Positionen einnehmen«, befahl er. Der Trupp formierte sich nun mit wenigen Schritten zu einem Halbkreis, dem Stacheldrahtzaun und dem letzten Stück der Narbe im Boden zugewendet, dem Grab der verschütteten Turten. Die Musiker setzten die Instrumente an die Lippen und warteten auf das Zeichen des Anführers. Saxophone, Posaunen, Hörner und Kornette in Spielhaltung, ebenso die Trommelstöcke über dem Fell. Ein Gitarrist hatte die rechte am Griffbrett, ein Plektron in der linken. Der Bandleader warf einen letzten prüfenden Blick auf jeden Musiker. Dann machte er eine abrupte Kehrtwendung, trat mit dem Rücken zur Band drei Schritt bis zur Sperrlinie vor und lehnte die Klarinette gegen den Draht. Er salutierte vor dem Instrument und schwenkte erneut zu den Musikern um. Als er langsam seine Trompete hob, schienen seine Lippen zu zittern. Dem Spieler des Tenorsaxophons wie auch einem der Posaunisten liefen Tränen die Wangen hinunter. Alle Männer waren wie erstarrt und auf dem Platz herrschte vollkommene Stille. Der Bandleader nickte, befeuchtete seine Lippen und hob die linke Hand, um den Einsatz zu geben. »Auf den ersten Schlag nach unten«, sagte er. »Den Chattanooga-Chuchu. Und ich will eine heiße Nummer hören, eine richtig heiße Nummer. Eins, zwei.« Die Musik brach los und explodierte wie eine Leuchtkugel, die sich über den Lagerzaun und den Wachturm in den klaren blauen Himmel erhob. Im schwerelosen Flug verflüchtigte sie sich über den Baumwipfeln der umliegenden Wälder und ihrer trügerischen Freiheit. Die Männer spielten wild und ungezögelt. Schon bald standen ihnen die Schweißperlen auf der Stirn, während die Instrumente im Rhythmus der Musik hin- und herschwangen. Alle paar Augenblicke trat einer der Musiker in die Mitte des Halbkreises, um mit seinem Solo den Rhythmus zu beeinflussen und mit einer wehmütigen Klangfolge oder einem feurigen Gitarrenriff dem Stück eine neue Wendung zu geben. Dazu bedurften die Männer keiner Zeichen ihres Dirigenten, da sie sich von ihrer Musik tragen ließen und einen Einklang fanden, als klopfe ihnen eine unsichtbare Hand von oben sacht auf die Schulter. Auf Chattanooga-Chuchu folgte im gleitenden Wechsel »That Old Black Magic« und »Boogie Woogie Buggle Boy of Company B«, ein Stück, bei dem der Bandleader in die Mitte trat und im Rhythmus mit den anderen Instrumenten kurze Trompeten soli blies. So legten sie alles, was sie an diesem Morgen, in der letzten Nacht, in den letzten Monaten und Jahren ertragen hatten, mal eindringlich laut, mal zartfühlend leise in ihre Musik. Die Kriegsgefangenen hörten wie gebannt zu. Fast eine halbe Stunde lang spielte die Kapelle, bis die Musiker mit roten Gesichtern verschwitzt keuchten wie Sprinter nach einem Kurzstreckenlauf. Als sie zum furiosen Finale von »Take the A-Train« kamen, nahm der Dirigent die linke Hand von der Trompete, reckte sie hoch und ließ sie mit einer schneidenden Bewegung nach unten schnellen. Auf sein Zeichen hin verstummte die Musik. Unter den Zuhörern, hunderten Schulter an schultergedrängten Männern, herrschte Stille. Der Bandleader musterte noch einmal jeden seiner Musiker und nickte schließlich scheu. Auch ihm rannen Tränen die Wangen hinunter. Doch zugleich huschte ein zaghaftes schiefes Lächeln über sein Gesicht. Die stille Genugtuung darüber, dass sie zusammen ausgesprochen hatten, wofür es keine Worte gab. Tommy Hart konnte kein Kommando sehen oder hören, doch die Jazzband wechselte von einem Moment zum anderen in Abmarsch-Ruhehaltung, die Instrumente wie Gewehre an die Brust gedrückt. Der Bandleader ging zu einem Posernisten, reichte ihm seine Trompete und kehrte in einem geübten Schwenk im Eilmarsch zum Draht zurück, wo er die einsame Klarinette aufhob. Immer noch mit dem Gesicht zum Wald und der Welt dahinter hob der Dirigent das Instrument an die Lippen und ließ eine langsame Trillerfolge ertönen. Tommy wußte nicht, ob der Mann improvisierte, doch er lauschte hingebungsvoll auf die klaren Klarinettenklänge, die weich ineinander übergingen und schwerelos über den Lagerinsassen schwangen. Sie erinnerten Tommy an die Vögel, die er daheim in Vermont über die windzerzausten Felder fliegen sah, wenn sie sich im Herbst für den Zug nach Süden sammelten. Wurden sie aufgescheucht, flatterten sie alle auf, schwebten eine Weile dicht über dem Boden, um sich wie auf Kommando in die Luft zu erheben und in einem riesigen, wogenden Schwarm der Sonne entgegen zu fliegen. So verhielt es sich mit den Klarinettenklängen. Zögerlich stiegen sie auf und nahmen melodische Gestalt an, bis am Ende ihres Höhenfluges ein einziger, letzter Ton verhalte. Der Bandleader ließ das Instrument sinken und drückte es einen Moment an die Brust. Dann wandte er sich in einem Schwenk wieder seinen Musikern zu und rief das Kommando. »Starlackluft 13 internierten Jazzband, habt acht!« Es ging ein Ruck durch die Band, als seien sie aus einem Guss. »In zweier rein! Kehrt euch! Trommler bitte! Abmarsch!« Die Jazzband setzte sich in Bewegung. Zum langsamen, klagenden Trommelmarsch kehrten sie im gesetzten Trauermarsch, bei dem der rechte Fuß erst nach kurzem Innehalten aufsetzt, vom Zaun in die Mitte des Lagers zurück. Die Zuhörer taten beiseite, um die Band durchzulassen. Hinter ihr schlossen sich die Reihen wieder. Erst nach und nach lichtete sich der Platz, und jeder kehrte zu der einen oder anderen Beschäftigung zurück, die ihm über die nächsten Minuten, Stunden und Tage seiner Gefangenschaft hinweg half. Tommy Hartzblick ging nach oben. Die beiden deutschen Wachposten im Turm zielten immer noch mit ihren Maschinengewehren auf die Männer. Sie grinsten. »Die haben keine Ahnung«, dachte er. »Aber für ein paar Minuten waren wir alle vor ihren Augen und den Mündungen ihrer Gewehre. Wieder freie Männer.« Da ihm bis zum Zählappell am Nachmittag noch ein bisschen Zeit blieb, kehrte Tommy in seine Stube zurück, um sich ein Buch zu holen. Jede Baracke im Stahlackluft 13 war aus vorgefertigten Bauteilen aus Holzpfosten und Hartfaserplatten errichtet, somit im Winter zugig kalt und im Sommer stickig heiß. Suchten die Männer bei anhaltendem Regenschutz in ihren Behausungen, roch es drinnen schon bald nach Moder, Schweiß und abgestandener Luft. Jede Baracke war in 14 Stuben mit je acht Pritschen eingeteilt. Die Kriegsgefangenen hatten schnell herausgefunden, dass sie zwischen den Wänden Hohlräume schaffen konnten, wenn sie nur eine der Hartfaserplatten ein Stück verschoben. In diesen Verstecken horteten sie alles, was ihnen bei Fluchtversuchen nützen konnte, von Uniformen, die sie in Straßenanzüge umgeschneidert hatten, bis hin zu Spitzhacken fürs Tunnelgraben. Jede Baracke verfügte über einen kleinen Waschraum mit Becken, während die Duschen in einem eigenen Bau zwischen dem Nord- und dem Südlager untergebracht waren. Die Gefangenen durften nur unter Bewachung dorthin. Sie machten keinen regelmäßigen Gebrauch davon. Außerdem gab es in jeder Baracke eine einzige funktionstüchtige Toilette, die aber nur nachts nach dem Abschalten des Lichts benutzt wurde. Bei Tage hatte man die Außenklosetts, sechs an der Zahl, mit Holzplatten zwischen den blankgescheuerten Sitzen. Die Deutschen stellten ausreichend Kalk zur Verfügung und Einsatzkommandos schrubbten den Sanitärbereich mit stark desinfizierender Seife aus die Eibeständen. Die Aborte lagen jeweils zwischen den zwei Baracken, die sich die Klosetts teilten. Jede Baracke war mit einer primitiven Küche mit einem Holzofen ausgestattet. Die Deutschen teilten ihnen nur magere Rationen zu, vorwiegend Kartoffeln, ungenießbare Blutwurst, Rüben und Kriegsbrot, das harte, dunkle Vollkornbrot, an dem die ganze Nation zu kauen schien. Die Lagerinsassen waren einfallsreiche Köche, die denselben Zutaten durch wechselnde Kombinationen und Zubereitungen unterschiedliche Geschmacksrichtungen entlocken konnten. Die eigentliche Grundlage für ihre Mahlzeiten bildeten die Essenspakete von Angehörigen daheim und vom Roten Kreuz. Die Männer wurden nie satt, ohne regelrecht zu hungern, auch wenn in ihren Augen die Grenzen fließend waren. Stalag Luft 13 war eine Welt für sich. Es gab täglich Unterricht in Kunst und Philosophie. In Baracke 112, von den Gefangenen liebevoll Luftclub genannt, wurde fast jeden Abend musiziert, wenn nicht gerade das Schauspielensemble eine Theateraufführung bot. Derzeit stand »Der Mann, der zum Essen kam« auf dem Spielplan und die Lagerzeitung überschlug sich mit begeisterten Kritiken. Bei den Sportwettkämpfern machten spannende Softballpartien zwischen der Spitzenmannschaft aus dem südlichen Lager und den britischen Spielern aus dem nördlichen Lager von sich reden. Zwar kannten sich die Briten mit den Finessen des Baseballs nicht aus, doch zwei ihrer Piloten waren vor dem Krieg Werfer in der Cricket-Nationalmannschaft gewesen und lernten schnell, wie der Pitcher einen Strike wirft. Nicht zuletzt stand den Gefangenen eine Leihbücherei mit einer bunt zusammengewürfelten Sammlung aus Kriminalromanen und literarischen Klassikern zur Verfügung. Tommy Hart besaß seine eigene kleine Privatbibliothek. Der Angriff auf Pearl Harbor fiel mitten in sein drittes Studienjahr an der Juristischen Fakultät der Universität von Harvard. Während einige seiner Kommilitonen ihren Militärdienst bis zu ihrem Studienabschluss aufschoben, hatte er sich unauffällig in die Schlange vor einem Rekrutierungsbüro in der Nähe von Faneuil Hall im Zentrum von Boston gestellt. Ohne nachzudenken kreuzte er auf dem Meldeformular die Luftwaffe als Wunscheinheit an und ein paar Wochen später schleppte er im Januar bei heftigem Schneegestöber seinen Koffer zur Haltestelle, fuhr mit dem Bus zum Bahnhof und per Eisenbahn zum Ausbildungszentrum der Air Force in Dothan, Alabama. Kurz nachdem er in Gefangenschaft geraten war, hatte er ein Formular des Internationalen Roten Kreuzes ausgefüllt, damit seine Angehörigen benachrichtigt werden konnten, dass er noch am Leben war. Da er den Deutschen, die das Dokument weiterleiten würden, letztlich nicht traute, hatte er seine Auskünfte so knapp wie möglich gehalten. Doch ganz unten auf dem Formular, in der Rubrik Besondere Wünsche, hatte er aus einer Laune heraus das juristische Standardwerk Edmunds Principle of Common Law, dritte Auflage 1938, University of Chicago Press vermerkt. Zu seinem Staunen lag das Buch bei seiner Ankunft im Stalag 13 für ihn bereit, nicht vom Roten Kreuz, sondern vom YMCA geschickt. In seiner ersten Nacht im Lager hatte Tommy den Wälzer zu juristischen Präzedenzfällen fest an sich gedrückt wie ein Kind seinen Teddybär und zum ersten Mal, seit er den Flammenschweif am Flügel der Lovely Lydia erblickt hatte, die vage Möglichkeit ins Auge gefasst, den ganzen Albtraum zu überleben. Es blieb nicht bei Edmunds Principles. In rascher Folge waren Burke's Elements of Criminal Procedure sowie eine Reihe von Lehrbüchern über Schadensersatz, Zivilprozess und Erbrecht gefolgt. Neben Lehrbüchern zur Rechtsgeschichte beschaffte Tommy sich, gebraucht, ein Buch über Leben und Ansichten von Oliver Wendell Holmes. Auf den nächsten Wunschzettel setzte er Biografie und ausgewählte Schriften von Clarence Darrow, dessen berühmte Schlussplädoyers ihn besonders interessierten. Während andere sich im Zeichnen übten oder ihre Rollentexte für die Bühnenaufführung auswendig lernten, ging Tommy Hart in seinem Studium auf. Dabei rief er sich jedes Seminar seines letzten Semesters ins Gedächtnis und wiederholte im Geiste das gesamte Pensum. Er schrieb erfundene Klausuren, reichte juristische Argumentationen zu selbst erdachten Aufgabenstellungen ein, formulierte stichhaltige Begründungen für die gegensätzlichen Standpunkte bei erfundenen Streitfällen im Dienste von Mandanten, die nur in seiner Fantasie existierten. Während andere ihre Flucht aus dem Lager planten und von der Freiheit träumten, paukte Tommy Jura. Einmal die Woche, jeden Freitagmorgen, bestach er Fritz eins oder zwei mit ein paar Zigaretten und ließ sich ins britische Lager bringen, wo ihn Wing-Commander Philip Price und Flying Officer Hugh Ranaday empfingen. Price war ein Mann um die 50, einer der ältesten Insassen der beiden Lager, mit weißem Haar, eingefallener Brust, schlafer Haut an den dünnen Armen und einem Tonfall, der mit jedem Wort den Respekt vor den höheren Kreisen einzufordern schien, denen er angehörte. Bei gutem wie bei schlechtem Wetter schien er schniefend und hüstelnd mit einer Erkältung zu kämpfen, die sich jederzeit zu einer Lungenentzündung auswachsen konnte. Vor dem Krieg war Price ein hochgeachteter Strafverteidiger in London gewesen, Partner einer altehrwürdigen Kanzlei. Sein Stubengenosse im Stahlack, Hugh Ranaday, war halb so alt, vielleicht ein, zwei Jahre älter als Tommy, mit einem auffälligen, buschigen Schnauzbart. Beim Abschuss ihres Blenheim-Bombes über Holland waren die beiden Männer zusammen in Gefangenschaft geraten. Mit erhobener Stimme wies Price immer wieder auf den fatalen Irrtum hin, dem er seine Internierung verdankte. Das Stahlack sei für jüngere Menschen gedacht. Nur ein einziges Mal habe er sich entschlossen, sich selbst in einen Bomber zu setzen. Weil es ihm immer unerträglicher geworden sei, jeden Abend aufs neue junge Männer in gefährliche Einsätze zu schicken, bei denen viel zu viele ums Leben kamen, sei er in jener Nacht gegen einen anderslautenden Befehl als Ersatzmann für einen erkrankten Turmschützen in Blenheim gesessen. Eine unglückliche Entscheidung, murmelte Price dann ein ums andere Mal. Ranaday, trotz der Schmalkost im Lager immer noch ein stämmiger Mann, konterte mit der Frage, aber welcher Mann wünscht sich schon den Tod daheim im Bett, hm? Worauf Price erwiderte, sagte, Junge, sagte, das wünscht sich jeder. Wartet nur ab, bis ihr selbst ein paar Jahre mehr auf dem Huckel habt. Ranaday war ein kerniger Mann aus Kanada, der vor dem Krieg bei der Provinzpolizei von Manitoba gewesen war. Eine Woche nach seinem Gestellungsbefehl bei der Royal Canadian Air Force erreichte ihn die Nachricht, er sei bei der Royal Canadian Mounted Police angenommen worden. Schweren Herzens beschloss er, die Laufbahn, von der er immer geträumt hatte, aufzuschieben und erst einmal seinen Dienst fürs Vaterland zu leisten. Jeder Schlagabtausch zwischen ihm und Price endete mit seinem Schlusswort, aus ihnen spricht die Weisheit eines alten Mannes. Jeden Freitag trafen sich die drei zu juristischen Gefechten. Ranaday hielt sich mit seinen Argumenten stets nüchtern an die Faktenlage und suchte, ohne nach links und rechts zu schauen, nach dem schnellsten, geradewegs zum zielführenden Lösungsweg. Price war das genaue Gegenteil, ein Meister der Spitzfindigkeit. Der Ältere erging sich in umschweifigen Monologen über die Königsdisziplin der juristischen Abwägung der Argumente beider Konfliktparteien und der hohen Kunst zwischen Fakten und Gesetz zu unterscheiden. Meistens schlug dann Tommy Hart in der Rolle des Richters einen goldenen Mittelweg zwischen den intellektuellen Höhenflügen des britischen Anwalts und dem eingleisigen Pragmatismus des jüngeren Kanadiers ein. Er hoffte, dass der Tunnel und sein Einsturz der wöchentlichen Diskussionsrunde kein Ende setzten. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Deutschen nach der Entdeckung eines versteckten Radios oder anderer eingeschmuggelter Gegenstände zur Strafe Stubenarrest verhängten und die Männer mehrere Tage in den Baracken verbringen mussten. Einmal war im Zuge einer solchen Disziplinarmaßnahme zum Leidwesen der Briten und zur heimlichen Erleichterung der hoffnungslos unterlegenen Amerikaner, die viel lieber Basket oder Baseball spielten, ein Fußballmatch zwischen Nord- und Südlager gestrichen worden. Diese Woche wurde die Lindbergh-Entführung verhandelt. Tommy hatte den Angeklagten, den deutschstämmigen Bruno Hauptmann zu verteidigen, Renaday übernahm die Funktion des Anklägers, Price die des Richters. Diesmal war sich Tommy seiner Sache nicht sicher. Nicht nur die Faktenlage stellte ihn vor Schwierigkeiten, sondern vor allem seine Rolle. Bei ihrer letzten Simulation, dem Mordfall Wright Mills, hatte er sich bedeutend besser gefühlt. Als sie davor, in den kältesten Wintermonaten, die Mordserie von Jack the Ripper im viktorianischen London akribisch sezierten, hatte er die britischen Kontrahenten mit seiner souveränen juristischen Argumentation ganz schön in die Enge getrieben. Tommy holte seinen Wälzer, Burks Criminal Procedure, vom Regalbrett neben seiner Pritsche und verließ Baracke 101. In seinen ersten Wochen im Stahlack hatte er sich aus den Holzkisten, in denen das Rote Kreuz die Pakete ins Lager transportierte, nach eigenem Entwurf einen Stuhl geschreinert. Das Sitzmöbel erinnerte an einen Adirondack-Gartensessel und fand als Designermöbel in der Baracke eines internierten Lagers viele Bewunderer und Nachahmer. Das Möbelstück besaß zwei wichtige Vorzüge. Für einen stabilen Halt brauchte man nur eine Handvoll Nägel und trotz der billigen Bauweise war es erstaunlich bequem. Vielleicht, dachte er zuweilen, war das mein einziger Beitrag zum Leben im Lager. Er stellte seinen Stuhl draußen vor die Baracke auf ein sonniges Fleckchen, machte es sich bequem und schlug das Buch auf. Doch er hatte noch keinen Absatz gelesen, als eine vertraute Gestalt in sein Blickfeld trat, und im selben Moment, als er aufsah, hörte er die wohlbekannte Stimme mit dem behäbigen Mississippi-Akzent. »Ey, Hart, wie geht's, wie steht's an so nem schönen Tag?« »Kann mir schönere Tage denken, Vic. Einfach nur wie dein neuer Tag weiter nichts.« »Na ja, für dich und mich vielleicht. Für zwei von den Jungs war's leider der letzte.« Eben. Tommy musste sich die Hand über die Augen halten, um Vincent Bedford in der grellen Sonne zu sehen. »Weißt du, Hart, manche hier können einfach nicht anders. Die haben nur diesen einen Wunsch. Die werden wahnsinnig, wenn sie nicht alles daran setzen, hier rauszukommen. Und nun haben wir einmal mehr die Bescherung. In meiner Stube gibt's ne leere Pritsche. Und irgendwer schreibt einen von diesen entsetzlichen Briefen an so ne arme Familie in der fernen Heimat. Und dann gibt es Männer, na ja, was soll ich sagen, die sehen sich diesen Stacheldraht da genauer an. Die überlegen. Und dann wird ihnen klar, dass sie am ehesten auf die andere Seite kommen, indem sie warten. Geduldig warten. Also die Männer, die sehen eben was anderes. Und was siehst du, Vic, wenn du auf den Draht starrst? »Dasselbe, was ich immer sehe, egal, wo ich gerade bin.« »Und das wäre?« »Ja, was denn wohl, du Mann des Gesetzes? Ich sehe eine günstige Gelegenheit.« Tommy zögerte einen Moment, dann fragte er. »Und welche günstige Gelegenheit führt dich zu mir?« Vincent Bedford ging in die Hocke und blickte Tommy direkt in die Augen. Er hatte zwei Stangen amerikanische Zigaretten dabei und hielt sie ihm unter die Nase. »Ach, Tommy, du weißt, was mich herführt. Ich will ein Geschäft mit dir machen, das ahnst du doch allmählich. Du hast etwas, das ich gerne hätte. Und ich habe alles Mögliche, was du gut brauchen kannst. Jetzt müssen wir uns nur noch einigen. Für jeden von uns eine günstige Gelegenheit, würde ich sagen. Ein Arrangement, bei dem keiner zu kurz kommt.« »Es bleibt dabei, Vic, ich tausche sie nicht.« Bedford tat so, als sei er überrascht. »Es alles eine Sache des Preises, Hart. Das weißt du so gut wie ich. Betten, das steht so oder so ähnlich in allen deinen Gesetzesschinken auf jeder Seite. Und überhaupt, wieso musst du unbedingt immer wissen, wie spät es ist? Wo wir hier gelandet sind, gibt's doch sowieso keine spezielle Zeit. Jeden Tag holen sie uns zur selben Zeit aus den Betten, und jeden Tag machen sie abends zur selben Zeit das Licht aus. Essen, schlafen, Zählappell. Tag ein, Tag aus, immer dasselbe. Was ist an dieser Uhr so ungeheuer wichtig, dass du dich nicht davon trennen willst, da?« Tommy warf einen Blick auf die Longine-Uhr an seinem linken Handgelenk und für einen Moment blitzte in ihrem Stahlgehäuse die Sonne auf. Es war eine sehr hochwertige Uhr mit Sekundenzeiger und Diamantlaufwerk. Von den Erschütterungen des Krieges scheinbar ungerührt zeigte sie präzise die Zeit an. Vor allem aber waren auf der Rückseite die Worte »Ich warte auf dich« und die Initiale »L« eingraviert. Räuchte er auf das leise Ticken, fühlte er sich der jungen Frau nahe, die sie ihm zum Abschied geschenkt hatte, als er in den Krieg zog. Wie sollte Bedford das Wissen? »Es geht nicht um die Zeit, die sie anzeigt«, gab Tommy zur Antwort. »Es geht um die Zeit, die sie verheißt«. Bedford postete vor Lachen. »Du sprichst in Rätseln, Tommy. Nehmen wir mal an, ich würde es deichseln, dass du jederzeit, wann immer du willst, darüber zu deinen Kumpeln darfst. Ich krieg das für dich geregelt. Und wenn du nun noch jede Woche ein Paket extra bekämpfst? Auch das kann ich einrichten, falls du interessiert bist. Was brauchst du, Harter? Was zu essen? Was Warmes zum Anziehen? Oder Bücher? Gütiger Himmel, ein Radio, wenn's sein muss. Ich würde dir eins besorgen, und zwar ein Gutes. Dann kannst du selbst die Wahrheit hören, statt dir aus den Gerüchten und all dem Blödsinn, den sie hier im Lager erzählen, einen Reim zu machen. Nenn mir ganz einfach deinen Preis. Steht nicht zum Verkauf. Ach, verflucht nochmal, frustriert richtete sich Bedford auf. Du machst dir keine Vorstellung, was ich gegen so eine Uhr alles für dich drehen kann. Bedauere, antwortete Tommy kurz angebunden. Für einen Moment sah es so aus, als ob Bedford seinen Unmut an ihm auslassen wollte. Doch im nächsten Augenblick wich die Wut in seinem Gesicht im gewohnten Grinsen. Ich kann warten, Gesetzesmann. Früher oder später kommt der Moment, und du gibst dich mit weniger zufrieden, als du heute dafür geboten bekommst. Man muss ein Näschen dafür haben, wann der günstigste Moment für ein Geschäft gekommen ist. Ist man darauf angewiesen, verfällt der Preis. Da ziehst du immer den Kör zu hören. Keine Geschäfte. Weder heute noch morgen. Mach's gut, Vic. Bedford zuckte in einer theatralischen Geste mit den Achseln. Er schien noch etwas sagen zu wollen, als sie beide den schrillen Pfiff zum Nachmittagsappell hörten. Vor jedem Block tauchten Frettchen auf und brüllten, raus, raus! Im selben Moment traten die ersten Männer aus den Gebäuden und trotteten gemächlich zum Appellplatz. Tommy Hart kehrte eilig in seine Stube zurück und verstaute das juristische Werk wieder auf dem Regal. Dann ging er wieder nach draußen und holte die anderen Männer ein. Wie immer stellten sie sich in Fünferreihen auf. Die Frettchen schritten sie zum Zählen ab, um sicherzustellen, dass keiner fehlte. Es war eine lästige, langwierige Prozedur, die ihre Bewacher hingebungsvoll zelebrierten. Es blieb Tommy ein Rätsel, wieso sie die stupide Zählerei zweimal täglich nicht zu Tode langweilte. Natürlich räumte er innerlich ein, dass sich ein Frettchen an einem Tag, an dem zwei Männer beim Tunnelbau umgekommen waren, sehr schnell in einem Truppentransport an die Ostfront wiederfinden würde, wenn ihm beim Anwesenheitsappell ein fehlender Mann entging. Daher waren die Wärter noch penibler und misstrauischer als sonst. Als die Zählung zu ihrer Zufriedenheit erledigt war, machten sie dem diensthabenden Unteroffizier Meldung und dieser wiederum dem Lagerkommandanten. Von Reiter kam nicht persönlich zu jedem Appell, doch nur er konnte den Befehl zum Abtreten erteilen. Die Gefangenen fanden es besonders frustrierend, zusätzlich warten zu müssen, nachdem der Unteroffizier durch das Eingangstor verschwunden war, um sich in Von Reiters Büro zu begeben. An diesem Nachmittag ließ man sie besonders lange warten. Tommy ließ den Blick unauffällig über die Reihen seiner Schicksalsgenossen schweifen. Victor Bedford stand nur wenige Meter von ihm entfernt. Als er wieder nach vorne schaute, war der Unteroffizier zurückgekehrt und sprach mit McNamara. Tommy sah noch, wie der Colonel besorgt das Gesicht verzog, bevor er in einem scharfen Schwenk die Formation verließ und hinter dem Deutschen durchs Tor zu Von Reiters Büro eilte. Erst zehn Minuten später kam McNamara wieder und nahm unverzüglich seine Stellung vor den Reihen der Flieger ein. Für einen kurzen Moment zögerte er, bevor er im lauten Kasernenhofton verkündete, »Neuer Gefangener eingetroffen!« Wieder legte McNamara eine Pause ein, als wolle er noch eine Erklärung hinzufügen. Doch in diesem Moment des Zögerns waren bereits alle Augen auf das Tor gerichtet, wo der Neuzugang von zwei Aufsehern mit Gewehren aus Von Reiters Büro auf den Platz geführt wurde. Der Flieger war groß, einen halben Kopf größer als seine Bewacher, schlank und mit der scharfsledernen Jacke und Helm der Kampfpiloten bekleidet. Unter jedem seiner zügigen Schritte wirbelte der Staub auf. Vor Colonel McNamara hielt er an und schlug zum zackigen Salut die Hacken zusammen. Die Lagerinsassen starrten stumm geradeaus. Nur ein paar Meter neben sich hörte Tommy laut und vernehmlich die ungläubigen Worte von Vic. »Ich werd verrückt! Ein verdammter Neger!« Der zweite Zwischenfall am Zaun Die Ankunft von First Lieutenant Lincoln Scott im Stahlag Luft 13 elektrisierte die Kriegsgefangenen und fast eine Woche lang drängte er die alles beherrschenden Themen Freiheit und Krieg in den Hintergrund. Die wenigsten Männer hatten geahnt, dass die US Air Force in Tuskegee, Alabama schwarze Piloten ausbildete, geschweige denn, dass sie sie seit Ende 1943 zu Kampfeinsätzen nach Europa schickte. Einige, die noch nicht lange im Lager waren, vorwiegend Piloten und andere Besatzungsmitglieder von B-17 Bombern, berichteten von metallisch glänzenden P-51 Maschinen, die sich im Sturzflug aus ihrer Staffel lösten, um die Verfolgung einer verzweifelten Messerschmitt aufzunehmen. Das 332. Jagdgeschwader hieß es außerdem, sei an den unverwechselbaren rot-schwarzen Emblemen am Schwanzruder zu erkennen. Wer in diesen Geschwadern mitgeflogen war, hatte sich daran gewöhnt, dass es unter dem Piloten auch Schwarze gab. Letztlich sei die Hautfarbe egal, betonten sie immer wieder in den endlosen Diskussionen. Hauptsache, die Bomber jagten die feindliche Bf 109 in die Flucht, die sie unablässig attackierten. Hauptsache, man wurde nicht von den Maschinengewehren in deren kurzen Tragflächen zerfetzt. Hauptsache, man verbrannte nicht in der Kanzel seines Bombers. Doch diese pragmatische Auffassung wurde nur von wenigen Lagerinsassen geteilt, stellte sich doch die entscheidende Frage, ob ein Schwarzer über die nötige Intelligenz, körperliche Tauglichkeit und die Courage verfügte, um Kampfbomber zu fliegen. Scott selbst schien von den hitzigen Streitgesprächen, die er mit seiner Ankunft ausgelöst hatte, wenig mitzubekommen. Am Abend nach seinem Eintreffen wurde er der Baracke 101 zugewiesen, wo er die Pritsche bekam, die durch den Tod des Klarinettenspielers im Tunnel frei geworden war. Nach einer knappen Begrüßung der anderen Männer in der Stube verstaute er seine wenigen Habseligkeiten unter der Pritsche, kroch unter seine Decke und rührte sich für den Rest der Nacht nicht mehr. Er erzählte keine Kriegsgeschichten. Überhaupt gab er nichts von sich preis. Niemand erfuhr etwas über seinen Abschuss, seine Heimatstadt, seine Familie oder sonst etwas aus seinem Leben. In den ersten Tagen versuchten ein paar Flieger, ihn ins Gespräch zu ziehen. Das Gott erteilte jedem eine höfliche, doch entschiedene Abfuhr. Zu den Mahlzeiten schmierte er sich aus seinen Rationen der Rotkreuzpakete einfache Brote. Er teilte sein Essen nicht mit anderen und bat seinerseits um nichts. Was er bekam, verbrauchte er allein. Weder beteiligte er sich an den Unterhaltungen im Lager, noch nahm er an irgendwelchen Kursen oder anderen Aktivitäten teil. An seinem zweiten Tag im Stalag Luft 13 besorgte er sich in der Lagerbibliothek ein zerfleddertes Exemplar von Gibbons »Verfall und Untergang des römischen Imperiums«. Das YMCA schenkte ihm eine Bibel, und so saß er in den nächsten Tagen oft schweigend draußen auf einem sonnigen Plätzchen an der Baracke oder drinnen auf seiner Pritsche zum spärlichen Licht vorgebeugt, das durch eines der verdreckten Fenster hereinsickerte, und vertiefte sich in die Lektüre. Den anderen Insassen war er ein Rätsel. Seine Unnahbarkeit verblüffte sie. Einige sahen darin Arroganz und machten sich kaum verhohlen darüber lustig. Dem einen oder anderen bereitete seine selbstgewählte Einsamkeit Unbehagen. Alle anderen Männer, selbst Einzelgänger wie Tommy Hart, brauchten den wechselseitigen Rückhalt der Kameraden, und sei es auch nur, um sich in der abgeschotteten Welt des Stalag zu vergewissern, dass sie nicht allein auf der Welt waren. Ihre Internierung löste seltsame Gemütszustände aus. Sie hatten keine Straftat begangen und waren trotzdem im Gefängnis. Ohne den Halt durch die Schicksalsgemeinschaft, die ihnen ins Gedächtnis rief, dass sie einem anderen Leben angehörten, hätten sie die Orientierung verloren. Lincoln Scott aber war, zumindest dem Anschein nach, dagegen immun. Nach einer Woche in Gefangenschaft hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, in seinen Lektürepausen unablässig den Grenzzaun entlang des Lagers abzuschreiten. Runde um Runde. Stundenlang. Er schritt, einen Fuß breit von der Grenzmarkierung entfernt, mit zügigen Schritten aus. Nur gelegentlich blieb er stehen, drehte sich um und schaute zum Kiefernwald in der Ferne hinüber. Tommy, der ihn beobachtete, fühlte sich an einen angeketteten Hund erinnert, der seinen Bewegungsspielraum voll ausschöpft. Er gehörte zu den Männern, die in den ersten Tagen versuchten, mit Lieutenant Scott ins Gespräch zu kommen, wie die anderen vergeblich. Als der Schwarze an einem milden Nachmittag kurz vor dem Zählappell wie gewohnt seine Runden drehte, war er auf ihn zugetreten. »Hey, wie geht's denn so?«, hatte Hart gesagt. »Ich bin Tommy. Tommy Hart.« »Hallo«, erwiderte Scott, ohne ihm die Hand zu schütteln oder seinen Namen zu nennen. »Schon ein bisschen eingelebt?« Scott zuckte nur mit den Achseln. »Gibt Schlimmeres«, murmelte er. »Wenn jemand Neues ins Lager kommt, ist das für uns so was wie eine Zeitung frei Haus, nur mit ein paar Tagen Verspätung. Du bist auf dem neuesten Stand. Selbst wenn du ein paar Tage hinterherhingst, weißt du auf jeden Fall mehr, als wir hier drinnen, wo wir uns auf die Gerüchte einen Reim machen müssen oder auf den offiziellen Mist, den wir in unseren heimlichen Radius hören. Wie läuft's denn wirklich da draußen? Wo stehen wir im Krieg? Irgendwas Neues über die Invasion?« »Wir gewinnen«, antwortete Scott. »Und nein, da sitzen eine Menge von uns in England rum und warten, so wie ihr.« »Naja, nicht so ganz«, sagte Tommy und deutete mit einem schiefen Grinsen auf die bewaffneten Wärter im Turm. »Sicher, nicht ganz«, sagte Scott. Während des kurzen Wortwechsels war er in unvermindertem Tempo weitergegangen, ohne ein einziges Mal aufzusehen. »Also, du musst doch irgendwas wissen«, hakte hart nach. »Nein«, versicherte Scott. »Was hältst du davon?«, nahm Tommy einen letzten Anlauf. »Wenn ich neben dir herlaufe und du mir alles erzählst, was du nicht weißt.« Bei der Frage zuckte dem Lieutenant der Anflug eines Lächelns um die Lippen und er prustete leise, wie um ein Lachen zu unterdrücken, doch nur für eine Sekunde. »Ich ziehe es wirklich vor, alleine zu laufen«, sagte Scott nicht unfreundlich. »Aber danke, dass du fragst.« Und so lief er weiter, während Tommy stehen blieb und ihm hinterher sah. Es war Freitag. Nach dem Morgenappell kehrte Tommy zu seiner Pritsche zurück. Aus einer kleinen Holzkiste unter seinem Bett holte er eine frische Stange Lucky Strikes hervor, die er mit seiner letzten Rotkreuz-Sendung bekommen hatte, und nahm ein paar Päckchen heraus. Es folgte eine Dose mit der Aufschrift Earl Grey Tea und schließlich eine große Tafel Schokolade, von der nur ein paar Riegel abgebrochen waren. In der Innentasche seiner Jacke verstaute er heimlich eine Dose Kondensmilch. Dann nahm er ein paar Blätter braunes Schmierpapier, auf denen er aus Sparsamkeit in einer winzigen Schrift Notizen gekritzelt hatte, und steckte sie zwischen die Seiten eines zerfledderten alten Schinkens über Forensik. Vor der Baracke 101 hielt er nach einem der drei Fritzer Ausschau. Es war ein schöner Morgen, der graue Lehmboden auf dem Platz leuchtete unter der Sonne in einem warmen Ton. Statt der Frettchen erspähte er Vincent Bedford, der mit wild entschlossener Miene auf ihn zugeeilt kam. Er blieb vor ihm stehen und sah ihn erwartungsvoll an. »Ich leg noch eins drauf, um dir den Deal ein bisschen schmackhafter zu machen, hart«, sagte er. »Du bist ne harte Nuss. Sag du mir, was du für diese Uhr verlangst, hm?« »Das kannst du nicht bieten. Es ist ein Unterpfand, das mir viel bedeutet.« Vincent schnaubte verächtlich. »Tja, Unterpfand? Mädel, das zu Hause auf dich wartet, hm? Woher nimmst du den Optimismus, dass du mit heiler Haut zurückkommst? Und dass sie, falls du so viel Glück hast, tatsächlich auf dich wartet?« »Keine Ahnung.« »Hoffnung? Vertrauen?«, antwortete Tommy lächelnd. »In was für einer Welt lebst du, Yankee? Sieh dich um. Hier zählt der Spatz in der Hand das, was dir hier und jetzt was nützt. Vielleicht gibt es kein Morgen, weder für dich noch für mich oder sonst wen hier im Lager.« »Du bist ein Zyniker weg«, der Mann aus Mississippi grinste. »Kann schon sein, kann schon sein. Hat noch keiner zu mir gesagt, aber mag sein.« Zwischen zwei Baracken hindurch liefen sie Richtung Sportplatz, auf dem gerade ein Softballmatch begann. Hinter dem Außenfeld entdeckten beide Männer Lincoln Scott, der den Zaun entlang marschierte. »Scheiß, Kerl«, murmelte Bedford. »Jetzt sei, dass ich in der Sache was unternehme. Ich seh mir das keinen Tag länger an.« »Was für eine Sache?«, fragte Tommy. »Die Sache mit dem Neger«, erwiderte Bedford in ungläubigem Ton und sah ihn dabei an, als frage er sich, wie dumm man sein musste, um so etwas Offensichtliches nicht zu begreifen. »Der Bursche macht sich auf einer Pritsche in meiner Stube breit. Und das geht nicht.« »Wieso geht das nicht?« Bedford wich der Frage aus. »Schätze, ich muss mal ein Wörtchen mit dem guten alten McNamara reden, damit er den Neger in eine andere Stube verlegt. Sie sollten den Knaben einzeln unterbringen und uns mit dem Kerl verschonen.« Tommy schüttelte den Kopf. »Das macht er doch schon von sich aus, ohne dass ihm einer von euch dabei hilft,« antwortete er. Trader Wick zuckte mit den Achseln. »Ist nicht in Ordnung. Und davon mal abgesehen. Was weiß ein Yankee wie du schon über Nigger? Nichts. Rein gar nichts.« Bedford zog jede Silbe in die Länge, um ihnen Gewicht zu geben. »Wetten, Herr, du hast im Leben noch kaum einen von denen zu Gesicht bekommen, ha? Geschweige denn mit denen zusammengelebt, so wie wir im Süden.« Da Bedford mit seiner Vermutung nicht ganz daneben lag, hielt Tommy den Mund. »Und was wir über die Burschen gelernt haben, ist nicht gut,« fuhr Trader Wick fort. »Sie lügen.« »Ja, was sag ich? Die lügen und betrügen, wenn sie nur den Mund aufmachen. Außerdem sind sie Diebe, jeder von denen. Und viele sind Frauenschänder und Verbrecher. Natürlich nicht alle, aber nicht so knapp eine ganze Menge. Will durchaus nicht behaupten, dass sie keine guten Soldaten sein können, also das kann ich mir durchaus vorstellen, weil sie eben anders ticken als weiß und schnell kapieren, wie man tötet, wenn man es ihnen beibringt, so wie Holzhacken oder Maschinen reparieren. Kann mir allerdings nicht vorstellen, wie die in einem Mustang fliegen wollen. Die sind einfach anders als du und ich, Hart. Guck dir doch nur mal an, wie der Bursche da wie irre an der Demarkationslinie entlangläuft. Besser jemand steckt aus dem alten Magnamara, bevor noch ein Unglück passiert. Ich kenn diese Neger. Wo die rumspazieren, gibt's immer Ärger. Glaub mir.« »Was für Ärger, Wick. Mein Gott, wir sitzen doch hier alle in der Falle ohne Unterschied.« Vincent Bedford stieß ein trockenes Lachen aus und schüttelte vehement den Kopf. »Mag ja sein, dass wir hier alle in der Falle sitzen, Hart. Obwohl, wer weiß. Und im Übrigen, es gibt einen riesigen Unterschied, mein Junge, einen kolossalen Unterschied, glaub mir.« Vincent Bedford zeigt auf den Draht. »Der Draht mag ein und derselbe sein. Aber jeder hier sieht darin was anderes. Du, ich und der alte Magnamara. Wahrscheinlich sieht ihn inzwischen auch unser Laufbursche da vorn auf seine Weise. So ist das Leben nun mal hart. Das müsste selbst einem verzerrtelten, geizigen Yankee wie dir schon gedämmert sein, hm? Rein gar nichts ist für zwei Leute gleich. Rein gar nichts. Außer vielleicht der Tod.« Nach allem, was er bisher von Bedford gehört hatte, musste Tommy denken, kam er mit seiner letzten Bemerkung der Wahrheit wohl am nächsten. Bevor er etwas entgegnen konnte, gab Bedford ihm einen Klaps auf die Schulter. »Ach, zum Teufel Hart. Jetzt denkst du bestimmt, ich hätte Vorurteile. Aber da irrst du dich. Ich bin keiner von diesen tabakkauenden Kerlen, die das Südstaatenbanner über der weißen Kapuze schwingen. Also wirklich nicht. Ich hab Neger immer gut behandelt, wie Menschen. So hab ich es schon immer gehalten. Aber ich kenne die Neger nun mal. Ich weiß, dass sie einem Ärger machen. Und genau den haben wir hier bald.« Der Südstaatler sah Hart mit einem durchbohrenden Blick an. »Verlass dich drauf,« bekräftigte Trader Wick mit einem leisen Lachen. »Uns steht Ärger ins Haus. Deshalb hält man die Leute am besten auf Abstand.« Tommy schwieg. Plötzlich wierte Bedford los. »Weißt du, was ich gerade denken muss, Hart? Ich wette eins zu eins, ich meine, liegt doch nahe, dass mein Urgroßpapa auf den einen oder anderen von deinen Vorfahren geschossen hat, damals im Unabhängigkeitskrieg. Nur, dass eure blöden Yankee-Lehrbücher ihn nicht so nennen, nicht wahr? Kannst von Glück sagen, dass die Bedfords meistens daneben geschossen haben.« Tommy lächelte. »Und die Harz für ihre Gabe bekannt sind, den Kopf einzuziehen, wenn's gefährlich wird.« Bedford prustete wieder los. »Also, das muss man euch lassen, Tommy. Ein wahrhaft nützliches Talent. Dann hat euer Familienstammbaum ja auf Jahrhunderte nichts zu befürchten.« Immer noch grinsend machte Bedford kehrt. »Also, ich geh dann mal auf'm Schwätzchen mit dem Körner. Falls du's dir mit unserem Geschäft doch noch anders überlegst, lass es mich wissen. Der Laden ist rund um die Uhr geöffnet, auch sonntags. Sieht mir ganz danach aus, als wäre unser Herrgott anderweitig so beschäftigt, dass er seine Schäfchen hier im Stall ein bisschen aus dem Blick verloren hat.« Vom Spielfeld aus riefen die Männer ihnen etwas zu und machten Vincent Pett vor Zeichen. Einer von ihnen winkte mit einem Schläger und einem Ball über dem Kopf. »Tja,« sagte der Flieger aus Mississippi, »werd mein Plauderstündchen mit dem großen Häuptling wohl auf den Nachmittag verschieben müssen. Wie's aussieht, brauchen die Jungs da jemanden, der in der hohen Kunst des Baseball versiert ist. Ist dann hart. Und geh in dich hart. Denk noch mal in Ruhe über deine Entscheidung nach, hm?« Tommy sah Taylor Wick hinterher. Aus der entgegengesetzten Richtung hörte er auf Deutsch mit amerikanischem Einschlag »Kein Drinkwasser!« Derselbe Ruf ertönte wie ein Echo aus einer Baracke ganz in Tommys Nähe. Die Warnung stand auf den Stahlfässern, mit denen sie das Abwasser aus dem Lager schafften. Zugleich war es die verabredete Frühwarnung der Internierten für die Männer in den Baracken, wenn ein Frettchen sich näherte, damit die Gefangenen, die gerade mit Fluchtvorbereitungen beschäftigt waren, seien es Tunnel oder gefälschte Papiere, Zeit hatten, alles zu verstecken, was sie verraten konnte. Die Frettchen fanden es nicht schmeichelhaft, mit Kloake verglichen zu werden. Tommy Hart eilte in Richtung der Stimmen. Er hoffte, dass Fritz eins gesichtet worden war, der bestechlichste der drei. Den Wortwechsel mit Bedford hatte er schnell vergessen. Gegen sechs Zigaretten erklärte sich Fritz eins bereit, ihn ins nördliche Lager zu begleiten. Die beiden Männer marschierten durchs Lagertor auf das Gelände zwischen den beiden eingezäunten Bereichen. Auf der einen Seite standen die Baracken für die Wärter, dahinter die mit den Büroräumen des Kommandanten, an deren Rückseite wiederum ein Backsteinbau mit Kaltwasserduschen grenzte. Draußen standen zwei Wachen mit Gewehren am Schulterriemen auf eine Zigarettenlänge zusammen. Aus dem Duschgebäude schlug Tommy lauter Gesang entgegen. Die Briten liebten den Chorgesang, wobei sich ihr Repertoire auf derbe, unverblümt obszöne Texte konzentrierte. Er ging langsam weiter und horchte. Die Männer sangen »Cats on the Roof«, dessen Refrain er sofort wiedererkannte. »Oh, cats on the roof, cats on the tiles, cats with the syphilis and cats with the piles.« »Ah, Katzen auf dem Dach, Katzen auf dem Dachziegeln, Katzen mit Syphilis und Katzen mit Hämorrhoiden.« Auch Fritz einst zögerte. »Kennen die Briten eigentlich auch normale Lieder?«, fragte er leise. »Ich glaube nicht«, antwortete Tommy. »Die Stimmen, die aus den Duschen drangen, stimmten jetzt ein neues Lied an, das mit den Worten begann »Fuck all of it«. »Der Kommandant«, fuhr Fritz im Flüsterton fort, »ich glaube, er schätzt den Gesang der Briten nicht. Er hat dafür gesorgt, dass seine Frau und seine Töchter ihn nicht mehr im Büro besuchen, wenn die britischen Offiziere gerade unter der Dusche stehen.« »Der Krieg ist die Hölle«, antwortete Tommy. Fritz eins hielt sich die Hand vor den Mund, als müsse er husten, doch in Wahrheit, um nicht loszupusten. »Wir müssen nun mal unsere Pflicht tun«, sagte er mit unterdrücktem Kichern. »Ob es uns passt oder nicht.« Die beiden Männer kamen an einem grauen Betongebäude vorbei, dem Bau, in dem sich ein Dutzend fensterlose nackte Zellen für besondere Strafmaßnahmen befanden. »Stehen derzeit leer«, bemerkte Fritz eins. Sie näherten sich dem Tor zum britischen Lager. »Drei Stunden, Lieutenant Hart. Reicht das?« »Drei Stunden. Ich komm dann hier raus.« Das Frettchen machte mit einer ausladenden Armbewegung einem Werterzeichen, das Tor zu öffnen. Kaum fiel Tommys Blick auf Flying Officer Hugh Renaday, der dicht hinter dem Tor auf ihn wartete, da eilte er auch schon hinein, um seinen Freund zu begrüßen. »Wie geht's dem Wing Commander?«, fragte Tommy, während sie zusammen zügig den Platz des britischen Lagers überquerten. »Philipp, na ja, körperlich schlechter denn je, würde ich sagen. Er wird diese Erkältung nicht los oder was er sich da eingefangen hat. Jedenfalls hat er die letzten Nächte durchgehustet, so ein nasser, keuchender Husten, stundenlang. Aber am nächsten Morgen zog er nun mit den Achseln und weigert sich, mit mir zum Arzt zu gehen, der sture alte Bock. Geschehe ihm recht, wenn er sich hier die Seele aus dem Leib husten würde.« Es klang schroff, wenn der Kanadier so etwas sagte, trocken und windgepeitscht wie die endlosen Weiten seiner Heimat. Doch dank seiner Jahre war der Royal Air Force britisch eingefärbt. Der Flying Officer machte so große Schritte, als sei es ihm lästig, die Distanz zwischen zwei Orten zurückzulegen. Woher man kam und wo man landete, das allein zählte. Der Weg war nur ein notwendiges Übel. Renaday hatte breite Schultern und trug im Vergleich zu den anderen Gefangenen die Haare lang. Wie eine stumme Warnung an Läuse und Flöhe wagt es ja nicht. Bisher hatte die Taktik funktioniert. »Jedenfalls«, fuhr Renaday fort, als sie um eine Ecke bogen und an zwei britischen Offizieren vorbeikamen, die in einem kleinen Garten die Erde hakten. »Ist er verdammt froh, dass wir Freitag haben und ihr Besuch ansteht. Kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr er sich auf dieses Treffen freut. Als könnte er dem lausigen Zustand seines Körpers ein Schnippchen schlagen, wenn er seinen Grips gebrauchen kann.« »Andere Männer reden gern von zu Hause«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu und schüttelte den Kopf. »Doch für Philipp geht nichts über die Analyse dieser Fälle. Denke, es erinnert ihn daran, was er einmal war und was er wahrscheinlich wieder sein wird, sobald er erst wieder in der guten alten Heimat ist. Der Mann gehört vor einen warmen Kamin, wo er in Seidenpantoffeln zur grünen Samtjacke über einer Tasse Darjeeling einer Schar Studenten, die ihm an den Lippen hängt, irgendein obskures juristisches Problem mit sämtlichen Komplikationen erklärt. Jedes Mal, wenn ich mir den alten Bastard so ansehe, frage ich mich, was ihn geritten hat, als er in diese verdammte Blenheim stieg. Tommy lächelte. Wahrscheinlich mehr oder weniger dasselbe, was uns alle geritten hat. »Und das wäre, mein gelehrter amerikanischer Freund?« Das uns schon nicht zustoßen würde, obwohl die schier erdrückende Beweislage das Gegenteil zwingend nahelegt. Renaday brach in schallendes Gelächter aus, sodass ein paar Köpfe zu ihnen hochfuhren, bevor sie sich wieder über die säuberlich gehakten Beete beugten. »Die bittere Wahrheit, Yankee. Da haben Sie wohl leider recht.« Immer noch amüsiert schüttelte er den Kopf. »Da ist Philip«, sagte er und deutete auf eine Baracke, wo der Wing Commander Philip Price mit einem Buch in der Hand auf den Eingangsstufen saß. Trotz der Wärme hatte er die Schultern in eine abgewetzte olivgrüne Decke gehüllt und trug, etwas aus dem Gesicht geschoben, seine Mütze. Mit der Sonnenbrille auf der Nasenspitze und dem Bleistiftende zwischen den Zähnen erinnerte er an die Karikatur eines Lehrers. Kaum sah er die beiden Männer kommen, winkte er ihnen zu wie ein Kind bei einer Parade. »Ah! Thomas! Thomas! Es ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Haben Sie sich gut vorbereitet?« »Wie immer euer Ehren«, erwiderte Tommy hart. »Na, ich lecke mir immer noch die Wunden, wissen Sie«, fuhr Price fort. »Von der Prügel, die Hugh und ich von Ihnen bezogen haben, als wir den guten alten Jack mit seinen Missetaten nicht richtig zu fassen bekamen. Aber da es diesmal um einen von euren berühmten Fällen geht, sagt mir so ein Gefühl, dass bei dieser Runde eher Sie einstecken müssen und wir am Schläger sind, wie man bei Ihnen so sagt, nicht wahr?« »Am Schlag«, sagte Rennaday, während sich Hart und Price herzlich die Hände schüttelten. Tommy hatte das Gefühl, dass der stets feste Handschlag des Kommandos diesmal schwächer war. »Es heißt am Schlag, Philipp, und nicht am Schläger. Wenn der Schiedsrichter den ersten Schlag freigibt, geht's los.« »Völlig unverständlicher Sport, Hugh. Aber das gilt natürlich auch für euer albernes, heiß geliebtes Eishockey. Was ist so toll daran, bei klirrender Kälte wie wild hinter einer wehrlosen kleinen Gummischeibe herzurennen und sie ins Netz zu schlagen, ohne von den gegnerischen Schlägern getroffen zu werden?« »Schönheit und Eleganz, Philipp? Kraft und Ausdauer?« »Ah, britische Tugenden!« Sie lachten alle drei. »Suchen wir uns hier draußen ein Plätzchen,« schlug Price vor. Er sprach mit sanfter, freundlicher Stimme. Sein Ton verriet eine ausgewogene Mischung aus Enthusiasmus und Besonnenheit. »Die Sonne tut gut, und schließlich macht sie sich in England eher rar. Deshalb sollten wir selbst im Krieg mit all seinen Schrecken die Wohltaten von Mutter Natur genießen, nicht wahr?« Die beiden anderen lächelten. »Geschenke aus den ehemaligen Kolonien, Philipp«, sagte Tommy. »Ein paar gaben aus unserem Füllhorn, als kleines Zeichen des Danks dafür, dass sie es 1776 fertiggebracht haben, die stümperhaftesten Generäle in die neue Welt zu schicken, damit wir ihnen einen gebührenden Empfang bereiten konnten.« »Diese unselige, verzerrte Sicht auf eine kurze Episode in der langen, ruhmreichen Geschichte unseres Empire lasse ich wohl besser unkommentiert. Was haben sie uns denn Schönes mitgebracht?« »Zigaretten, amerikanische, abzüglich der Sechs, mit denen ich Fritz I. bestochen habe.« »Sein Preis ist beträchtlich gestiegen«, murmelte der Wing Commander. »Na, amerikanischer Tabak. Bestimmt echter Virginia vom Feinsten. Ausgezeichnet. Und ein bisschen Schokolade. Köstlich. Die berühmte Hershey's aus Pennsylvania. Und das hier. Tommy Hart reichte dem Älteren die Dose Earl Grey-Tee. Nur durch einen Tausch mit einem Kampfpiloten, der als Kettenraucher zwei Packungen Zigaretten täglich konsumierte, hatte er den Tee ergattert. Doch als er sah, wie der alte Brite übers ganze Gesicht strahlte, erschien ihm der Preis gering. Price stimmte augenblicklich einen Freudengesang an. »Halleluia! In excelsis Gloria!« »Dass ich das noch erleben darf, nachdem unser eins dazu verdonnert ist, sich mit diesem widerwärtigen Zeug, das sie Darjeeling nennen, ein Gesöff aufzubrühen.« »Hugh!« »Hugh!« »Schätzer aus den Kolonien!« »Reichtümer, die unsere kühnsten Träume übersteigen!« »Alles, was zu einer echten gepflegten Tasse Tee gehört.« »Und was Süßes zum Knabbern dazu, das wirklich den Heißhunger stillt.« »Und zum krönenden Abschluss eine genüssliche Zigarette.« »Thomas, wir stehen wahrhaft in Ihrer Schuld.« »Das liegt an den Paketen«, wehrte Tommy ab. »Unsere sind einfach so viel besser als eure.« »Die traurige Wahrheit, ja. Was nicht heißen soll, dass wir die Opfer unserer bedrängten Landsleute nicht zu würdigen wüssten, aber die verdammten Ami-Pakete sind einfach unendlich viel besser«, fiel ihm Hugh Renaday ins Wort. »Dagegen ist das Zeug, das uns die Briten schicken, einfach erbärmlich. Dieser ekelhafte eingelegte Räucherhering und diese Ersatzmarmelade. Und dann dieses undefinierbare Pulver, das sie Kaffee nennen, obwohl es damit nicht das geringste zu tun hat. Scheußlich. Was wir aus Kanada kriegen, ist schon ein bisschen besser, aber das, wonach Philipp lechzt, haben die meistens nicht im Sortiment.« »Zu viel Dosenfleisch, nicht genug Tee«, sagte Price mit einer übertrieben tragischen Geste. »Und dieses Dosenfleisch sieht so aus, als hätten sie es Hugh's altem Gaul vom Hintern geschält.« »Sieht wahrscheinlich nicht nur so aus.« Die drei Männer lachten und Hugh Renaday ging in die Baracke, um den Tee aufzubrühen. Price zündete sich eine Zigarette an, lehnte sich zurück und blies den Rauch genüsslich durch die Nase aus. »Philipp, wie geht's Ihnen?«, fragte Tommy. »Mies wie immer, mein Junge«, antwortete Price, ohne die Augen zu öffnen. »Wenigstens ist auf meine miese Gesundheit verlass. Da weiß man wenigstens, was man hat.« Er schlug die Augen auf und beugte sich vor. »Aber wenigstens funktioniert's hier oben noch ganz gut.« Er tippte sich an die Stirn. »Haben Sie für Ihren angeklagten Schreiner einen Verteidigungsplädoyer vorbereitet?« Tommi nickte. »Ja, allerdings.« Wieder lächelte der Ältere. »Und? Haben Sie sich wieder was Neues einfallen lassen? Dann lassen Sie mal hören.« Antrag auf Wechsel des Verhandlungsorts. Mit allem Nachdruck. Dann ein paar versierte Holzfachleute antanzen lassen, die eine tolle Show abziehen und Hugh's Mann, diesen sogenannten forensischen Holzexperten in der Luft zerfetzen. Also ich glaube, diese Sparte gibt es gar nicht. Und mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht irgendeinen Harvard oder Yale-Gelehrten auftreiben kann, der das vor Gericht bestätigt. Denn der entscheidende Punkt gegen uns ist diese Zeugenaussage mit der Leiter. Diese Goldzertifikate und anderes belastendes Material bekomme ich vom Tisch. Aber dieser Zeuge, der angeblich beweisen kann, das Holz, aus dem die Leiter besteht, könne nur aus Hauptmanns Werkstatt stammen. Das ist Dreh- und Angelpunkt im Prozess.« Price nickte bedächtig. »Fahren Sie fort. Sie sind auf einem guten Weg.« »Also diese Holzleiter. Die zwingt mich Hauptmann, zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand zu rufen. Und wenn er erst mal da oben sitzt und diesem ganzen Zirkus mit den Kameras und den Zeitungsreportern hilflos ausgeliefert ist,« »Wir Mitleidenswert, da stimme ich Ihnen zu.« Er macht den Mund auf, spricht mit deutschem Akzent, und alle hassen ihn. »Natürlich haben ihn schon bei der Anklage alle gehasst, aber mit dieser Aussprache.« »Dieser Hass spielt bei dem Fall eine zentrale Rolle, nicht wahr?« »Ja. Ein Einwanderer, ein hölzerner, grobschlechtiger Mann, vom ersten Moment an unsympathisch. Wenn Sie ihn dann auch noch in den Zeugenstand holen, ist das, als ob Sie ihn der Jury zum Fraß vorwerfen.« »Ein isolierter Kerl. Schwieriger Mandant.« »Ja, aber ich muss einen Weg finden, seine Schwächen in Stärken zu verwandeln.« »Oh, das dürfte nicht so einfach sein.« »Aber entscheidend.« »Ich sehe schon, Sie sind ein aufgewecktes Bürschchen. Wie sieht es mit der fragwürdigen Identifizierung durch unseren berühmten Flieger aus, wenn er behauptet, in Hauptmanns Stimme diese Stimme auf dem dunklen Friedhof wiederzuerkennen?« »Also, das ist schlichtweg absurd. Zu behaupten, man könne nach Jahren eine Stimme wiedererkennen, anhand von gerade mal fünf, sechs Wörtern, die damals gesagt wurden, ich glaube, beim Kreuzverhör hätte ich für Colonel Lindbergh eine kleine Überraschung bereit.« »Eine Überraschung? Wie meinen Sie das?« »Ich würde drei oder vier Männer mit starkem Akzent an unterschiedlichen Stellen des Gerichtssaals platzieren, die dann kurz hintereinander aufspringen und sagen, lassen Sie das Geld da und verschwinden Sie.« Die Worte, die nach seiner Behauptung der Täter gesagt hat. »Natürlich erhebt die Staatsanwaltschaft Einspruch, und der Richter rügt mich wegen Missachtung des Gerichts.« Price grinste über das ganze Gesicht. »Habe trotzdem eine gelungene kleine Theatervorstellung, nicht wahr? Um der Meute der Reporter etwas zu bieten, ihnen klar zu machen, wie hier gelogen wird.« Ich sehe es richtig vor mir. Der vollbesetzte Gerichtssaal, alle Augen auf Thomas Hart gerichtet und alle wie gebannt, als er diese Männer aus dem Nichts auftauchen lässt, bevor er sich dem berühmten Flieger zuwendet und fragt, »Und Sie sind sich ganz sicher, dass es nicht der da drüben war?« »Oder der?« »Oder der andere da hinten?« »Dann das Hämmern des Richters, während die Reporter zu den Telefonen eilen. Dem ganzen Zirkus der Anklage setzen Sie eine eigene kleine Darbietung entgegen, richtig?« »Genau.« »Na, Thomas, Sie haben das Zeug zu einem hervorragenden Anwalt. Oder für die rechte Hand des Teufels, falls wir alle hier sterben und in die Hölle kommen. Aber seien Sie bei alledem auf der Hut. Für viele im Publikum und unter den Geschworenen, ja sogar für den Richter, war Lindbergh ein Heiliger, ein Held, ein Ritter ohne Tadel. Wenn man einen Mann mit dem Nimbus der Vollkommenheit als Lügner entlarvt, muss man schon große Vorsicht warten lassen. Vergessen Sie das nicht. Apropos Vollkommenheit, da kommt Hugh mit dem Tee.« Price nahm die Tasse mit dem dampfenden Getränk entgegen und hielt sie sich unter die Nase, um den Duft zu genießen. »Ah«, sagte er, »fehlt nur noch ...« Auf das Stichwort hingriff Tommy in seine Jackentasche, holte die Kondensmilch heraus und sprach den Satz des Briten zu Ende. »Etwas Milch.« Philip Price lachte. »Thomas, mein Sohn, Sie werden es im Leben noch weit bringen.« Er gönnte sich einen großzügigen Spritzer, setzte die Tasse an die Lippen und nahm genüsslich einen Schluck. Dann richtete er über den Tassenrand hinweg den Blick auf Renaday. »Nachdem mich der Yankee mit allen Regeln der Kunst bestochen hat, Hugh, lassen Sie mal hören. Ich hoffe, Sie haben sich auch vorbereitet.« Renaday nahm sich einen bescheideneren Schuss Milch in den Tee und nickte energisch. »Selbstverständlich, Philip. Und das, obwohl ich durch die unrühmliche Bestechung unseres amerikanischen Freundes im Nachteil bin. Dafür habe ich erdrückende Beweise auf meiner Seite. Das Lösegeld, diese auffälligen Goldzertifikate, die man bei Hauptmann gefunden hat. Die Leiter, das den Dachlatten seiner eigenen Garage geschreien hat, wie ich beweisen kann. Das Fehlen eines glaubhaften Alibis, sowie das Fehlen eines Geständnisses, warf Tommy in trockenem Ton ein. Auch nach zahllosen, stundenlangen, knallharten Verhören.« »Dass es kein Geständnis gibt,« pflichtete Price Tom bei, »stimmt einen doch sehr nachdenklich, Hugh, nicht wahr?« »Ist es nicht seltsam, dass der Mann, nachdem ihn die Staatspolizei endlos in die Mangel genommen hat, nicht irgendwann eingeknickt ist? Außerdem hätte es nahegelegen, dass der Mann wenigstens ein Quäntchen Reue zeigte, nachdem er das arme Kind getötet hatte. Unter solchen enormem Druck, nicht zuletzt auch seinem Gewissensdruck, hätte er unmöglich standhalten können, schon gar nicht als ein Mann von eher schlichtem Gemüt und rudimentärer Bildung. Irgendwann, sollte man meinen, hätte er dem Sperrfeuer der immer gleichen Fragen durch ein Geständnis ein Ende gesetzt. Doch stattdessen beharrt dieser schwerfällige Handwerker aus seiner Unschuld.« Der Kanadier nickte. »Ich finde es auch erstaunlich, dass sie ihn nicht brechen konnten. Ich hätte es geschafft, und zwar ohne verschärftes Verhör, wie ihr das so hübsch nennt. Also, obwohl ich einräumen muss, dass ein Geständnis hilfreich, meinetwegen auch wichtig gewesen wäre.« Hugh Renaday legte eine wirkungsvolle Pause ein und sah Tommy mit einem Grinsen ins Gesicht. »Aber unverzichtbar ist es nicht. Als der Mann den Gerichtssaal betritt, ist ihm die Schuld vom Gesicht abzulesen. Sie leuchtet ihm aus jeder Pore heraus. Er geht mit ihr schwanger.« Dabei streckte Renaday den Bauch heraus und klopfte sich darauf. Die drei Männer lachten über seine eigenwillige Bildersprache. »Ich brauche eigentlich nichts weiter zu tun, als dem Henker beim Knüpfen der Schlinge zu helfen.« »Nur zu Ihrer Information, Hugh«, erwiderte Tommy unbeeindruckt. »In New Jersey haben Sie sich für den elektrischen Stuhl entschieden.« »Na schön«, sagte der Flying Officer, während er sich ein Stück Schokolade abbrach und es sich in den Mund schob, bevor er die Tafel an Price weitergab. »Dann sollten Sie ihn schon mal aufwärmen und startklar machen.« »Wahrscheinlich fehlt es Ihnen dafür an Freiwilligen, Hugh«, meldete Price sich zu Wort. »Selbst mitten im Krieg.« Das Lachen des Wingkommanders ging in einen heftigen Hustenanfall über, der sich erst legte, als er sich genüsslich die Kehle mit Tee befeuchtete.« »Der Prozess ist gut gelaufen«, dachte Tommy, als er zusammen mit Fritz einst durch die Zone zwischen den Zäunen zurückging. In einigen Punkten hatte er überzeugt, bei ein paar anderen musste er sich den Argumenten seiner Gegner beugen. Bei jeder Verfahrensfrage hatte er sich tapfer geschlagen und kein einziges Mal kampflos die Segel gestreckt. Im Großen und Ganzen war er zufrieden. Philip Price hatte die Urteilsverkündung um eine Woche vertagt, wenn auch unter Hugh Renardays theatralischer Empörung angesichts der offensichtlichen Bestechlichkeit des Richters, dessen Befangenheit seine sonst so scharfe Urteilskraft getrübt haben musste. Solche Scharmützel machten zu einem guten Teil den Reiz ihrer Diskussionen aus. Er war schon ein gutes Stück an der Seite des Wärters gelaufen, als ihm bewusst wurde, dass Fritz I. ungewöhnlich schweigsam war. Normalerweise nutzte er den Umgang mit den Gefangenen, um sein Englisch zu verbessern, das er nach dem Krieg für seinen beruflichen Werdegang und finanziellen Gewinn nutzen wollte. Natürlich konnte Tommy ihn schlecht fragen, ob er dabei an den Sieg oder die Kapitulation seines Landes dachte. Es war grundsätzlich schwer, stellte Tommy immer wieder fest, einzuschätzen, wie fanatisch gewöhnliche Bürger in Deutschland waren. Startete die Gestapo dem Lager einen Besuch ab, wusste man, woran man war. Ein Frettchen wie Fritz I. dagegen, oder auch der Lagerkommandant, ließ sich nicht so leicht in die Karten schauen. Er drehte sich zu dem Deutschen um. Fritz I. war so groß wie er selbst und so dünn wie ein Kriegsgefangener. Die Haut dagegen ließ den Unterschied erkennen. Seine wirkte frisch und gesund, die der Gefangenen dagegen schon nach wenigen Wochen im Lager teigig und bleich. »Was haben Sie, Fritz? Hat die Katze Ihre Zunge erwischt?« Das Frettchen sah ihn verständnislos an. »Was für eine Katze? Was heißt das?« »Es heißt, hat es Ihnen die Sprache verschlagen.« Fritz I. nickte, als ob die Katze einem die Zunge festhält. »Gut, das werde ich mir merken.« »Und? Was ist los?« Das Frettchen blickte finstert rein und zuckte mit den Achseln. »Russen, heute«, sagte er leise. »Sie eroden gerade das Gelände für ein weiteres Lager für alliierte Gefangene. Wir holen die Russen für die Arbeit. Sie sind nur etwa anderthalb Kilometer von hier in Zelten untergebracht. Da drüben hinter dem Wald.« »Und?« Fritz I. senkte die Stimme, während er sich mit einem kurzen Blick vergewisserte, dass niemand sie hören konnte. »Die Russen schuften sich zu Tode, Lieutenant. Die kriegen keine Rotkreuzpakete mit Dosenfleisch und Zigaretten, nur Arbeit. Harte Plackerei. Die sterben wie die Fliegen zu Dutzenden, Hunderten. Wenn die Rote Armee erfährt, wie wir diese Gefangenen behandelt haben, werden sie es uns heimzahlen.« »Sie fürchten also, wenn die Russen kommen, dann werden die kein Erbarmen kennen.« Tommy nickte, während er dachte, »Geschieht euch recht?« Doch bevor er etwas sagen konnte, hob Fritz abrupt die Hand. Es waren nur noch etwa dreißig Meter bis zum Eingangstor des südlichen Lagers, doch Fritz I. blieb wie angewurzelt stehen. Ein Blick über die Schulter sagte Tommy warum. Von dort marschierte eine lange Kolonne von Männern auf sie zu. Im nächsten Moment würden sie direkt am Tor zum Lager der Amerikaner vorbeikommen. In einer Mischung aus Ohnmacht und Faszination starrte er die Männer an. »Die sind nicht anders als wir«, dachte er im stillen. Sie haben ihr früheres Leben, ihr Zuhause, ihre Familie und Hoffnungen zurückgelassen. Doch das sind Tote, die hier vorbeimarschieren. Die deutschen Soldaten, die den Marsch überwachten, trugen Kampfanzüge. Unablässig schwenkten sie ihre Maschinenpistolen über den Köpfen der Männer, die sich vorwärts quälten. Gelegentlich rief einer der Deutschen, »Schnell, schnell!« Doch als hörten sie die Rufe nicht, schleppten sich die Russen weiter. Unter den dichten Bärten waren ihre ausgemerkelten Gesichter von Krankheit gezeichnet, der Blick ihrer tiefliegenden Augen gequält. Die meisten hielten den Kopf gesenkt, als müssten sie mit letzter Willenskraft ihre Füße zum Weitergehen zwingen. Ein-, zweimal sah Tommy wie ein oder zwei Gefangene zu den Soldaten hinüberstarrten und dann etwas in ihrer Muttersprache murmelten. In diesem kurzen Moment mischte sich Zorn und Trotz in die Resignation. Tommy wurde Zeuge eines seltsamen Konflikts. Geschundene Männer in zerlumpter Kleidung gaben sich trotz ihrer hoffnungslosen Lage nicht geschlagen. Mit jeder Minute, die sie sich weiterschleppte, marschierte die Kolonne dem unausweichlichen Tod entgegen. Tommy schnürte es die Kehle zu. Doch in diesem Moment geschah etwas Unerhörtes. Im amerikanischen Lager hatte Vincent Bedford gerade mitten in einem Softballspiel am Ausgangspunkt gestanden, wie alle Spieler und die übrigen Internierten auf dem Platz hatte er die Marschkolonne kommen sehen. Die meisten Amerikaner blieben wie angewurzelt stehen, als sie die Wesen aus Haut und Knochen vorbeiziehen sahen. Bedford nicht. Mit einem Aufschrei hatte er den Schläger fallen gelassen, um mit wütendem Gebrüll in die nächstgelegene Baracke zu stürmen und die Holztür mit einem lauten Knall hinter sich zuzuschlagen. Im ersten Moment war Tommy verwirrt und verstand nicht, was er rief. Doch Sekunden später flog die Tür wieder auf und Trader Vic trat mit so vielen Leiben deutschem Vollkornbrot, wie er mit beiden Armen tragen konnte, heraus. »Kriegsbrot! Kriegsbrot!« brüllte er den anderen Internierten zu. Ohne abzuwarten, ob seine Botschaft angekommen war, rannte Vincent Bedford los und war in Sekunden schneller am Eingangstor. Tommy sah, wie die deutschen Wachen plötzlich mit ihren Waffen auf den Amerikaner zielten. Ein deutscher Feldwebel löste sich aus dem Wachtrupp am Lagereingang und rannte zum Tor, während er mit den Armen wedelte und schrie, »Nein! Nein! Ist verboten!« Dabei versuchte er, seine Pistole aus dem Holster zu ziehen. In dem Moment, als Trader Vic das Tor erreichte, pflanzte sich der Deutsche auf der anderen Seite auf. Die Kolonne der Russen ging jetzt in Schneckentempo über, während ihre Köpfe zu den Rufen herumfuhren, die sie aus dem Lager hörten. Trotz der nunmehr energischen Befehle der Soldaten, schneller zu gehen, kamen sie fast zum Stillstand. Der Feldwebel starrte Bedford mit einem wutentbrannten, hasserfüllten Blick ins Gesicht, als stünden sie sich wie ebenbürtige Todfeinde gegenüber. Schließlich gelang es dem Feldwebel, die Pistole zu zücken. Er zielte auf Bedfords Brust. »Ist verboten!«, wiederholte er in unerbittlichem Ton. Tommy sah den wilden Blick in Bedfords Augen. »Verboten!«, wie gewohnt dehnte er die Silben, doch seine Stimme hatte einen schneidenden Ton angenommen, als er den Mund zu einem höhnischen Grinsen verzog. »Weißt du was, Kamerad? Du kannst mich mal!«, damit tat Bedford entschlossen, dem Deutschen entgegen, ohne dessen Waffe eines Blickes zu würdigen. Mit Schwung holte er wie ein Innenfeldspieler beim Baseball aus und schleuderte einen Leib Brot über den Stacheldrahtzaun. Das schwere Brot überschlug sich ein paar Mal in seiner Flugbahn und landete zu Füßen der russischen Gefangenen. In der Kolonne schlug es ein wie eine Bombe. Ohne ihre Marschposition zu verlassen, wirbelten alle zum amerikanischen Lager herum. Augenblicklich reckten sie flehentlich die Arme hoch, und wie mit einer Stimme halte der Ruf »Chlerb! Chlerb!«, »Brot!« über das Gelände, immer und immer wieder. Der deutsche Feldwebel zog den Hahn seiner Pistole zurück, und trotz der flehentlichen Rufe der Russen hörte Tommy das klickende Geräusch. Auch die anderen Wachsoldaten entsicherten ihre Waffen, rührten sich jedoch nicht vom Fleck, sondern ließen Bedford ebenso wie die Russen gewähren. Bedford sah dem Feldwebel ins Gesicht. Mit einem breiten Grinsen warf er ein weiteres Brot über den Zaun, dann ein drittes. Für einen Moment starrte der Deutsche ihn an, als kämpfte er mit sich, ob er das Feuer eröffnen sollte. Doch dann zuckte er mit einer übertriebenen Geste mit den Achseln und steckte bedächtig die Pistole ins Holster zurück. Inzwischen waren Dutzende Kriegsgefangene aus ihren Baracken gekommen, um so viele Brotleibe heranzuschleppen, wie sie tragen konnten. Sie drängten sich an den Zaun, und binnen Minuten gingen die Brote über den Russen wie Hagelschauer nieder. Ohne aus der Reihe zu treten, sammelten die ausgehungerten Gefangenen alles bis auf den letzten Krümel auf. Tommy sah, wie Bedford ein letztes Mal zum Wurf ausholte, dann ein wenig zurücktrat und mit triumphalem Grinsen die Arme vor der Brust verschränkte. Es dauerte einen Moment, bis Tommy einen Leib entdeckte, das nicht weit genug geworfen war und die Kolonne verfehlt hatte. Im Baseball nannte man so etwas einen kurzarmigen Wurf. Dieses Brot lag nun drei, vier Meter von der Kolonne entfernt auf der Erde. Im selben Moment fiel ihm ein kleiner russischer Soldat am Rand der Formation auf, der den Blindgänger entdeckte. Der Mann, dem nicht entgangen sein konnte, dass keiner seiner Schicksalsgenossen aus der Marschordnung ausbrach, um sich das kostbare Brot zu holen, zögerte. In diesen wenigen Sekunden sah Tommy klar vor Augen, was im Kopf des Mannes vorging und wie er seine Chancen abzuschätzen versuchte. Brot war überleben. Die Formation zu verlassen konnte tödlich sein. Eine Gefahr, ein Risiko, aber für ein hohes Gut. Tommy wollte dem Mann zurufen, nein, das ist es nicht wert. Doch ihm fiel das russische Wort Njet für nein nicht ein. Genau in diesem Moment schoss der russische Soldat halb geduckt aus der Reihe seiner Kameraden hervor und streckte die Hände nach dem zu kurz geworfenen Leib aus. Er kam nicht so weit. Das Staccato der Salwa aus einer Maschinenpistole brachte die Rufe der russischen Gefangenen Njet zum Schweigen. Der Getroffene wurde nach vorne geschleudert und fiel einen Meter vor dem kostbaren Brot nieder. Er zuckte, krümmte qualvoll den Rücken und blieb in seinem Blut liegen. Bis in die letzten Reihen ging ein Beben durch die Kolonne. Doch statt wütend zu protestieren, verstummten die Russen. Hass und Zorn waren mit Händen zu greifen. Der deutsche Aufseher, der geschossen hatte, ging langsam zur Leiche hinüber und stieß sie mit der Stiefelspitze an. Er tauschte das leere Magazin in seiner Waffe gegen ein Volles. Dann wies er zwei Gefangene aus der Formation mit einer herrischen Geste an, die Leiche aufzuheben. Beide Männer bekreuzigten sich, als sie vortraten. Doch einer hob, während er zu dem Wärter hochsah, auch den tödlichen Leib Brot auf. Sein Gesicht erinnerte an ein in die Enge getriebenes Tier, das entschlossen ist, sich mit Zähnen und Klauen zu wehren. Schließlich schulterten die beiden Gefangenen den Toten wie eine blutige Trophäe. Auf dem Weg zurück zu ihrem Platz in die Formation hielten sie inne und durchbohrten den Mörder mit einem langen, unversöhnlichen Blick. Tommy Hart hätte es nicht verwundert, wenn die deutschen Soldaten auf die ganze Kolonne das Feuer eröffnet hätten, und so sah er sich vorsorglich nach einer Deckung um. »Los!« befahl der Deutsche eine Spur nervös. Widerstrebend nahmen die langen Reihen der Gefangenen wieder Marschformationen an und setzten sich in Bewegung. Doch mitten unter den Männern erhob sich eine namenlose, tiefe Stimme mit einem melancholischen russischen Lied, das sich über den monotonen Takt ihrer Schritte erhob. Die Deutschen taten nichts, um den Gesang zu unterbinden, und so verhallte er erst, als die Kolonne im Fichtenwald verschwand. Auch wenn Tommy kein Wort verstanden hatte, wusste er, was das Lied zum Ausdruck brachte. »Psst, Fritz!« fragte er leise, auch wenn er die Antwort konnte. »Was hat er gesungen?« »Es war ein Dankeslied«, erwiderte Fritz I. im Ansicht gewichen. Als die Letzten zwischen den Bäumen verschwanden, hob Bedford die rechte Hand zum Salut an die Uniformmütze. »Hätte nicht gedacht«, murmelte Fritz I., während er den Torwächter drängte, aufzumachen, »dass unser Freund Trader Wick so ein tapferer Mann ist. Es war töricht, sein Leben für einen von den Russen zu riskieren, der so oder so heute oder morgen auf jeden Fall schon bald sterben wird.« Aber es war sehr tapfer. Tommy nickte. Genau das dachte er auch. Umso erstaunter war er darüber, dass Fritz I. wusste, welchem Spitznamen die Lagerinsassen Vincent Bedford gegeben hatten. Als sich das Tor zum Südlager hinter ihm schloss, fiel Tommys Blick auf Lincoln Scott. Der schwarze Flieger stand in einiger Entfernung am Rande des Todesstreifens und starrte ebenfalls auf die Stelle am Waldrand, an der die Russen gerade verschwunden waren. Wie immer stand Lincoln Scott allein. Kurz bevor die Deutschen für die Nacht den Strom abstellten, koch Tommy auf seiner Pritsche in Baracke 101 unter die Decke. Er hielt ein Lehrbuch über Zivilprozessrecht auf den angewinkelten Knien, merkte jedoch, dass er sich nicht auf die trockene Prosa konzentrieren konnte. Die Zusammenfassungen der behandelten Fälle erschien ihm dröge und einfallslos. Immer wieder ertappte er sich dabei, in Gedanken in den Gerichtssaal von Flemington und den spektakulären Prozess zurückzukehren, der dort stattgefunden hatte. Er musste an Philip Price' Bemerkung denken, wie stark dieses Verfahren von unterschwelligem Hass beeinflusst worden sei. Es musste eine Möglichkeit geben, dachte er, diese negativen Emotionen in ihr Gegenteil zu wenden. Die besten Anwälte, davon war er überzeugt, fanden einen Weg, sich solche Feindseligkeiten gegen ihren Mandanten für ihre Verteidigung zunutze zu machen. Neben seinem Bett stand immer eine Dose mit Bleistiftstummeln. Er drehte sich auf die andere Seite und griff nach einem der Stifte sowie einem Blatt Notizpapier. Er hielt den letzten Gedanken fest und nahm sich vor, den Fall des Zimmermanns unter diesem Gesichtspunkt noch einmal unter die Lupe zu nehmen. »Natürlich war das so etwas wie ein juristischer Verzweiflungsakt,« dachte er auffahren konnte. Doch es war den Versuch wert. Philip war für ein scharfsinniges, stichhaltiges Argument durchaus zu haben, und die Chancen standen nicht schlecht, dass er einer schlüssigen Argumentation folgte, statt sein Urteil auf die Indizienlage zu stützen. Das wäre ein gelungener Streich, auch wenn Tommy sich fragte, was für einen Ruf sich ein Verteidiger einhandeln würde, der Bruno Richard Hauptmann frei bekam. Selbst in diesem gedanklichen Wiederaufrollen des Falles. Er sah auf die Uhr. Die Deutschen waren unberechenbar, wenn es darum ging, wann sie abends das Licht ausschalteten. Für ein derart auf Pünktlichkeit bedachtes Volk war das unerklärlich. Höchstwahrscheinlich blieben ihnen noch dreißig Minuten Licht in der Baracke. Er nahm die Armbanduhr ab, drehte sie herum, las die eingravierten Worte und strich mit dem Finger darüber. Er schloss die Augen und stellte fest, dass er die Geräusche und Gerüche des Lagers ausblenden konnte, wenn er tief Atem holte und sich nach Vermont zurückversetzte. Die Versuchung war groß, von den besonderen Augenblicken zu träumen, wie er und Lydia sich zum ersten Mal geküsst oder wie er zum ersten Mal ihre weiche, runde Brust gestreichelt hatte. Der Moment, in dem er gewusst hatte, dass er sie lieben würde, komme, was da wolle. Doch er versuchte, diesen Fantasien zu widerstehen und rief sich stattdessen, die kleinen alltäglichen Dinge aus seiner Jugend ins Gedächtnis. Wie er an seinen Geheimplatz angeln ging, dieser kleinen Biegung des Mottawee River, in der sich die großen Fische tummelten. Einmal hatte eine schimmernde Regenbogenforelle an seiner Trockenfliege angebissen und er hatte sie zappelnd an Land gezogen. Er dachte an den Tag Anfang September, an dem seine Mutter ihm vor seinem Aufbruch ins Internat beim Packen seiner Sachen geholfen hatte. Alle seine Hemden hatte sie zwei-, dreimal gefaltet und säuberlich in den großen Lederkoffer gestapelt. Er war ein aufgeregter Vierzehnjähriger gewesen, der nicht verstand, wieso sie sich heimlich ein paar Tränen wegwischte. Er kniff die Augen zu. Diese normalen Tage waren die besonderen Erlebnisse, dachte er. Die besonderen Erlebnisse dagegen waren einzigartig. Etwas Kostbares, das man sich tief ins Gedächtnis einprägte. Er holte Tiefluft und schlug die Augen auf. Tommy stieß einen tiefen Seufzer aus. Das begreift man eben erst an einem Ort wie diesem. Er schüttelte nachdenklich den Kopf, griff nach seinem Lehrbuch und pfiff seine umherwandernden Gedanken streng zurück. So lag er auf seiner Pritsche und konzentrierte sich auf den Urteilsspruch im Prozess zwischen einer Papierfabrik und den Angestellten, einem Fall, der über zehn Jahre zurücklag, als der erste zornige Ausbruch in einer der anderen Stuben seiner Baracke zu hören war. Er saß augenblicklich senkrecht und fuhr mit dem Kopf herum. Wieder brüllte jemand, und dann ein drittes Mal. Mit einem dumpfen Aufschlag krachten Möbel an die dünnen Zwischenwände. Wie die anderen Männer in seiner Stube sprang er von seiner Pritsche. Jemand fragte, was zum Teufel ist hier los? Doch da war Tommy schon im Mittelgang der Baracke und stürmte in die Richtung, aus der der Lärm kam. Ihm huschte der Gedanke durch den Kopf, wie erstaunlich es eigentlich war, dass er in all den Monaten seit seiner Internierung im Stahlack 13 noch nie Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geworden war. Weder wegen einer Pokerrunde noch einem Regelverstoß beim Baseball. Es hatte noch nie einen heftigen Streit gegeben, egal ob bei einem Match oder auf der Theaterbühne wegen unterschiedlicher Auslegungen des Kaufmanns von Venedig. Kriegsgefangene gingen nicht aufeinander los. Sie verhandelten. Sie tauschten Argumente. Die kleinen Schlappen des Lagerlebens nahmen sie einfach hin, und zwar nicht, weil sie als Soldaten an militärische Disziplin gewöhnt waren, sondern weil sie stillschweigend akzeptierten, dass sie alle im gleichen Boot saßen. Kamen zwei Männer nicht miteinander zurecht, dann setzten sie entweder alles daran, ihre Meinungsverschiedenheiten auszuräumen, oder sie gingen sich einfach aus dem Weg. Wenn sie auf etwas zornig waren, dann auf den Stacheldraht und auf die Deutschen, auf das Schicksal abgeschossen und interniert worden zu sein, wobei die meisten von ihnen im Stillen allerdings ihrem Schicksal dafür dankten, da ihnen vermutlich nichts Besseres hätte passieren können. Je näher Tommy den Stimmen kam, desto alarmierender klangen sie nach unbändiger, blinder Wut. Worum es bei dem Streit ging, konnte er nicht verstehen. Im Nu rannten andere Neugierige hinter ihm her, doch da er sich beeilte, traf er unter den ersten in der Stube von Trader Wick ein. Was Tommy dort sah, versetzte ihn in Erstaunen. Eine Pritsche lag auf die Seite gekippt auf einer anderen. Aus einem selbstgeschreinerten Holzspind in der Ecke waren Kartons mit Zigaretten, Konservendosen und anderen Vorräten quer über den Fußboden verstreut. Ein paar Kleidungsstücke sowie einige Bücher lagen dicht daneben. Lincoln Scott stand keuchend mit dem Rücken an einer Wand und ballte die Fäuste. Die anderen Stubengenossen standen dicht gedrängt um Vincent Bedford. Dem Südstaat ertropfte ein wenig Blut von der Nase auf den Mund und aufs Kinn. Er wehrte sich gegen den Griff von vier Männern, die ihm die Arme hinter dem Rücken festhielten. Bedford hatte einen hochroten Kopf und funkelte mit den Augen. »Du bist so gut wie tot, Nigger«, brüllte er. »Verstehst du, Freundchen? Tot!« Lincoln Scott sagte nichts, sondern starrte Bedford nur an. »Verlass dich drauf«, schrie Bedford. Tommy wurde unsanft zur Seite gestoßen und als er herumfuhr, hörte er den Ruf eines anderen Lagerinsassen. »Achtung!« Im selben Moment erschien die respektanflößende Gestalt des Kommandanten Colonel McNamara, neben ihm sein Stellvertreter Major David Clark. Während die Flieger im Raum die Hacken zusammenschlugen und salutierten, traten die beiden Männer in ihre Mitte und nahmen die Spuren des Kampfes in Augenschein. Obwohl McNamaras Gesicht rot anlief, war sein Ton zwar schroff, aber ruhig. Er wandte sich an einen First Lieutenant, der die Stube mit den Streitähnen teilte und den Tommy nur flüchtig kannte. »Lieutenant, was ist hier vorgefallen?« Der Mann trat vor. »Ein Streit, Sir!« »Ein Streit!« »Bitte fahren Sie fort!« »Zwischen Captain Bedford und Lieutenant Scott, Sir. Eine Auseinandersetzung über einige Gegenstände, die laut Captain Bedfords Angaben aus seinem persönlichen Spind verschwunden waren.« »Verstehe.« »Weiter?« »Es kam zu einem Schlagabtausch.« McNamara nickte, immer noch mit mühsam beherrschter Miene. »Danke, Lieutenant.« »Bedford?« »Was haben Sie dazu zu sagen?« Trader Wick nahm die Schultern zurück und tat, trotz seiner mitgenommenen äußeren Erscheinung in strammer Haltung vor. »Es fehlen Gegenstände von persönlichem Wert, Sir. Sie sind gestohlen worden.« »Was für Gegenstände?« »Ein Radio, Sir. Ein Karton Zigaretten. Drei Tafeln Schokolade.« »Sind Sie sicher, dass Sie verschwunden sind?« »Ja, Sir. Ich überprüfe meine Bestände immer genau, Sir.« McNamara nickte. »Davon bin ich überzeugt,« sagte er scharf. »Und Sie glauben, dass Lieutenant Scott diesen Diebstahl begangen hat?« »Ja, Sir.« »Haben Sie gesehen, wie er etwas entwendet hat?« »Nein, Sir.« Bedford zögerte einen Moment. »Ich kam in die Stube zurück, und er war als einziger da.« »Dann habe ich wie gewohnt meine Bestände durchgezählt.« McNamara brachte ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. Er wandte sich an Scott. »Lieutenant, haben Sie irgendwelche Gegenstände aus Bedford's Spind entwendet?« »Nein, Sir,« erwiderte Scott in heiserem ein wenig Raumton. »Er kann seine Gefühle nur mühsam beherrschen,« registrierte Tommy. Dabei blickte Scott stark gerade aus, als spräche er nicht mit einer Person, sondern mit der Wand. Er stand kerzengerade. McNamara knifft die Augen zusammen und sah den schwarzen Flieger mit einem durchdringenden Blick an. »Nicht?« »Nein, Sir.« »Sie bleiben also dabei, dass Sie Captain Bedford nichts weggenommen haben?« Als der Colonel dieselbe Frage zum dritten Mal an ihn richtete, wendete Lincoln Scott den Kopf in seine Richtung und erwiderte seinen Blick. »Korrekt, Sir.« »Demnach ist Captain Bedford mit seinen Beschuldigungen gegen Sie einem Irrtum erlegen?« Scott wog seine Antwort auf die Frage ab. Dann erwiderte er, »Es ist nicht meine Absicht, Captain Bedford und seine Annahmen oder sein Handeln zu beurteilen. Ich erkläre lediglich, dass ich nichts an mich genommen habe, was rechtmäßig ihm gehört.« McNamara quittierte diese Antwort mit einem finsteren Blick. Er zeigte mit dem Finger auf die Brust des Schwarzen. »Scott, Sie kommen morgen Vormittag nach dem Zählappell in mein Zimmer. Bedford, Sie melden sich.« Für einen kurzen Augenblick zögerte der Offizier. Dann fuhr er in scharfem Ton fort. »Nein, Bedford. Sie will ich als Ersten sehen. Morgen früh, direkt nach dem Appell. Scott, Sie warten draußen, und wenn ich mit ihm fertig bin, sprechen wir uns. Und jetzt wird die Stube hier in Ordnung gebracht. In fünf Minuten ist ja alles tipptopp, habe ich mich klar ausgedrückt. Und für diese Nacht keine Wutausbrüche mehr, nicht einmal ansatzweise. Haben Sie beide mich verstanden?« Bedford und Scott nickten und antworteten unisono, »Ja, Sir.« Schon halb zur Tür gewandt, überlegte es sich McNamara plötzlich anders und drehte sich noch einmal zu Scott um. »Lieutenant«, sagte er in schneidendem Ton, »schnappen Sie sich eine Decke und, was Sie vielleicht sonst noch zum Schlafen benötigen, für den Rest der Nacht schlafen Sie im Bett von Major Clark.« Und an den Major gerichtet? »Clark, ich denke, für heute wäre es wohl ratsam.« Doch der Major kam ihm zuvor. »Ganz Ihrer Meinung, Sir.« Er salutierte kurz und fügte hinzu, »Kein Problem. Ich hole meine Decke.« Bevor er fortging, forderte er kurz angebunden den jungen Lieutenant auf. »Folgen Sie mir.« Zuletzt sagte er laut zu Tommy und den anderen Fliegern, die sich im Flur vor der Stube drängten, »Ende der Vorstellung. Kehren Sie unverzüglich in Ihre Stuben zurück.« Tommy Hart und die anderen Männer gehorchten auf der Stelle. Wie Kakerlaken, wenn das Licht angeht, huschten Sie in Ihren Unterschlupf. Von seinem Bett aus hörte Tommy noch ein paar Minuten lang Getrappel auf dem Holzboden des Flurs, dann wurde es still. Als die Deutschen wenig später den Strom abschalteten, waren alle Baracken in tiefes Dunkel getaucht, und in der kleinen Welt des Stalag Luft 13 herrschte Ruhe. Nur der Suchscheinwerfer eines Wachtturms streifte in unregelmäßigen Abständen über das Gelände. Das einzige Geräusch war das vertraute Grollen der Bombeangriffe auf irgendeine Fabrik in irgendeiner nahgelegenen Stadt, das den Männern, die versuchten, etwas Schlaf zu finden, an der Schwelle zu ihren Albträumen ins Gedächtnis rief, dass anderswo schicksalsschwere Entscheidungen ausgefochten wurden. Am nächsten Morgen brodelte die Gerüchteküche. Die einen wollten erfahren haben, beide Männer kämen in den Bau, während andere drängten, über den Vorwurf des Diebstahls in einer internen Gerichtsverhandlung zu entscheiden. Hatte einer von oberster Stelle gehört, Lincoln Scott käme in eine Einzelstube, sickerte von anderer Seite durch, Bedford hätte sämtliche Südstaatler unter den Gefangenen auf seine Seite gezogen, sodass Lincoln Scotts Tage gezählt seien, egal was Colonel McNamara in der Angelegenheit zu unternehmen gedachte. Wie meistens in solchen Fällen waren die wildesten Gerüchte aus der Luft gegriffen. Colonel McNamara führte mit jedem der Kontrahenten ein Gespräch unter vier Augen. Dabei wurde Scott unterrichtet, er würde in eine andere Baracke verlegt, sobald sich eine Gelegenheit ergab. Allerdings lehnte es McNamara ab, jemand anderem den Tausch per Befehl aufzuzwingen. Bedford erklärte er, ohne die Bestätigung des Diebstahls durch einen glaubwürdigen Augenzeugen seien seine Anschuldigungen haltlos. Bis zu seiner geplanten Verlegung solle er Scott in Ruhe lassen. Beide Männer wies McNamara strikt an, so lange höflich miteinander umzugehen, bis entsprechende Vorkehrungen getroffen werden könnten. Dabei erinnerte er beide Männer nachdrücklich daran, dass sie Offiziere einer kriegsführenden Armee und somit unter allen Umständen zu militärischer Disziplin verpflichtet seien. Er erwarte von ihnen beiden, sagte er zum Schluss, dass sie sich wie Gentlemen benähmen. Mehr gäbe es in der Sache nicht zu sagen. Eine solche Mahnung mit der ganzen Autorität eines Mannes wie McNamara hatte Gewicht. Und als die anderen Internierten davon hörten, stand eines für alle fest. So sehr sich die beiden Männer hassen mochten, war das nichts verglichen damit, auf Colonel McNamaras schwarzer Liste oben anzustehen. In den Tagen nach dem Vorfall knisterte es im Lager. Zwar widmete sich Trader Vic wieder seinen Schwarzmarktgeschäften und Lincoln Scott abwechselnd der Lektüre und den einsamen Runden am Zaun, doch Tommy Hart vermutete, dass sich im Innern der beiden Männer weit mehr abspielte, als sie nach außen zu erkennen gaben. Er fand die Situation irritierend und faszinierend zugleich. Es gab keine Sicherheit im Stahlack. Jeder Riss in der mühsam aufrechterhaltenen Fassade der Zivilisation konnte für alle verhängnisvoll sein. Der schreckliche Alltag in Gefangenschaft, das Trauma des Abschusses, bei dem jeder von ihnen nur knapp den Tod entronnen war, die Angst, dass man sie vergessen oder, schlimmer noch, abgeschrieben hatte, zehrte jede Minute an ihren Nerven. Sie kämpften gegen die Einsamkeit und die Verzweiflung an, denn sie wussten, dass diese Feinde ihnen allen nicht weniger gefährlich werden konnten als die Deutschen. Es war ein schöner Nachmittag. Die strahlende Sonne überzog das trostlose Graubraun der Baracken und des Geländes mit einem warmen Gold und ließ den Draht aufglänzen. Tommy war mit einem Lehrbuch unter dem Arm gerade vom Abort gekommen und hielt nach einer stillen, warmen Ecke zum Lesenausschau. Vom Sportplatz drangen die üblichen Pfiffe und Spöteleien herüber, der hölzerne Schlag, das leise klatschende Geräusch beim Fangen des Balls. Dicht hinter dem Spielfeld sah Tommy Lincoln Scott auf seinem Marsch entlang der Todeslinie. Der schwarze Flieger befand sich gerade rund dreißig Meter hinter dem rechten Feldspieler. Wie gewohnt legte er ein zügiges Tempo vor und hielt den Kopf gesenkt. Doch irgendwie schien er Tommy gequält und er fühlte sich ein wenig an die Russen erinnert, die vorbeimarschiert und im Wald verschwunden waren. Er kämpfte einen Moment mit sich, dann nahm er einen zweiten Anlauf, den einsamen Flieger in ein Gespräch zu ziehen. Er vermutete, dass seit der Schlägerei in der Baracke niemand mehr als nötig mit Lincoln Scott geredet hatte. Wenn Scott glaubte, die Mischung aus Ächtung und selbstgewählter Absonderung noch lange ertragen zu können, ohne durchzudrehen, dann überschätzte er, befürchtete Tommy, seine Kräfte. So überquerte Tommy den Platz, ohne zu wissen, was er sagen sollte. Er wusste nur, dass irgendjemand irgendetwas zu Scott sagen sollte. Als er näher kam, drehte sich der rechte Feldspieler flüchtig zu ihm um und Tommy stellte fest, dass es Vincent Bedford war. Während er auf die Männer zuging, hörte Tommy in einiger Entfernung einen heftigen Aufprall, gefolgt von aufgeregtem Geschrei. Er legte den Kopf zurück und sah, wie der weiße Baseball in elegantem Bogen durch die laue Luft flog. Im selben Moment machte Vincent Bedford kehrt und rannte fünf, sechs Schritte zurück, doch selbst für einen versierten Spieler wie Bedford hatte der Ball zu viel Schwung, und so schlug er hinter ihm so heftig auf, dass er den trockenen Staub aufwirbelte, bevor er unter dem Grenzdraht hindurch weiterrollte und am Maschendrahtzaun liegen blieb. Bedford hielt ebenso wie Tommy mitten im Lauf an. Hinter ihnen rannte der Schlagmann, der den Ball über die Linie befördert hatte, mit Siegesgejohle um die Male, während seine Mannschaftskameraden ihm zujubelten und die gegnerischen Spieler Bedford anfeuerten. Tommy Hart sah, wie Bedford plötzlich grinste. »Hey, Nigger!«, rief der Mann aus Mississippi. Lincoln Scott blieb stehen. Er hob langsam den Kopf und drehte sich zu Vincent Bedford um. Er kniff die Augen zusammen und schwieg. »Hey, Junge! Kannst du uns mal eben behilflich sein?«, rief Bedford und deutete auf den Ball am Stacheldraht. Lincoln Scott wandte sich um und registrierte den Homerun erst jetzt. »Komm schon, Junge! Hol uns den verdammten Ball!«, rief Bedford. Scott nickte und machte einen Schritt auf die Todeslinie zu. In dieser Sekunde begriff Tommy, was im nächsten Moment passieren würde. Scott war im Begriff, die Todeslinie zu überschreiten, um nach dem Ball zu greifen, ohne sich vorher den weißen Kittel mit dem roten Kreuz überzuziehen, den die Deutschen ihnen genau für diesen Zweck ausgehändigt hatten. Scott merkte offenbar nicht, dass die MG-Schützen im nächstgelegenen Turm herumfuhren und die Waffen auf den Gefangenen richteten. »Halt!«, brüllte Tommy. »Nicht!«, der schwarze Flieger zuckte den Fuß schon über dem Draht zurück. Dann drehte er sich zu den wilden Schreien um. Tommy merkte erst jetzt, dass er losgerannt war und wie verrückt mit den Armen wedelte. »Nein! Nein! Tu's nicht!«, schrie er. Als er an Bedford vorbeikam, drosselte er das Tempo und hörte, wie Trader Vic leise murmelte. »Du verdammter Yankee voll Idiot!« Scott war wie angewurzelt stehen geblieben und wartete auf Tommy. »Was ist denn?« In die mürrische Frage mischte sich eine Spur Angst. »Wenn du dich nicht erschießen lassen willst, musst du den verdammten Kittel anziehen, bevor du die Todeslinie übertrittst«, antwortete Tommy keuchend. Er zeigte nach hinten auf das Feld, wo gerade einer der Spieler mit dem flatternden weißen Kittel losrannte. »Wenn du das rote Kreuz nicht trägst, können die Deutschen dich erschießen? Ohne Vorwarnung! Das ist die Vorschrift! Hat dir das keiner gesagt?« Scott schüttelte kaum merklich den Kopf. »Nein«, sagte er und starrte an Tommy vorbei zu Bedford hinüber. »Von dem Kittel hat mir niemand was gesagt.« Inzwischen war der Spieler mit dem Kleidungsstück an der Todeslinie eingetroffen. »Den musst du tragen«, sagte der Mann, »wenn du nicht lebensmüde bist«. Lincoln Scott starrte noch immer in Bedfords Gesicht. Bedford, der nur wenige Meter entfernt stand, zog seinen Fanghandschuh aus und fing an, das Leder langsam und demonstrativ zu kneten. »Was ist nun?«, rief Trader Vic erneut. »Holst du nun den Ball oder nicht? Wir würden nämlich gerne weiterspielen.« Tommy fuhr zu Bedford herum. »Was zum Teufel sollte das werden, Bedford? Die hätten ihn nach zwei Schritten abgeknallt.« Der Südstaater zuckte nur mit dem selben breiten Grinsen mit den Achseln, ohne etwas zu sagen. »Das wäre Mord gewesen, Vic«, schrie Tommy. »Und das weißt du ganz genau.« Bedford schüttelte den Kopf. »Wie kommst du denn auf die Idee, Tommy? Ich hab den Burschen da gebeten, uns den Ball zu holen, weil er am nächsten dran war, weiter nichts. Natürlich hab ich gedacht, er wartet auf den Kittel. Weiß doch jeder Idiot hier, dass man das Kreuz tragen muss, bevor man über den Draht hopst. Oder?« Unterdessen drehte sich Lincoln Scott langsam um und schaute zu den Maschinengewehrschützen auf dem Wachturm hoch, die das Treiben der Lagerinsassen genau verfolgten. Er nahm den Kittel mit dem roten Kreuz und hielt ihn sich einen Moment mit ausgestreckten Armen über den Kopf, sodass die Wachposten es sehen konnten. Dann ließ er ihn demonstrativ auf den Boden fallen. »Hey«, sagte der Flieger, der ihm das Kleidungsstück gebracht hatte, »tu das nicht!« Doch da hatte Lincoln Scott bereits die Sperrlinie überschritten. Die Maschinengewehrschützen auf dem Turm ließ er keine Sekunde aus den Augen. Diese kauerten sich hinter ihre Waffen. Einer entsicherte mit einem metallischen Klicken, das durch die plötzliche Stille im Lagerhalte sein Maschinengewehr, während der andere nach dem Patronengurt griff. Den Blick weiter fest auf den Turm gerichtet, durchquerte Scott den schmalen Streifen zum Zaun. Er bückte sich, hob den Ball auf und kehrte langsam zur Sperrlinie zurück. Dort stieg er über den Draht und drehte sich mit einem letzten verächtlichen Blick auf die Deutschen zu Vincent Bedford um. Bedford grinste immer noch, doch sein Gesicht wirkte angespannt, das Lächeln aufgesetzt. Er schlüpfte mit der Linken wieder in den Handschuh und schlug dreimal mit der geballten Rechten hinein. »Danke, Junge«, sagte er. »Und nun wirf das Leder schon rüber, damit das Spiel endlich weitergehen kann!« Scott betrachtete Bedford und dann den Ball. Schließlich richtete sich sein Blick an dem Südstaatler vorbei, über das Innenfeld hinweg auf die Stelle, wo der Fänger, ein Schiedsrichter und der nächste Schlagmann standen. Scott hielt den Baseball in der rechten Hand, ließ Tommy mit einem kraftvollen Satz hinter sich und schleuderte den Ball mit ungeheurer Wucht übers Feld. Der Ball sauste in einer geraden Linie wie eine Kanonenkugel quer über das Feld Richtung Ausgangspunkt. Dort traf er auf und sprang mit einem klatschenden Laut in den Handschuh des verblüfften Fängers. Selbst Bedford blieb vor Staunen über das Tempo und die Reichweite des Wurfs der Mund offenstehen. »Mann, oh Mann«, sagte er in ungläubigem Ton, »ganz schön zunder im Arm!« »Stimmt«, erwiderte Scott. Dann wandte er sich ab und drehte ohne ein weiteres Wort weiter seine einsamen Runden entlang der Sperrlinie. Der Abort Drei Tage nach dem Vorfall am Zaun erwachte Tommy Hart gerade aus unruhigen Träumen, als er von mehreren Seiten schrilles Pfeifen hörte und mit einem Schlag hell wach war. Das Geräusch riss ihn aus einem seltsamen Traum, in dem seine Freundin Lydia und der tote Käpt'n aus West-Texas nebeneinander in Schaukelstühlen auf der schmalen Vorderveranda seines Elternhauses in Manchester saßen und ihn mit einer stummen Geste einluden, sich zu ihnen zu gesellen. In einem Bett in der Nähe murmelte jemand, »Verflucht, was ist denn jetzt schon wieder? Der nächste Tunnel?« Ein anderer Stubengenosse meldete sich zu Wort. »Vielleicht ist es ein Luftangriff.« Und deine dritte Stimme? »Kann nicht sein, keine Sirene. Muss wohl wieder ein Tunnel sein, verdammt. Ich hatte keine Ahnung, dass sie wieder graben.« Während Tommy in seine Hose schlüpfte, erwiderte er, »Wir sollen ja auch nichts davon mitbekommen, bei keinem Tunnelbau. Nur die Tunnelratten und die Fluchtplaner sind eingeweiht. Regnet es?« Einer der Männer klappte einen Fensterladen zurück. »Es nieselt. Mist. Nasskalt.« Der Mann am Fenster wandte sich zu seinen Stubengenossen um und sagte, »Die erwarten doch wohl etwa nicht, dass wir in dieser Nebelsuppe fliegen.« Für die Bemerkung erntete er die übliche Mischung aus Lachen, Stöhnen und Gejohle. Auf der Pritsche über ihm dachte ein anderer Kampfpilot laut nach, »Vielleicht hat jemand versucht, über den Zaun zu verschwinden.« »Was anderes fällt euch Kampfpiloten nicht ein, oder?« konterte Spöttisch einer der Ersten, die wach geworden waren. »Wenn irgendwas los ist, denkt ihr immer, jemand macht auf eigene Faust eine Fliege.« »Wir sind eben Freigeister,« antwortete der Kampfpilot zum Vergnügen der Kameraden. »Wir müssen trotzdem die Erlaubnis des Fluchtrats einholen,« sagte Tommy. »Und nach dem letzten gescheiterten Tunnelversuch kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie so einen Selbstmordversuch genehmigen würden, nicht einmal einem tollkühnen Mustang-Piloten.« Der Einwand traf auf allgemeine Zustimmung. Unterdessen waren von draußen weiter die Trillepfeifen zu hören und inzwischen auch das laute Stampfen von Trupps, die im Gleichschritt hin- und hergescheucht wurden. Die Insassen von Baracke 101 griffen nach ihren Wollpullovern und Fliegerjacken, die zwischen den beiden Pritschenreihen an einer behelfsmäßigen Wäscheleine hingen. Tommy schnürte die Stiefel zu, setzte sich seine abgewetzte Mütze auf und reihte sich in die dichte Schar der alliierten Kriegsgefangenen ein, die aus ihren Baracken kamen. Als er vor die Tür trat, blickte er in einen bleigrauen Himmel. Er spürte den Nieselregen im Gesicht und die feuchte Kälte, die einem durch Jacke, Pullover und Wäsche drang. Er schlug den Kragen auf, zog die Schultern hoch und begab sich zum Appellplatz. Doch als er sah, was dort vor sich ging, wäre er beinahe stehen geblieben. Über zwanzig deutsche Soldaten in langen Uniformmänteln und mit nassen Helmen umringten den Abort zwischen den Baracken 101 und 102. Mit steinerner Miene, misstrauischem Blick und schussbereitem Gewehr empfingen sie den Strom der Kriegsgefangenen. In Habachtstellung schienen sie auf einen Befehl zu warten. Es gab nur einen Eingang zu dem kleinen Holzbau des Abort, und an dieser Tür stand Kommandant von Reiter. Der lose über die Schultern geworfene graue Mantel mit rotem Satinfutter wäre bei einem Opernbesuch passend gewesen, aber gewiss nicht in dieser schäbigen Hütte, in der die Internierten ihre Notdurft verrichteten. Wie gewohnt hatte er seine Reitgärte dabei, mit der er an diesem frühen Morgen auffällig oft gegen den blank polierten schwarzen Scherf seines Stiefels schlug. Wenige Schritte von ihm entfernt stand Fritz Einsstramm. Von Reiter ignorierte den Untergebenen, der über den Strom der Gefangenen wachte. Abgesehen von dem nervösen Gefuchtel mit der Gärte stand von Reiter ungeachtet der frühen Stunde und der Kälte wie einer der Bäume am fernen Waldrand reglos am Fleck. Die wachen Augen des Kommandanten huschten über die Gesichter der Flieger, die sich auf dem Appellplatz in Reihen formierten, als hätte er sich in den Kopf gesetzt, sämtliche Männer selbst abzuzählen, oder als sei ihm jeder von ihnen persönlich bekannt. Die Internierten stellten sich mit dem Rücken zum Abort und dem Trupp der deutschen Soldaten, der ihn bewachte. Ein paar von ihnen versuchten unauffällig über die Schulter zu blicken, um festzustellen, was hinter ihnen vor sich ging, doch sofort ertönte der schroffe Befehl aus der Mitte, Augen geradeaus, was unter den Männern Nervosität verbreitete, denn niemand hat gerne bewaffnete Männer im Rücken. Tommy horchte angestrengt, konnte sich aber keinen Reim darauf machen, was im Abort vor sich ging. Er schüttelte kaum merklich den Kopf und flüsterte ohne sich zu rühren, »Was Besseres konnten sie wohl nicht finden, um einen Tunnel zu graben. Wer hatte denn diese Schnapsidee?« Hinter ihm antwortete jemand, »Die üblichen Genies nehme ich an.« »Wie gehabt, alles Idioten«, ergänzten ein paar andere im Chor. Doch dann murmelte jemand anderes in der Formation, »Kann man wohl sagen. Aber wie zum Teufel haben die Crowds da von Wind bekommen. Man, das ist die beste, schlimmste Stelle zum Graben, wenn man mit dem Gestank klarkommt.« »Ja, wenn.« »Manche von uns wären bereit, durch die Scheiße zu kriechen, um hier rauszukommen,« sagte Tommy. »Ich nicht«, sagte jemand prompt. Ein anderer widersprach. »Mann, wenn ich hier raus könnte, würde ich durch Schlimmeres kriechen. Selbst für eine Ausgangserlaubnis von 24 Stunden. Einen Tag. Selbst einen halben Tag auf der anderen Seite dieses verdammten Stacheldrahts.« »Du spinnst doch«, erwiderte die vorherige Stimme. »Kann schon sein. In diesem Loch festzusitzen, fördert nicht gerade die geistige Gesundheit.« Tommy hörte zustimmendes Gemurmel. »Da kommt der Alte«, wisperte einer der Flieger. »Und Clarkie? Mit funkelnden Augen, wenn ich mich nicht täusche.« Tommy Hart sah, wie die beiden ranghöchsten amerikanischen Offiziere an ihren Reihen vorbeieilten und Richtung Abort schwenkten. McNamara hätte mit seinem Tempo und seiner finsteren Miene jeden Drillsargeant in West Point in die Tasche gesteckt. Major Clark hatte mit seinen deutlich kürzeren Beinen Mühe mitzuhalten. Ohne die versteinerte Miene der beiden Männer hätte ihr Anblick etwas Komisches gehabt. »Hoffentlich klären die möglichst bald, was da los ist«, murmelte jemand. »Mann, ich hab jetzt schon patschnasse Füße, mir fallen bald die Zähne ab.« Doch wie sich zeigte, ließen die Antworten auf ihre Fragen auf sich warten. So standen die Männer eine weitere halbe Stunde lang stramm. Gegen die Kälte bewegten sie nur ab und zu die Füße. Auch wenn der Nieselregen endlich aufgehört hatte, lichtete sich der Himmel im Morgengrauen nur wenig und versprach einen tristen, kühnen Tag. Die Lagerinsassen hatten fast eine Stunde ausgeharrt, als sie Oberst von Reiter in Begleitung von Colonel McNamara und Major Clark durchs Tor hinausgehen und im Büro der Lagerverwaltung verschwinden sahen. Noch immer hatte kein Zählappell stattgefunden, was Tommy merkwürdig erschien. Die Ungewissheit beflügelte seine Neugier. Alles, was aus dem Rahmen der öden Lagerroutine fiel, hatte auch sein Gutes, dachte er. Alles, was ihren Trott für kurze Zeit unterbrach, rief ihnen ins Gedächtnis, dass sie nicht aus der Welt gefallen waren. Fast hoffte er sogar, die Deutschen hätten einen weiteren Tunnel entdeckt. Jede Form des Widerstands bereitete ihm heimliche Genugtuung, auch wenn er sich nicht dazu überwinden konnte, selbst eine aktive Rolle zu spielen. Es war bewegend gewesen zu sehen, wie Bedford den Russen das Brot zuwarf, und Lincoln Scotts riskantes Manöver am Zaun hatte ihn zwar überrascht, ihm aber auch Respekt eingeflößt. Alles, was ihn daran erinnerte, dass er nicht nur ein Kriegsgefangener, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut war, sollte ihm recht sein. Leider waren solche Momente selten. So standen sie nochmals eine halbe Ewigkeit auf dem Platz still, bis Fritz I. vor ihren Reihen erschien. Mit lauter Stimme rief er, »Stehen Sie bequem! Mit dem Zählappell dauert es noch eine Weile. Ab jetzt dürfen Sie rauchen, aber bleiben Sie an Ort und Stelle.« »Fritz, hören Sie!«, rief der Käpt'n aus New York. »Können wir nicht wenigstens mal pinkeln gehen? Ein paar von den Jungs haben mächtig Druck auf der Blase.« Doch Fritz I. schüttelte energisch den Kopf. »Nicht gestattet! Noch nicht! Verboten!« Die Internierten fügten sich murrend in ihr Schicksal. Bald schon stieg überall zwischen den Reihen der Zigarettenqualm auf. Dabei entging Tommy nicht, dass sich Fritz, der normalerweise längst die eine oder andere Zigarette von den Gefangenen geschnauert hätte, nicht von der Stelle rührte, sondern die Reihen der Männer absuchte. Es dauerte nicht lange, bis Fritz I. den Mann, nachdem er Ausschau hielt, entdeckte. Er näherte sich ihm. »Lieutenant Scott«, sagte der Wärter zu dem schwarzen Flieger, »wollen Sie mich bitte ins Büro der Lagerverwaltung begleiten?« Tommy sah, wie Lincoln für einen Moment zögerte und dann vortrat. »Wenn Sie es wünschen«, erwiderte Scott. Im Eilschritt verließen der Pilot und Fritz I. den Appellplatz durch das Eingangstor. Die beiden Wärter am Tor rissen es ebenso schnell für die beiden auf, wie sie es hinter ihnen widerschlossen. Für eine Weile herrschte in den Reihen der Amerikaner Schweigen, doch dann erhob sich wie Böhn vor einem Sturm ein Stimmengewirr. »Was soll das zum Teufel? Was wollen die Krauts denn von dem? Hey, hat irgendwer mitgekriegt, was hier los ist?« Tommy schwieg. Die Fragen und Rufe quer durch die Formation stachelten nur umso mehr seine Neugier an. Das Ganze war äußerst seltsam, allerdings nur, weil derartiges noch nie vorgekommen war. Das Gemurmel der Männer währte noch fast eine Stunde. Inzwischen war es Vormittag und durch die graue Wolkendecke drang so viel Licht, wie der Tag zu bieten hatte. Nicht viel, stellte Tommy fest. Längst hatten sie alle Hunger. Viele von ihnen mussten dringen zur Toilette, alle waren durchnässt und frohren. Und alle platzten vor Neugier. Wenig später erschien Fritz I. erneut am Tor. Die Wärter machten ihm auf und er kam im Laufschritt über den Platz und steuerte wieder auf die Männer von Baracke 101 zu. Zwar wirkte der Deutsche erregt, doch ließ sein Verhalten nicht die geringsten Rückschlüsse darauf zu, was geschehen war und worum es ging. »Lieutenant Hart«, sagte er und hüstelte, »würden Sie mich bitte ins Büro des Kommandanten begleiten?« Direkt hinter ihm hörte Tommy jemanden flüstern. »Tommy, find raus, was hier läuft, okay?« »Bitte, Lieutenant Hart, bitte beeilen Sie sich«, forderte ihn Fritz eindringlich auf. »Ich lasse Oberst von Reiter nicht gerne warten.« Tommy trat vor und machte sich mit dem Frettchen auf den Weg. »Was ist hier los, Fritz?«, fragte er leise. »Kommen Sie, Lieutenant, schnell. Der Oberst wird Ihnen alles erklären.« Tommy sah sich noch einmal kurz um. Mit einem quietschenden Geräusch fiel das Tor hinter ihm zu, und er hatte das gespenstische Gefühl, als ginge er durch eine Tür, von der er bis dahin nicht einmal gewusst hatte, dass es sie gab. Ob sich die Männer, die sich mit dem Fallschirm aus ihren getroffenen Flugzeugen retteten, so ähnlich fühlten, überlegte er, wenn sie sich in Panik in die kalte, klare Leere stürzten und alles, was sie kannten und was ihnen Sicherheit gab, dem nackten Überlebensinstinkt wich? So ähnlich, dachte Tommy, musste es wohl sein. Er holte Tiefluft und eilte so schnell die Treppe zum Büro des Kommandanten hinauf, dass ihm seine eigenen Schritte auf den Holzstufen in den Ohren hämmerten. An der Wand hinter von Reiters Schreibtisch hing ein Farbfoto von Adolf Hitler. Der Führer blickte mit verklärtem Blick in die Ferne, als sähe er Deutschlands blühende Zukunft am Horizont heraufdämmern. Die Deutschen, mit denen Tommy H. zu tun hatte, sahen längst ganz andere Dinge am Horizont. Die unablässigen Angriffswellen von B-17-Bomber bei Tage und Lancasters bei Nacht verdüsterten ihren Blick in die Zukunft. Rechts von Hitlers Porträt hing ein kleineres Bild, auf dem eine Gruppe deutscher Offiziere vor den zerknautschten und ausgebrannten Überresten eines russischen Bombers vom Typ Tupolev posierten. In der Mitte stand Lächeln von Reiter. Doch als Tommy in die Mitte des kleinen Raums trat, konnte er nicht die Spur eines Lächelns im Gesicht des Kommandanten entdecken. Dieser saß, ein Telefon zu seiner Rechten, ein paar lose Blätter vor sich auf der Unterlage und die allgegenwärtige Reitgärte daneben hinter seinem Eichenschreibtisch. Links von ihm stand Colonel McNamara und Major Clark. Lieutenant Scott befand sich nicht im Zimmer. Von Reiter starrte Tommy entgegen und nahm aus seiner zarten Porzellantasse einen Schluck heißen Ersatzkaffee. »Guten Morgen, Lieutenant«, sagte er. Tommy schlug die Hacken zusammen und salutierte. Er standen in einigem Abstand zum Schreibtisch mit wachsamem Blick, doch bequem. Auch ihre Mine war ernst und streng. »Herr Oberst«, antwortete Tommy. »Ihre Vorgesetzten haben ein paar Fragen an Sie, Lieutenant«, sagte von Reiter. Er sprach, wenn auch mit Akzent ausgezeichnet Englisch, nicht weniger gut als Fritz I, nur dass der Wärter mit dem Slang, den er im Laufe der Jahre im Lager aufgeschnappt hatte, glatt als Amerikaner hätte durchgehen können. Wahrscheinlich interessierte sich der Aristokrat auch gar nicht dafür, was Katzen auf dem Dach im gleichnamigen Lied zu suchen hatten. Tommy drehte sich halb zu seinen Landsleuten um. »Lieutenant Hurt«, eröffnete McNamara bedächtigt das Gespräch. »Wie gut kennen Sie Captain Vincent Bedford?« »Vick?«, fragte Tommy zurück. »Na ja, wir schlafen in derselben Baracke. Ich habe den einen oder anderen Tauschhandel mit ihm gemacht. Man zieht bei ihm immer den Kürzeren.« »Ein paar Mal habe ich mit ihm über Zuhause gesprochen, über das Wetter geschimpft oder das Essen.« »Sind Sie Freunde, Lieutenant«, fiel Major Clark ungeduldig ein. »Nicht mehr und nicht weniger als jeder andere im Lager, Sir«, erwiderte Tommy scharf. Major Clark nickte. »Und«, ergriff Colonel McNamara wieder das Wort, »wie würden Sie Ihren Umgang mit Lieutenant Scott charakterisieren?« »Ich habe keinen Umgang mit ihm, Sir. Den hat niemand. Ich habe versucht, nett zu ihm zu sein, weiter nichts.« McNamara überlegte, bevor er weiterfragte. »Waren Sie Zeuge der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in Ihrer Stube?« »Nein, Sir. Als ich eintraf, hatten die Stubenkameraden die beiden schon getrennt. Kurz danach kamen Sie und Major Clark herein.« »Aber Sie haben Drohungen gehört.« »Ja, Sir«, der Colonel nickte. »Und wie ich hörte, kam es später noch zu einem Vorfall an der Todeslinie.« »Ich würde es nicht als Vorkommnis bezeichnen, Sir, wohl eher ein Missverständnis in Unkenntnis der Vorschriften, das tragisch hätte enden können.« »Was Sie, wie mir berichtet wurde, verhindert haben, indem Sie eine Warnung gerufen haben?« »Vielleicht. Es ging alles sehr schnell.« »Hat dieser Zwischenfall Ihrer Meinung nach das ohnehin angespannte Verhältnis der beiden Offiziere weiter verschärft?« Tommy zögerte. Er hatte keine Ahnung, worauf die beiden Männer hinauswollten, bemühte sich aber, seine Antworten so kurz wie möglich zu halten. Es war nicht zu übersehen, dass sowohl seine Landsleute als auch der Deutsche ihm sehr aufmerksam zuhörten. Ein Instinkt mahnte ihn, auf der Hut zu sein. »Sir?« »Was ist hier los?«, fragte er. »Antworten Sie einfach auf die Frage, Lieutenant.« »Es gab Spannungen zwischen den Männern, Sir. Ich glaube, sie waren rassistischen Ursprungs, auch wenn Captain Bedford dies in einem Gespräch mit mir abstritt. Ob diese Ressentiments sich verstärkt haben, kann ich nicht beurteilen.« »Sie hassen sich, richtig?« »Das würde ich so nicht sagen.« »Captain Bedford hasst die Rasse der Neger und hat auch gegenüber Lieutenant Scott keinen Hehl daraus gemacht, nicht wahr?« »Captain Bedford nimmt kein Blatt vor den Mund, Sir. Das gilt für alle möglichen Themen.« »Ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen,« fragte Colonel McNamara bedächtig, als zählte er jedes Wort, »dass Lieutenant Scott sich von Captain Bedford bedroht fühlt?« »Es muss zumindest schwierig für ihn sein, nicht so zu empfinden.« »Andererseits«, Major Clark unterbrach ihn mit einem verächtlichen Schnauben. »Der Neger ist kaum zwei Wochen da und schon haben wir eine Prügelei, bei der er heimtückisch auf einen Offizier aus den eigenen Reihen losgeht, der auch noch einen höheren Rang bekleidet als er. Er wird vermutlich nicht ohne Grund des Diebstahls bezichtigt, und dann kommt es auch noch zum Vorfall am Draht.« Er legte plötzlich eine Pause ein, dann fragte er. »Sie sind aus Vermont, nicht wahr, Hart? Soweit ich weiß, gibt es in Vermont keine Negerprobleme, oder?« »Ja, Sir, Manchester, Vermont. Und mir sind auch keine Probleme bekannt, Sir. Aber wir sind im Moment nicht in Manchester, Vermont.« »Offensichtlich nicht, Lieutenant«, sagte Clark in scharfem Ton, aus dem Verärgerung herausklang. An diesem Punkt schaltete sich unvermittelt von Reiter ein, der dem Wortwechsel zwischen den Amerikanern schweigend zugehört hatte. »Nach meinem Dafürhalten wäre der Lieutenant ein geeigneter Kandidat für Ihre Aufgabe, Colonel, allein schon nach seinen umsichtigen Antworten auf Ihre Fragen zu urteilen. Sie sind Jurist, nicht Soldat, Lieutenant, richtig?« Ich war in meinem letzten Jahr an der juristischen Fakultät der Universität Harvard, als ich mich zum Kriegsdienst gemeldet habe, unmittelbar nach Pearl Harbor. »Ah«, von Reiter verzog den Mund zu einem wehmütigen Lächeln. »Harvard, die ruhmreiche Lehranstalt. Ich war an der Universität Heidelberg. Ich wollte Arzt werden, bevor mich die Vaterlandspflicht rief.« Colonel McNamara hüstelte und räusperte sich. »Kennen Sie Captain Bedford's Kriegsauszeichnungen, Lieutenant?« »Nein, Sir.« »Distinguished Flying Cross mit Eichenlaub, Purple Heart und Silver Star für Einsätze über Europa. Nach den obligatorischen Feinflügen hat er sich freiwillig für eine weitere Runde gemeldet. Über zweiunddreißig Einsätze bis zu seinem Abschuss.« Von Reiter setzte der Aufzählung ein Ende. Ein hochdekorierter, bewunderungswürdiger Flieger, Lieutenant. Ein Kriegsheld. Während er sprach, griff sich der Kommandant wie zufällig an das schimmernde, schwarze, eiserne Kreuz, das er selbst an einem Ordensband um den Hals trug. Ein Gegner, dem jeder Kampflieger Respekt zollen würde. »Ja, Sir,« pflichtete Tommy bei. »Aber ich verstehe nicht.« Colonel McNamara holte tief Luft und sprach in düsterem Ton und kaum verholener Empörung. »Captain Vincent Bedford vom Fliegerkorps der US Army wurde letzte Nacht, nach Löschung des Lichts auf dem Gelände des Stalag Luft 13 ermordet.« Tommy fiel für einen Moment die Kinnlade herunter. »Ermordet?« »Aber wie?« »Von Lieutenant Lincoln Scott ermordet,« sagte McNamara schroff. »Das glaube ich nicht.« »Es gibt jede Menge Beweise, Lieutenant«, fiel ihm Clark mit erhobener Stimme ins Wort. »Genug, um ihn noch heute standrechtlich zu verurteilen.« »Aber...« »Natürlich werden wir das nicht tun. Zumindest nicht heute, aber bald.« »Wir gehen davon aus, dass wir in kürzester Zeit ein Militärgericht einsetzen können, vor dem die Anklage gegen Lieutenant Scott verhandelt wird. Die Deutschen«, an dieser Stelle deutete McNamara mit einer knappen Geste auf von Reiter, »haben mir Einverständnis dazugegeben. Sie werden das Urteil des Gerichts akzeptieren, egal wie es ausfällt.« Von Reiter nickte. »Wir bitten nur darum, unsererseits einen Offizier abstellen zu dürfen, der für die gesamte Dauer des Verfahrens anwesend ist und das Ergebnis dann an meine Vorgesetzten in Berlin meldet.« »Und natürlich würden wir, falls ein Erschießungskommando erforderlich ist, für die entsprechenden Männer sorgen.« »Selbstverständlich wären bei einer Exekution auch Sie als Amerikaner zugegen, obwohl...« »Ein Was?« Tommy konnte nicht länger an sich halten. »Das meinen Sie doch nicht ernst, Sir!« Im selben Moment begriff er, dass alles, was hier besprochen wurde, tot ernst gemeint war. Er holte tief Luft. Ihm drehte sich alles im Kopf und errang Umfassung. Bei seiner nächsten Frage merkte er, dass seine Stimme ein wenig schrill klang. »Aber was wollen Sie von mir, Sir?« Er sah Colonel McNamara erwartungsvoll an. »Wir möchten, dass Sie den Angeklagten vertreten, Lieutenant.« »Ich, Sir?« »Aber ich bin kein...« »Sie verfügen über die nötigen Kenntnisse. Sie haben jede Menge juristische Lehrbücher neben dem Bett. Da ist bestimmt auch etwas über Militärgerichtsbarkeit dabei. Und Ihre Aufgabe ist relativ einfach. Sie brauchen nur dafür zu sorgen, dass Lieutenant Scotts militärische und verfassungsmäßige Rechte gewahrt werden, während der Gerechtigkeit Genüge getan wird.« »Aber, Sir...« Major Clark fuhr dazwischen. »Nun hören Sie mal gut zu, Hart! Wir haben es hier mit einem klaren Fall zu tun. Wir haben Beweise. Wir haben Beweise. Wir haben Zeugen. Wir haben Motive und Gelegenheit. Wir haben noch mehr. Einen ausgeprägten, allseits bekannten Hass. Was wir ganz und gar nicht brauchen können, ist ein Aufstand im Lager, wenn die anderen rausfinden, dass ein verdammter Nick...« Der Major stockte, hielt inne und formulierte den Satz um. »Wenn die Lagerinsassen rausfinden, dass Lieutenant Scott einen äußerst beliebten, vielbewunderten und hochdekorierten Offizier ermordet hat. Und zwar mit bestialischer Brutalität. Wir wollen verhindern, dass er gelüncht wird, Lieutenant. Unter unserer Aufsicht kommt so etwas nicht vor. Das wollen auch die Deutschen vermeiden. Also brauchen wir einen Prozess. Und darin sollen Sie eine wichtige Rolle spielen. Wenigstens pro forma muss jemand Scotts Verteidigung übernehmen. Und das ist ein Befehl, Lieutenant. Von mir, von Colonel McNamara und ebenso von Oberst von Reiter.« Tommy Hart holte tief Luft. »Jewoll, Sir«, sagte er. »Verstanden.« »Gut«, Major Clark nickte. »Die Anklage bei dem Verfahren werde ich selbst übernehmen. Ich denke, wir können unser Tribunal in einer spätestens anderthalb Wochen abhalten. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto besser, Kommandant.« Von Reiter nickte. »Ja«, bekräftigte der Deutsche. »Allerdings sollten wir auch die nötige Umsicht walten lassen. Ein Schnellverfahren würde dem Ernst der Angelegenheit nicht gerecht. Aber wir dürfen auch nicht zögerlich erscheinen, da stimme ich Ihnen zu. Sorgfalt und zügige Arbeit kommen uns allen zugute.« Colonel McNamara wandte sich an den Lagerkommandanten. »Ich werde sicherstellen, dass Sie noch heute Nachmittag die Namen der Offiziere in Händen haben, die für das Kriegsgerichtsverfahren ausgesucht werden.« »Ausgezeichnet.« »Und«, fügte der Colonel hinzu, »ich denke, mit dem Abschluss des Verfahrens ist bis Ende des Monats zu rechnen, spätestens Anfang Juni.« »Auch das wäre akzeptabel. Ich habe bereits einen Verbindungsoffizier angefordert. Hauptmann Fisser ist schon auf dem Weg. Er müsste im Lauf der nächsten Stunde eintreffen.« »Entschuldigen Sie, Colonel«, sagte Tommy ruhig. McNamara drehte sich zu ihm um. »Herr Lieutenant, was gibt's?« »Also, Sir«, Tommy zögerte. »Ich verstehe, dass es wichtig ist, den Fall zügig über die Bühne zu bringen, aber ich habe doch noch die eine oder andere Bitte, wenn ich darf.« »Was ist denn nun noch hart?«, schnaubte Clark gereizt. »Zum einen müsste ich erfahren, was genau Sie an Beweisen haben. Und die Namen der Zeugen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Sir, aber bei allem Respekt, ich muss mir selbst einen Eindruck vom Tatort verschaffen. Überdies wäre es wohl hilfreich, wenn mir jemand bei den Vorbereitungen meiner Verteidigung helfen könnte, selbst bei einem klaren Fall.« »Hilfe? Wozu in aller Welt?« »Jemand, der mir einen Teil der Bürde abnimmt, das entspricht dem Verfahrensrecht, zumal im Falle eines Kapitalverbrechens.« Clark runzelte die Stirn. »Daheim in den Staaten, das mag sein. Aber ist das unter den gegebenen Umständen hier im Stalag Luft 13 wirklich nötig? Und an wen hatten Sie denn gedacht, Lieutenant?« Wieder atmete Tommy gut durch, bevor er antwortete. »An den Flying Officer Hugh Renaday von der Royal Air Force. Er ist im Fortlager untergebracht.« Major Clark schüttelte vehement den Kopf. »Es ist wohl kaum ratsam, die Briten damit reinzuziehen. Es ist unsere dreckige Wäsche, und die waschen wir doch wohl lieber selbst. Kommt nicht in Frage.« Doch von Reiter verzog das Gesicht zu einem amüsierten Schmunzeln. »Herr Major«, sagte der Kommandant, »ich würde es für klug halten, Lieutenant Hart bei der schwierigen und heiklen Aufgabe, die ihm übertragen wurde, nach Kräften zu unterstützen. Nur so können wir ein unanfechtbares Verfahren gewährleisten. Und seine Bitte um Unterstützung ist nachvollziehbar, nicht wahr? Und hat Flying Officer Renaday Erfahrungen auf diesem Gebiet?« Tommy nickte. »Jasser«, zur Antwort nickte von Reiter. »Dann ist er wohl eine ausgezeichnete Wahl. Außerdem brauchen sie dank seiner Hilfe nicht noch einen ihrer Offiziere mit diesem unglückseligen Vorfall und seinem unvermeidlichen Ausgang zu belasten, Colonel.« Tommy fand diese Aussage bemerkenswert, hielt jedoch den Mund. Der Commander fixierte den Deutschen mit einem forschenden Blick und überlegte offensichtlich, wie er dessen Worte verstehen sollte. »Sie haben recht, Herr Oberst«, sagte er schließlich. »Das leuchtet ein.« »Und einen Briten damit zu betrauen, statt noch einen Amerikaner?« »Er ist Kanadier, Sir.« »Kanadier. Umso besser.« »Also dann ersuchen bewilligt, Lieutenant.« »Der Tatort, Sir. Ich muss ja selbstverständlich, sobald wir die Leiche entfernt haben.« Tommy war erstaunt. »Die Leiche ist noch dort?« »Richtig hart.« »Das wird ein deutscher Trupp übernehmen, sobald der Kommandant es befiehlt.« »Dann möchte ich den Toten sehen. Jetzt sofort. Bevor irgendetwas verändert wurde, ist der Tatort abgesperrt.« Von Reiter hatte immer noch die Mundwinkel zu einem leisen Lächeln verzogen. Er nickte. »Seien Sie versichert, Lieutenant. Seit die sterblichen Überreste von Captain Bedford entdeckt wurden, ist alles unverändert. Außer mir und Ihren zwei Vorgesetzten hat niemand den Tatort inspiziert. Außer dem Angeklagten vielleicht.« Er schmunzelte weiterhin. »Und ehe ich es vergesse, Hauptmann Fisser äußerte die gleiche Bitte, als ich heute Morgen mit ihm telefonierte.« »Und die Beweise, Major Clark?« Der Major starrte hart wütend und angewidert an. »Ich werde Sie zusammenstellen und Ihnen, sobald es mir möglich ist, zukommen lassen.« »Danke, Sir.« »Und ich hätte noch ein Anliegen, Sir.« »Was denn nun noch, Hart? Ihre Aufgabe besteht schlicht und ergreifend darin, mit Anstand und Würde die Rechte des Angeklagten zu vertreten, nicht mehr und nicht weniger.« »Selbstverständlich, Sir. Aber zu diesem Zweck muss ich mit Lieutenant Scott sprechen. Wo befindet er sich?« Das augenscheinliche Unbehagen der beiden amerikanischen Offiziere bereitete von Reiter offenbar weiterhin Vergnügen, das ihm nach wie vor ins Gesicht geschrieben stand. »Er wurde in den Bau geschafft. Sie können ihn sprechen, nachdem Sie sich den Tatort angesehen haben.« »Bitte in Begleitung von Flying Officer Renaday, Sir.« »Wie Sie wünschen.« Auf seinem Schreibtisch hatte von Reiter eine kastenförmige Gegensprechanlage. Er drückte auf eine Taste und im Büro nebenan ertönte ein Summen. Im nächsten Moment flog die Tür auf und Fritz 1 trat ein. »Unteroffizier, Sie geleiten Lieutenant Hart ins Nordlager und suchen dort Flying Officer Renaday. Bringen Sie die beiden Männer anschließend bitte zum Abort, wo Sie die sterblichen Überreste von Captain Bedford gefunden haben. Lassen Sie ihnen jede Unterstützung zukommen. Wenn Sie mit Ihrer Begutachtung der Leiche und der Umgebung fertig sind, führen Sie Lieutenant Hart bitte zu dem Gefangenen.« Fritz 1 salutierte zackig. »Jawohl, Herr Oberst.« Tommy drehte sich zu den beiden amerikanischen Offizieren um. Doch bevor er noch etwas sagen konnte, hob McNamara die Hand an den Schirm seiner Mütze zu einem gemächlichen Salut. »Wegtreten, Lieutenant«, sagte er gedehnt. Philip Price und Hugh Renaday hielten sich in ihrer Stube auf, als Tommy Hart in Begleitung von Fritz 1 sie im englischen Lager aufsuchte. Price hing, die Füße auf dem schwarzen Kanonenofen in einer Ecke der Stube, halb sitzend, halb liegend, auf einem grob geschreinerten Holzstuhl. Er hielt einen Bleistiftstummel in der einen Hand, ein Buch mit Kreuzworträtseln in der anderen. Nicht weit von ihm las Renaday in einer zerfletterten Taschenbuchausgabe von Agatha Christie's »Die Morde des Herrn ABC«. Als Tommy so unerwartet in der Tür stand, begrüßten sie ihn mit einem strahlenden Lächeln. »Thomas«, rief Price, »was für eine Überraschung! Aber jederzeit willkommen! Stehen Sie da herum hereinspaziert! Hugh, machen Sie den Schrank auf! Wollen unseren Gast doch schließlich gebührend bewirten! Haben wir noch Schokolade übrig?« »Hallo, Philip«, sagte Tommy hastig. »Hugh, ich komme ehrlich gesagt nicht zum Vergnügen.« Price ließ mit einem dumpfen Poltern die Füße auf den Boden fallen. »Nicht zum Vergnügen! Sie machen mich neugierig, und Sie sehen mitgenommen aus, junger Mann. Ich gehe also wohl recht in der Annahme, dass eine ernste Angelegenheit Sie zu uns führt.« »Was ist los, Tommy?«, fragte Hugh Renaday und sprang auf. »Sie sehen aus, als ob… Naja, als wäre etwas passiert.« »Ey, Fritz, Lust auf ein paar Zigaretten? Und Sie warten so lange draußen?« »Das ist mir nicht gestattet, Mr. Renaday«, sagte Fritz eins. Hugh Renaday trat vor, während sich nun auch Philip Price vom Stuhl erhob. »Gibt's zu Hause Probleme, Tommy? Mit Ihrer Familie oder der berühmten Lydia, von der wir schon so viel gehört haben?« Tommy schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nicht zu Hause.« »Was haben Sie dann, mein Junge?« Tommy sah sich um. Die Stubengenossen der beiden waren draußen, das traf sich gut. Zwar machte er sich keine Illusionen darüber, dass der Mord lange ein Geheimnis bleiben würde, doch je später er sich herumsprach, desto besser. »Drüben im amerikanischen Lager hat es einen Vorfall gegeben«, sagte Tommy. »Der rangälteste amerikanische Offizier hat mich beauftragt, bei den – mir fällt kein anderes Wort ein – Ermittlungen zu helfen.« »Was für ein Vorfall, Tommy«, hakte Price nach. »Ein Todesfall, Philip.« »Gütiger Himmel klingt ja übel«, platzte Hugh Renaday heraus. »Wie können wir Ihnen helfen, Tommy?« Tommy sah seinen großen, muskelbepackten Freund mit einem zaghaften Grinsen an. »Also, um es kurz zu machen, Hugh, Sie haben mir erlaubt, Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Genauer gesagt, sollen Sie mich begleiten, und zwar sofort. Als eine Art Adjutant.« Renaday sah ihn erstaunt an. »Und wieso ich?« Tommy grinste. »Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang, und Sie waren schon viel zu lange müßig.« »Sehr witzig«, schnaubte Renaday. »Aber keine Antwort.« »Im Klartext, mein aufbreusender kanadischer Freund«, schaltete sich Price ein. »Meint Tommy, dass er Sie in Kürze über die Sachlage aufklären wird?« »Danke, Philip. Sie bringen es auf den Punkt.« »Und kann ich so lange irgendetwas für Sie tun?«, fragte Price. »Ich scharre mit den Hufen«, Tommy schmunzelte. »Ja, aber das bereden wir später.« »Sehr verschwiegen, Tommy. Psst, psst. Ich hoffe, Sie spannen mich nicht so sehr auf die Folter. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die alte Pumpe das mitmachen würde.« »Ich bitte Sie um Nachsicht, Philip, aber mich trifft das Ganze ja auch völlig unvorbereitet. Hugh's Hilfe haben Sie abgesegnet, und ich hatte das vage Gefühl, dass Sie mir keinen zweiten Mann bewilligen würden, zumindest nicht offiziell. Schon gar nicht einen hochrangigen britischen Offizier, noch dazu einen berühmten ehemaligen Strafverteidiger. Aber Hugh wird Sie immer auf dem Laufenden halten, und dann können wir reden.« Der Ältere nickte. »Wäre natürlich lieber direkt involviert«, sagte er. »Aber auch ohne Genaueres zu wissen, kann ich Ihre Überlegungen nachvollziehen. Dieser Todesfall ist offenbar brisant? Vielleicht sogar politisch brisant?« Tommy nickte. Fritz I. trat von einem Bein aufs andere. »Mr. Hart, bitte. Mr. Renadier wäre dann wohl soweit. Wir sollten jetzt wirklich zum Abort.« Der Kanadier und der Brite machten ein verdutztes Gesicht. »Zum Abort?« fragte Price. Tommy ging zu seinem Freund hinüber und nahm seine Hand. »Philipp«, sagte er leise. »Einen besseren Freund als sie kann man sich nicht wünschen. In den kommenden Tagen werde ich auf ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrung angewiesen sein. Allerdings wird Hugh sie jeweils genauestens ins Bild setzen. Ich hasse es, sie warten zu lassen, aber ich sehe nur leider keine andere Möglichkeit.« Price lächelte. »Aber, aber, mein Junge, das verstehe ich doch. Die ganze Dummheit und Sturheit des Militärs. Wie es sich für einen guten Soldaten geziemt, werde ich mich hier zu ihrer Verwendung halten. Aufregend, nicht wahr? Wirklich mal eine Abwechslung im grauen Alltag. Ah, ist das schön. Ju, schnappen Sie sich Ihren Mantel und kommen Sie mir ja mit jeder Menge Neuigkeiten zurück. Derweil mach ich es mir hier am Feuer bequem und schwelge in Spekulationen.« »Danke, Philipp«. Dann beugte er sich vor und flüsterte Price ins Ohr. »Lincoln Scott, der schwarze Kampfpilot. Erinnern Sie sich an den Fall der Scottsboro Boys, angebliche Vergewaltigung zweier weißer Mädchen?« Price schnappte so heftig nach Luft, dass er einen Hustenanfall bekam. Er nickte. »Verflucht, nasses Wetter. Ich erinnere mich an den Fall, diesen unrühmlichen Fall. Und jetzt beeil dich.« Rennaday warf sich seinen Mantel über. Dann griff er zu einem Bleistift und einem kostbaren Zeichenblock. »Ich bin soweit, Tommy«, sagte er. »Auf geht's.« Im Schlepptau von Fritz I, der sie zur Eile mahnte, marschierten die beiden Flieger zum amerikanischen Lager. Unterwegs teilte Tommy Hart seinem Helfer mit, was er im Büro des Kommandanten erfahren hatte, und berichtete sowohl vom Schlagabtausch zwischen den beiden Männern als auch von dem Zwischenfall am Draht. Rennaday stellte ihm ab und zu eine knappe Frage, aber ansonsten hörte er ihm nur aufmerksam zu. Als sich das Tor zum Südlager vor ihnen öffnete, flüsterte Rennaday, »Tommy, meine letzte Tatort-Inspektion ist sechs Jahre her. Und wenn's bei uns in Manitoba mal einen Mordfall gab, dann ging's oft um eine Messerstecherei zwischen ein paar Cowboys an der Bar. Meistens erübrigte sich dann die Spurensicherung, weil der Täter blutverschmiert bei Bier und Scotch am Tresen saß.« »Das macht nichts, you«, erwiderte Tommy leise. »Ich war überhaupt noch nie an einem Tatort.« Der morgendliche Zählappell war offenbar zu Ende geführt worden, während er sich im Verwaltungsbüro aufgehalten hatte. Obwohl die Lagerinsassen in ihre Baracken entlassen worden waren, standen viele von ihnen noch in Trauben auf dem Appellplatz herum, rauchten, redeten und warteten auf Neuigkeiten. Allen war klar, dass etwas Außergewöhnliches im Gange war. Die deutschen Wachleute standen immer noch im Kreis um den Abort. Die Internierten beobachteten die Deutschen und umgekehrt. Als Tommy, Hugh und Fritz eins auf die Latrine zukamen, traten die Wachposten beiseite. Doch an der Tür blieb Tommy plötzlich stehen. »Fritz«, fragte er, »Sie haben den Käpt'n gefunden, nicht wahr?« Das Frettchen nickte. »Heute Morgen. Kurz nach fünf.« »Und was haben Sie danach gemacht?« »Ich habe unverzüglich zwei Hundeführer hergeholt, die am Rand des Lagers patrouillierten, damit kein Unbefugter hineinkam. Und dann bin ich rübergegangen und habe den Kommandanten informiert.« »Und wodurch haben Sie die Leiche entdeckt?« »Ich habe etwas gehört. Draußen an der Baracke 103. Ich bin nicht sofort hingelaufen, Lieutenant. Ich war mir nicht sicher, was ich gehört hatte.« »Wonach klang es denn?« »Es war ein Schrei.« »Dann nichts.« »Und wieso sind Sie in den Abort gegangen?« »Von da schien der Schrei zu kommen.« Tommy nickte. »Hugh.« »Haben Sie sonst noch jemanden gesehen?«, fragte der Kanadier. »Nein, ich habe nur gehört, wie ein paar Türen zugingen, sonst nichts.« Rennaday setzte zu einer zweiten Frage an, stockte jedoch und überlegte. »Nach Ihrem Leichenfund haben Sie den Abort eine Weile unbeaufsichtigt gelassen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie mit den beiden Hundeführern zurückgekommen sind?« Der Deutsche blickte in den grauen Himmel, während er versuchte, die Zeit einzuschätzen. »Auf jeden Fall ein paar Minuten, Flying Officer. Ich wollte keinen Alarm auslösen, bevor ich den Kommandanten unterrichtet hatte. Die Männer waren am Draht direkt vor Baracke 116. Ein paar Sekunden, um Ihnen den Ernst der Angelegenheit zu erklären. Vielleicht fünf Minuten. Also insgesamt vielleicht zehn Minuten.« »Sind Sie sicher, dass außer Ihnen niemand da war, als Sie die Leiche entdeckten?« »Ich habe niemanden gesehen, Mr. Rennaday. Nachdem ich die Leiche gefunden hatte und mich davon überzeugt hatte, dass Captain Bedford tot war, habe ich mit der Taschenlampe schnell die Umgebung abgesucht, aber es war natürlich noch tiefe Nacht und es gibt viele dunkle Winkel, in denen man sich verstecken kann. Ich kann also nicht beschwören, dass wirklich niemand da war.« »Danke, Fritz.« »Ach, ähm, nur eins noch. Das Fältchen trat vor.« »Ich möchte Sie bitten, eine Kleinbildkamera aufzutreiben. Mit einem leeren Film und Blitzlicht. Und mindestens sechs Birnen. Jetzt sofort.« »Als geschlossen, Flying Officer. Ich wüsste auch gar nicht...« Rennaday machte einen Schritt vorwärts und rückte dem Aufseher so dicht zu Leibe, dass sich ihre Gesichter beinahe berührten. »Sie wissen so gut wie ich, wer eine hat. Jetzt gehen Sie schon und bringen Sie sie her, ohne dass jemand davon Wind bekommt. Kapiert. Wir können auch zum Büro des Kommandanten rübermarschieren und ihn darum ersuchen, falls Ihnen das lieber ist.« Für einen Moment kämpfte Fritz I. offenbar zwischen Pflichtgefühl und dem Wunsch, bei seinem Vorgesetzten nicht anzuecken. Schließlich nickte er. »Einer der Turmwächter ist Amateurfotograf. Zehn Minuten. Sie finden uns da drin.« Fritz I. salutierte, machte auf dem Absatz kehrt und eilte davon. »Ganz schön clever, Hugh«, sagte Tommy hart. »Dachte mir, ein paar Fotos können nicht schaden.« Bei diesen Worten drehte sich Hugh zu Tommy um und ergriff seinen Arm. »Aber jetzt mal unter uns, Tommy. Was genau wollen die von uns?« Tommy schüttelte den Kopf. »Wenn ich das so genau wüsste. Bis jetzt weiß ich nur, dass Sie für das, was wir gleich im Abort finden, Anklage gegen Lincoln Scott erheben werden und dass Sie laut dem Major genügend Beweise gegen ihn in der Hand haben, um ihn zu verurteilen. Ich denke, wir sollten versuchen, ihm nach Kräften beizustehen.« Und damit taten die beiden Männer durch die Tür zur Latrine. »Können wir?« fragte Tommy. »Vorwärts, leichte Brigade«, erwiderte Hugh. »Vorwärts, sie fragen und sagen nicht.« »Vorwärts, gehorchen ist einzige Pflicht. Ins Todestal in voller Zahl reiten die 600«, führte Tommy den Vers zu Ende. Vielleicht eine unglückliche Wahl für diesen Anlass, doch er verkniff sich jegliche Bemerkung. Der Abort war ein schmaler Bau mit einer einzigen Tür an einem Ende. Er stand auf Pfosten etwa einen Meter über der Erde, und so erreichte man den Eingang über ein paar Stufen. Auf diese Weise fand unter jedem Klosett eine grüne Tonne aus Metall Platz, in der die Fäkalien aufgefangen wurden. Es gab sechs Klos, jedes mit Trennwänden und einer Tür versehen. Die Sitzflächen waren aus Hartholz gefertigt und vom Gebrauch wie vom unablässigen Schroben blank poliert. Das Licht drang durch vergitterte Fenster direkt unter dem Dach. Zweimal am Tag wurden die Fässer von einem Einsatzkommando abgeholt und der Inhalt an einer entlegenen Stelle im Lager in Gräben gekippt und mit Kalk zugeschüttet. Ungefähr das Einzige, was die Deutschen den Lagerinsassen reichlich zur Verfügung stellten, war Kalk. Ein Fremder wäre beim Betreten des Aborts vielleicht rückwärts wieder hinausgegangen, sobald ihm der ekelerregende Gestank entgegengeschlagen wäre. Doch die Kriegsgefangenen waren daran gewöhnt, und schon wenige Tage nach seiner Ankunft im Stahlackluft 13 hatte jeder Neue begriffen, dass dies im ganzen Lager der einzige Ort war, an dem man ein paar Minuten lang einigermaßen ungestört sein konnte. Was aber gehasst wurde, war das Fehlen von Klopapier. Die Deutschen stellten keins zur Verfügung, das Rote Kreuz schickte es in unzureichender Menge, da es wichtiger erschien, die Gefangenen mit Lebensmitteln zu versorgen. Und so benutzten die Männer jedes Fitzelchen Papier. Tommy und Hugh blieben am Eingang stehen, wo ihnen der vertraute Gestank in die Nase stieg. Im Abort gab es keinen Strom, und so sickerte in das Dunkel der Baracke nur wenig trübes Licht durch die hohen vergitterten Fenster herein. Renaudet summte eine kleine Melodie, bevor er in den Gang zu den Latrinen trat. »Tommy«, sagte er. »Überleg mal.« »Fritz sagt, es war fünf Uhr morgens, oder?« »Ja«, antwortete Tommy leise. »Was zum Teufel hatte Wick, um diese Zeit hier zu suchen?« »Da funktionieren die Toiletten in den Baracken doch noch. Die Krauts drehen die Wasserspülung ja erst im Laufe des Vormittags ab. Außerdem muss es hier stockduster gewesen sein. Außer natürlich den Suchscheinwerfern, die alle sechzig oder auch neunzig Sekunden drüber streichen. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Folglich kommt man nicht ohne triftigen Grund hier raus.« »Und ganz bestimmt nicht, weil die Blase drückt.« Die beiden Männer nickten. »Worauf müssen wir achten, Hugh?« Der Kanadier seufzte. »Na ja, auf der Polizeischule lernt man, dass der Fundort einem den ganzen Tathergang verrät, wenn man nur genau hinsieht. Schauen wir einfach, was wir sehen.« So schritten die beiden Männer langsam die Kabinen ab. Dabei blickte Tommy bei jedem Schritt nach links und rechts, auch wenn er immer noch nicht wusste, wonach sie suchen sollten. Er ging voraus und blieb erst kurz vor der letzten Tür abrupt stehen. »Sehen Sie mal, Hugh«, sagte er leise. »Sieht das nicht nach einem Fußabdruck aus? Oder zumindest nach einem Teilabdruck?« Renaudet kniete sich hin. Auf dem Holzboden war deutlich der vordere Teil einer Stiefelsohle zu erkennen, auf dem Weg in die letzte Kabine. Der Kanadier berührte den umriss vorsichtig mit dem Finger. »Hm, Blut«, sagte er. Langsam hob er den Kopf und starrte auf die geschlossene Tür. »Da drin, nehme ich an«, flüsterte er. »Überprüfen Sie erst mal die Tür auf weitere Hinweise.« »Wie zum Beispiel?« »Wie zum Beispiel einen blutigen Fingerabdruck.« »Hm, nein, soweit ich sehe, ist hier nichts.« Hugh holte einen Stift und Zeichenblock hervor und skizzierte einen Grundriss des Abboards. Außerdem notierte er die Form und die Richtung des Stiefelabdrucks. Wie ein Kind, das frühmorgens ins Schlafzimmer seiner Eltern späht, schob Tommy langsam die Tür auf. »Mein Gott«, wisperte er. Vincent Bedford saß, die Hose bis zu den Knöcheln heruntergezogen, halbnackt auf dem Klosett. Sein Oberkörper war an die Rückwand gesackt, der Kopf ein wenig nach rechts geneigt. Die Augen waren weit aufgerissen. Sein entsetzter Blick ging ins Leere. Sein Hemd war auf der Brust mit rotbraunem Blut getränkt. Jemand hatte ihm die Kehle aufgeschlitzt. Auf der linken Seite klaffte ein grausiger, tiefer Schnitt. Außerdem war einer von Trader Wicks Fingern halb durchtrennt und baumelte an seiner Hand. Auch an der rechten Wange hatte er eine brutale Schnittwunde abbekommen, und sein Hemd war teilweise zerrissen. »Arm er weg«, sagte Tommy leise. Die beiden Flieger starrten stumm auf die Leiche. Beide hatten sie schon viele, teils grauenvoll entstellte Tote gesehen, und so wurde ihnen von dem Anblick, der sich ihnen in der Latrine bot, nicht übel. Dennoch traf es sie wie ein Schlag. Nicht der Tote selbst versetzte ihnen einen Schock, sondern die Umstände und der Ort des Geschehens. Männer, denen die Eingeweide herausquollen, Männer, die von Kugeln und Granatsplittern zerfetzt wurden, die geköpft wurden oder bei lebendigem Leibe verbrannten. Beide hatten mit angesehen, wie Blut und Gehirn und Gedärm der Bordschützen mit dem Wasserschlauch vom Plexiglas der Bordschützenkanzel gespritzt werden mussten. Doch diese Männer hatten im Kampf, in der Schlacht, ihr Leben gelassen, wo sie den Tod stets vor Augen hatten. Hier im Abort war es etwas vollkommen anderes. Hier hatte jemand den Tod gefunden, der eigentlich noch am Leben sein sollte. Ein gewaltsamer Tod auf einer Toilette war furchterregend und schockierend. »Gott, steh mir bei«, stammelte Hugh. Tommy entdeckte, dass an Bedfords Uniformhemd die Patte der Brusttasche hochgeklappt war. Daran hatte er vermutlich immer seine Packung Zigaretten bei sich getragen. Tommy beugte sich ein wenig zur Leiche vor und tippte mit dem Finger an die Tasche. Sie war leer. Die Männer setzten ihre Untersuchung des Ermordeten fort. Dabei schärfte sich Tommy ein, die Szene, die er vor Augen hatte, wie die Seite eines Lehrbuchs, peinlich genau zu lesen, jede Einzelheit im Gedächtnis zu behalten, um zu einer Einschätzung zu kommen. Schließlich hatte er von unzähligen Fällen gelesen, in denen ein winziges Detail den entscheidenden Schlüssel zur Lösung bot. Schuld oder Freispruch hingen oft an diesem seidenen Faden. Die Brille, die aus Leopolds Jacke gefallen war. Oder Löbs? Er war sich nicht sicher. Beim Anblick von Bedfords Leiche fühlte er sich vollkommen überfordert. Er versuchte sich, seine letzte Unterhaltung mit dem Mann aus Mississippi in Erinnerung zu rufen, doch vergeblich. Während er auf die Leiche in der Abortkabine starrte, dämmerte ihm, dass sich der Ermordete vor seinen Augen schon bald in die Zahl der anderen Toten oder verstümmelten Männer einreihen würde, die die Lebenden in ihren Träumen heimsuchten. Gestern noch war das hier Käpt'n Vincent Bedford gewesen, hochdekorierter Bomberpilot und der ungekrönte Schwarzmarktkönig des Lagers. Tommy seufzte tief. Bedächtig ließ er den Blick über den Tatort schweifen, um seine stummen Botschaften zu verstehen. Und er sah, was an der Szene nicht stimmte. »Jo«, sagte er fast im Flüsterton. »Ich glaube, ich sehe ein Problem.« Renaday blickte vom Zeichenblock auf. »Ich auch«, erwiderte er. »Er ist ganz eindeutig.« Doch er brachte den Satz nicht zu Ende. In diesem Moment hörten die beiden Ermittler von draußen laute Stimmen. Sie klangen barsch und bestimmt, als ob sie keinen Widerspruch duldeten. Die Männer vor dem Abort sprachen Deutsch. Tommy packte den Kanadier am Arm. »Kein Wort«, sagte er, »bis wir ungestört reden können.« »Ganz ihrer Meinung«, erwiderte Renaday, und zusammen kehrten sie der stinkenden Latrine mit dem ermordeten Flieger den Rücken und traten in die kalte, feuchte Luft. An der Eingangstür wartete in Habachtstellung Fritz I, eine Kamera mit Blitzlicht in der linken Hand. Nicht weit von ihm hatte sich ein deutscher Offizier postiert. Der Mann war nicht besonders groß und kräftig und war nur wenig älter als Tommy, höchstens Ende zwanzig, auch wenn man sich schnell verschätzen konnte, da die Männer im Krieg früher alterten. Sein kurzgeschnittenes, kräftiges schwarzes Haar war an den Schläfen schon ergraut, seine Haut wirkte fahl, und auf der linken Wange hatte er eine markante Narbe unter dem Auge. Die schlecht sitzende Luftwaffenuniform unter dem grauen Ledermantel hatte messerscharfe Bügelfalten, sein schmaler Bart war äußerst gepflegt. Tommy wusste zwar, dass deutsche Marinesoldaten häufig Bart trugen, doch bei einem Flieger hatte er noch nie einen gesehen. Das Markanteste an dem deutschen Offizier war sein durchdringender, stechender Blick. Ohne Eile wandte sich der Deutsche zu den beiden Kriegsgefangenen um, und Tommy sah, dass er auch den linken Arm verloren hatte. »Lieutenant Hart? Flying Officer Renaudet?« begrüßte sie der Offizier. Sie nahmen beide Haltung an, und der Deutsche erwiderte den Salut. »Ich bin Hauptmann Heinrich Fisser«, sagte er. Er sprach fließend Englisch mit leichtem Akzent und einem eigentümlichen Zischen. Er musterte Renaudet mit ein wenig verfärbte. Es wirkte verschlagen. Mit der rechten deutete er auf den leeren Ärmel seines Mantels. »Das verdanke ich einem Spitfire-Flieger«, sagte er, »der plötzlich hinter mir auftauchte, nachdem ich seinen Flügelmann getroffen hatte.« »Nun, ich bitte um Nachsicht«, fügte er in einem Ton hinzu, als legte er auf jedes einzelne Wortgewicht. »Wir sind alle Gefangene unserer Schicksalsschläge.« »Nicht wahr?« Tommy hätte die eher philosophische Frage bei einem Dinner über einem guten Wein oder Likör passender gefunden, als vor einer Latrine mit einer grausam zugerichteten Leiche. Doch er behielt seine Gedanken für sich und fragte nur, »Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, so etwas wie ein Verbindungsoffizier. Welche Aufgaben haben Sie in dieser Funktion?« Hauptmann Fisser wechselte die Stellung und scharrte mit den Stiefeln in der lehmigen Erde. Anders als der Kommandant und seine Untergebenen trug er keine Reitstiefel, sondern zweckmäßigere, gewöhnliche Stiefel, wenn auch auf Hochglanz poliert. »Ich wurde als Beobachter herbeordert, um meinen Vorgesetzten über die Situation und das weitere Prozedere zu berichten. Wir sind gemäß der Genfer Konvention verpflichtet, über das Wohlergehen jedes alliierten Gefangenen in unserem Gewahrsam Rechenschaft abzugeben. Doch hier an Ort und Stelle habe ich nur dafür Sorge zu tragen, die sterblichen Überreste wegzuschaffen. Danach können wir vielleicht unsere, wie heißt es noch, Untersuchungsergebnisse abgleichen?« Hauptmann Fisser drehte sich zu Fritz I. um. »Dieser Soldat sollte Ihnen eine Kamera beschaffen.« Hugh trat vor. »Bei der Mordermittlung ist es gängige Praxis, von der Leiche und dem Tatort Fotos zu machen. Deshalb haben wir Fritz beauftragt, uns eine Kamera zu besorgen.« Fisser nickte. »Ja, das stimmt.« Er lächelte. Tommy hatte das untrückliche Gefühl, dass Fisser ein gefährlicher Mann war. Sein Ton war entgegenkommend und einfühlsam, doch seine Augen straften ihn Lügen. »Allerdings nur unter normalen Umständen. Hier sind die Umstände allerdings bedauerlicherweise alles andere als alltäglich. Hier sind die Umstände allerdings bedauerlicherweise alles andere als normal. Fotos könnten aus dem Lager geschmuggelt werden und womöglich für Propagandazwecke herhalten. Das kann ich nicht zulassen.« Er streckte die Hand nach der Kamera aus. Fritz I schien der Ohnmacht nahe zu sein. Mit stocksteifem Kreuz, eingezogener Brust und bleichem Gesicht wagte er in der Gegenwart des Hauptmanns kaum zu atmen. Ohne zu zögern drückte er dem Offizier den Apparat in die Hand. »Ich … ich hab mir nichts dabei gedacht, Herr Hauptmann,« stammelte Fritz I. »Ich hatte die Order, den beiden Officers behilflich zu sein.« Fisser schnitt ihm mit einer lakonischen Geste das Wort ab. »Selbstverständlich, unter Offizier. Sie können natürlich die Tragweite nicht so abschätzen wie ich.« Er wandte sich wieder den beiden Fliegern zu. »Und genau aus diesem Grund bin ich hier.« Fisser hüstelte hinter der vorgehaltenen Hand. Dann drehte er sich zu den bewaffneten Soldaten um, die noch immer den Abort abregelten. Er winkte einen Mann heran und übergab ihm die Kamera. »Sorgen Sie dafür, dass der Eigentümer sie wiederbekommt.« Der Soldat salutierte, hängte sich den Riemen des Fotoapparats über die Schulter und kehrte auf seinen Posten zurück. Fisser holte unterdessen eine Packung Zigaretten aus seiner Brusttasche. Mit großem Geschick zog er eine heraus, steckte die übrigen wieder in seine Tasche und zündete sie an einem Stahlfeuerzeug an, das er bei sich trug. Nach einem langen Zug an der Zigarette sah er mit hochgezogenen Augenbrauen auf. »Sie sind dann wohl mit Ihrer Untersuchung fertig?« Tommy nickte. »Gut«, sagte der Deutsche. »Dann bringt der Unteroffizier sie nun zu ihrem«, er stockte und fügte immer noch mit einem verhaltenen Lächeln hinzu, »Schützling. Unterdessen bringe ich das hier zu Ende.« Tommy überlegte einen Moment, dann flüsterte er dem Kanadier zu. »Jo, bleiben Sie hier. Lassen Sie den Hauptmann nicht aus den Augen und versuchen, Sie rauszubekommen, was er mit Bedford's Leiche macht.« »Und zu Fisser?« »Ich halte es für unerlässlich, dass Käpt'n Bedford's Leiche von einem Arzt untersucht wird, damit wir uns bei diesem Fall wenigstens auf gesicherte medizinische Fakten stützen können.« »Können Sie laut sagen,« murmelte Hugh. »Keine Fotos, kein Arzt. Ein einziger beschiss das Ganze.« Hauptmann Fisser ignorierte die Kraftausdrücke des Kanadiers, die er zweifellos gehört hatte. »Ich halte das unter den gegebenen Umständen nicht für durchführbar. Doch ich werde die Leiche selbst eingehend untersuchen, und wenn ich zu dem Schluss komme, dass Ihr Ersuchen berechtigt ist, werde ich einen deutschen Arzt kommen lassen.« »Ein Amerikaner wäre besser gewesen. Leider haben wir keinen.« »Ärzte geben gewöhnlich keine guten Bombe ab.« »Dürfte ich erfahren, Herr Hauptmann, ob Sie sich mit strafrechtlichen Ermittlungen auskennen? Sind Sie Polizist, Herr Hauptmann? Wie heißt es doch bei Ihnen gleich Kriminalpolizei?« Tommi schleuderte Fisser seine Fragen wie Bälle vor die Füße. Der Hauptmann hüstelte erneut. Als er den Kopf wieder hob, hatte er immer noch das verschlagene Lächeln auf den Lippen. »Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, Lieutenant. Vielleicht können wir uns dann ausführlicher unterhalten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, es gibt offensichtlich viel zu tun und die Zeit drängt.« »Na schön, Herr Hauptmann«, sagte Tommy kurz angebunden. »Aber ich habe dem Flying Officer Renaday die Order erteilt, beim Abtransport von Captain Bedford's Leiche anwesend zu sein.« Fisser quittierte die Bemerkung mit einem vernichtenden Blick und dem unveränderten Lächeln. Er überlegte und sagte schließlich. »Wie Sie wünschen, Lieutenant.« Ohne ein weiteres Wort ließ Fisser Tommi stehen, ging die Treppe zum Abort hoch und verschwand in der Tür. Renaday eilte ihm hinterher. Kaum war Fisser außer Reichweite, gestikulierte Fritz Einswild in Tommis Richtung, um ihn zur Eile anzutreiben, und so durchquerten die beiden Männer zum zweiten Mal an diesem Tag das Lager. Die Internierten, die immer noch in kleinen Gruppen quer über dem Platz verstreut standen, ließen sie durch. In seinem Rücken hörte Tommi Fragen und Spekulationen, und wenn er sich nicht täuschte, klang hier und da Wut heraus. Vor der Tür zu Zelle 6 im Lagergefängnis, oder dem Bau, wie es genannt wurde, war ein einziger Wachmann mit einer Schmeißermaschinenpistole postiert. Der Mann schien noch jung zu sein, vielleicht gerade einmal 18 oder 19. Obwohl er stramm stand, war ihm die Nervosität anzusehen, als machte ihm die Nähe zu den Kriegsgefangenen Angst, was nicht verwunderlich wäre, da einige der neuen, weniger erfahrenen Wachleute, die im Lager eintrafen, der Nazi-Propaganda gegen die Terrorflieger, wie sie ihnen unablässig im Rundfunk eingetrichtert wurde, in den Ohren klang. Sie rechneten mit blutrünstigen Wilden und Kannibalen im Stahlack. Natürlich war Tommi klar, dass der Luftkrieg der Alliierten in der Tat auf die Doppelstrategie von rücksichtsloser Grausamkeit und Terror setzte. Wie sollte man die Brandbombenangriffe, die Tag und Nacht auf dicht besiedelte deutsche Ballungsgebiete und Großstädte geflogen wurden, anders bezeichnen? Und so konnte es Tommi dem Jungen an der Tür kaum verübeln, dass er als Bewacher eines schwarzen Terrorfliegers den Finger stets am Abzug seiner Schmeißer hatte. Als Tommi die Tür erreichte, trat der Wachsoldat zur Seite, öffnete das Riegelschloss und ließ Tommi in die Zelle. Wände und Fußboden bestanden aus schmutzig-grauem Beton. Beleuchtet wurde der knapp fünf Quadratmeter große Raum durch ein einziges Fenster und eine nackte Glühbirne an der Decke. Es war feucht und gute zehn Grad kälter als draußen. Lincoln Scott hatte mit angezogenen Knien in einer Ecke gegenüber dem einzigen Einrichtungsstück, einem verkrusteten Blecheimer für die Notdurft, gehockt. Als Tommi eintrat, sprang er auf und nahm eine so stramme Haltung an, als wollte er vor Tommi salutieren. »Hallo, Lieutenant«, sagte Tommi in Forschung, beinahe dienstlich im Ton. »Ich habe neulich versucht, mich mit Ihnen bekannt zu machen. Ich weiß, wer Sie sind.« »Was zum Teufel geht hier vor?«, fragte Lincoln Scott in scharfem Ton zurück. Er hatte nackte Füße und trug ansonsten nur Hemd und Hose. Seine Fliegerjacke und Stiefel konnte Tommi nirgends entdecken. Es musste Scott große Beherrschung kosten, nicht zu zittern. Tommi zögerte. »Hat man Ihnen denn nicht gesagt?« Scott fiel ihm ins Wort. »Man hat mir rein gar nichts gesagt. Die haben mich heute Morgen aus der Formation gezerrt und ins Büro des Kommandanten geschleppt. Major Clark und Colonel McNamara zwangen mich, meine Jacke und Stiefel auszuhändigen, und dann löcherten sie mich eine halbe Stunde lang, wie sehr ich diesen Mississippi-Bustard Bedford hasse. Danach wollten sie wissen, wo ich mich letzte Nacht herumgetrieben hätte, und ehe ich weiß, was hier gespielt wird, schleifen mich ein paar von den Schlägertypen der Crowds in diese gemütliche Unterkunft. Sie sind der erste Amerikaner, den ich seit diesem Verhör mit dem Colonel und dem Major zu sehen bekomme. Also, Lieutenant Hart, darf ich bitte endlich erfahren, was das Ganze soll?« Scott konnte nur mühsam seine Wut und Verunsicherung bezähmen. Tommi war fassungslos. »Habe ich das richtig verstanden?«, fragte er, wobei er jedes Wort betonte. »Weder der Major noch der Colonel haben Sie darüber in Kenntnis gesetzt? Ich habe mich doch wohl klar und deutlich ausgedrückt, hart. Niemand hat mir irgendetwas gesagt. Also, wieso haben Sie mich hier eingelocht, mit einem bewaffneten Wachposten vor der Tür?« Letzte Nacht wurde Vincent Bedford ermordet. Scott fiel die Kinnlade herunter und er riss die Augen auf, bevor er die Leder zusammenkniff und Tommy mit einem durchdringenden Blick ansah. »Ermordet.« »Hier.« »Major Clark hat mich darüber informiert, dass Sie wegen dieses Verbrechens angeklagt werden sollen.« »Ich?« »Ja.« Wie unter der Wucht eines unerwarteten Faustschlags sackte Scott an die Wand. Er atmete ein paar Mal tief durch und richtete sich wie der Kerzen gerade auf. »Ich wurde beauftragt, Ihnen bei der Vorbereitung einer Verteidigung behilflich zu sein.« Nach kurzem Zögern fügte Tommy hinzu. »Und ich muss Sie warnen, Lieutenant. Es geht dabei um ein Kapitalverbrechen.« Lincoln Scott strafte die Schultern und nickte bedächtig. Dabei ließ er Tommy Hart keinen Moment aus den Augen. »Mr. Hart«, sagte er. »Und wenn es das Einzige ist, was Sie mir glauben.« Jedes Wort war von einer Leidenschaft aufgeladen, die durch die Wände der Zelle und über den Stacheldraht des Lagers hinaustrangen. »Mr. Hart«, setzte er noch einmal an. »Ich habe Vincent Bedford nicht getötet. Auch wenn ich manchmal nicht übel Lust dazu gehabt hätte. Ich war es nicht.« Lincoln Scott holte noch einmal Tiefluft. »Ich bin unschuldig«, sagte er. Hinreichende Beweise Für einen Moment verschlug Tommy die Wucht von Lincoln Scots Beteuerung den Atem. Die Bestürzung war ihm offenbar anzusehen, denn der schwarze Flieger fragte besorgt. »Was haben Sie hart?« Tommy schüttelte den Kopf. »Nichts.« »Lügner«, schnaupte Scott. »Was wollten Sie von mir hören, Lieutenant? Dass ich den rassistischen Bastard umgebracht habe?« »Nein?« »Was dann?« Tommy holte Tiefluft und ordnete seine Gedanken. »Ich wusste nicht, was Sie sagen würden, Lieutenant Scott. Mit der Frage, ob Sie schuldig oder unschuldig sind, konnte ich mich noch gar nicht auseinandersetzen. Im Moment weiß ich nur, dass Ihnen das Verbrechen zur Last gelegt wird.« Scott lief ein paar Schritte in der winzigen Zelle hin und her, sodass er mehrfach mit der Schulter die kalten Wände entlang schürfte. »Können Sie das?« »Einfach so«, platzte er heraus. »Was?« »Mich des Mordes anklagen.« »Hier«, seine ausladende Handbewegung schloss das ganze Kriegsgefangenenlager mit ein. »Ja, ich glaube schon. Auch hier sind wir an unseren Fahnen eidgebunden. Wir unterstehen nach wie vor den ranghöheren Offizieren unserer eigenen Armee und somit der Gerichtsbarkeit durch unsere Militärs. Rein juristisch befinden wir uns im Kriegszustand mit seinen entsprechenden Gesetzen.« Scott schüttelte den Kopf. »Das ist der reine Irrsinn«, sagte er schroff. »Es sei denn, man ist schwarz. Dann erscheint es vollkommen logisch. Verflucht. Was habe ich denen getan, ha? Was für Beweise wollen die sich aus den Rippen schneiden?« »Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Major Clark behauptet, sie hätten genug Beweise, um sie zu verurteilen.« Wieder schnaubt es Gott verächtlich. »Schwachsinn«, sagte er. »Woher wollen Sie Beweise nehmen, wenn ich mit dem Tod dieses Mistkerz nichts zu tun habe? Wie ist er überhaupt gestorben?« Tommy lag die Antwort auf der Zunge, doch er überlegte es sich anders. »Wie wär's, wenn wir uns erst einmal über Sie unterhalten?« fragte er bedächtig. »Erzählen Sie mir doch einfach, wie Sie die letzte Nacht verbracht haben.« Scott lehnte sich mit dem Rücken an den Beton und starrte einen Moment zu dem kleinen Fenster hinauf, während er seine Gedanken sammelte. Dann atmete er langsam aus, richtete den Blick auf Tommy und zuckte mit den Achseln. »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte er. Nach dem zweiten Zählerpell habe ich mir die Beine vertreten. Dann habe ich allein gegessen. Ich habe im Bett gelesen, bis die Crowds das Licht ausgeschaltet haben. Dann habe ich mich auf die Seite gedreht und geschlafen. Irgendwann in der Nacht bin ich aufgewacht, musste pinkeln, also bin ich aufgestanden, habe eine Kerze angezündet und bin auf die Toilette. Nachdem ich fertig war, bin ich wieder in die Stube zurück und habe mich wieder auf die Britsche gehauen. Erst als die Deutschen pfiffen und brüllten, bin ich aufgewacht. Und wie gesagt, wenig später lande ich hier im Bau. Tommy versuchte, sich jedes Wort ins Gedächtnis einzubrennen. Hätte er doch nur einen Stift und seinen Notizblock mitgebracht. Er verwünschte sich für seine Vergesslichkeit und schwor sich, dass ihm so etwas nie wieder passieren würde. Hat sie jemand gesehen, als sie in der Nacht aufgewacht sind? Woher soll ich das wissen? Ich meine, war sonst noch jemand auf der Toilette? Nein. Was hatten sie um diese Zeit dort zu suchen? Sagte ich doch. Niemand läuft mitten in der Nacht in der Gegend herum. Nicht hier, nicht jetzt. Außer wenn ihm übel ist oder er nicht schlafen kann, weil er Angst vor Albträumen hat. Zu Hause vielleicht, aber nicht hier. Also, wie war das? Scott verzog die Mundwinkel zu einem trockenen Lächeln. Albtraum wäre zu viel gesagt, antwortete er. Es sei denn, Sie betrachten meine Situation als eine Art Albtraum, dass er nicht ganz abwegig wäre. Nennen wir es lieber ein Entgegenkommen. Wie meinen Sie das? Nun ja, Hart, meinte Scott langsam, als überlegte er sich jedes Wort. Wir dürfen nach Einbruch der Dunkelheit nicht nach draußen. Verboten, richtig? Damit uns die Krauts nicht für ihre Schießübungen benutzen. Natürlich halten sich nicht alle daran. Sie schleichen sich raus, ducken sich an den Frettchen und den Suchscheinwerfern vorbei, um in eine der anderen Baracken zu huschen. Die Tunnelratten und die Leute vom Fluchtausschuss arbeiten nachts. Heimliche Treffen und Arbeitstrupps. Aber niemand darf erfahren, wer dazugehört und wo sie arbeiten. Naja, ich bin gewissermaßen selbst eine hochspezialisierte Tunnelratte. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Wie auch? Hätte mich gewundert, sagte Scott mit kaum verholender Wut. Dann sprach er langsam und betont wie gegenüber einem störrischen Kind. Die Weißen teilen nicht gerne eine Toilette mit einem Schwarzen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber für eine ganze Reihe Leute hier. Und sie nehmen das sehr persönlich. Zum Beispiel auch Captain Bedford. Der hat das äußerst persönlich genommen. Was hat er denn gesagt? Ich solle mir gefälligst ein anderes Örtchen suchen. Natürlich gibt es kein anderes Örtchen, aber diese Kleinigkeit ist ihm wohl entgangen. Und was haben sie geantwortet? Was wohl? Dass er mich mal kann. Scott atmete tief ein und beobachtete Tommys Gesicht. Das überrascht sie hart, was? Waren sie schon mal im Süden? Da unten haben sie's gern getrennt. Toiletten für Weiße, Toiletten für Farbige. Also wenn ich rausgehe und versuche, den Abort zu benutzen, kann es mir passieren, dass mich ein schießwütiger Kraut abknallt. Was mache ich also? Warte bis alle schlafen, besonders dieser hinterwäldlerische Bastard, bis sich im Gang draußen nichts mehr rührt und dann ziehe ich los. So leise wie möglich. Ich gehe heimlich pissen oder zumindest so diskret, dass ich keine unnötige Aufmerksamkeit errege. So unauffällig, dass es die Vincent Bedfords in diesem Lager nicht mitbekommen. Deshalb war ich mitten in der Nacht auf und bin im Gang herumgeschlichen. Tommy nickte. Verstehe, sagte er. Scott wirbelte herum und schob sich dicht vor Tommys Gesicht. Er hatte die Augen zu schlitzen zusammengekniffen und aus jedem Wort, das er sagte, sprach der blanke Zorn. Sie verstehen gar nichts, zischte er. Sie haben nicht die geringste Ahnung, wer ich bin. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was es mich gekostet hat, zur Air Force zu kommen. Sie wissen gar nichts hart, genauso wenig wie alle anderen. Und ich erwarte auch nicht, dass Sie gewillt sind, dazu zu lernen. Tommy machte einen Schritt zurück. Er merkte, wie auch ihm die Wut hochkam, und so reagierte er auf Lincoln Scotts Worte mit der gleichen Schärfe. Mag sein, sagte er kalt. Aber im Moment bin ich das Einzige, was zwischen Ihnen und einem Exekutionskommando steht. Sie wären gut beraten, das im Hinterkopf zu behalten. Scott drehte sich um und legte Stirn und Hände an die feuchte Wand. So blieb er eine Weile stehen, als hätte er den Boden unter den Füßen verloren und suchte verzweifelt einen Halt. Ich brauche keine Hilfe, sagte er leise. Tommys dumpfer Zorn hatte sich noch nicht gelegt, und so fühlte er sich versucht, dem Flieger einfach zu sagen, wie sie wollen, und zu gehen. Ihm konnte es nur recht sein, zu seinen Büchern, seinen Freunden und dem gewohnten Lageralltag zurückzukehren, einer eintönigen Routine, bei der die Minuten zu Stunden und mit den Stunden wieder ein Tag verging. Sollten andere dafür sorgen, dass seine Gefangenschaft irgendwann ein Ende fand, wenn möglich ein Ende mit der Aussicht aufs Überleben, nachdem sein Leben jahrzehntelang unter dem Vorzeichen des Todes gestanden hatte. Manchmal kam es ihm so vor, als hätte er sich bei einem Pokerspiel um Leben und Tod mit Blöffen den Pott ergattert und sei nun nicht bereit, weiterzuspielen, ja nicht einmal einen Blick auf das neue Blatt zu werfen. Er befand sich in einer eigenartigen, unerwarteten Lebenssituation, in einer Welt, in der jeder noch so kleine Schritt, den man unternahm, tödliche Gefahren barg. Tat er dagegen gar nichts, verhielt er sich auf dieser kleinen Insel des Stalag Luft 13 vollkommen still und unauffällig, hätte er eine Chance zu überleben. Er machte schon den Mund auf, um Scott genau das zu erklären, doch dann überlegte er es sich anders. Er holte einmal Tiefluft und hielt sie an. Ihm kam ein verstörender Gedanke. Zwei Männer konnten im selben Raum dieselbe Luft einatmen, doch für den einen schmeckte jeder Atemzug nach Freiheit und Zukunft, für den anderen dagegen nach Aussichtslosigkeit und Hass. Und nach Angst, der feigeren Variante von Hass. Und so sagte er Lincoln Scott nicht, er könne ihm den Buckel herunterrutschen, sondern erwiderte in sachlichem Ton, sie irren. Scott rührte sich nicht, sondern fragte, irren? Inwiefern? Weil jeder im Lager hier und da Hilfe braucht. Und im Moment brauchen sie sie mehr als irgendjemand sonst. Scott hörte schweigend zu. Sie müssen mich nicht mögen, fuhr Tommy fort. Sie müssen mich nicht einmal respektieren. Meinetwegen können sie mich auch hassen. Aber in diesem Augenblick brauchen sie mich. Und wir werden besser miteinander klarkommen, wenn sie das begreifen. Es verstrich einige Zeit, bevor Scott antwortete. Auch wenn er immer noch an der Wand lehnte, sprach er laut und deutlich. Ich friere, Mr. Hart. Ich friere sehr. Hier drinnen ist es eiskalt, und es kostet mich große Beherrschung, nicht mit den Zähnen zu klappern. Vielleicht fangen wir damit an. Können Sie mir helfen, etwas Warmes zum Anziehen zu finden? Tommy nickte. Haben Sie außer den Kleidungsstücken, die man Ihnen heute Morgen abgenommen hat, noch weitere? Nein, nur die Sachen, in denen ich abgeschossen wurde. Keine Socken zum Wechseln oder einem Pullover von zu Hause? Lincoln Scott stieß ein spitzes Lachen aus, als hätte Tommy etwas Lächerliches gesagt. Nein. Dann werde ich Ihnen welche beschaffen. Das wäre nett. Welche Schuhgröße? 46. Allerdings hätte ich lieber meine Fliegerstiefel zurück. Ich kümmere mich darum. Und die Jacke. Haben Sie was gegessen? Die Krauts haben mir heute Morgen einen Kanten altbackenes Brot und einen Becher Wasser gegeben. Verstehe. Also auch was zu essen. Und decken. Können Sie mich hier rausholen, Mr. Hart? Ich werde's versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Der schwarze Flieger drehte sich um und musterte Tommy mit einem durchdringenden Blick. Unwillkürlich musste Tommy daran denken, dass Lincoln Scott auf diese Weise einen deutschen Kampfbomber ins Visier seiner Mustang-Maschinengewehre genommen hatte. Geben Sie mir Ihr Versprechen, Hart, sagte Scott. Tut nicht weh. Zeigen Sie mir, was Sie für mich tun können. Ich kann Ihnen nur versprechen, dass ich mein Bestes geben werde. Sobald ich mich von Ihnen verabschiedet habe, gehe ich zu McNamara und rede mit ihm. Allerdings machen die sich Sorgen. Sorgen? Worüber? Tommy überlegte und dachte schließlich, was soll's. Es fielen die Worte Aufstand und Lünchjustiz, Lieutenant. Sie befürchteten, Freunde von Vincent Bedford könnten seinen Tod rächen wollen, bevor es zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung kommt mit der Beweisaufnahme und einem Urteil. Scott nickte bedächtig. Mit einem sarkastischen Lächeln sagte er, anders gesagt, Sie wollen die Lünchjustiz lieber selbst übernehmen, wann und wie es Ihnen gefällt, und zwar so, dass es so offiziell wie möglich erscheint. Sieht so aus. Meine Aufgabe ist es, Ihre Pläne zu durchkreuzen. Damit werden Sie sich nicht gerade Freunde machen, warnte Scott. Machen wir uns darüber mal keine Sorgen. Konzentrieren wir uns auf den Prozess. Was haben Sie gegen mich in der Hand? Das herauszufinden ist meine nächste Aufgabe. Scott verstummte. Er keuchte wie ein Sprinter nach dem Wettlauf. »Tun Sie, was Sie können, Mr. Hart«, sagte er gedehnt. »Ich will nicht hier sterben. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich denke nur, dass Sie, egal wie sehr Sie sich anstrengen, nichts ausrichten werden, weil die sich längst entschieden haben. Erst die Strafe, dann das Urteil, verstehen Sie?« »Was für eine Farce!« Tommy schwieg. Plötzlich senkte Scott den Blick auf seine Hände, die Handrücken und die Innenflächen. »Es hat nie etwas genützt, hart. Verstehen Sie? Nie!« Scotts Stimme klang plötzlich schrill. »Niemals! Verdammt! Schwarz heißt schuldig! Schluss! Fertig! Aus! Vielleicht wird sich daran nie etwas ändern!« Scott strich sich mit der Hand über den braunen Stoff seines Uniformhemds. »Dabei hatten wir genau das gehofft. Dass es etwas ändert. Die Uniform. Jeder von uns. Viele sterben nun mal hart. Manche haben einen schweren Tod, manche leiden schreckliche Qualen. Aber mit ihren letzten Gedanken sind sie zu Hause und sie hoffen, dass sie etwas für die Leute daheim getan haben. Was für eine Lüge!« »Ich werde mein Bestes geben«, wiederholte Tommy und verstummte, als ihm bewusst wurde, dass alles, was er sagte, nur hilflos klingen konnte. Scott zögerte erneut. Dann kehrte er ihm langsam den Rücken zu. »Ich weiß, Ihre Hilfe zu schätzen«, sagte er. »Was auch immer Sie für mich tun können.« Der resignierte Ton sagte Tommy, dass sich der schwarze Flieger keine Hilfe erhoffte und sie, falls er sich in diesem Punkt irrte, für vergebliche Mühe hielt. Beide Männer schwiegen eine Weile. Dann sagte Scott bitter. »Schon irgendwie komisch hart. Ich wurde am 1. April abgeschossen. Am 1. April 1944. Ein April-Scherz. Einen von den Nazis habe ich erwischt und mein Flügelmann den anderen. Die Jungs hatten keine Zeit mehr abzuspringen. Zwei eindeutige Treffer. Ich dachte, wir hätten sie in den April geschickt, aber da hatte ich mich offenbar getäuscht. Vielleicht haben sie mich am Ende doch noch erwischt. Tommy wollte gerade etwas fragen. Irgendetwas, nur um den Redefluss des Schwarzen in Gang zu halten, als er auf der anderen Seite der schweren Holztür zur Zelle Stimmen und Schritte hörte. Als aufgeschlossen wurde und die Tür aufging, drehten sich beide Männer um. Vier Männer traten in die Zelle und versammelten sich an einer Wand. Colonel McNamara und Major Clark gingen vorne in Stellung, Hauptmann Heinrich Fisser und ein Unteroffizier mit Stenoblock dahinter. Die beiden amerikanischen Offiziere salutierten, bevor Clark einen Schritt vortrat. »Lieutenant Scott«, sagte er in gebieterischem Ton. »Ich habe die bedauerliche Pflicht, sie davon in Kenntnis zu setzen, dass sie heute, am 22. Mai 1944, offiziell des vorsätzlichen Mordes an Captain Vincent Bedford vom Fliegerkorps der United States Army angeklagt werden.« Fisser übersetzte leise für den Stenografen, der M. sich mitschrieb. »Gewiss hat sie ihr Rechtsbeistand darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um ein Kapitalverbrechen handelt. Im Falle einer Verurteilung werden sie entweder so lange in Einzelhaft bleiben, bis sie den US-Militärbehörden überantwortet werden können, oder das Gericht kann ihre sofortige Hinrichtung verfügen, die ein deutsches Erschießungskommando vollstrecken wird. Die Anhörung ist für übermorgen angesetzt. Bei der Gelegenheit können sie ihre Klageerwiderung vorbringen.« Clark salutierte und trat zurück. »Ich habe nichts getan,« platzte Lincoln Scott heraus. Tommy nahm Haltung an und sagte in scharfem Ton, »Sir, Lieutenant Scott leugnet entschieden, mit der Ermordung von Captain Bedford das geringste zu tun zu haben. Er bestreitet den Tatvorwurf und beteuert seine Unschuld, Sir. Außerdem ersucht er um die Rückgabe seiner persönlichen Habe sowie seine sofortige Freilassung aus der Einzelhaft.« »Kommt nicht in Frage,« erwiderte Clark. Tommy hart wandte sich an Colonel McNamara. »Sir, wie soll Lieutenant Scott von der Isolationszelle aus seine Verteidigung gegen die fälschlich gegen ihn erhobene Anklage vorbereiten? Das wäre höchst unfair. Lieutenant Scott ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, Sir. Zu Hause würde er sich innerhalb der Baracken bewegen können. Ich bitte um nicht mehr und nicht weniger als in dieser Situation.« Clark blickte erwartungsvoll zu McNamara, der darüber nachzudenken schien. »Colonel, Sie können doch nicht...« »Das könnte uns wer weiß, was wir Ärger einbringen. Ich denke, es wäre für alle Beteiligten das Beste, wenn er hier bliebe, wo er in Sicherheit ist.« »In Sicherheit, bis Sie das Erschießungskommando holen, Major«, murmelte Scott. McNamara strafte die beiden Lieutenant mit einem funkelnden Blick. »Schluss jetzt«, sagte er. »Lieutenant Hart, Sie haben vollkommen recht. Es ist wichtig, dass wir alle militärischen Vorschriften einhalten. Andererseits haben wir es mit einer Ausnahmesituation zu tun.« »Dass ich nicht lache«, schnaubte Scott und durchbohrte den höchstrangigen Offizier mit einem wütenden Blick. »Nichts weiter als die übliche Nigger-Justiz.« »Hüten Sie Ihre Zunge, wenn Sie mit einem Vorgesetzten sprechen«, schnauzte Clark erregt. Jetzt trat Tommy vor. »Sir, wo kann er denn schon hin? Was kann er machen? Wir sind hier immer noch alle miteinander Gefangene!« McNamara schwieg, während er zweifellos die Möglichkeiten sondierte. Mit rotem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen kämpfte er zwischen der Rechtmäßigkeit des Ersuchens und dem unbotmäßigen Benehmen des schwarzen Fliegers. Schließlich holte McNamara tief Luft und sagte mit tiefer, mühsam beherrschter Stimme, »In Ordnung, Lieutenant Hart. Lieutenant Scott wird morgen nach dem ersten Zählerappell in Ihre Obhut übergeben. Eine Nacht im Bau, Scott. Ich werde im Lager eine Erklärung abgeben und wir müssen eine Stube für ihn räumen. Er bleibt allein. Ich werde nicht dulden, dass er mit den anderen Männern normalen Umgang pflegt. Vielmehr wird er die unmittelbare Umgebung seiner Baracke nicht verlassen, es sei denn in Ihrer Gegenwart und zum Zweck von Ermittlungen, die für die Verteidigung relevant sind. Habe ich dazu Ihr Wort?« Er wollte es ja. Tommy entging nicht, dass dieses Arrangement mehr oder weniger dem entsprach, was Vincent Bedford gefordert hatte, vor seiner Ermordung. »Scott, ich brauche auch Ihr Wort,« zischte McNamara und fügte hinzu, »als Offizier und Gentleman natürlich.« Mit unverändert düsterem Blick kam Scott der Aufforderung nach. »Selbstverständlich«, sagte er, »als Offizier und als Gentleman. Sie haben mein Wort.« »Sehr schön. Dann werden wir«, »Sir«, unterbrach ihn Tommy, »Lieutenant Scotts persönliche Habe, Sir. Wann bekommt er Sie wieder?« Major Clark schüttelte den Kopf. »Gar nicht. Besorgen Sie ihm etwas anderes zum Anziehen, Lieutenant, denn Sie werden seine Jacke und seine Stiefel erst beim Tribunal wiedersehen.« »Und wieso?« fragte Hart. »Weil beide Kleidungsstücke mit Vincent Bedfords Blut getränkt sind,« erwiderte Major Clark höhnisch. Lincoln, Scott und Tommy Hart schwiegen. In der Ecke der Zelle verstummte das kritzelnde Geräusch des Bleistifts auf dem Stenoblock, nachdem Heinrich Fisser die letzten Worte übersetzt hatte. Als Tommy am späten Nachmittag aus dem Gefängnisblock trat, blickte er in einen dunklen, wolkenverhangenen Himmel und spürte den kalten Nieselregen im Gesicht. Er zog die Schultern ein, schlug den Kragen hoch und eilte zum Tor der amerikanischen Lagerabteilung. Vor Baracke 111 wartete, an die Wand gelehnt, Hugh Ranaday auf ihn. Hugh sog gierig den Rauch seiner Zigarette ein, an der Kippe zündete er sich eine neue an und starrte in den Himmel. »Bei uns zu Hause kommt der Frühling auch immer so spät,« sagte Hugh gedankenverloren. »Wenn man denkt, es wird endlich warm und der Sommer steht vor der Tür, fängt es auch schon wieder an zu schneien oder zu regnen oder so.« »Genau wie in Vermont,« antwortete Tommy. »Wir nennen das nicht Frühling, sondern Schmuddelsaison, die Zeit zwischen Winter und Sommer, eine matschige, trübsinnige, vertane Übergangszeit.« »Mehr oder weniger wie hier,« sagte Hugh. »Mehr oder weniger.« Die beiden Männer mussten kurz lächeln. »Was hast du denn von unserem verrufenen Mandanten erfahren?« »Er bestreitet das Geringste, mit dem Mord zu tun zu haben, aber« »Ach, Tommy.« »Aber ist ein schreckliches Wort,« unterbrach ihn Hugh. »Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, das mir nicht gefällt, was ich gleich zu hören bekomme.« Weil McNamara und Clark mitten in unsere Unterredung hereinschneiden und Clark verkündete, auf Scotts Stiefel und Jacke würde sich Vincent Bedford's Blut befinden. Ich vermute mal, das meinte er vorhin, als er behauptete, sie hätten genug Beweise, um ihn zu verurteilen. Hugh blies langsam den Rauch aus. »Das ist ein Problem,« sagte er. »Lut an den Stiefeln und ein blutiger Schuhabdruck im Mord.« »Verdammter Mist.« »Es kommt noch schlimmer.« Tommy sprach leise. Hugh schnaubte ungläubig und sah Tommy mit großen Augen an. »Noch schlimmer?« »Ja.« »Lincoln Scott hatte die Gewohnheit, mitten in der Nacht von seiner Pritsche aufzustehen und auf die Toilette zu gehen, hat sich aus der Stube geschlichen und ist auf das Klo am Ende des Flurs gegangen, um auf das Zartgefühl weißer Offiziere Rücksicht zu nehmen, die es als Zumutung empfinden, wenn ein Schwarzer dasselbe Klo benutzt wie sie. Das hatte auch letzte Nacht getan und sich eine Kerze angezündet, um leichter hinzufinden.« Hugh sagte mit dem Rücken an die Holzwand. »Und das Problem ist,« fuhr Tommy fort, »dass ihn wahrscheinlich jemand gesehen hat. Er ist also irgendwann im Lauf der Nacht nicht in seiner Stube, und irgendwo im Lager gibt es jemanden, der das bezeugen wird.« Clark wird sagen, damit sei bewiesen, dass er zu dem Mord Gelegenheit hatte. »Der gefährlichste Klogang seines Lebens.« »Habe ich auch gedacht.« »Haben Sie Scott das schon erklärt?« »Nein. Ich kann nicht gerade behaupten, dass unsere erste Unterredung reibungslos verlaufen wäre.« Hugh warf seinem Freund einen fragenden Blick zu. »Ist sie nicht?« »Nein. Lieutenant Scott hat ... Nun ja, er schätzt seine Aussicht auf Gerechtigkeit eher gering ein.« »Was hat er ...« »Er glaubt, dass der Fall längst entschieden ist.« »Und da kann er richtig liegen.« »Ich kann ihm leider nicht widersprechen,« murmelte Renaday. Tommy zuckte mit den Schultern. »Schauen wir mal.« »Und was haben Sie in Erfahrung gebracht? Besonders was unseren Freund Fisser betrifft? Er scheint ein bisschen anders zu sein als die übrigen Luftwaffenoffiziere?« »Ja.« »Genau mein Eindruck, Tommy. Besonders nachdem ich ihn in diesem Abort beobachtet habe. Wetten, der Mann hat schon mehr als einen Tatort gesehen? Der hat den Abort wie eine archäologische Fundstätte durchsiebt, jeden Zentimeter unter die Lupe genommen und dabei kein Wort gesagt. Hat sogar meine Anwesenheit völlig ignoriert, bis auf ein einziges Mal. Und das hat mich einigermaßen überrascht.« »Was hat er gesagt?« »Er hat auf den Stiefelabdruck gezeigt und vielleicht eine Minute lang draufgestarrt, als stünde da eine Rede auf dem Boden, die er sich ins Gedächtnis einprägen will. Dann hebt er den Kopf, sieht mich an und sagt, »Flying Officer, vielleicht wäre es ganz nützlich, wenn Sie sich ein Blatt Papier nehmen und das hier so gut es geht nachzeichnen würden.« »Hab ich mir nicht zweimal sagen lassen.« »Ich habe noch mehr Zeichnungen gemacht. Einen Grundriss, ein paar Skizzen vom Abort und von der Leiche und der Kabine, in der sie gefunden wurde. Ich habe versucht, Bedford möglichst detailliert festzuhalten mit den Wunden. Als mir das Papier ausging, hat Visser einem von seinen Schlägern befohlen, mir einen brandneuen Block aus dem Büro des Kommandanten zu besorgen. Könnte sich in den nächsten Tagen als nützlich erweisen.« »Seltsam«, sagte Tommy. »Klingt fast so, als versuchte er uns zu helfen.« »Sah tatsächlich danach aus.« »Aber ich traue dem Mann keine Sekunde über den Weg.« Tommy ließ sich mit dem Rücken an die Baracke fallen. Der kleine Dachüberstand schützte sein Gesicht vor dem Nieselregen. »Ist Ihnen im Abort auch etwas aufgefallen?«, fragte Tommy. »Allerdings.« Vic wurde nicht in der Latrine ermordet. Ich weiß zwar nicht wo, aber da jedenfalls nicht. Dahin wurde er vom Mörder oder von den Mördern geschleppt, nachdem er tot war.« »Genau das habe ich auch gedacht.« sagte Hugh und grinste. »Schafer Blick, Tommy. Ich habe etwas Blut an Trader Wicks Hemd gesehen, aber nicht an seinen nackten Oberschenkeln. Auch keins auf dem Latrinensitz oder auf dem Boden rings um seine Leiche. Wo ist denn das viele Blut? Wenn man jemandem die Kehle aufschlitzt, müsste alles voller Blut sein. Ich habe mir auch die Wunde am Hals von Nahem angesehen, direkt nach Fisser. Der hat mit seiner einen Hand wie ein Experte an die Wunde gefasst, etwas Blut abgewischt und mit den Fingern die Schnitttiefe gemessen. Natürlich ist die Halsvene durchtrennt, aber der Schnitt ist maximal fünf Zentimeter tief, wenn überhaupt. Fisser sagt kein Wort, dreht sich zu mir um, hält die Hand hoch und gibt die Schnitttiefe mit Zeigefinger und Daumen an. Branday machte die Geste nach. Und dann wäre da natürlich auch noch die Kleinigkeit mit Wicks nahezu abgetrenntem Finger und den kleineren Schnittwunden an den Händen. Als hätte er versucht, sich vor einem Angriff mit einem Messer zu schützen. Ganz genau, Tommy. Abwehrverletzungen. Tommy nickte. Also ein Tatort, der keiner ist. Ein Crowd, der sich den Anschein gibt, als würde er der falschen Seite helfen. Ich würde sagen, das wirft ein paar Fragen auf. In der Tat, Tommy. Fragen sind schön und gut, Antworten wären noch besser. Sie haben McNamara und Clark gesehen. Genügt es Ihrer Meinung nach, hinsichtlich der Anklagepunkte jede Menge Zweifel zu sehen? Nein. Glaube ich auch nicht. Hugh zündete sich die nächste Zigarette an und blickte den Rauchkringeln hinterher, die er in die Luft blies. Dann starrte er auf die glühende Spitze. Bevor wir abgeschossen wurden, lag Philip uns damit in den Ohren, die Dinger brechen uns noch mal um. Mag er sein, aber. Wie es aussieht, sind Sie derzeit auf der Liste tödlicher Gefahren auf Rang fünf oder sechs abgeschlagen. Weit hinter den deutschen oder einer tödlichen Krankheit. Oder Gott weiß was. Und im Moment dringt sich mir die Frage auf, ob für uns nicht gerade noch ein paar neue Gefahren auf der Liste dazukommen. Tommy nickte, während er in seine Tasche griff und eine Packung Zigaretten hervorzog. Hatten Sie Philip über alles auf dem Laufenden, sagte er, und lassen Sie kein Detail aus. Hugh lächelte. Wenn nicht das wahr, gelauert der Kerl mir im Morgengrauen auf und erschießt mich eigenhändig. Bestimmt läuft der Arme längst in der Stube auf und ab und benimmt sich wie ein etwas zu alt geratenes Kind vor der Weihnachtsbescherung. Er nahm den letzten Zug von seiner Zigarette und schnippte die Kippe weg. Ich mach mich dann mal besser auf die Socken, bevor er vor lauter Anspannung und Neugier einen Schwächeanfall kriegt. Was steht morgen an? Morgen lernen Sie Lieutenant Scott kennen. Ich verlasse mich auf das wachsame Auge des Polizisten, okay? Selbstverständlich. Auch wenn das Ganze für mich unendlich viel einfacher wäre, hätte ich es mit einem kanadischen Holzfäller zu tun. Einem Betrunkenen, wenn möglich. Als Tommy die Stube betrat, in der Trader Vic geschlafen hatte, empfingen ihn böse Blicke und berätes Schweigen. Die sechs verbliebenen Stubenbewohner packten gerade ihre dürftige Habe zusammen, um in eine andere Unterkunft umzuziehen. Decken, dünne kratzige Bettwäsche aus deutschen Beständen, die wenigen Kleidungsstücke zum Wechseln sowie die Lebensmittel vom Roten Kreuz wurden zu kleinen Türmen auf dem Boden gestapelt. Selbst die strohgefüllten Auflagen holten die Männer von ihren Pritschen und falteten sie für den Transport. Tommy trat an Lincoln Scotts Koje heran. Er sah die Bibel und Gibbons Verfall und Untergang des römischen Imperiums auf einem aus drei Holzkisten zusammengeschusterten Tisch. In der obersten Kiste befand sich Scotts Lebensmittelvorrat, die Konservendosen mit Fleisch und Gemüse, Kondensmilch, Kaffee, Zucker und Zigaretten, die der schwarze Flieger gehortet hatte. Außerdem besaß er einen Dosenöffner sowie eine selbstgemachte kleine Bratpfanne, die er aus dem Deckel eines deutschen Abfalleimers gefertigt hatte, versehen mit einem Metallstiel, den er in einen kleinen Schlitz im Deckel gesteckt hatte. Ein um den Stiel gewickelter Lumpen diente als Griff. Tommy bewunderte die Konstruktion der Pfanne, die den Erfindungsreichtum der Kriegsgefangenen belegte. Die Energie, aus nichts etwas zu machen, zeichnete alle Lagerinsassen aus. Einen Moment lang stand Tommy neben der Schlafstadt und starrte auf den armseligen Besitz, und ihm wurde schmerzlich bewusst, was für ein eingeschränktes Leben die Internierten führten. Die Kleider, die sie am Leibe trugen, etwas zu essen, ein paar zerfledderte Bücher. Sie waren alle arm. Langsam drehte er sich um. Zwei der Stubengenossen kamten in einer Holztruhe. Schon die Truhe als solche war ein ungewöhnlicher Anblick. Sie stammte eindeutig aus einer Schreinerwerkstatt. Kasten und Deckel passten perfekt aufeinander, sodass sie sicher zu verschließen war, und die Flächen waren liebevoll glatt geschmirgelt und auf Hochglanz gewachst. In verschnörkelten Lettern waren Vincent Bedfords Name, Rang und Kennmarke in das helle Holz geschnitzt. Die beiden Männer waren emsig damit beschäftigt, Lebensmittel von Kleidungsstücken zu trennen, und, zu Tommys Überraschung, holte einer von ihnen eine Leica zwischen den Kleidern heraus. »Sind das Wichssachen?« fragte er. Eine dämliche Frage, dachte er, die er sich hätte sparen können. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen, bevor die Männer antworteten. »Wessen sonst?« Tommy kam näher heran. Einer der Männer faltete einen dunkelblauen Pullover zusammen. Er war aus dicker, engmaschig gestrickter Wolle. »Von der deutschen Marine«, dachte Tommy. So einen Pullover hatte er erst einmal gesehen, an der Leiche eines U-Boot-Matrosen, der in Nordafrika nicht weit von ihrem Stützpunkt an Land gespült worden war. Zwischen den Arabern, die den Toten gefunden und ihn in der Hoffnung auf Entlohnung zu den Amerikanern gebracht hatten, entbrannte ein Streit um den Pullover. Er war überaus warm und das natürliche Wollfett war wasserabweisend. Für die Insassen des Stalag Luft 13 war dieser Pullover zweifellos im strengen bayerischen Winter ein heiß begehrtes Handelsgut. Tommy konnte die Augen nicht von den Reichtümern lassen, die sich dort vor seinen Augen stapelten, und beinahe hätte er vor Bewunderung für Trader Wicks Schatz einen Pfiff ausgestoßen. Er zählte allein mehr als zwanzig Stangen Zigaretten. Im Lager, in dem Zigaretten die geltende Währung des Tauschhandels waren, hatte es Bedford zum Multimillionär gebracht. »Es muss ein Radio dabei sein«, sagte er. »Höchstwahrscheinlich ein gutes. Wo ist das?« Einer der Männer nickte, ohne sofort zu antworten. »Wo ist das Radio?«, wiederholte er seine Frage. »Geht's Ihnen Dreck an, Hart?«, murmelte der Mann, der in den Sachen wühlte. »Es ist versteckt.« »Was geschieht mit Wicks Sachen?«, wollte Tommy wissen. »Was geht Sie das an, Lieutenant?« Der andere Kriegsgefangene an der Truhe drehte sich plötzlich zu ihm um. »Ich meine, was interessiert Sie das? Haben Sie nicht alle Hände voll damit zu tun, diesen Negermörder zu verteidigen?« Tommy schwieg. »Dieses Arschloch«, platzte einer der beiden heraus. »Wir sollten den Bastard einfach abknallen.« Er sagt, er war's nicht, bemerkte Tommy kühl, wofür er wütendes Zischen und Schnauben erntete. Der Flieger, der vor der Truhe kniete, hob eine Hand, um die anderen Männer in der Stube zu besänftigen. »Sagt er.« »Klar doch. Was haben Sie erwartet? Der Bursche hat keine Freunde. Vincent dagegen war allseits beliebt. Außerdem konnten die beiden sich vom ersten Moment an nicht riechen. Nach dieser Prügelei hat sich der Kerl wahrscheinlich gedacht, dass er Wick lieber unschädlich macht, bevor Wick ihn erwischt. Genau wie ein gottverdammter Luftkampf-Lieutenant. Worauf sind Kampfflieger gedrillt, hä? Im Grunde gibt es für Kampfpiloten nur eine einzige unumstößliche Regel. Schieß, bevor der andere schießt.« Im Hintergrund ertönte zustimmendes Gemurmel. Der Flieger sah Tommy ins Gesicht, während er in mühsam beherrschtem kaltem Ton weitersprach. »Schon mal von einem Laughbury-Kreisel gehört Hart?« »Einem was?« »Einem Laughbury-Kreisel. Das lernt man am ersten Tag der Kampfflieger-Ausbildung, bei der deutschen Luftwaffe wahrscheinlich auch.« »Ich bin immer nur in Bombern geflogen.« »Also«, fuhr der Pilot fort, »der Laughbury-Kreisel ist nach Raoul Laughbury benannt, dem Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg. Im Prinzip geht das so. Zwei Jagdflugzeuge verfolgen einander, indem sie sich immer enger umkreisen, so wie der berühmte Affe, der das Wiesel jagt. Fragt sich nur, wer jagt wen? Vielleicht jagt in Wirklichkeit das Wiesel den Affen. Na jedenfalls ziehen sie ihre Kreise. Und der Pilot, der sich innerhalb der Bahn des anderen schneller dreht, ohne je abzusacken oder das Bewusstsein zu verlieren, gewinnt. Der andere stirbt. So einfach ist das. Böse Sache. Das ist ein Laughbury-Kreisel. Und genau das haben Vincent und der Neger miteinander gemacht. Nur, dass leider der Falsche gewonnen hat. Der Mann wandte sich wieder ab. »Was passiert jetzt mit Wegs Sachen?« fragte Tommy erneut. Ohne sich umzudrehen, zuckte der Pilot mit den Achseln und sagte, »Die Lebensmittel. McNamara hat gesagt, wir sollen sie unter uns aufteilen. Und in der ganzen Baracke 101. Uns bei dem großzügigen Spender vielleicht mit einem einmaligen kleinen Festessen bedanken. Einer Gedenkfeier sozusagen. Ein Abend, an dem hier in der ganzen Hütte ausnahmsweise mal keiner mit knurrendem Magen ins Bett geht. Die Zigaretten bekommt der Fluchtausschuss, wer auch immer dazugehören mag. Zur Bestechung der Fritze und anderen Frettchen. Die Kamera, das Radio und die Klamotten, das wird alles McNamara und Clark ausgehändigt. »Ist das hier alles?« »Das hier? Nein, natürlich nicht. Vic hatte mehrere Geheimverstecke im Lager. Verflucht nochmal hart. Vic hat die Dinger locker gesehen. Der war großzügig, Mann. Hat ihm nichts ausgemacht, sein Zeug mit anderen zu teilen, verstehen Sie? Ich meine, wir Jungs in seiner Stube hatten besseres Essen, mussten im Winter nicht so frieren und jeder hatte reichlich Zigaretten. Der Mann hat für uns gesorgt. Vic hätte uns mit heiler Haut durch den Krieg gebracht. Und das hat uns der Nigger, dem Sie jetzt helfen, vermasselt.« Der Mann sprang auf, machte einen Schritt vor und starrte Tommy Hart ins Gesicht. »McNamara und Clark sind persönlich vorbeigekommen und haben uns gesagt, dass wir unsere Sachen packen und ausziehen sollen, weil der Nigger alleine oder allenfalls mit ihnen hier einziehen soll. Ist vielleicht ganz gut so, sonst würde es der schwarze Mistkerl womöglich nicht mal bis zu seinem scheiß Prozess schaffen. Vic war einer von uns, vielleicht sogar der Beste von uns. Wenigstens wusste der Mann, wer seine Freunde sind, und er hat sich um sie gekümmert.« Der Flieger legte eine Pause ein und kniffte die Augen zusammen. »Sagen Sie, Hart. Wissen Sie, wer Ihre Freunde sind?« Als Tommy Hart endlich zur Scotts Zelle zurückkehren konnte, war es schon fast dunkel. Mit großer Überredungskunst hatte er einem Zimmergenossen einen olivfarbenen Rollkragenpullover abgeluchst, den dieser in einem Paket von zu Hause bekommen hatte. Außerdem hatte Tommy aus den spärlichen Beständen, die unter der Aufsicht von Kriegsgefangenen aus den Hilfspaketen des Roten Kreuzes zurückgelegt wurden, ein paar Stiefelgröße 13 rausgesucht. Die Kleidersammlung war normalerweise für Neuankömmlinge gedacht, die nach dem Abschuss mit zerfetzter Uniform im Stahlack ankamen. Darüber hinaus hatte er sich zwei dünne Decken von Scotts Pritsche unter den Arm geklemmt und aus seinen Vorräten eine Büchse Konservenfleisch, eine Dose Pfirsiche und einen halben Laib altbackenes Kriegsbrot eingepackt. Der Wärter vor der Zelle zögerte, Tommy mit all den Sachen einzulassen, und öffnete erst die Tür, nachdem ihm Tommy zwei Zigaretten angeboten hatte. In der Zelle herrschte Dämmerlicht, und durch den Belüftungsschacht nahe der Decke drang kalte Luft herein. Die schwache, nackte Glühbirne, die einzige Lichtquelle im Raum, richtete gegen die einsetzende Dunkelheit wenig aus. Wie bei seinem letzten Besuch kaute Scott in einer Ecke. Als Tommy eintrat, sprang er auf. »Ich habe getan, was ich konnte«, sagte Tommy und reichte ihm die Kleidungsstücke. Scott riss sie ihm aus der Hand. »Gott sei Dank«, sagte er, während er sich dem Pullover über den Kopf zog, in die Stiefel schlüpfte und sich eine Decke um die Schultern legte, bevor er ebenso gierig nach der Pfirsichdose griff. Er riss den Deckel auf und trank den süßen Saft aus, ohne einmal abzusetzen. Dann machte er sich über die Früchte her, und während er noch daran kaute, öffnete er die Dose mit dem Fleisch. »Langsam, nicht so hastig«, mahnte Tommy ihn leise. Dann hält es länger vor. Scott, der sich gerade das nächste Stück Fleisch in den Mund schieben wollte, hielt inne, dachte über Harz' Ratschlag nach und nickte. »Sie haben recht, aber ich bin völlig ausgehungert.« »Wir schieben alle ständig Hunger, Lieutenant. Das wissen Sie so gut wie ich.« Fragt sich nur, wie schlimm. »Daheim sagen wir schon, ich bin halb verhungert, wenn wir gerade mal sechs Stunden lang nichts zu essen bekommen haben. Wir setzen uns an den Tisch und langen zu. Schmorbraten vielleicht mit Gemüse und Frühkartoffeln und reichlich Soße. Oder ein gebratenes Steak mit Pommes frites und reichlich Soße.« »Hier im Lager kommen wir der Wahrheit schon ein bisschen näher. Für die Russen, diese armen Schweine, die neulich hier vorbeimarschiert sind, ist es allerdings noch näher an der Realität, meinen Sie nicht? Die sehen dem Hungertod ins Auge.« Scott legte erneut eine Pause ein und kaute dann langsam und bedächtig weiter. »Sie haben recht hart. Und Sie haben eine philosophische Ader. Das Stalag Luft 13 fördert meine kontemplative Seite. »Vermutlich, weil wir eins im Überfluss haben. Zeit.« »Da sagen Sie was Wahres.« »Mit Ausnahme von mir vielleicht«, fügte Scott hinzu, zuckte mit den Achseln und verzog die Mundwinkel zu einem bitteren Lächeln. »Brathähnchen«, sagte er leise und musste lachen. »Brathähnchen mit Gemüse und Kartoffelbrei. Das klassische Sonntagsessen der schwarzen Familiennacht im Gottesdienst. Und der Prediger wird auch eingeladen.« »Wenn das richtig zubereitet ist. Mit ein bisschen Knoblauch in den Kartoffeln und einer Prise Pfeffer auf dem Hähnchen, dazu Maisbrot und ein kühles Bier oder ein Glas frische Limonade.« »Und Bratensauce nicht zu vergessen«, fügte Tommy hinzu. Einen Moment lang schloss er die Augen. »Jede Menge. Sämige, braune Bratensauce. Oh ja, reichlich Soße. Und zwar so triefend fett und so dick, dass man sie kaum gießen kann. Dass der Löffel drin steht.« Wieder lachte Scott. Tommy bot ihm eine Zigarette an, die der schwarze Flieger annahm. »Die Dinger zügeln angeblich den Appetit«, sagte er und nahm einen Zug. »Mal sehen, ob das stimmt.« Scott betrachtete die leeren Dosen. »Was meinen Sie? Ob die mir als Henkers Mahlzeit Brathähnchen geben?«, fragte er. »Ist das nicht Tradition, dass sich der Verurteilte vor der Erschießung die letzte Mahlzeit aussuchen kann?« »Soweit ist es noch lange nicht«, erwiderte Tommy energisch. »Greifen wir den Dingen nicht vor.« Scott schüttelte fatalistisch den Kopf. »Jedenfalls danke für das Essen und die Klamotten hart. Ich werde versuchen, mich zu revanchieren.« Tommy holte tief Luft. »Sagen Sie, Lieutenant Scott, wenn Sie Vincent Bedford nicht umgebracht haben, wer dann? Und aus welchem Grund?« Scott wandte sich ab. Er blies Rauchkringel zur Decke und sah zu, wie sie in die Höhe schwebten und sich dann in der zunehmenden Dunkelheit verflüchtigten. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, antwortete er. Dann wickelte er sich fest in die Decken und glitt in der Ecke der Zelle langsam die Wände hinunter, als tauchte er in ein stilles, dunkles Gewässer. Draußen auf dem Flur wartete Fritz I. um Tommy ins amerikanische Lager zurückzubringen. Der Aufseher rauchte und trat nervös von einem Bein aufs andere. Als Tommy aus der Zelle kam, warf er die halbgerauchte Zigarette weg, was Tommy erstaunte, da Fritz I. genauso wie Hugh eindeutig nikotinsüchtig war und die Kippe erst wegwarf, wenn der letzte Krümel Tabak verglimmt war. »Es ist schon spät, Lieutenant«, sagte Fritz. »Bald geht das Licht aus. Sie sollten schleunigst in ihr Quartier zurück.« »Gehen wir«, sagte Tommy. Unter den Argus-Augen der beiden MG-Schützen auf dem nächstgelegenen Wachturm sowie eines Hundeführers auf Patrouille marschierten die beiden Männer Richtung Tor. Der Hund bellte Tommy an, wurde jedoch von seinem Halter mit einem ruckamglitzernden Kettenhalsband zur Ruhe gebracht. Das Tor fiel quietschend hinter ihnen zu, und die beiden Männer liefen zügig über den Exerzierplatz zur Baracke 101. Wahrscheinlich würde Tommy zu einem späteren Zeitpunkt Fritz I. zu verschiedenen Dingen befragen müssen. Für den Augenblick galt seine ganze Neugier dem Grund für die ungewöhnliche Eile, die das Frettchen an den Tag legte. »Höchste Zeit«, bekräftigte der Deutsche. »Warum haben Sie es so eilig?«, fragte Tommy. »Ich habe es nicht eilig«, wehrte Fritz I. ab, widersprach sich jedoch schon im nächsten Satz. »Sie müssen in Ihre Stube, schnell.« Sie erreichten einen schmalen Durchgang zwischen den Baracken. Dies war der schnellste Weg zur Baracke 101, doch Fritz I. packte Tommy am Arm und zerrte ihn zur Baracke 103. »Wir sollten hier lang gehen«, insistierte das vom Aufseher in die stockdunkle Gasse. Inzwischen waren die Suchscheinwerfer eingeschaltet und einer davon strich über das Dach der nächstgelegenen Baracke. In seinem Licht konnte Tommy die Nebelschwaden und den Nieselregen sehen, doch dann erkannte er, was am Ende der schmalen Gasse lag, wenn auch hinter zwei Baracken und somit außerhalb seines Blickfeldes. Der Abort, in dem Bedfordts Leiche entdeckt worden war. »Nein«, sagte Tommy schroff, »wir gehen hier lang.« Zugleich schüttelte er den Griff des Aufsehers ab und schritt entschlossen in die dunklen Schatten des Durchgangs. Nach kurzem Zögern folgte ihm der Deutsche. »Lieutenant, bitte«, flüsterte er, »ich habe Anweisung, Sie den Umweg zu führen.« »Anweisung? Von wem?«, fragte Hart, während er unbeirrt weiterging. In die Dunkelheit zwischen den Baracken fiel nur hier und da das schwache Licht aus den Stuben, in denen der bescheidene Strom noch nicht abgeschaltet war und in regelmäßigen Abständen der Strahl des Suchscheinwerfers. Fritz I. antwortete nicht, doch das erübrigte sich auch. Tommy Hart bog entschlossen um die Ecke. Draußen vor dem Abort standen drei Männer, Hauptmann Heinrich Fisser, Colonel McNamara und Major Clark. Als sie Tommy bemerkten, drehten sich die Offiziere um. McNamara schien aufgebracht, Fisser dagegen gelinde amüsiert. »Sie sind nicht befugt, hier zu sein«, schnauzte Clark. Tommy nahm Haltung an und salutierte steif. »Sir, falls das hier etwas mit dem laufenden Verfahren zu tun hat, abtreten, Lieutenant«, herrschte Clark ihn an. Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als aus dem Abort drei deutsche Soldaten kamen, die sich mit einer länglichen, in dunkles Tuch gehüllten Last abmühten. In der Plane wurde heimlich Bedfordts Leiche abtransportiert. Behutsam stiegen die Träger die Treppe herunter und legten den Toten ab. Dann standen sie vor Hauptmann Fisser stramm. Er erteilte ihnen einen Befehl auf Deutsch, woraufhin die Männer den Leichnam wieder hochhoben und um die Ecke trugen. In diesem Moment erschien ein weiterer deutscher Soldat im Eingang zum Abort. Er trug eine schwarze Metzgerschürze und hielt eine Scheuerbürste in der Hand, von der Seifenschaum heruntertropfte. Auch diesem Soldaten schnauzte Fisser einen Befehl zu. Der Mann schlug die Hacken zusammen und verschwand augenblicklich wieder im Abort. Clark trat dicht an Tommy heran. In barschem, wütendem Ton brachte er mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich wiederhole.« »Abtreten, Lieutenant«. Nun war es an Tommy, die Hacken zusammenzuschlagen, bevor er kehrtmachte und zu Baracke 101 ging. Er hatte mehrere interessante Beobachtungen gemacht, stellte er fest, wie zum Beispiel der seltsame Umstand, dass die Leiche des Ermordeten erst zwölf Stunden nach ihrer Entdeckung weggeschafft wurde. Und noch bemerkenswerter, den Abort, der normalerweise von den Internierten gereinigt wurde, schrubbte jetzt ein Deutscher. Vor dem Eingang zu seiner Baracke blieb er abrupt stehen. Nach der heimlichen Aktion, deren Zeuge er soeben geworden war, konnte er sich vom Abort keinerlei Indizien mehr erhoffen. Hatten McNamara und Clark dasselbe gesehen wie er und Hugh Ranaday? Wussten auch sie, dass Trader Wicks Ermordung nicht dort stattgefunden hatte? Er konnte nicht sagen, ob die beiden über die nötigen Kenntnisse verfügten, um aus einem Leichenfundort die richtigen Schlüsse zu ziehen. Eines jedoch stand für Tommy außer Zweifel. Hauptmann Fisser konnte die Zeichen lesen. Fragte sich also nur noch, ob der Deutsche seine Beobachtungen mit den amerikanischen Offizieren teilte. Eigentlich hätte er von diesem ereignisreichen Tag erschöpft sein müssen. Doch die offenen Fragen und Widersprüche, mit denen er sich herumschlug, hielten ihn noch lange nach der Löschung des Lichts hellwach. Und während seine Stubengenossen längst schnarchten oder in ihren wiederkehrenden Träumen leise stöhnten, lag er reglos auf seiner Pritsche, horchte auf die vertrauten Geräusche, starrte in die Dunkelheit und sah nichts anderes als Vincent Bedford's Leiche in der engen Kabine des Aborts und Lincoln Scott, wie er in der Ecke der Zelle kauerte. So seltsam es war, diese verstörenden Bilder, die ihn wach hielten, hatten eine anregende, fast euphorische Wirkung. Sie fielen aus dem gewohnten Rahmen, sie waren einzigartig und so spannungsgeladen, dass sein Herz schneller schlug und sein Kopf fieberhaft arbeitete. Irgendwann schlief er vor Vorfreude auf die Unterredung mit Philip Price am nächsten Morgen ein. Doch nicht die Morgendämmerung schreckte ihn aus dem Schlaf, sondern eine schwielige Hand, die sich ihm auf den Mund drückte. Er erschrak bis ins Mark. Als er auf seiner Pritsche hochfahren wollte, drückte ihn die Hand wieder herunter. Er wandte sich hin und her, um aufzustehen. Doch als er einen fremden Atem am Ohr spürte, blieb er stocksteif liegen. Eine Stimme zischte, »Keine Bewegung hart, rühren Sie sich nicht vom Fleck.« Die Stimme war leise, der Ton aalglatt, doch trotz seines wilden Herzklopfens zu verstehen. Obwohl er jetzt still da lag, wich die Hand nicht von seinem Mund. »Hör zu, Yankee«, wisperte die Stimme. »Zieh nicht nach oben, dreh dich nicht um. Hör mir einfach nur zu, dann passiert dir nichts. Schaffst du das? Dann nicke mit dem Kopf.« Tommy nickte. »Gut«, sagte die Stimme. Tommy registrierte, dass der Mann im stockdunklen Raum am Kopfende seiner Pritsche auf dem Boden knien musste. Nicht einmal der gelegentliche Silberstrahl eines Scheinwerfers, der die Baracke streifte, half ihm dabei, den Mann zu erkennen, der ihn festhielt, und zwar mit der linken Hand. Was er mit der rechten Tat. Ob er darin eine Waffe hielt, wusste Tommy nicht. Plötzlich hörte Tommy eine zweite Stimme von der anderen Seite der Liege. Er erschrak so heftig, dass er wohl am ganzen Körper zu zittern begann, denn nun drückte die Hand auf seinem Mund noch fester zu. »Frag ihn«, befahl die zweite Stimme. »Stell ihm einfach die Frage.« Der Mann an seinem Ohr grunzte leise. »Sag mal hart. Bist du ein guter Soldat? Kannst du einem Befehl gehorchen?« Wieder nickte Tommy. »Gut«, zischte die erste Stimme. »Hab ich mir doch gedacht. Das ist nämlich alles, was wir von dir verlangen. Du brauchst nichts weiter zu tun. Und erinnerst du dich, wie dein Befehl lautet.« Er nickte wieder. »Du hast den Befehl hart, der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Nicht mehr und nicht weniger als das. Wir können uns doch wohl auf dich verlassen, Harter. Dass du für Gerechtigkeit sorgst.« Er versuchte, etwas zu sagen, wurde jedoch von der Hand auf seinem Mund daran gehindert. »Nicken Sie einfach noch mal, Lieutenant.« Er nickte zum dritten Mal. »Wir wollen nur sicher gehen, Harter. Wer wollte schon, dass die Gerechtigkeit vereitelt wird? Du bist also fest entschlossen, für Gerechtigkeit zu sorgen.« Tommy rührte sich nicht. »Klar wirst du das«, zischte die Stimme ein letztes Mal. »Das weiß hier jeder im Lager.« Tommy spürte, dass der Mann zu seiner Linken Richtung Tür schläg. »Nicht umdrehen, nichts sagen. Keine Kerze anzünden. Bleib einfach nur stilllegen, Harter. Und niemals vergessen, dass du nur eine Aufgabe hast. Gehorche einfach nur deinen Befehlen.« Der nächtliche Besucher drückte noch einmal schmerzhaft zu, bevor er in der Dunkelheit verschwand. Tommy hörte, wie die Tür geöffnet und dann knarrend zugezogen wurde. Tommy schnappte wie ein Fisch auf dem Trocknen nach Luft, wagte jedoch nicht, sich zu rühren. Erst nach einer Weile drangen die Geräusche der anderen Männer wieder an sein Ohr. Doch es dauerte noch lange, bis das Hämmern in seiner Brust sich legte und er ruhig atmen konnte. Drohungen Als die Lagerinsassen zum Morgenappell aus ihren Baracken strömten, sagte Tommy kein Wort. Der Himmel hatte sich von trübem Grau zu mattem Silber gelichtet und versprach das Ende des Regens. Zwar war es nicht mehr so kalt wie am Vortag, dafür aber noch immer unangenehm feucht. Ringsum waren die üblichen Klagen, das missmutige Gemurmel und der eine oder andere Kraftausdruck zu hören, als sie wie jeden Tag zur langwierigen Prozedur des Zählerappells in Fünferreihen Aufstellung nahmen. Wie immer schritten die Aufseher die Reihen ab, zählten lautstark auf Deutsch und fingen jedes Mal von vorne an, wenn sie den Faden verloren hatten oder wenn sie von einem Kriegsgefangenen angesprochen und abgelenkt worden waren. In der Hoffnung, die beiden nächtlichen Besucher wiederzuerkennen, horchte Tommy auf jedes vernehmbare Wort des gedämpften Stimmengewirrs. Sie standen bequem und Tommy gab sich alle Mühe, äußerlich so gelangweilt zu erscheinen wie an hunderten ähnlichen Vormittagen, innerlich aber war er zum Zerreißen gespannt. Durch seinen Kopf jagten Gedanken, er war von einer brodelnden, ungewohnten Rastlosigkeit erfasst und mit ein wenig mehr Lebenserfahrung hätte er sie als das erkannt, was sie war. Angst. Diese Angst war etwas anderes als die allgegenwärtige Angst, an die er und die anderen Flieger sich im Lauf ihrer Mission gewöhnt hatten. Die Angst, jeden Moment in einen Flackfeuersturm zu geraten. Am liebsten hätte er sich blitzschnell umgedreht und die Gesichter hinter sich abgesucht, da er fest davon überzeugt war, dass die beiden Männer, die sich an sein Bett geschlichen hatten, ihn in diesem Moment beäugten. Unauffällig blickte er nach links und nach rechts, um die Männer irgendwo in der Formation auszumachen. Jemand beobachtete ihn. Doch er wusste nicht, wer. Wie jeden Morgen gab es in den Reihen der internierten Murren und Beschwerden. Der Appell verlief genauso wie immer, wenn man davon absah, dass zwei Männer fehlten. Einer war tot, der andere war des Mordes angeklagt und saß in Einzelhaft. Tommy atmete tief aus und musste sich zusammenreißen, um nicht zappelig zu werden. Er merkte, wie sein Herz schneller schlug, und dass er den festen Druck der Hand auf seinem Mund immer noch fast körperlich spürte, machte es nur noch schlimmer. Ihm wurde ein wenig schwindelig und seine Haut brannte, besonders im Rücken, als ob ihn der Blick der Unbekannten versenkte. Die kühle Morgenluft, nach der er gierig schnappte, tat ihm wohl. Sie schmeckte wie die glatten Kieselsteine am Grund der reißenden heimischen Gewässer, die er an heißen Tagen beim Forellenangeln in den Mund nahm. Er schloss einen Moment die Augen und stellte sich die schmalen Stromschnellen des Batonkill oder des White River vor, in denen der frisch geschmolzene Schnee aus den Green Mountains gurgelnd und schäumend zu den größeren Wasserfällen des Connecticut oder des Hudson strömte. Das Bild beruhigte ihn. In seiner Nähe zählte eins der Frettchen mürrisch brüllend die Internierten ab. Als er die Augen öffnete, stellte er fest, dass sie mit der Prozedur fast fertig waren. Er blickte quer über den Platz und sah, wie auf Kommando, Oberst von Reiter in Begleitung von Hauptmann Fisser aus dem Verwaltungsbau treten und an einem Spalier salutierender Lageraufseher vorbei auf das Tor zur amerikanischen Abteilung eilen. Wie immer war von Reiter makellos korrekt gekleidet. Es hätte Tommy nicht gewundert, hätten die messerscharfen Bügelfalten seiner Uniformhose bei jedem Schritt wie Säbel gerasselt. Fisser dagegen wirkte ein wenig zerknittert, als hätte er die Nacht in seiner Uniform geschlafen. Obwohl der Ärmel des Wintermantels hochgesteckt war, flatterte er im Wind, als der Hauptmann versuchte, mit dem Lagerkommandanten Schritt zu halten. Tommy entging nicht, dass der Hauptmann den Blick aufmerksam über die Köpfe der internierten Schweifen ließ, die jetzt Haltung annahmen. Fisser betrachtete die Reihen der Gefangenen mit mehr oder weniger verhohlenem Ärger. Von Reiter erinnerte Tommy trotz der preußischen Erscheinung und dem militärischen Gehabe an eine Karikatur aus einem Propagandaplakat, nichts weiter als ein aufgeblasener Gefängniswärter. Fisser dagegen. Der war der Feind. Colonel McNamara und Major Clark gingen den deutschen Offizieren entgegen. Nach kurzem wechselseitigem Salut und einem knappen Wortwechsel im Flüsterton drehte sich McNamara um, trat vor die Reihen der Kriegsgefangenen und sprach zu den versammelten Männern. »Gentlemen«, rief der Colonel. Augenblicklich verstummte das Gemurmel. Die Soldaten reckten die Köpfe, um zu hören, was ihr Oberbefehlshaber ihnen zu sagen hatte. »Inzwischen haben sie alle von dem abscheulichen Mord an einem aus unseren Reihen erfahren. Jetzt ist es an der Zeit, mit den Gerüchten und Spekulationen Schluss zu machen, die sich um diesen unseligen Vorfall ranken.« McNamara schwieg, bis er in der Menge Tommy Hart entdeckt hatte. »Captain Vincent Bedford wird heute Mittag mit militärischen Ehren auf dem Friedhof hinter Baracke 119 beigesetzt. Kurz darauf wird der Mann, der dieses Mordes angeklagt ist, aus der Einzelhaft in den Gewahrsam seines Rechtsbeistandes Lieutenant Thomas Hart in Baracke 101 überführt. Lieutenant Scott steht unter Arrest und darf seine Unterkunft in der Baracke nicht verlassen, außer zum Zweck zulässiger Nachforschungen, die der Vorbereitung seiner Verteidigung dienen.« McNamara wandte den Blick von Tommy ab und ließ ihn über die versammelten Offiziere schweifen. »Niemand wird Lieutenant Scott bedrohen. Niemand spricht mit Lieutenant Scott, es sei denn, um ihm sachdienliche Informationen mitzuteilen. Nochmals, Lieutenant Scott steht unter Arrest und hat so behandelt zu werden. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt?« Die Antwort war ein helliges Schweigen. »Gut«, fuhr McNamara fort. »Lieutenant Scott wird binnen vierundzwanzig Stunden zu einer Anhörung vor einem Militärgericht erscheinen. Im Hauptverfahren wird er sich nächste Woche verantworten müssen.« Nach kurzem Zögern fügte die Unschuldsvermutung, bis ein Militärgericht zu einem anderen Schluss gelangt. »Jedes zu Widerhandeln gegen diese Anweisung wird streng geahndet.« Der Colonel stand mit straffen Schultern, leicht gegrätschten Beinen und im Rücken verschränkten Händen vor den Reihen. Die Eindringlichkeit seines Befehls hatte die Kriegsgefangenen wie ein Meer überrollt. Bis in die hintersten Reihen war kein Muckser zu hören. Tommy atmete langsam aus. Hatte diese Ansprache dazu dienen sollen, die Vorurteile gegen Scott unter den Lagerinsassen weiter zu schüren, so hatte er das in Tommys Augen meisterhaft angestellt. Selbst die Erinnerung an die Unschuldsvermutung hatte aus seinem Mund wie das genaue Gegenteil geklungen. Am liebsten wäre er vorgetreten und hätte etwas zu Lincoln Scotts Verteidigung gesagt. Doch er biss sich auf die Zunge und bezähmte den Impuls, denn er wusste, dass er damit der Sache des Angeklagten nicht nur keinen Dienst erweisen, sondern ihr nur schaden konnte. So blieb er schweigend stehen. McNamara wartete einen Augenblick und drehte sich dann zu den deutschen Offizieren um. Sie salutierten, wobei von Reiter wie gewohnt seine Reitgärte an den Schirm seiner Mütze tippte und anschließend mit einem leisen Knall an den gewienerten Stiefelschaft schlug. Jetzt trat Major Clark vor die Reihen der Amerikaner. Er näherte sich der ersten Reihe wie ein Boxer dem angeschlagenen Gegner, der in den Seilen hängt. Dann nahm er die Flieger ins Visier und brüllte »Wegtreten!« Ohne ein Wort zerstreuten die Männer sich über das Gelände. Fritz I war nirgends zu entdecken, was Tommy erstaunte. Dafür wusste ein anderer Aufseher über Tommys Sonderrechte Bescheid und ließ sich mit zwei Zigaretten dazu erweichen, ihn durch das Tor an der Lagerverwaltung, den Duschen und dem Bau vorbei zur nördlichen Abteilung zu geleiten, obwohl er gerade mit der höchst verantwortungsvollen und dringlichen Aufgabe beschäftigt war, im Lehm unter Baracke 121 herumzustochern. Direkt hinter dem Stacheldraht wartete Hurenaday bereits auf ihn. Seine Ungeduld verrät sich wie immer am aggressiven Schritt, mit dem er im Kreis lief und an der Art, wie er unablässig an seiner Zigarette zog. Als er Tommy sah, blieb er stehen und winkte. »Kannst kaum erwarten, loszulegen, Herr Verteidiger. Kommen Sie schon, Philipp ist so unruhig wie eine läufige Hündin. Er hat schon ein paar Ideen.« Hugh hielt mitten in seinem Wortschwall inne und starrte den Amerikaner an. »Tommy, was haben Sie denn mit Ihnen gemacht?« »Was sieht man mir das so deutlich an?«, fragte Tommy. »Blas und abgespannt, mein Freund. Konnten Sie nicht schlafen?« Tommy brachte ein Lächeln zustande. »Jemand wollte mich nicht schlafen lassen. Das trifft es wohl besser. Kommen Sie, am besten erzähle ich es Philipp und Ihnen zusammen.« Hugh nickte stumm und die beiden Männer durchquerten im Eilschritt das britische Lager. Tommy schmunzelte innerlich über diesen besonderen Charakterzug seines Freundes. Nur wenigen gelingt es, augenblicklich den Mund zu halten und nicht nachzubohren, wenn ihre Neugier geweckt ist. Es hatte mit Umsicht und Verschwiegenheit zu tun. Ob Hugh diese wortkarge Effizienz, diese Selbstkontrolle und scharfe Beobachtungsgabe auch im Cockpit an den Tag gelegt hatte? »Bestimmt«, dachte Tommy. Philipp Price wartete in der Stube, die er mit Renaday teilte. So wie er sich, einen spitzen Bleistiftstummel zwischen den aristokratisch feingliedrigen Fingern, an einem grob gescheinerten Schreibtisch über ein Blatt beugte, auf dem er sich emsig Notizen machte, erinnerte er an einen Mönch in seiner Klause. Eine Zigarette war über die Kante des Tisches abgelegt worden, sodass die Asche auf den Boden fiel. Price lächelte, sah sich nach dem Glimmstängel um, griff nach ihm und fuchtelte damit wie ein Dirigent beim Crescendo Furioso durch die Luft. »Jede Menge Ideen, mein lieber Junge, jede Menge Ideen!« Dann mustete er Tommy und sagte, »Ah, offenbar ist in den letzten Stunden noch mehr passiert. Was für Neuigkeiten bringen Sie mit, Herr Verteidiger?« »Ein kleiner nächtlicher Besuch, so etwas wie eine Selbstschutzabordnung oder auch die Ortsgruppe des Ku Klux Klan.« »Sie wurden bedroht?«, fragte Renaday. »Nein, die Herrschaften wollten mir nur etwas einbläuen, das ihnen ungeheuer wichtig erschien.« Tommy erzählte den Freunden, wie ihn die Hand auf seinem Mund aus dem Schlaf gerissen hatte. Während er von dem Vorfall berichtete, merkte er, wie der Schock über das Erlebnis nachließ. Doch er machte sich nichts vor, möglicherweise war die Erleichterung ebenso trügerisch wie die Angst. Er fasste den Beschluss, sich gegenüber seinen Emotionen eine gewisse Skepsis zu wahren und sich weder von Panik mitreißen zu lassen, noch in falscher Sicherheit zu wiegen. »Ich solle mich einfach an die Anweisungen halten, haben sie gefordert,« fasste er die Begebenheit zusammen. »Mist, Kerle,« platzte Hugh heraus. »Feiglinge! Wir sollten das dem Colonel melden und«, Philip Price hob die Hand und schnitt ihm das Wort ab. »Erstens, mein Junge, werden wir der gegnerischen Partei keinerlei Informationen zukommen lassen, auch nicht, wenn es um Einschüchterungsversuche und Drohungen geht. Das schwächt uns nur und stärkt die Position des Gegners. Habe ich recht?« Er griff zu einer neuen Zigarette, ohne die andere fertig zu rauchen, zündete sie sich an und blies genüsslich eine lange, dünne Rauchsäule aus. Während sich sein Blick in der zarten Rauchwolke über ihm verlor, sagte er bedächtig, »Tommy, seien Sie so gut.« »Eine lückenlose Beschreibung von allem, was Sie seit Ihrem Abschied von Hugh gemacht und gesehen haben. Geben Sie uns, soweit Sie sich erinnern können, jedes Gespräch Wort für Wort wieder.« Tommy nickte. Er ließ sich Zeit und rekonstruierte jeden seiner Schritte, jede Beobachtung und jeden Eindruck der letzten Nacht. Hugh lauschte mit verschränkten Armen an eine Wand gelehnt. Price hatte es sich auf seinem Stuhl bequem gemacht und kippelte ein wenig vor und zurück, sodass die Holzlatten unter ihm knarrten, und starrte weiter zur Decke. Als Tommy geendet hatte, sah er den Engländer an, der aufhörte zu wippen und sich zu ihm nach vorne beugte. Einen Moment lang wirkte er im schwachen Licht, das durch die schmutzige Scheibe drang, wie ein Mann, der soeben Bekanntschaft mit dem Tod gemacht hatte und ihm noch einmal mit knapper Not entkommen war. Im nächsten Augenblick war die hinfällige, ausgezehrte Erscheinung verschwunden und an ihre Stelle der kantige, selbstbewusste Akademiker getreten, der das Gesicht zu diesem typischen, verschmitzt, lebhaften Lächeln verzog. Als Yankee haben diese nächtlichen Besucher Sie bezeichnet, sagen Sie? Ja. Interessant. Was für eine aussagekräftige Wortwahl. Konnten Sie die beiden auch sonst durch irgendwelche sprachlichen Besonderheiten als Südstaatler identifizieren? Haben Sie die Silben gedehnt, diesen typischen Singsang an den Tag gelegt? Haben Sie mit ein paar Yorl oder Ain't ihre geografische Herkunft verraten? Ein Yorl habe ich in Erinnerung, erwiderte Tommy. Aber Sie haben geflüstert. Da hört man Tonfall und Akzent nicht so leicht heraus. Price nickte. Ja, das stimmt. Aber das Wort Yankee weist schon in eine eindeutige Richtung, da stimmen Sie mir zu, hm? Ja, ein Nordstaatler hätte mich nie so angesprochen, genauso wenig wie jemand von der Westküste oder aus dem Mittleren Westen. Natürlich weckt das Wort Assoziationen. Man denkt unwillkürlich in eine bestimmte Richtung, nicht wahr? Tommy schmunzelte. Allerdings, Philipp. Allerdings. Was folgern Sie daraus? Price nieste laut und sah dann grinsend zu Tommy auf. Na ja, sagte er zum Auftakt seines Vortrags. In meinem Beruf habe ich ganz ähnliche Erfahrungen wie Hugh gemacht. In 99 Prozent der Fälle ist es tatsächlich der unglückselige Holzfäller gewesen, auf den alle Indizien der grausigen Tat weisen. Normalerweise ist das Offensichtliche auch wahr. Er schwieg und verzog das ganze Gesicht zu einem listigen Grinsen. Aber da gibt es natürlich auch immer wieder die seltene Ausnahme von der Regel, nicht wahr? Und ich gehöre zu den Menschen, die sich lieber auf solide Tatsachen stützen, als sich durch irgendwelche Äußerungen zu voreiligen Rückschlüssen hinreißen zu lassen. Als trieben ihn seine Ideen um, hielt es Price nicht länger auf dem Stuhl. Er lief durch die Stube, öffnete ein Kästchen, das er von einem Geschenkpaket aufbewahrt hatte, und holte Tee sowie Tassen heraus. Philipp, sagte Tommy, der zum ersten Mal an diesem Morgen ein wenig Erleichterung empfand. Sie schlauer Fuchs, Sie wissen was. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Nein, nein, das wäre übereilt, erwiderte Price sichtlich vergnügt. Solange ich nicht ein paar Fakten mehr in der Hand habe, hüte ich mich vor Spekulationen. Tommy, seien Sie so gut und legen Sie ein bisschen Holz nach. Trinken wir erst mal eine gute Tasse Tee. Ich habe ein paar Notizen zu Verfahrensfragen für Sie gemacht, die Ihnen als Verteidiger nützlich sein könnten, und außerdem ein paar Ermittlungsansätze aufgelistet. Price zögerte einen Moment, bevor er weitersprach, und der plötzliche Wechsel zu einem ernsten Tonfall verlieh seinen Worten in Tommys Augen besonderes Gewicht. Wie ich vermute, sind die nächsten Stunden von entscheidender Bedeutung. Es würde mich nicht wundern, wenn noch mehr Dinge passieren würden, die diesen Fall beeinflussen. Haben Sie ein wachsames Auge auf Ihren Mandanten, sobald er in Ihrer Obhut steht. Und hier, hören Sie auf Ihren Instinkt. Ich denke, wir wären alle gut beraten, wenn wir unerschütterlich davon ausgehen, dass Lieutenant Scott mit seiner Unschuldsbeteuerung die Wahrheit sagt. Beide Männer nickten. Price holte tief Luft. Es ist so eine Sache mit dem Glauben an seine Mandanten, Tommy. Man kann sie durchaus verteidigen, ohne an sie zu glauben. Und es gibt genügend Leute, die es für besser halten, sich überhaupt keine Meinung zu bilden, weil man juristisch besser taktieren kann, wenn man seine Überlegungen nicht durch Gefühle wie Vertrauen und Ehrlichkeit trüben lässt. Die Situation, mit der wir es hier zu tun haben, sprengt aber nun mal den gewohnten Rahmen und setzt die üblichen Faustregeln außer Kraft. Nach meinem Gefühl müssen Sie aus tiefstem Herzen von Lieutenant Scotts Unschuld überzeugt sein, egal wie schwer er es Ihnen vielleicht macht. Natürlich lastet in diesem Fall auch die Verantwortung schwer auf Ihren Schultern, denn sein Leben liegt in Ihrer Hand. Tommi nickte. Wenn ich ihn sehe, werde ich versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, erwiderte er mit feierlichem Ernst, worüber Philip Price schmunzeln musste wie ein Lehrer über den rührenden, allzu glühenden Eifer seiner Schüler. Ich glaube, bis zur Wahrheitsfindung liegt noch eine ganze Strecke vor uns, mein Junge. Aber auf jeden Fall ist es an der Zeit, sich auf die Suche zu machen. Leider finden sich die Wahrheiten nicht so leicht wie die Lügen. Vielleicht decken wir erst mal davon die eine oder andere auf. Wird gemacht, antwortete Tommi. Gesprochen wie ein echter Amerikaner. Immer wieder ein Vergnügen. Price bekam einen seiner Lach- und Hustenanfälle. Als er sich beruhigt hatte, wendete er sich wieder den beiden jungen Freunden zu. Ach, noch etwas. Tommi, you. Etwas Wichtiges, wie mir scheint. Ja? Finden Sie heraus, wo Trader Vic wirklich umgebracht wurde. Die Stelle hat Ihnen jede Menge zu erzählen. Und wie? Sie kommen darauf, wenn Sie genau das tun, was ein echter Anwalt tut, um seinen Fall zu verstehen. Das wäre? Sich in die Beweggründe, die Gedanken und Gefühle aller Beteiligten hineinversetzen. Die des Ermordeten, die des Angeklagten. Und nicht zu vergessen die sämtlicher Beteiligter an dem Gerichtsverfahren. Die Anklage wird schwerwiegende Beweise ins Feld führen, und ein Schuldspruch mag geradezu unausweichlich erscheinen. Deshalb müssen Sie unter allen Umständen dahinter kommen, welche Kräfte hier am Werk sind und welche Fallstrecke für Ihren Mandanten ausgelegt worden sind. Tommi nickte. Price griff nach dem Teekessel, schüttelte ihn in einer ausladenden Geste, um festzustellen, ob er mit Wasser gefüllt war, und stellte ihn auf den alten Kanonenofen. Kann ja gut sein, dass Hughes' geliebte Holzfäller mit einer gewaltigen Fahne und einer abgefeuerten Knarre im Schoß auf dem Boden sitzt. Aber von wem hat er die Waffe? Und wer hat ihm den Drink eingegossen? Und wer hat ihn durch wüste Beschimpfungen so provoziert, dass er handgreiflich wurde? Vor allem aber, wer profitiert vom Tod des armen Kerls, den es erwischt hat, und wer hat darunter zu leiden? Price sah seine Zöglinge mit einem zufriedenen Grinsen an. Sämtliche Kräfte, die hinter den Kulissen am Werk sind, Tommi. Sämtliche Kräfte. Er schwieg einen Moment, dann fügte er hinzu. Seit wir dieser verdammten Messerschmitt ins Fadenkreuz geraten sind, habe ich nicht mehr so viel Spaß gehabt. Alles für den Tee vorbereitet, Hugh? Mit ernsterer Miene fügte er hinzu. Für den jungen Mr. Scott ist das Ganze natürlich alles andere als ein Vergnügen. Vermutlich nicht, sagte Tommi. Die wollen seinen Kopfrollen sehen, da gehe ich jede Wette ein. Zu dumm aber auch, murmelte Hugh Renaday, während er mit der Teekanne und den angeschlagenen weißen Keramikbechern hantierte. Immer liegt irgendwo ein Mistkerl auf der Lauer und versucht, dich umzubringen. Will jemand einen Schoß Milch? Der Wärter vor Lincoln Scotts Zelle ließ die beiden Flieger ohne ein Wort hinein. Inzwischen war es schon fast Mittag, auch wenn es drinnen so düster war wie im ersten Morgengrauen. Tommi rechnete damit, dass Scotts sogenannte Entlassung bald erfolgen würde, doch er hielt es für ergiebiger, Scott zu befragen, solange die Isolation und Verunsicherung der Haft in dem kalten, kargen Gemäuer auf ihn wirkte. Hugh sah das ähnlich. Vielleicht fühle ich ihn mal auf den Zahn, gebe den fantasielosen, aber hartnäckigen Provinzpolypen sowas in der Art. Tommi stimmte zu. Als sie eintraten, absolvierte der Gefangene gerade in einer Ecke der Zelle Liegestütze. In schnellem, gleichmäßigen Takt, den er laut mitzählte, sodass es von den Betonwänden wiederhallte, hob und senkte sich sein Körper. Er drehte nur kurz den Kopf in ihre Richtung, hörte jedoch erst bei 100 auf. Dann richtete er sich auf und starrte Hugh an, der seinen durchdringenden Blick ungerührt erwiderte. »Und dieser Herr ist?«, fragte Scott. »Flying Officer Hugh Renaday, mein Freund, und er ist mitgekommen, um zu helfen.« Scott reichte dem Kanadier zur Begrüßung die Hand und hielt sie eine Weile fest. Dabei musterte er das Gesicht des unerwarteten Besuchers gründlich und aus jedem Winkel, als lese er darin wie in einem Buch, was Renaday nicht im Mindesten aus der Fassung brachte. Schließlich sagte Scott, »Bei der Polizei, stimmt's? Vor dem Krieg.« Hugh nickte. »Erst jetzt ließ Scott die Hand fallen.« »Meinetwegen, Herr Wachtmeister, stellen Sie Ihre Fragen.« Hugh schmunzelte. »Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen Fragen stellen will, Lieutenant Scott?« »Wozu sonst hätten Sie sich herbemüht?« »Also gut, Tommy ist eindeutig auf Unterstützung angewiesen. Es geht um eine Straftat, und er muss Beweise und Zeugen präsentieren. Er muss für den Prozess gewappnet sein. Meinen Sie nicht, dass ein ehemaliger Polizist dabei ganz nützlich sein kann? Selbst hier im Stahlackluft 13?« »Vermutlich.« Hugh nickte. »Gut,« sagte er. »Dann wäre das schon mal geklärt.« »Und, da wir gerade dabei sind, Lieutenant, teilen Sie die Einschätzung des Käpt'n Bedford, das Mordopfer, Sie von Herzen hasste?« »Ja.« »Das heißt, präzise gesagt, hasste er wohl eher das, was ich bin und wofür ich stehe. Als Person kannte er mich ja gar nicht, aber ich passte nicht in sein Weltbild. Ich habe seine Vorstellung auf den Kopf gestellt.« Hugh nickte. »Eine interessante Unterscheidung. Er hasste es, dass ein schwarzer Kampfpilot werden konnte, läuft es darauf hinaus.« »Ja.« Aber wahrscheinlich ging seine Abneigung noch ein bisschen tiefer. Er hasste die Vorstellung, dass sich ein Schwarzer in eine Domäne vorwagt und eine Sache gut macht, die normalerweise den Weißen vorbehalten ist. Er hasste Fortschritt. Er fand es unerträglich, dass einer von uns es zu etwas bringt oder Gott bewahre, genauso gut ist. Als er Sie an diesem denkwürdigen Nachmittag dazu bringen wollte, die Todeslinie zu übertreten, wäre es ihm nach Ihrer Theorie nicht um Sie persönlich gegangen, sondern um das, wofür Sie stehen?« Scott zögerte einen Moment, bevor er antwortete. »Ja, ich glaube schon.« Hugh schmunzelte. »Und die Maschinengewehre der Crouch hätten nicht Sie durchsiebt, sondern ein Prinzip?« Scott schwieg. Mit gequältem Lächeln fuhr Hugh fort. »Sagen Sie, Lieutenant, macht es den Tod leichter, wenn man für ein Prinzip oder eine Idee stirbt? Hat das Blut eine andere Farbe?« Wieder ersparte sich Scott eine Antwort. »Und dürfte ich wohl fragen, ob Sie diesen Hass von Captain Bedford vielleicht von ganzem Herzen erwidert haben? Oder vielleicht hassten Sie nicht Trader Wick persönlich, sondern nur die Vorurteile, die er verkörpert hat?« Scott kniff die Augen zusammen und zögerte mit seiner Antwort, als sei er plötzlich auf der Hut. »Ich habe diese Einstellung an ihm gehasst.« »Und Sie würden mit aller Entschiedenheit gegen diese abscheuliche Einstellung angehen, richtig?« »Nein.« »Ja.« »Also was nun?« »Ich würde alles tun.« »Sogar dafür sterben.« »Ja. Wenn ich davon überzeugt wäre, dass es der Sache dient.« »Der Sache der Gleichberechtigung.« »Ja.« »Verständlich, ja. Aber würden Sie dafür auch töten?« »Ja, nein.« »So einfach kann man das nicht beantworten. Das wissen Sie so gut wie ich, Mr. Renaday.« »Oh, nennen Sie mich doch Hugh, Lieutenant.« »Okay, Hugh.« »So einfach ist das nicht.« »Finden Sie.« »Und wieso nicht?« »Erörtern wir hier meinen Fall oder allgemein das Prinzip.« »Liegt das denn so weit auseinander, Lieutenant Scott?« »Ja, Hugh.« »Inwiefern?« »Weil ich Bedford gehasst habe und seinen verdammten Rassismus am liebsten mit Stumpf und Stil ausgemerzt hätte. Aber ich habe ihn nicht umgebracht.« Hugh lehnte sich mit dem Rücken an die Zellenwand. »Verstehe. Bedford ist die Verkörperung von allem, was Sie hassen. Aber Sie haben der Versuchung widerstanden, den Mann selbst zu vernichten.« »Richtig. Ich habe den Bastard nicht getötet.« »Auch wenn es Ihnen durchaus in den Fingern gejuckt hat.« »Ja, aber ich war's nicht.« »Trifft sich doch aber gut, dass er jetzt tot ist, oder?« »Ja.« »Ich meine, auch für Sie persönlich eine glückliche Verfügung.« »Ja.« »Aber Sie waren's nicht.« »Ja.« »Nein, verdammt!« »Auch wenn es verlockend war, sich vorzustellen, dass er tot wäre, habe ich den Kerl nicht umgebracht. Wie oft soll ich das noch wiederholen?« »Ich fürchte noch einige Male. Und für Tommy wird es keine leichte Aufgabe sein, dem Militärgericht diesen feinen Unterschied plausibel zu machen. Sie ahnen nicht, wie begrissstutzig die sind, wenn man Ihnen mit solchen Spitzfindigkeiten kommt, Lieutenant,« sagte Hugh in sarkastischem Ton. Jetzt kochte Lincoln Scott vor Wut. Am Hals traten ihm die Adern vor, die Lippen waren zusammengepresst, auf der Stirn bildete sich ein feiner Schweißfilm und seine Augen glühten. Hugh Renaday lehnte wenige Schritte entfernt lässig an der Wand. Während er sprach, unterlegte er gelegentlich eine Bemerkung mit einer wegwerfenden Handbewegung oder indem er die Augen verdrehte, als amüsierten ihn die Unschuldsbeteuerungen des Schwarzen Fliegers. »Das ist die Wahrheit! Was erwarten Sie von mir, damit Sie mir glauben?« Scott brühte so laut, dass seine Worte von den feuchten Wänden wiederhalten. »Und was glauben Sie, wie sehr die Wahrheit zählt?«, konntete Hugh leise. Diese Frage traf den Schwarzen Flieger völlig unerwartet. Er hatte sich ein wenig nach vorn geneigt und schon den Mund zur nächsten Antwort geöffnet, doch die Worte blieben ihm im Halse stecken. In einer stummen, hilfesuchenden Geste drehte er sich kurz zu Tommy um, doch Tommy hielt den Mund. Irgendwie beschlich ihn das Gefühl, als würden sie in diesem engen Raum alle drei auf ihre Tauglichkeit geprüft. Größe, Gewicht, Blutdruck, Sehkraft und Puls. Vor allem aber wurde untersucht, ob sie angesichts eines unaufgeklärten, gewaltsamen Todes auf der richtigen Seite standen. Hugh Renaday brach das angespannte Schweigen. »Also«, sagte er nüchtern wie ein Mathematiker am Ende einer langen Gleichung. »Sie hatten ein Motiv, Lieutenant. Wenn irgendjemand ein Motiv hatte, dann Sie, meinen Sie nicht? Dass Sie auch die Gelegenheit hatten, ist bereits geklärt, denn Sie haben in entwaffnender Offenheit Ihren sämtlichen Gegnern verkündet, dass Sie in der fraglichen Nacht Ihren Schlafplatz verlassen haben. Bleibt nur noch das Mordmittel. Und ich habe die leise Ahnung, dass unsere Gegner sich just in diesem Moment darüber ihre Gedanken machen.« Hugh Lee Scott keine Sekunde aus den Augen, während er mit derselben unverblümten Offenheit weitersprach. »Also meinen Sie nicht, Lieutenant Scott, dass es sinnvoller wäre, die Tat zuzugeben? Sich des Mordes schuldig zu bekennen? Wenn man Ihre Situation bedenkt, kann Ihnen eigentlich keiner einen Vorwurf daraus machen. Sicher, Bedfords Freunde werden außer sich sein, aber ich denke, wir können glaubhaft machen, dass Sie provoziert wurden.« »Provoziert, genau.« »Tommy, das sollte wohl die Marschrichtung sein. Lieutenant Scott sollte offen darlegen, was passiert ist. Immerhin war es ein fairer Kampf, Lieutenant, oder? Ich meine, Weg gegen Sie, im Abort, im Dunkeln. Genauso gut hätte man Sie am nächsten Morgen dort finden können.« »Ich habe Käpt'n Bedford nicht getötet.« »Dürfte auch nicht so schwer sein, auf Totschlag zu plädieren. Böses Blut zwischen Männern, klassische Situation, die aus dem Ruder läuft. Mit diesen Dingen schlägt sich die Armee ständig herum. Sie kriegen dann so über den Daumen ein Dutzend Jahre Zwangsarbeit und das war's.« »Sind Sie »Ja.« »Naja, war Bedford nicht auch so was wie Ihr Feind?« »Sicher.« »Aber...« »Ach, verstehe.« »Den einen darf man töten, den anderen nicht.« »Ja.« »Ihre Logik überzeugt nicht ganz, Lieutenant.« »Ich habe ihn nicht umgebracht!« »Ich glaube doch.« Wieder lag Scott die Antwort auf der Zunge, doch er riss sich zusammen. Keuchend starrte er den Mann an der gegenüberliegenden Wand an, als läge zwischen ihnen ein tosendes Meer und er versuchte, mit letzter Kraft ans rettende Ufer zu schwimmen. Er schien sich zu einer Entscheidung durchzuringen, denn als er wieder das Wort ergriff, sprach er in einem gefassten, eisigen Ton, der ihn die größte Beherrschung kosten musste und den kampferprobten Soldaten verriet. »Hätte ich beschlossen, Vincent Bedford zu töten,« sagte Lincoln Scott. »Dann hätte ich es nicht so heimlich getan, sondern vor alle Augen auf dem Platz. Und zwar damit.« Bei diesen Worten war er mit einem Satz bei Renaudet, holte zu einem rechten Schwinger aus und bremste den Schlag wenige Zentimeter vor Renaudets Gesicht. Der Fausthieb hätte ihn blitzschnell, zielgenau und mit brutaler Wucht am Kinn getroffen. »So hätte ich es gemacht,« sagte Scott fast im Flüsterton, »und ich hätte kein Geheimnis daraus gemacht.« Hugh stachte einen Moment auf die Faust, dann sah er dem Schwarzen in die funkelnden Augen. »Sehr schnell,« sagte er ruhig. »Sie hatten Training?« »Golden Gloves, Halbschwergewichtsmeister im Mittleren Westen, drei Jahre in Folge, keinmal im Ring geschlagen, mehr K.O.-Sieger, als ich zählen kann.« Scott drehte sich zu Tommy um. »Ich habe das Boxen nur an den Nagel gehängt,« fügte er steif hinzu, »weil ich es nicht mit dem Studium vereinbaren konnte.« »Und was haben Sie studiert?«, fragte Hugh. »Nach dem Abschluss an der Northwestern mit Summa Cum Laude habe ich an der University of Chicago in pädagogischer Psychologie promoviert,« erwiderte Scott. »Nebenbei habe ich an graduierten Seminaren in Luftfahrtechnik teilgenommen. Die habe ich gemacht, um Pilot bei der Air Force zu werden.« Er ließ die Faust fallen, wandte sich von den beiden Weißen ab, um ein paar Schritte zurückzutreten, drehte sich jedoch plötzlich wieder zu ihnen um und sah ihnen in die Augen. »Und ich habe niemanden getötet. Nur Deutsche. Auf Befehl meines Landes.« Während Lincoln Scott in der Zelle blieb, kehrten die beiden Männer, die seine Verteidigung übernommen hatten, ins Lager der Engländer zurück. Tommy atmete heftig. Die Enge des Baus mit seinen winzigen Zellen rief ihm seine alte Klaustrophobie stärker ins Gedächtnis, als ihm lieb war. Auch wenn das Gebäude keine Höhle, kein Schrank oder Tunnel war, fühlte er sich in den düsteren, fast fensterlosen vier Wänden, dennoch beengt. Es kostete ihn Kraft, seine Kindheitsängste im Zaum zu halten. Im Lager der Amerikaner war eine seltsame Ruhe eingetreten. Auf dem Sportplatz herrschte nicht das übliche Getümmel, und am Todesdraht sah man nicht wie sonst die Männer, die im Marschtempo frustriert im Kreis herumliefen. Inzwischen hatte sich der Himmel so weit gelichtet, dass immer wieder die Sonne zwischen den Wolken hervorbrach und in den Baumkronen der umliegenden Wälder glitzerte. Hugh schritt so zügig aus, als liefe er im Takt der Kalkulationen, die er im Kopf anstellte. Tommy Hart hielt Schulter an Schulter mit ihm Schritt, als flögen sie wie zwei Mittelstreckenbomber zum gegenseitigen Schutz in enger Formation. Für einen Moment sah Tommy auf. Vor seinem inneren Auge sah er in ganz England, Sizilien und Nordafrika endlose Reihen Kampfflugzeuge auf den Pisten, und er hörte das mächtige Grollen der Motoren, das anschwoll und in ein helleres Dröhnen überging, als die Maschinen in geballter Energie auf dem Asphalt an Fahrt gewannen und sich mit ihrer tödlichen Bombenlast in den aufklarenden Himmel erhoben. Durch die dünnen Wolkenfetzen über sich sah er die Luftwaffenoffiziere in aller Welt an ihren Schreibtischen sitzen und in denselben sonnigen Himmel blicken. Ein guter Tag, dachten sie alle, um junge Männer loszuschicken. Ein guter Tag, um zu töten oder zu sterben. Töten oder sterben, dachte er. Eines von beidem. Nur aussuchen konnte man es sich nicht. Er senkte den Blick und dachte darüber nach, was er im Bau gehört und gesehen hatte. Er holte tief Luft und flüsterte seinem Gefährten zu. Er war es nicht. Hugh stapfte erst ein paar Meter durch den Matsch des Lagers, bevor er antwortete. Dabei flüsterte auch er, als teilten sie ein Geheimnis miteinander. Glaube ich auch. Spätestens seit er mich mit der Faust am Kinn gekitzelt hat. Das war überzeugend, mehr als alles andere in dem ganzen Fall. Aber das ist nicht der springende Punkt, nicht wahr? Tommy schüttelte den Kopf. Verteilerweise deutet im Moment alles auf ihn als Täter hin. Selbst seine Unschuldsbeteuerungen machen ihn verdächtig. Es hat sie ja eben nicht viel gekostet, ihn völlig aus der Fassung zu bringen. Da fragt man sich natürlich, wie sich Lieutenant Scott in eigener Sache im Zeugenstand schlägt. Plötzlich kam Tommy ein Gedanke. Wenn die Wahrheit als Lüge erscheint, könnte auch umgekehrt ein Schuh daraus werden? Vorerst behielt er die Frage für sich. Wir haben uns noch nicht mit dem Blut an seinen Schuhen und seiner Jacke beschäftigt. Sagen Sie es mir, Tommy. Wie zum Teufel ist das da hingekommen? Tommy lief ein Stück weiter, während er überlegte. Er brauchte nicht lange und die Lösung lag klar auf der Hand. Also, Hugh, Scott sagt, er schleicht sich nachts heimlich raus, wenn er aufs Klo muss. Ich glaube kaum, dass sich irgendjemand in Fliegerstiefeln heimlich nach draußen pirscht, sodass die alten Holzbohlen bei jedem Schritt knarren, oder? Der sicherste Weg, die ganze Stube aufzuwecken. Außerdem habe ich noch nie jemanden gesehen, der in seiner Fliegerjacke zu Bett geht, selbst wenn es kalt ist. Ich gehe jede Wette ein, dass er sie, wie jeder andere, auch nachts an einem Nagel in der Wand hängt. Kinderspiel, sich beides kurz auszuleihen, oder? Hugh stöhnte. Ich verwette meine nächste Tafel Schokolade, wenn Philips Andeutungen von vorhin nicht genau in diese Richtung zielten. Ein abgekatertes Spiel. Gut möglich. Aber wozu? Hugh zuckte mit den Achseln. Da muss ich passen, Tommy. Nicht die leiseste Ahnung. Die Freunde liefen im Eilschritt weiter, bis Hugh fragte. Wir scheinen es ja mächtig eilig zu haben, aber wohin wollen wir eigentlich? Zur Beerdigung, Hugh. Und anschließend möchte ich Sie bitten, jemanden zu suchen und zu befragen. Verraten Sie mir vielleicht auch wen? Den Arzt, der Trader Vicks Leiche obduziert hat. Ich wusste gar nichts von einer Obduktion. Tommy nickte. Jemand hat sich den Toten angesehen. Ich meine zusätzlich zur Hauptmann Fisser. Wir müssen denjenigen einfach nur finden. In diesem Lager kommen dafür nur drei Kandidaten in Frage. Die sind alle drüben in Barack 111. Da ist der Sanitätsdienst untergebracht. Da müssen sie hin. Unterdessen werde ich mich als Eskorte für Lieutenant Scott nützlich machen. Ich werde ihn ganz bestimmt nicht allein über den Appellplatz laufen lassen. Ich komme mit. Das wird sicher kein Zuckerschlecken. Nein, antwortete Tommy entschieden, auch wenn ihm nicht danach war. Das mache ich allein. Mir wäre es lieber, wenn niemand weiß, dass Sie mit von der Partie sind, wenigstens bis zum ersten Anhörungstermin. Vor allem aber sollte kein Mensch erfahren, dass uns Philipp berät. Sollten wir es hier tatsächlich mit einem abgekaterten Spiel zu tun haben, wie wir vermuten, lassen wir den Gegner tun, nichts im Dunkeln darüber, dass wir mit einem der Spitzenanwälte von Old Bailey gegen sie antreten. Hugh nickte. Tommy, sagte er mit einem schiefen Grinsen. Sie sind auch ganz schön gerissen. Es stieß ein kurzes Lachen aus, das eher zynisch als glücklich klang. Wofür es Gott von Glück sagen kann, murmelte er, während sie noch einen Schritt zulegten. Wenn man bedenkt, wo wir da reingeraten sind. Mitten im Laufschritt blieb der Hühner aus Kanada abrupt stehen. Vielleicht können Sie mir noch kurz die nächstliegende Frage beantworten, Tommy. Wer hat sich hier mit wem gegen Scott verschworen und vor allem aus welchem Grund? Er blickte in den Himmel, dann über den Sportplatz an der Todeslinie, den Bachtürmen, den MG-Schützen und dem Stacheldrahtzaun vorbei, auf die gerodete Fläche dahinter. Hier. Ich meine, wozu in aller Welt? Tommy folgte Hugh's Blick. Ob an dem Tag, an dem er freikam, die Luft besser schmeckte? Zumindest behaupteten das die Dichter. Der Duft der Freiheit. Er widerstand der Versuchung, an Zuhause zu denken, an Manchester, wo seine Eltern beim Abendessen saßen. Oder an Lydia, die an einem Herbsttag, an dem eine frische abendliche Brise vom baldigen Wintereinbruch kündete, mit ihrem alten Fahrrad auf dem staubigen Bürgersteig vor seinem Haus stand. Sie hatte glänzendes blondes Haar, das ihr bis zur Schulter fiel, und er merkte, wie er unwillkürlich die Hand danach ausstreckte. Diese Bilder standen ihm so lebendig vor Augen, dass die trostlose Welt des Gefangenenlagers für Sekunden verblasste. Doch ebenso schnell wichen die Erinnerungen, und er sah Hugh vor sich stehen, der noch immer auf eine Antwort wartete. Er zögerte nur einen Wimpernschlag. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Kriegsgefangene starben nicht. Sie litten nur. Die dürftige Ernährung, die Zwanghaftigkeit, mit der sie sich Tag für Tag in dieselben Rituale stürzten, der Sport, die Theatergruppe, alles, was dabei half, die Zeit totzuschlagen, diese beharrliche Stimme in ihrem Kopf, die sie mit der bangen Frage quälte, ob sie es je nach Hause schaffen würden, die fast unmögliche Anpassung an die unerbittliche Tretmühle der Gefangenschaft. Der ewige Kampf mit Kälte, Nässe und Schlamm, mangelnde Hygiene und die Krankheiten in ihrem Gefolge, die Stimmungsschwankungen abgestumpfter Aussichtslosigkeit und aufkeimender Hoffnung. Dies alles wirkte wie ein schleichendes Gift, das die Männer zermürbte und ihre Lebenskraft untergrub. So wie in Philip Price anhaltendem Husten lag auch bei den anderen Gefangenen der Tod ständig auf der Lauer. Doch nur selten schlug er unbarmherzig zu. Im Lauf seiner zweijährigen Gefangenschaft hatte Tommy nur ungefähr ein Dutzend Männer sterben gesehen, davon allein die Hälfte von eigener Hand, wenn sie mitten in der Nacht einen Koller bekamen und versuchten, mit selbst gebastelten Metallzangen den Draht zu zerschneiden, um zu entkommen. Stattdessen wurden sie von einem der Hundeführer erschossen oder starben im Kugelhagel eines Maschinengewehrs. Über die Jahre kamen auch ein paar Flieger ins Stahlack, die bei ihrem Abschuss schwer verletzt und in einem deutschen Lazarett nur unzureichend versorgt worden waren. Die unablässigen Luftangriffe der Alliierten bereiteten den Deutschen hohe Verluste, sodass ihnen die kostbaren Medikamente, vor allem die Antibiotika, ausgingen und zu allem übel viele ihrer besseren Chirurgen längst in den Lazaretten an der Ostfront ihr Leben gelassen hatten. Üblicherweise wurden die schwer Verwundeten der Alliierten durch das Schweizer Rote Kreuz in ihr Heimatland zurückgeschickt, was meistens gelang, bevor der Soldat seinen Verletzungen oder seiner Krankheit erlag. Den Deutschen war es lieber, wenn Kriegsgefangene, für die keine Hoffnung mehr bestand, in der Obhut der Schweizer starben. Ihm war kein einziger Fall in Erinnerung, bei dem ein Internierter mit militärischen Ehren beigesetzt worden wäre. Normalerweise nahmen die Gefangenen von ihren Toten in einer bescheidenen, improvisierten Trauerfeier Abschied, so wie die Jazzband von den beiden Verschütteten. Deshalb fand es Tommy erstaunlich, dass von Reiter eine Beisetzung mit militärischen Ehren genehmigt hatte. Es lag im Interesse der Deutschen, dass die Lagerinsassen sich als Gefangene empfanden und nicht als Soldaten, denn ein Gefangener ist leichter zu bewachen als ein Krieger. An einen schmalen Durchgang zwischen zwei Baracken wies Tommy Hugh den Weg zum Sanitätsdienst, während er selbst zwischen Baracke 119 und der 120 hindurch zu dem kleinen Friedhof eilte. Er hörte zwar eine Stimme, doch aus der Entfernung konnte er die Worte nicht verstehen. Als er um die Ecke von Baracke 119 gebogen war, drosselte er seine Schritte. An dem hastig ausgehobenen Grab war eine Ehrenformation von 300 Mann versammelt. Auf Anhieb erkannte Tommy sämtliche Insassen der Baracke 101 sowie Vertreter sämtlicher anderer Unterkünfte. In kurzer Entfernung standen sechs deutsche Soldaten mit Repetiergewehren. Wie Tommy vermutet hatte, war Trader Vicks Sarg aus einigen der Kisten gefertigt, in denen das rote Kreuz seine Gaben schickte. Das dünne, helle Balserholz hielt für jedes Möbel und Ausstattungsstück im amerikanischen Lager her. Doch welche Ironie, dachte Tommy, dass es in diesem Fall zum letzten Ruhelager eines der Ehren diente. Am Kopfende des Sarges hielten drei Offiziere die Ehrenwache. McNamara, Clark und ein Priester, der Psalm 23 vorlas. Der Priester war im letzten Sommer in Italien abgeschossen worden, als er seine Aufgabe als Hirte seiner kleinen Herde in einer Formation leichter Bomber vielleicht ein wenig zu ernst genommen und sich bei einem der Einsätze über Salerno mit in die Kanzel gesetzt hatte, obwohl zu dieser Zeit dank der deutschen Bodengeschütze wie auch der Bomber in der Luft jede Mission zum Himmelfahrtskommando werden konnte. Seine Stimme war so monoton, dass selbst die berühmten Worte des Psalms nichtssagend klangen. Bei der Zeile »Der Herr ist mein Hirte« hatte man unwillkürlich eine blökende Schafherde vor Augen, die Gott zusammenhielt, statt Menschen im Angesichts des Todes. Als Tommy stehen blieb und mit sich kämpfte, ob er sich unter die Trauernden mischen oder der Feier als Beobachter beiwohnen sollte, sprach ihn zu seiner Überraschung von der Seite jemand an. »Und was hatten Sie hier zu sehen gehofft, Lieutenant Hart?« Er fuhr zu der Stimme herum. Ein paar Meter von ihm entfernt lehnte Hauptmann Fisser an der Baracke 119 und rauchte einen Zigarillo. Der Deutsche hielt die Zigarette wie einen Wurfpfeil zwischen zwei Fingern, führte sie mit einer lässigen Geste zum Mund und rauchte sie genüsslich mit tiefen Zügen. Tommy holte Luft. »Gar nichts«, erwiderte er bedächtig. »Wer mit einer bestimmten Erwartungshaltung irgendwo hingeht, findet sie meist bestätigt. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich komme als Beobachter nichts weiter. Und dann sehe ich, was es tatsächlich zu sehen gibt.« Fisser schmunzelte. »Ah«, erwiderte er. »Eine kluge Antwort. Allerdings keine militärische Antwort.« Tommy zogte mit den Achseln. »Mag sein, dass es mir an ein paar soldatischen Eigenschaften fehlt.« Fisser schüttelte den Kopf. »Das wird sich wohl in den kommenden Tagen erweisen.« »Und Sie, Hauptmann? Haben Sie alles, was den perfekten Soldaten ausmacht?« Fisser schüttelte den Kopf. »Leider nein, Lieutenant Hart. Immerhin bin ich ein tüchtiger Soldat gewesen. Sehr tüchtig sogar. Aber perfekt? Nein, das steht auf einem anderen Blatt.« »Sie sprechen ausgezeichnet Englisch.« »Danke. Ich habe etliche Jahre in Milwaukee gelebt. Tatsächlich bin ich dort bei meiner Tante und meinem Onkel aufgewachsen. Noch ein, zwei Jahre länger. Wer weiß, vielleicht hätte ich mich dann mehr als Amerikaner denn als Deutscher gefühlt. Können Sie sich vorstellen, Lieutenant, dass ich ziemlich gut Baseball gespielt habe?« Der Deutsche senkte den Blick auf seinen fehlenden Arm. »Aber damit ist es ohnehin vorbei. Wie dem auch sei. Ich hätte bleiben können, aber ich wollte nicht. Ich habe mich entschlossen, zum Studium in mein Vaterland zurückzukehren, genau in dem Moment, als sich in meinem Land große Dinge taten.« Fisser wandte sich der Trauerfeier zu. »Ihr Colonel McNamara«, wechselte der Hauptmann das Thema, während er den ranghöchsten Offizier im amerikanischen Lager taxierte. »Er macht auf mich den Eindruck, als sei seine Internierung für ihn eine Art Schandfleck in seiner militärischen Karriere, als hätte er irgendwie als Befehlshaber versagt.« »Wenn er mich ansieht, weiß ich manchmal nicht, ob er mich und alle Deutschen hasst, weil man es ihm nun mal so eingeimpft hat, oder weil ich ihn daran hindere, mehr von meinen Landsleuten zu töten. Und bei all diesem Hass hege ich den Verdacht, dass er sich sogar selbst hasst. Was meinen Sie, Lieutenant, hat. Ist er ein Befehlshaber, den Sie respektieren? Ist er eine von diesen Autoritätspersonen, die nur einen Befehl auszusprechen brauchen, und er wird von seinen Untergebenen augenblicklich, ohne Wenn und Aber, ohne einen Gedanken an die Gefahr für Leib und Leben ausgeführt. Er ist der ranghöchste amerikanische Offizier und genießt die entsprechende Autorität. Ohne Tommy anzusehen, lachte Fisser. »Laternant, Respekt. Sie haben das Zeug zum Diplomaten.« Er nahm einen letzten tiefen Zug von seinem Zigarillo, dann ließ er ihn zu Boden fallen und trat ihn mit der Stiefelspitze aus. »Ich bin gespannt, ob Sie auch das Zeug zum Anwalt haben.« Mit demselben ironischen Lächeln um die Lippen fügte er hinzu, obwohl ich mich frage, ob das wirklich von Ihnen erwartet wird. Der Hauptmann drehte sich zu Tommy um. Eine Beisetzung markiert in den seltensten Fällen einen Schlusspunkt, nicht wahr? Oft ist sie der Anfang von etwas anderem. Was meinen Sie? Unter seinem Lächeln verzogen sich die Narben in Fissers Gesicht. Erneut wandte er sich den Vorgängen an der Grabstätte zu. Inzwischen war der Priester beim Neuen Testament angelangt, dem Gleichnis von der Speisung der Fünftausend. Keine besonders glückliche Wahl, da es wahrscheinlich die ganze Trauergemeinde hungrig machte. Tommy stellte fest, dass Trader Vicks Sarg nicht mit der Flagge geschmückt, wohl aber mit seiner sorgfältig zusammengefalteten Bomberjacke mit der amerikanischen Flagge am Ärmel bedeckt war. Der Priester hatte seine Lesung beendet, und die Formation nahm Haltung an. Ein Trompeter trat vor und spielte die ergreifende Melodie des letzten Grußes. Kaum war sie verklungen, trat der Trupp deutscher Soldaten vor die Reihen, präsentierte das Gewehr und feuerte eine einzige Salve in den aufklarenden Himmel, als wollte er um diese Mittagsstunde ein strahlend blaues Loch in die letzten grauen Wolken sprengen. Die Salve halte für Sekunden nach, und es entging Tommy nicht, dass es genauso klingen würde, wenn dieselben sechs Schützen als Exekutionskommando feuerten. Schließlich traten vier Mann aus den Reihen und versenkten mithilfe von Stricken Trader Vicks Sarg in der Erde. Major Clark erteilte den Befehl abzutreten, und die Lagerinsassen strömten auf den offenen Platz, wo sie sich in lockeren Gruppen zusammenschlossen. Im Vorbeigehen fing Tommy Hart nicht wenige vielsagende Blicke auf. Doch niemand sagte ein Wort. Er wich nicht aus, sondern starrte nur unversöhnlich mit zusammengekniffenen Augen zurück. Vermutlich waren irgendwo unter diesen Männern die beiden Flieger, die ihn in der Nacht überrumpelt hatten, um ihn einzuschüchtern. Doch er hatte nicht die geringste Ahnung, wer es sein könnte. Kein einziges Augenpaar verrät sich mit einem verstohlenen Blick. Visser zündete sich einen zweiten Zigarillo an und summte das französische Chanson «Oprès d'Amourblanc», eine Verunglimpfung der Trauerfeier, die gerade stattgefunden hatte. Im selben Moment sah Tommy Major Clark mit düsterer Miene in seine Richtung stürmen. »Hart«, sagte er schnörkellos, »Sie sind hier unerwünscht.« Tommy salutierte. »Captain Bedford ist auch mein Freund gewesen, Major«, erwiderte er, auch wenn er sich da nicht so sicher war. Clark blieb ihm eine Antwort schuldig und wandte sich mit einem Salut an den Hauptmann. »Hartmann Visser, würden Sie bitte die Entlassung des angeklagten Lieutenant Scott in die Obhut von Lieutenant Hart veranlassen? Das wäre jetzt zweifellos ein guter Zeitpunkt.« Mit einem spöttischen Grinsen erwiderte Visser den Gruß. »Wie Sie wünschen, Major. Ich werde mich unverzüglich darum kümmern.« Clark nickte und wiederholte mit einem letzten Seitenblick in Tommys Richtung. »Unerwünscht«, dann machte er kehrt. Hinter sich hörte Tommy wie der erste Klumpen Erde mit einem dumpfen Laut auf den Deckel von Trailer Wicks Sarg fiel. Hauptmann Visser geleitete Tommy Hart zum Bau, um Lincoln Scott zu entlassen. Auf dem Weg dorthin gab der deutsche Offizier zwei Wärtern mit Helm sowie Fritz I. Zeichen mitzukommen. Dabei summte er weiter ausgelassene Kabarett-Melodien vor sich hin. Endlich waren über ihren Köpfen die letzten Wolkenfetzen nach Osten weitergezogen. Als Tommy in den blassblauen Himmel blickte, verfolgte er die weißen Kondensstreifen eines Schwarms von B-17-Bombern. Eine Frage der Zeit, bis sie angegriffen wurden, dachte er. Im Moment flogen sie noch in einer sicheren Höhe von mindestens fünf Meilen. Der gefährlichste Moment war der Sinkflug kurz vor dem Bombenabwurf. Als er vor dem Gefängnis stehen blieb, musste er unwillkürlich denken, dass für Lincoln Scott dasselbe galt. Für einen Moment überlegte er, ob es nicht die sicherste Lösung war, wenn er in der Zelle blieb. Doch er verwarf den Gedanken, strafte die Schultern und machte sich klar, dass seine eigene Lage der Mission der Männer dort oben ähnelte. Ein Einsatzbefehl, ein Ziel. Tausend Gefahren auf dem Weg. Als Tommy die Zelle betrat, sprang Scott auf. »Mann, Hart, hab ich es eilig, hier rauszukommen«, sagte er. »Was für ein Drecksloch!« »Fragt sich nur, was uns da draußen erwartet«, dämpfte Hart die Freude seines Schützlings. »Wir müssen's nehmen, wie's kommt.« »Kein Problem«, erwiderte Scott. »Hauptsache raus, dann sehen wir weiter.« Der Schwarze schien so angespannt, als ob er jeden Moment explodieren könnte. Tommy nickte. »Also dann.« »Wir gehen auf schnellstem Weg zu Baracke 101. Dort begeben Sie sich sofort in Ihre Stube. Wenn wir erst mal da sind, überlegen wir uns den nächsten Schritt.« Scott nickte. Als sie ins Tageslicht traten, blinzelte Scott und rieb sich die Augen, als wolle er die Dunkelheit der Bunkerzelle zerstreuen. Seinen Kleiderbündel und die Decke hatte er sich unter den linken Arm geklemmt, die rechte hatte er zur Faust geballt, als wollte er, wenn nötig, zu demselben Schwinger wie am Morgen gegen Renaday ausholen. Während sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnten, schien sich der Athlet langsam zu seiner vollen Größe aufzurichten, sodass er das Tor zum Lager mit dem militärischen Schneid eines Elite-Soldaten aus West Point durchschritt, der zur Parade vor einer Ehrentribüne eilte. Tommy blieb seinerseits von zwei Wärtern flankiert dicht an Scotts Seite und ein, zwei Schritt hinter Fritz I. und Hauptmann Fisser. Am Stacheldrahtzaun und dem Holztor zum Südlager blieb der deutsche Offizier plötzlich stehen. Er sprach kurz mit Fritz I., der salutierte, dann mit den Wärtern. »Wünschen Sie Begleitschutz zu Ihrer Baracke?« fragte er Lincoln Scott. »Nein«, antwortete der lakonisch. Fisser lächelte. »Vielleicht findet Lieutenant Hart ein Geleit wünschenswert.« Durch den Zaun warf Tommy einen Blick auf das Lager. Es waren nicht mehr Männer draußen als sonst, alles wirkte normal. Ein Baseball wurde hin und her geworfen, ein paar Gefangene drehten ihre üblichen Runden am Draht. Einige Männer saßen mit dem Rücken an die Baracken gelehnt auf dem Boden und unterhielten sich oder lasen. Eine Handvoll nahm mit nacktem Oberkörper ein Sonnenbart. Nichts deutete mehr darauf hin, dass hier vor nicht einmal einer Stunde eine Beerdigung stattgefunden hatte. Kein Anzeichen von Wut oder Empörung. Stalagluft 13 bot dasselbe alltägliche Bild wie seit Jahren. Und genau das gab Tommy zu denken. Er holte Luft. Nein, bekräftigte er. Wir kommen allein zurecht. Fisser stieg einen Seufzer aus, der zu sagen schien, »dann ist euch nicht zu helfen.« »Wie Sie wünschen«, antwortete er, sah Tommy an und fügte in ironischem Ton hinzu. »Hat schon was Komisches, oder? Dass ich Ihnen Schutz vor Ihren eigenen Kameraden anbiete. Kommt nicht oft vor, seine Situation oder, Lieutenant Hart?« Für Fisser erledigte sich eine Antwort wohl von selbst, und Tommy hatte nicht vor, ihm eine zu geben. Nach ein paar Anweisungen des Hauptmanns auf Deutsch traten die bewaffneten Wärter zur Seite. Auch Fritz I machte Anstalten, die Amerikaner durchzulassen, wirkte jedoch unglücklich und nervös. »Bis später«, verabschiedete sich Fisser. Dann summte er mit der charakteristischen Andeutung eines sarkastischen schiefen Grinsens im Gesicht ein paar Takte irgendwelcher Melodien, die Tommy nicht kannte, blieb stehen und befahl den beiden Soldaten am Eingang mit einer ausladenden Geste, das Tor zu öffnen. »Dann wollen wir mal, Lieutenant.« Schulter an Schulter marschierten die beiden Männer los. Das Tor war noch nicht zugefallen, als der erste Pfiff ertönte. Es folgte ein zweiter, dann ein dritter und schließlich ein vierter, die sich zu einem schrillen Missklang vereinten und quer durchs Lager halten. Statt des Baseballs flogen Köpfe zu ihnen herum. Sie hatten noch keine zwanzig Meter zurückgelegt, als die trügerische Normalität dem beängstigenden Lärm von Stiefelgetrappel und dem Krachen von Barackentüren wich. »Immer stur gerade aussehen«, flüsterte Tommy, was überflüssig war, da Lincoln Scott die Schultern noch mehr strafte und mit der eisernen Entschlossenheit des Langstreckenläufers auf der Zielgeraden über den Platz schritt. Vor ihnen strömten die Männer aus sämtlichen Baracken, als hätten die Frettchen zum Zählerpell gepfiffen oder die Sirenen einen Fliegeralarm angekündigt. In Sekundenschnelle sahen sie sich einem Wall hunderter wutschnaubender Männer gegenüber. Eine lose Formation, eher ein Mob, verstellte ihnen den Weg. Doch Tommy Hart und Lincoln Scott gingen in unvermindertem Tempo auf die Hundertschaften zu. »Nicht anhalten«, flüsterte er Scott zu. »Auch nicht zu einer Handgreiflichkeit provozieren lassen.« Aus dem Augenwinkel heraus sah Tommy, dass Lincoln Scott unauffällig nickte. »Mörder!« Von wo der Ruf genau kam, war nicht auszumachen, nur dass es irgendjemand in der brodelnden Menge war. »Mörder!« fiel ein anderer ein. Jetzt breitete sich ein Grollen unter den Soldaten aus. Das bedrohliche Geraune wurde von einzelnen Beschimpfungen übertönt, in denen sich der angestaute Hass entlud. Mit jedem Schritt, den sie beide näher kamen, wurden die Buhrufe und Pfiffe lauter und aggressiver. Die Augen unverwandt nach vorn gerichtet hielt Tommy nach einem ranghohen Offizier-Ausschau, doch vergeblich. Zugleich stellte er fest, dass Scott mit erhobenem Kinn noch ein wenig an Tempo zugelegt hatte. Für einen Moment fühlte er sich wie auf einem Schiff, das mit Volldampf auf die Steilküste zusteuert, um daran zu zerschellen. »Verfluchter Neger! Mörder!« Inzwischen waren sie vielleicht noch zehn Meter von den Männern entfernt und ob sich ihm und seinem Schützling die Mauer öffnen würde, stand in den Sternen. In diesem Moment erspähte Tommy einige seiner Zimmergenossen, Männer, die er für seine Freunde hielt, keine engen vielleicht, aber trotzdem Freunde, mit denen er Bücher und Lebensmittel und gelegentlich sehnsüchtige Erinnerungen an Zuhause teilte, die seine Träume und Albträume kannten, so wie er ihre. Dass diese Männer ihm etwas antun könnten, schien ihm im ersten Moment unmöglich. Doch dann beschlichen ihn Zweifel, weil er sich nicht sicher war, ob sie ihn inzwischen nicht mit anderen Augen sahen. Aber selbst dann würden sie doch wohl zögern. Wenigstens für ein paar Sekunden. Daher stieß er Scotts Acht mit der Schulter an und steuerte auf die Stubengenossen zu. Neben sich hörte er Lincoln Scotts keuchenden Atem. Die Beschimpfungen und Buhrufe erfüllten das ganze Gelände und flogen ihnen ungleich schneller entgegen, als sie beide ausschreiten konnten. »Regeln wir die Sache doch gleich hier unter uns!«, rief jemand aus der Menge. Das Echo war zu Tommys Entsetzen, entschlossene Zustimmung aus allen Richtungen. Er ignorierte die Drohungen, und genau in dieser Sekunde hörte er in seiner Erinnerung die unglaublich ruhige Stimme seines toten Käptens aus Texas, wie er den Männern der Lovely Lydia über den Bordfunk Mut zusprach, als wären die nächsten Sekunden reine Routine. »Hört mal, Jungs, so ein bisschen Ärger bringt uns doch nicht gleich aus der Verfassung, hab ich recht!« In diesem Moment hielt Tommy gerade Kurs auf einen gewaltigen Feuersturm, und er wusste, dass er mitten hineinsteuern musste, selbst wenn es sie beide das Leben kostete, so wie damals keiner verschont worden war, außer einem. Und so marschierte Tommy weiter, ohne ein einziges Mal aus dem Tritt zu kommen. Als hätten sie sich mit Stricken aneinander gebunden, stürzten sich Tommy und Lincoln Scott der Meute der Männer entgegen, die ihnen den Weg versperrte. Die Menge schien zu schwanken. Tommy sah, wie seine Stubengenossen nach hinten und zur Seite auswichen, sodass sich vor ihnen ein schmaler, v-förmiger Spalt bildete. In diese Bresche stießen er und Scott vor. Augenblicklich schloss sich die Lücke hinter ihnen, und es gab kein Zurück. Dafür gaben die Männer vor ihnen gerade so viel nach, dass sie weiter vorankamen. Die Lagerinsassen standen so dicht, dass es sich anfühlte, als trieben die Reihen hinter ihnen sie voran wie ein kräftiger Wind, der in die Segel fährt. Allmählich verebten die Stimmen, verstummten die Verunglimpfungen. Ihren restlichen Weg setzten sie daher in gespenstischer Stille fort, die sich fast bedrohlicher anfühlte, als die lautstarke Wut davor. Niemand schien sie wirklich zu berühren. Dennoch mussten sie sich mühsam weiterkämpfen, als warteten sie in tiefem Wasser gegen eine starke Strömung. Und dann waren sie durch. Die letzten Männer taten zur Seite, und Tommy sah das letzte Wegstück zu den Baracken vor sich. Er stellte sich vor, wie ihr kleiner Bomber von einer wütenden Gewitterwolke durchgeschüttelt wurde und plötzlich in den klaren Himmel durchbrach. Immer noch im Gleichschritt marschierten Scott und sein Verteidiger Schulter an Schulter Richtung Baracke 101. Aus der Menge in ihrem Rücken war kein laut zu hören. Scott dagegen klang wie nach fünfzehn Runden im Ring, und erst jetzt wurde Tommy bewusst, dass er genauso heftig keuchte. Warum er in dem Moment einen kurzen Blick über die Schulter warf, konnte er nicht sagen. Eine unauffällige Kopfbewegung, doch genug, um einen Blick auf Colonel McNamara und Major Clark zu erhaschen, die im Schutz der verdreckten Scheibe am Fenster einer der Baracken standen und ihren spießroten Lauf quer über das Gelände verfolgten. Die Entdeckung, dass die beiden ranghöchsten Offiziere tatenlos und heimlich zugesehen hatten, wie ihre eigenen ausdrücklichen Befehle missachtet wurden, erfüllte Tommy mit unbändigem Zorn. Keine Drohungen, höfliches Benehmen, das hatte McNamara unmissverständlich verlangt und sich den Verstoß gegen die Order wie ein Zuschauer angesehen. Tommy war drauf und dran, umzukehren und von den beiden Kommandanten Rechenschaft zu fordern, doch zugleich meldete sich in seinem Kopf eine andere Stimme zu Wort, die ihm sagte, dass er gerade etwas Wichtiges begriffen hatte und gut daran tat, seine Beobachtung für sich zu behalten. Dieser Stimme folgte er. Und so drehte sich Tommy wieder nach vorn. Zuvor allerdings stellte er absolut sicher, dass die beiden mitbekamen, dass er sie auf ihrem Spähposten am Fenster erblickt hatte. Zusammen mit dem schwarzen Flieger stieg er die Eingangsstufen zu Baracke 101 hoch und verschwand in ihr. Lincoln Scott fand als erster die Sprache wieder. Sagte er leise, ziemlich trostlos. Zuerst war Tommy nicht sicher, ob sich die Bemerkung des Kampfpiloten auf die trüben Aussichten des Verfahrens oder auf den Raum bezog, in dem sie standen, denn auf beides traf sie zu. Doch dann sah er, dass die Männer, die hier geschlafen hatten, alles mitgenommen hatten, was sie im Lauf ihrer Gefangenschaft gehortet hatten. Geblieben war eine einzige Pritsche mit einer schmutzigen, strohgefüllten blauen Drillichmatte sowie eine dünne graue Decke. Lincoln Scott warf die anderen Decken und die Kleidungsstücke, die er aus dem Bunker mitgebracht hatte, auf sein Bett. Obwohl durch die trüben Scheiben noch Tageslicht drangen, brannte Licht. Scotts selbst geschusteter Tisch und Vorratsschrank standen am Kopfende des Betts. Mit einem kurzen Blick in den Behälter überzeugte sich Scott, dass niemand seine beiden Bücher und seine Lebensmittel angeruehrt hatte. Lediglich die handgemachte Bratpfanne hatte sich in Luft aufgeloest. Hätte schlimmer kommen koennen, stellte Tommy fest. Diesmal sah Scott ihn fragend an, um festzustellen, ob er von der Unterkunft oder der juristischen Situation sprach. Für eine Weile herrschte Schweigen, bevor Tommy fragte, als sie sich letzte Nacht aus dem Bett geschlichen haben, um zur Toilette zu gehen. Wo war da eigentlich ihre Fliegerjacke? Scott deutete auf die Wand neben der Tür. Da, sagte er. Jeder hatte einen Nagel, jeder hat seine Jacke da aufgehängt. So konnte man sie sich schnell schnappen, wenn zum Zählerpell gepfiffen wurde oder bei Fliegeralarm. Scott sagte auf sein Bett und griff nach seiner Bibel. Unterdessen trat Tommy an die Wand. Es waren keine Nägel mehr da, sondern nur noch acht in zweier Gruppen angeordnete kleine Löcher in der Holzwand. Wo hängte Vic seine Jacke auf? Neben meiner. Wir waren die beiden letzten in der Reihe. Jeder hat grundsätzlich immer denselben Nagel benutzt, weil wir in der Eile durcheinander vermeiden wollten. Deshalb waren sie paarweise über die Wand verteilt. Was meinen sie, wo die Nägel geblieben sind? Keine Ahnung. Wozu sollte die jemand entfernt haben? Tommy ahnte warum, sagte aber nichts. Es war nicht nur so, dass die Nägel fehlten. Dies war ein Indiz. Er drehte sich wieder zu Scott um, der in seiner Bibel blätterte. Mein Vater ist Baptistenpriester, erklärte Scott, in der Berg Zionkirche, Southside, Chicago. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass das Buch des Herrn einem in Zeiten der Bedrängnis weiterhilft. Doch wenn ich selbst eher Skeptiker bin, halte ich das Buch der Bücher immer noch in Ehren. Er schlug eine beliebige Seite auf und las die ersten Worte, auf die sein Blick fiel. Matthäus 6,24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Scott brach ein schallendes Gelächter aus. Also, wo die Bibel recht hatte, hat sie recht. Oder was meinen sie hart? Zwei Meister? Er schlug das Buch zu und atmete langsam aus. Also, wie geht's jetzt weiter? Was kommt als nächstes, nachdem ich die eine Zelle gegen die andere getauscht habe? Sie meinen verfahrenstechnisch? Morgen gibt's eine Anhörung, eine förmliche Verlesung der Anklagepunkte gegen Sie und nächste Woche ist die Verhandlung. Verhandlung? Nett gesagt. Und darf ich fragen, Herr Verteidiger, welche Strategie Sie verfolgen wollen? Auf Zeit spielen, die Zuständigkeit dieses Tribunals in Frage stellen, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens überhaupt in Zweifel ziehen, um die nötige Zeit für die Befragung sämtlicher Zeugen zu gewinnen. Scott nickte, resigniert und sah Tommy an, diese Männer da draußen auf dem Gelände. Erst pflanzen sie sich dahin und brüllen, und kaum bahnen wir uns einen Weg durch die Menge herrscht eisiges Schweigen. Ich dachte, die bringen mich um. Ich auch. Scott schüttelte den Kopf und starrte zu Boden. Die kennen mich nicht. Die wissen rein gar nichts von mir. Tommy sagte nichts. Scott hob den Kopf zur Decke. Zum ersten Mal sah Tommy eine Mischung aus Nervosität und Zweifel hinter dem Kampfgeist des Soldaten. Eine ganze Weile starrte er auf die weißgetünchten Bretter an der Decke und die nackte Glühbirne in der Mitte des Raums. Wissen Sie, ich hätte abhauen können. Ich hätte es geschafft. Und dann wäre ich jetzt nicht hier. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Scott sprach leise, doch mit Bedacht. Wir hatten unseren Geleitschutzeinsatz schon hinter uns. Ein paar Angriffe auf die Staffel haben wir abgewehrt und sie sicher zu ihrem Stützpunkt zurückgebracht. Wir waren schon wieder auf dem Heimflug. Nathaniel Winslow und ich freuten uns auf ein gutes, warmes Essen, vielleicht eine Pokerunde, bevor wir uns aufs Ohr hauen würden. Aber dann hörten wir diesen Notruf. Die aus heiterem Himmel, wie ein Ertrinkender, der um Hilfe fleht und hofft, dass ihm irgendjemand am Ufer ein rettendes Tau zuwirft. Es war ein B-17-Bomber im Sinkflug, zwei Triebwerke ausgefallen, der halbe Schwanz weggeschossen. Er gehörte nicht einmal zu unserem Verband. Für ihn wäre ein anderes Geschwader zuständig gewesen, aber nicht das 332. Nicht wir. Wir hätten nichts unternehmen müssen. Zu allem Überfluss hatten wir nur noch wenig Treibstoff und kaum Munition. Aber da war nun mal dieses arme Schwein und sechs Focke Wulf, die ihn immer wieder unter Beschuss nahmen. Nathaniel zögerte keine Sekunde, ging in Schräglage, brüllte mir zu, ich sollte ihm folgen und nahm sie sich im Sturzflug vor. Er hatte exakt für drei Sekunden Munition hart. Für drei Sekunden. Eins, zwei, drei. So lange konnte er schießen. Und ich hatte nicht viel mehr. Aber wenn wir da nicht runtergegangen wären, hätte es all die Jungs erwischt. Zwei gegen sechs. Wir hatten schon Schlimmeres erlebt. Bei unserem ersten Angriff landete jeder von uns einen Volltreffer, volle Breitseite. Das war das Ende der feindlichen Attacken und die B-17 konnte sich mit knapper Not in Sicherheit bringen. Dafür hatten die Deutschen es jetzt auf uns abgesehen. Eine Focke Wulf schwenkte in Nathaniels Richtung, aber ich kam dazwischen, bevor sie ihn ins Visier nehmen konnte und hab den Vogel vom Himmel geholt. Das war's dann auch. Keine Munition mehr. Konnte nur noch wenden und das Weite suchen. Aber mit diesem Merlin-Turbostrahltriebwerk waren wir ein bisschen schneller als die Crowds. Wir waren uns ziemlich sicher, dass die Mistkerle uns nicht kriegen würden. Doch als wir gerade mit voller Kraft nach Hause fliegen wollen, sieht Nathaniel, dass zwei der deutschen Bomber aus ihrem Verband ausgeschert sind und nun wieder der B-17 nachjagen. Also brüllt er wieder, ich soll ihm folgen. Aber wozu? Ich meine, was sollten wir mit den Mistkerlen machen? Sie anspucken? Mit Beschimpfungen einschüchtern? Sehen Sie, für Nathaniel, für uns alle, war es einfach Ehrensache. Kein Bomber, den wir beschützen, stürzt ab. Kapiert? Keiner. Null. Nicht, wenn das 332. Geschwader Geleitschutz gibt. Nicht, wenn die Tuskegee-Flieger über dich wachen. Da kommst du immer nach Hause, egal, was die Luftwaffe dir entgegenschickt. Das haben wir versprochen. Kein schwarzer Flieger würde einen der weißen Jungs an die Crowds verlieren. Also klemmte sich Nathaniel hinter die erste Focke Wulf und lässt den Motor aufheulen, damit der Nazi denkt, wenn er nicht sofort abhaut, ist er tot. Nathaniel, müssen Sie wissen, war ein begnadeter Pokerspieler. So mancher reiche Junge hat ihm mit seinen Verlusten das Studium finanziert. Stud-Poker mit sieben Karten war seine Spezialität. Der blöfte so gut, zog die Kerle bis aufs Hemd aus. Er hatte diesen Blick drauf. Sie wissen schon, ob übrigens ein Full House, aber bitte, wo er in Wahrheit ein lausiges Paar Sieben hatte. Lincoln Scott holte wieder Tiefluft. Natürlich haben sie ihn erwischt. Ich hab Nathaniels Schrei noch über Funk gehört, als er abstürzte. Und dann haben sie mich aufs Korn genommen, hab mein Loch in den Treibstofftank geschossen. Keine Ahnung, wieso er nicht explodiert ist. Der Vogel ging in einer Rauchwolke runter. Wahrscheinlich hatten die Jungs bei mir auch ihre letzte Munition verschossen, jedenfalls haben sie abgedreht und sind verschwunden. Bei vielleicht fünftausend Fuß bin ich abgesprungen. Und jetzt bin ich hier. Wir hätten abhauen können. Sind es aber nicht. Und der verdammte Bomber hat es nach Hause geschafft. Sie haben es immer nach Hause geschafft. Wir vielleicht nicht. Die schon. Scott schüttelte langsam den Kopf. Dieser Mob da draußen. Ohne den Geleitschutz des 332. Geschwaders. Wären die Jungs jetzt nicht hier. Tatsache hart. Scott stand von der Pritsche auf, die Bibel immer noch in der Hand. Jedes seiner nächsten Worte unterstrich er, indem er das schwarze Buch wie einen Taktstock schwang. Es ist gegen meine Natur, Mr. Hart, zu allem Ja und Amen zu sagen. Es liegt mir auch nicht, alles mit mir machen zu lassen. Ich mache für niemanden den Laufburschen. Ich gebe auch nicht den Deppen, den schwarzen Diener. Ich krieche niemandem in den Arsch. All diese juristischen Taschenspielereien, auf die sie bauen, meinetwegen. Wenn sie meinen, dass wir so vorgehen sollen, na schön. Sie sind der Anwalt von uns beiden. Aber wenn's hart auf hart kommt, hart. Dann will ich kämpfen. Ich habe Käpt'n Bedford nicht umgebracht und ich denke, es ist langsam an der Zeit, dass wir das den Leuten hier sagen. Tommy hörte aufmerksam zu. Nachdenklich ließ er das, was Scott gesagt und wie er es gesagt hatte, auf sich wirken. Dann haben wir eine schwierige Aufgabe vor uns, sagte er leise. Hart. Bis jetzt ist in meinem ganzen Leben nichts leicht gewesen. Mir wurde nichts geschenkt. Was wirklich lohnt, ist niemals leicht. Jedenfalls habe ich das von meinem Priester Daddy jeden Morgen und jeden Abend gehört. Und das stimmte damals genauso wie heute. Gut. Denn wenn Sie Käpt'n Bedford nicht umgebracht haben, werden wir wohl denjenigen finden müssen, der es war. Und den Grund. Mir schwant, dass wir uns da einiges vorgenommen haben, denn ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich die Sache anpacken soll. Scott nickte und wollte etwas entgegnen, doch bevor er zu Wort kam, hörten sie, wie sich draußen im Flur Stiefelschritte näherten und vor ihrer Stube stoppten. Im nächsten Moment flog die Tür auf. Als Tommy sich umdrehte, sah er Colonel McNamara und Clark zusammen mit einer Handvoll anderer Offiziere an der Schwelle stehen. In mindestens zwei der anderen Männer erkannte Tommy frühere Stubenkameraden von Trader Vic und Lincoln Scott. Als erster trat McNamara ein, wie immer dicht gefolgt von Clark, der eilends in die Mitte schritt, während sich der Colonel im Hintergrund hielt und ohne ein Wort zu sagen die Arme vor der Brust verschenkte. Der Major begrüßte zuerst Tommy, dann Scott mit einem vernichtenden Blick. »Lieutenant Scott«, zischte Clark. »Leugnen Sie immer noch die Anklagen gegen Sie?« »Ja, allerdings«, entgegnete Scott mit dem gleichen Nachdruck. »Dann haben Sie gewiss nichts gegen eine Durchsuchung Ihrer persönlichen Habe.« Tommy Hart trat vor. »Allerdings erheben wir dagegen Einspruch. Welches Gesetz gibt Ihnen das Recht, hier hereinzukommen und Lieutenant Scotts persönliche Habe zu inspizieren? Dazu brauchen Sie eine richterliche Verfügung. Sie müssen Ihr Vorhaben bei einer Anhörung begründen, gestützt durch Zeugenaussagen und Beweise. Wir erheben entschieden Einspruch. Colonel«, McNamara blieb stumm. Clark wandte sich erst an Tommy, dann an Lincoln Scott. »Ich verstehe nicht ganz, wieso Sie ein Problem damit haben. Falls Sie, wie Sie beteuern, wirklich unschuldig sind, haben Sie doch nichts zu verbergen.« »Habe ich auch nicht«, antwortete Scott in scharfem Ton. »Ob Lieutenant Scott etwas zu verbergen hat oder nicht, ist unerheblich«, protestierte Tommy mit allem Nachdruck. »Körner, eine Durchsuchung ist nicht nur unbegründet, sondern verstößt auch gegen das Gesetz.« Endlich schien der ranghöchste Offizier die Sprache wiedergefunden zu haben. »Wenn Lieutenant Scott Einwände hat«, sagte er kalt, »werden wir die Sache eben morgen bei der Anhörung vorbringen. Dann mag das Gericht entscheiden.« »Nur zu«, sagte Scott kurz angebunden. »Ich habe nichts getan, also habe ich auch nichts zu verbergen.« Tommy warf ihm einen funkelnden Blick zu, den der schwarze Flieger geflissentlich übersah. »Tun Sie sich keinen Zwang an, Major«, sagte er mit beißendem Spott zu Clark. Der Major steuerte auf die Pritsche zu und sichtete zusammen mit zwei der anderen Männer die Strohmatte sowie die wenigen Kleidungsstücke und Decken. Unterdessen lehnte sich Lincoln Scott ein paar Meter weiter entfernt an eine Holzwand. Als nächstes blätterten der Trupp die Bibel sowie Gibbons Verfall und Untergang des römischen Imperiums durch. Anschließend durchsuchten sie das Schränkchen und die spärlichen Vorräte darin. Tommy stellte fest, dass die Durchsuchung äußerst oberflächlich geschah. Nichts wurde wirklich sorgfältig untersucht. Die Männer zeigten auch kein echtes Interesse an ihrer Tätigkeit. Die Situation machte Tommy nervös und so platzte er heraus. »Colonel, ich wiederhole meinen Einspruch gegen diesen Übergriff. Lieutenant Scott verfügt nicht über das juristische Wissen um die Tragweite seines Verzichts auf sein verfassungsmäßiges Recht einer Ablehnung einer solchen Durchsuchung und gegebenenfalls Beschlagnahmung seines Eigentums zu erkennen.« Major Clark antwortete Tommy mit einem Grinsen. »Wir sind schon fast fertig«, sagte er. McNamara hüllte sich in Schweigen. »Colonel, das ist ein Gesetzesverstoß!« Plötzlich bückten sich die beiden Helfer des Majors und hoben die Holzbritsche an den Ecken an. Mit einem schabenden Geräusch rückten sie das Bett beiseite und ließen es etwa dreißig Zentimeter weiter mit einem dumpfen, hohlen Geräusch, fallen. Im selben Moment ging Major Clark auf ein Knie und betrachtete aufmerksam die bisher unter dem Bett verborgenen Dielenbretter. »Was machen Sie da?«, fragte Lincoln Scott. Niemand antwortete. Stattdessen löste Clark eines der Bretter und riss es mit einem kräftigen Ruck hoch. Dieses Brett war zersägt und anschließend wieder in den Boden eingefügt worden. Tommy sah sofort, was sich darunter verbarg. Ein Versteck. Zwischen dem Betonfundament und dem Dielenboden befand sich ein Hohlraum von ungefähr zehn Zentimetern. Als er neu im Stalag war, hatten die Insassen in jeder Stube ein solches Versteck, in dem sich die Erde von vielen fehlgeschlagenen Tunnelbauten verbarg, oder aber Schmuggelware einschließlich Radios, Uniformen, die für die Flucht nach dem Ausbruch zu Zivilkleidung umgenäht worden und nie zum Einsatz gekommen waren, bis hin zu gehorteten Lebensmittelrationen für den Ernstfall. Doch was für die Gefangenen so praktisch war, entging irgendwann nicht mehr der Aufmerksamkeit der Fretchen. Nur allzu gut hatte er in Erinnerung, wie stolz Fritz I. bei seiner Entdeckung des ersten Geheimverstecks dieser Art gewesen war, da ihm noch am selben Tag ähnliche Funde in anderen Stuben, in anderen Baracken geglückt waren. Aus diesem Grund benutzten die Internierten sehr zum Verdruss von Fritz I., der immer wieder an denselben Stellen suchte, die Hohlräume unter den Bohlen schon seit einem Jahr nicht mehr. »Colonel!« rief Tommy, und es klang in seinen Ohren wie die Stimme eines Fremden. »Das ist unfair!« »Ach ja?« fragte McNamara zurück. Jetzt griff der stämmige Major in den Hohlraum, und als er die Hand mit einem zufriedenen Grinsen wieder hervorzog, hielt er darin eine selbstgemachte Klinge. Sie war etwa dreißig Zentimeter lang und an einem Ende mit Stoff umwickelt. Dieses Stück Metall war so flach gehämmert und an den Schneiden so scharf gewetzt, dass es bösartig aufblitzte, als es ans Licht gezogen wurde. »Kommt Ihnen das bekannt vor?« fragte Clark Lincoln Scott. »Nein.« Clark grinste. »Sicher.« Dann wandte er sich an einen der Offiziere, die sich im Hintergrund gehalten hatten. »Zeigen Sie mal die Bratpfanne her.« Unvermittelt hielt der Mann Lincoln Scott selbstgemachtes Kochutensil hoch. »Und wie steht's damit?« »Gehört das Ihnen, Lieutenant?« »Ja,« antwortete Scott. »Wo haben Sie die her?« Clark dachte nicht daran, die Frage zu beantworten. Vielmehr drehte er sich um und präsentierte dem Trupp die Pfanne in der einen, das selbstgemachte Messer in der anderen Hand. Während er Tommy ansah, richtete er seine Worte an Colonel McNamara. »Sehen Sie,« sagte er. Langsam wickelte der Major den seltsamen olivfarbenen Lumpen vom Griff der Klinge. Dann hielt er beide Streifen nebeneinander, um zu demonstrieren, dass sie aus demselben Stoff waren und fast gleich lang. »Die sehen gleich aus,« sagte Colonel McNamara eisig. »Mit einer Ausnahme, Sir,« erwiderte Clark. »An dem hier,« erhielt ihm das Tuch vom Messergriff hin, »scheinen Flecke von Captain Bedford's Blut zu sein.« Scott zuckte zusammen und öffnete unglaublich den Mund. Er schien etwas sagen zu wollen, sah sich jedoch mit einem fragenden Blick zu Tommy um. Zum ersten Mal entdeckte Tommy in den Augen des Schwarzenfliegers so etwas wie Angst, und im selben Moment erinnerte er sich an etwas, wovon Philip Price am Vormittag gesprochen hatte. Motiv, Gelegenheit, fehlte nur noch das Mittel. Nun nicht mehr. Die erste Anhörung Zum Zählappell am nächsten Morgen versammelten sich alle Lagerinsassen wie gewohnt, mit Ausnahme von Lincoln Scott. Er stand, die Beine leicht gespreizt, die Hände auf dem Rücken verschränkt, zehn Meter von der Formation entfernt, um sich wie jeder Kriegsgefangene zählen zu lassen. Bis der Appell abgeschlossen war und Major Clark ihn entließ, sah Scott mit undurchdringlicher Miene geradeaus, ohne den Blick ein einziges Mal nach links oder rechts zu wenden. Sobald er abtreten durfte, kehrte er zu Baracke 101 zurück, wo er ohne ein einziges Wort zu irgendjemandem die Tür hinter sich schloss. Für einen Moment überlegte Tommy, ob er zu ihm gehen sollte, doch dann wendete er sich Richtung Tor. Bis jetzt hatten die beiden Männer noch nicht über die Entdeckung des Messers gesprochen. Scott hatte kategorisch bestritten, das Geringste davon gewusst zu haben, und Tommy hatte eine unruhige Nacht zwischen Wachen und quälenden Träumen verbracht. Auf dem Weg Richtung Nordlager winkte er Fritz 1 zu, damit er ihn begleitete. Er sah, dass der Wachmann die Geste mitbekommen hatte, aber zögerte, als wollte er ihn möglichst meiden. Doch dann schien er es sich anders zu überlegen, blieb stehen und wartete auf ihn. Aber bevor Tommy das Frettchen erreicht hatte, verstellte ihm Major Clark den Weg. Spöttisch grinsend gab er sich keine Mühe, seine Gefühle zu kaschieren. »Zehn Uhr, Hart. Sie und Scott und der Kanadier, der Ihnen hilft, oder wer Ihnen sonst noch zur Hand gehen mag. Die Anhörung findet im Lagertheater statt. Schätze, dass wir vor vollem Haus spielen. Nur noch Stehplätze übrig. Wie schätzen Sie Ihre darstellerischen Fähigkeiten ein, Hart? Dürfen wir auf eine gute Darbietung gespannt sein?« »Ich werde mir Mühe geben, die Männer gut zu unterhalten, Major,« erwiderte Tommy sarkastisch. »Umso besser,« antwortete Clark. »Und ich darf bei der Sitzung wohl damit rechnen, dass Sie mir die Listen mit Beweisen und Zeugen übergeben, nicht wahr, Major? So wie es das Militärrecht vorsieht?« Clark nickte. »Wenn Sie Wert darauf legen.« »Ich lege Wert darauf. Außerdem muss ich die vorgelegten Indizien selbst begutachten können. Physisch.« »Wie Sie wollen. Auch wenn ich nicht sehen kann. Genau da liegt das Problem, Major,« fiel Tommy ihm ins Wort. »Was Sie nicht sehen.« Er salutierte und machte, ohne einen Befehl abzuwarten, auf dem Absatz kehrt, um sich Fritz I. anzuschließen. Er hatte noch keine drei Schritte gemacht, als er hinter sich den Major wie eine Bombe platzen hörte. »Hart!« Er blieb stehen und drehte sich um. »Sir?« »Ich hatte Ihnen keine Erlaubnis erteilt, abzutreten, Lieutenant.« Tommy nahm Haltung an. »Tut mir leid, Sir,« sagte er. »Ich hatte den deutlichen Eindruck, dass unsere Unterredung beendet war.« Clark ließ mindestens eine halbe Minute verstreichen, bis er den Salut erwiderte. »Sie können gehen, Lieutenant,« schnauzte er. »Wir sehen uns um zehn.« »Seien Sie pünktlich,« fügte er hinzu. Erneut drehte Tommy sich um und eilte zu dem wartenden Frettchen. Er war ein Risiko eingegangen, dessen war er sich bewusst, aber ein taktisches Risiko. Wenn er den Zorn des Majors auf sich lenkte, bekam Scott weniger ab. Tommy stieß einen tiefen Seufzer aus. Düster konnten die Aussichten für den schwarzen Flieger kaum sein, und seit Clark am Abend zuvor dieses selbstgemachte Messer aus dem Hut gezogen hatte, überkam ihn in regelmäßigen Abständen eine Woge der Hoffnungslosigkeit. Er hatte keine klare Idee, wie er vorgehen sollte. Ihn drückte der Gedanke nieder, dass er bis jetzt nicht das Geringste für seinen Schützling zustande gebracht hatte. Wenn er sich nicht schleunigst etwas einfallen ließ, stand Lincoln Scott bald vor einem deutschen Erschießungskommando. Auf dem Weg zum englischen Lager dachte er niedergeschlagen, dass es leichter gesagt als getan war, den wahren Mörder zu finden. Er wusste nicht einmal, wo er mit der Suche beginnen sollte. Er sehnte sich nach den einfachen Navigationsaufgaben an Bord der Lovely Lydia zurück. Eine Sichtmarke finden, auf einer Karte als Orientierungspunkt einzeichnen, mit einem Rechenschieber ein paar simple Kalkulationen anstellen, mit dem Sextanten eine Ziellinie finden und eine sichere Route für den Heimweg einzeichnen. Sogar anhand der Sterne konnte man sich orientieren. Im Nachhinein erschien ihm das alles wie ein Kinderspiel. Hier im Stalag hatte Tommy eine ähnliche Aufgabe zu lösen, doch diesmal fehlten ihm die Instrumente und jegliche andere Orientierungshilfe. Er hastete vorwärts. Schon zu dieser frühen Stunde kündigte sich ein schöner, warmer Tag an. Ideale Flugbedingungen. Bittere Ironie. Eine dichte Nebelsuppe, Graupelregen und Sturm, das hätte gepasst. Todesurteile verlangten nach grauen, unwirtlichen Tagen, an denen einem die Kälte bis ins Mark drang. Eine Frage der Pietät. Fritz einst trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Als Tommy ihn endlich erreichte, spreizte der Wärter zwei Finger zu einem V und führte sie an die Lippen. Tommy reichte ihm zwei Zigaretten. Eine zündete Fritz sich sofort an, die andere steckte er sorgsam in die Brusttasche seiner Uniform. Jetzt, da Captain Bedford tot ist, sind die guten amerikanischen Zigaretten rar geworden, sagte er und blickte wehmütig der dünnen Rauchschwade hinterher, die sich in der klaren Luft verflüchtigte. Das Frettchen verzog den Mund zu einem schwachen Lächeln. Vielleicht sollte ich das Rauchen aufgeben. Das wäre immer noch besser, als dieses billige Krau zu rauchen, das wir hier bekommen. Der Deutsche hielt beim Laufen den Kopf gesenkt, was Tommy an einen großen, schmalen Hund erinnerte, den sein Halter zurechtgewiesen hatte. Captain Bedford hatte immer gute Zigaretten, fuhr Fritz einst fort. Er war überaus großzügig. Er kümmerte sich bestens um seine Freunde. Tommy nickte und zuckte zusammen, als der Groschen fiel und er begriff, was der Deutsche da gerade gesagt hatte. Sowas Ähnliches haben die Männer in seiner Stube auch gesagt. Genau so, wortwörtlich, dachte Tommy im Stillen. Captain Bedford, fuhr Fritz fort. War der im Lager sehr beliebt? Sah ganz so aus. Trotz des eiligen Marschtempos stieß der Wärter einen vielsagenden Seufzer aus. Da wäre ich nicht so sicher, Lieutenant Hart. Captain Bedford war überaus clever. Trader Vic war ein passender Spitzname für ihn. Ich glaube, clevere Männer sind nicht immer so beliebt, wie sie vielleicht glauben. Und im Krieg, da kann es eher schaden, clever zu sein. Wie kommen Sie darauf, Fritz? Der Wärter sprach leise und immer noch mit gesenktem Kopf. Weil im Krieg so viel falsch läuft. So oft sterben die Falschen, finden Sie nicht, Lieutenant Hart? Der Gute stirbt, der Böse überlebt. Meistens erwischt es die Unschuldigen. Ist doch so. Nicht die, die sich die Finger schmutzig gemacht haben. Kleine Kinder sterben, zum Beispiel meine beiden kleinen Nichten. und nicht die Generäle. So leise er sprach, der bittere Ton seiner Worte war nicht zu überhören. Es passiert so viel Falsches, dass ich mich oft frage, ob Gott wirklich darüber wacht. Jedenfalls ist es völlig unmöglich, den Irrtümern des Krieges ein Schnippchen zu schlagen, egal wie clever man sein mag. Ist Trader Vicks Tod in Ihren Augen ein Fehler? fragte Tommy. Das Frettchen schüttelte den Kopf. Nein, so hatte ich das nicht gemeint. Was meinten Sie dann? fragte Tommy mit Nachdruck, wenn auch im Flüsterton zurück. Fritz I. blieb stehen. Für einen Moment sah er zu Tommy auf. Als er gerade antworten wollte, wanderte sein Blick über Tommys Schulter zum Verwaltungsgebäude des Lagerkommandanten. Er presste die Lippen zusammen und schluckte das, was ihm auf der Zunge lag, hinunter. Er schüttelte den Kopf. Wir sind spät dran, sagte er leise, machte eine wegwerfende Handbewegung, deutete auf das britische Lager und trieb Tommy zur Eile an. Nicht schnell genug. Denn bevor er weiterging, warf Tommy einen kurzen Blick nach hinten auf das Verwaltungsbüro, wo er Kommandant Eduard von Reiter und Hauptmann Heinrich Visser auf den Eingangsstufen stehen sah. Die beiden schienen sich ein hitziges Wortgefecht zu liefern und kurz davor wütend die Stimme zu erheben. Philip Price und Hugh Renaday warteten direkt hinter dem Eingangstor zur britischen Abteilung. Hugh konnte wieder nicht stillhalten und so umkreiste er beinahe im Eilschritt seinen älteren Freund, der seine gespannte Neugier weniger offenkundig zum Ausdruck brachte und abwechselnd die Stirn runzelte und die Mundwinkel ein wenig nach oben zog. Trotz des warmen, sonnigen Tages, der heraufzog, hatte er sich eine Decke wie eine Pellerine über die Schultern geworfen, was den Eindruck eines altehrwürdigen Herrn aus viktorianischer Zeit unterstrich. Sein Husten schien gegen das zuträgliche, milde Frühlingswetter resistent zu sein und fuhr ihm fast jedes Mal, wenn er etwas sagte, unvermindert dazwischen. »Tommy«, sagte Price, sobald der Amerikaner das Tor passiert hatte. »Nutzen wir den Sonnenschein für einen kleinen Spaziergang. Wir können uns im Gehen unterhalten. Nach meiner Erfahrung regt Bewegung das Denken an.« »Noch mehr schlechte Neuigkeiten, Philip«, erwiderte Tommy. »Ich habe wenigstens interessante Neuigkeiten. Aber sie zuerst, Tommy«, bemerkte Hugh. »Während die drei Männer unmittelbar an der Todeslinie innerhalb des Stacheldrahtzauns und in Wachtürmen nach dem gleichen Muster wie im Lager der Amerikaner ihre Kreise zogen, berichtete ihnen Tommy von der Entdeckung des Messers. »Eine Falle. Dieses Messer wurde garantiert gezielt dort versteckt«, sagte er. »Ich meine, der ganze Auftritt hatte etwas von einer Zirkusnummer. Sim Salabim, die Mordwaffe. Sieh mal einer an. Das heißt, die angebliche Mordwaffe. Und es hat mich maßlos gefuchst, wie Clark Lincoln Scott dazu gebracht hat, der Durchsuchung zuzustimmen. Ich gehe jede Wette ein, dass sie von Anfang an genau wussten, wo sie nach dem Messer zu suchen hatten. Damit es nicht ganz so ins Auge springt, filzen sie erst Scotts persönliche Sachen, die wenigen, die er hat, dann rücken sie das Bett ab, finden eine lose Diele im Boden. Wahrscheinlich hatte Scott keinen blassen Schimmer, dass es einen Versteck unter dem Boden gab. Davon wissen nur diejenigen von uns, die schon ein Weilchen hier festsitzen. Absolut durchsichtig, dieses Manöver. »Sicher«, erwiderte Price. »So bösartig wie effektiv. Natürlich wird niemandem auffallen, wie durchsichtig das Manöver ist, während die Nachricht von der entdeckten Mordwaffe die Stimmung noch weiter vergiftet und der Posse den Anschein der Legalität verleiht. Der entscheidende Punkt, Tommy, ist natürlich nicht, wie sie das Messer dort deponiert haben, sondern wozu. Mag ja sein, dass uns das Wie zum Warum führt. Aber oft läuft es genau umgekehrt.« Tommy schüttelte den Kopf. Noch konnte er der Logik des gefuchsten Anwalts nicht folgen. Er war ein wenig verlegen und sprach hastig, um es zu kaschieren. »Da muss ich passen, Philipp, abgesehen von der offensichtlichsten Erklärung, für Lincoln Scott sämtliche Schlupflöcher zu stopfen.« »Genau«, Price unterstrich einen Ausruf mit einer schwungvollen Handbewegung. »Ich finde es höchst interessant, dass wir schon wieder mit einer recht ungewöhnlichen Situation konfrontiert sind. Wenn Sie sämtliche bisherigen Vorkommnisse dieses Falls Stück für Stück zusammennehmen, sehen Sie da nicht den roten Faden, Tommy?« »Welchen denn?« »Die Unterschiede zwischen Wahrheit und Lüge sind häufig so fein, dass man sie nur mit sehr, sehr viel Scharfsinn erkennt.« »Lassen Sie hören, Philipp.« »Na ja, bisher war es so. Jedes Mal, wenn wieder irgendein neuer Beweis aufgetaucht ist, war Scott genötigt, dafür eine andere Erklärung zu finden als diejenige, die ihm seine Gegner unterstellten. »Faktisch muss sich unser junger schwarzer Pilot fortwährend für irgendetwas rechtfertigen und plausible Gründe für etwas finden, von dem er bis dahin nicht die leiseste Ahnung hatte. Fragt sich nur, ob der junge Mr. Scott dem gewachsen ist.« »Sieht nicht danach aus«, schaltete sich Hugh ein. »Ich konnte ihm mühelos ein Bein stellen. Dabei bin ich auf seiner Seite. Wenn ich Tommy richtig verstehe, brauchte Clark nur zu sagen, wenn Sie nichts zu verbergen haben, und schon ging ihm Scott auf den Leim.« »Genau. Dagegen kommt er nicht an«, stimmte Tommy zu. »Er ist sehr intelligent, immer zumindest ein bisschen wütend und ganz offensichtlich. Ein gottverdammter Starkkopf. Er ist eine Kämpfernatur, Boxmeister nebenbei und wohl einfach die unmittelbare Konfrontation gewöhnt, auch unter Körpereinsatz, wenn es sein muss. Vielleicht nicht die idealen Voraussetzungen für einen Angeklagten vor Gericht.« »In der Tat«, »in der Tat«, pflichtete Price ihm bei. »Wirft das bei Ihnen nicht die eine oder andere Frage auf?« Tommy Hart brauchte nicht lange zu überlegen. »Also. Ein Mann wird ermordet, und der Angeklagte ist ein schwarzer Einzelgänger, mit dem niemand etwas anfangen kann. Das ideale Opfer für die Intrige, die ein paar Leute hier offenbar spinnen. Zieht man dann noch eine ganze Reihe von Indizien gegen ihn in Betracht, die nur schwer zu widerlegen sind? Ist die Anklage wasserdicht, nicht wahr? Bis jetzt allerdings. Genau das, denke ich, sollte uns stutzig machen. Denn derart klare Fälle sind äußerst rar. Dann müssen wir im Gegenzug ein weniger eindeutiges Szenario entwerfen. Genau. Wie stehen also unsere Chancen? Gegen Null vermutlich, erwiderte Tommy mit einem bitteren Lächeln. Das Grinsen des alten Herrn wirkte weniger hoffnungslos. Sicher. Auf den ersten Blick schon. Aber man kann es auch anders sehen. Wie wäre es, wenn wir ein paar dieser Nachteile zu unserem Vorteil wenden würden? Besonders Mr. Scotts aggressive Art. Ja, wieso nicht, aber wie? Price lachte laut. Ist das nicht immer dieselbe Frage? Für einen Verteidiger, genauso wie für einen Truppenbefehlshaber? Jetzt hören Sie sich am besten erst mal an, was Joe zu berechten hat. Tommy drehte sich zu seinem kanadischen Freund um, der sich beherrschen musste, um nicht loszulachen. Immerhin eine gute Nachricht, wie Sie hier im Stahlack eher seltenheitswert hat, Tommy. Wenigstens weiß man Sie dann doppelt zu schätzen. Also, ich habe den Mann ausfindig gemacht, der Captain Bedford obduziert hat, in der Sanitätsstation, wo Sie ihn, wie Sie schon vermuteten, gleich hingebracht hatten. Gut, und was sagt der Mann? Hugh musste immer noch grinsen. Schon höchst seltsam, was er zu berichten hatte. Clark und Magnamara, sagte er, hatten ihm Order gegeben, Bedford's Leiche für die Beisetzung vorzubereiten. Er hatte ausdrückliche Anweisungen, keine noch so oberflächliche Autopsie vorzunehmen. Aber der Kerl konnte der Versuchung nicht widerstehen. Und wissen Sie warum? Der Kerl ist ein Draufgänger, ein Teufelskerl, First Lieutenant für seinen Kampfeinsatz dekoriert und er denkt gar nicht daran, sich an solche idiotischen Anweisungen zu halten. Wie es der Zufall wild ist, besagt der Teufelskerl, die letzten drei Jahre seinem Onkel in dessen Leichenhalle in Cleveland zur Hand gegangen, um Geld für sein Medizinstudium zu verdienen. Er hatte gerade mal ein Semester hinter sich, als er einberufen wurde. Er war gleich in die makroskopische Anatomie eingestiegen, aus dem Stand. Und nun bekommt er plötzlich diese Leiche auf dem Silbertablett serviert. Wer könnte es dem Jungen verübeln, dass bei diesem Anblick die alte Leidenschaft mit ihm durchgeht und er sich aus rein akademischem Antrieb versteht sich, so faszinierende Dinge wie Leichenstarre und bläuliche Hautverfärbungen genauer ansieht. Klingt schon mal gut. Jedenfalls ist ihm etwas höchst Interessantes aufgefallen. Das wäre? Captain Bedford ist nicht an einer aufgeschlitzten Kehle gestorben. Für eine zertrennte Halsschlagader war viel zu wenig Blut ausgetreten. Aber die Wunde... Ach so, das war schon die Todesursache. Aber die Tat wurde nicht so ausgeführt? Hugh blieb stehen, hob die geschlossene Faust an den Hals, als hätte er ein Messer in der Hand und demonstrierte mit einer schnellen seitlichen Bewegung, wie er sich die eigene Kehle aufschlitzte. Oder so. Diesmal stellte sich Hugh vor Tommy hin und führte den tödlichen Schnitt in der Luft zwischen ihnen, nur dass diesmal Tommy das Opfer war. Aber das ist... Das ist die Version, die nahelag, an die wir auch geglaubt haben. Aber nein, unser angehender Arzt vermutet, dass der Todesstoß ein bisschen anders aussah. Warten Sie, ich zeig's Ihnen. Hugh trat hinter Tommy, legte den rechten Arm um ihn und packte ihn mit dem muskulösen Unterarm so am Kinn, dass er ihn, indem er mit der Hüfte nachhalf, ein paar Zentimeter vom Boden hievte. In einer einzigen fließenden Bewegung schnellte Hugh, als hätte er ein Messer in der anderen Hand mit der linken hoch und stieß ihm die imaginäre Klinge direkt unter dem Kieferknochen seitlich in den Hals. Ein einziger gezielter Stoß, wie mit der Spitze eines Dolchs. Der Polizist ließ Tommy los. Gütiger Himmel, keuchte Tommy. Einfach so? Ja. Und haben Sie mitbekommen, in welcher Hand der Mörder das Messer hielt? In der Linken. Tommy lächelte. Lincolns Gott ist Rechtshänder. Mit Rechts hat er zu diesem Hieb gegen Hugh ausgeholt. Wirklich interessant, Gentleman. Gott verdammt interessant. Die anderen beiden schmunzelten. Und unser Medizinstudent? Aus welchen anatomischen Gegebenheiten hat er seine Schlüsse gezogen? Zunächst einmal aus der Größe der Wunde. Zum Zweiten wies die Wunde keine zerfetzten Ränder auf. Selbst für das noch wenig geübte Auge eines Anfängers weist eine Schnittwunde andere Merkmale auf als eine Stichverletzung. Und das hat ein Medizinstudent im ersten Semester gesehen. Hugh gluckste vor Vergnügen, als er mit seiner zweiten Überraschung herausrückte. Ein höchst interessanter Medizinstudent mit einem einzigartigen Erfahrungsschatz. Auch Price schien seinen Spaß zu haben. Sagen Sie es ihm, Hugh. Das ist nämlich absolut köstlich. Fast so unwiderstehlich wie eine große Scheibe Rinderbraten mit einer guten Portion Yorkshire-Pudding dazu. Klingt vielversprechend. Schießen Sie los. Unser Mann aus der Leichenhalle bekam sämtliche Gangster auf den Tisch, die in Cleveland unfreiwillig aus dem Leben geschieden waren. Ausnahmslos. Und das zu einer Zeit, als sich einige Banden wegen gewisser Interessenskonflikte in dieser ehrenwerten Stadt im Kriegszustand befanden. Wie das Leben so spielt, hatte unser angehender Doktor eines Tages mindestens drei Leichen auf dem Tisch, die seltsamerweise alle haargenau dieselbe Stichverletzung am Hals aufwiesen. Und wissbegierig, wie unser junger Mann nun mal ist, fragt er seinen Onkel nach dem Grund. Und der gute Onkel erzählt ihm, dass kein Berufskiller, der etwas auf sich hält, jemals einem Mann die Kehle aufschnitzen würde. Viel zu blutrünstige Angelegenheit, eine einzige Schweinerei. Und obendrein Risiko behaftet. Da hat es schon Fälle gegeben, dass der arme Kerl mit der klaffenden Wunde im Hals noch mit letzter Kraft eine von diesen 38ern zieht, die bei den Gangstern so beliebt sind, und ein paar Schuss abfeuert, was natürlich den Killer, der gerade den Bühnenausgang sucht, in Schwierigkeiten bringen kann. Deshalb benutzen sie eine andere Technik. Ein Stilett mit langer Klinge, mit einem einzigen Stich nach oben geführt, wie ich es eben demonstriert habe. Durchtrennt auf dem Weg ins Gehirn praktischerweise die Stimmbänder, sodass man höchstens noch ein Gurgeln zu hören bekommt, dann noch ein-, zweimal in den grauen Zellen hin- und hergedreht und, was von dem Kerl übrig ist, sackt zu Boden. Todsichere Angelegenheit. Unzauber. Kaum Blut. Schlimmstenfalls reißt man sich das Hemd auf, wenn sich die Klinge im Ärmel des Armes verfängt, mit dem man das Opfer vom Boden löpft. Außerdem, fügte Tommy aufgeregt hinzu, wird der Stich, Hugh führte den Satz zu Ende, von hinten ausgeführt, nicht von vorne. Mit anderen Worten, jetzt nahm Tommy seinen Faden wieder auf, eine Hinrichtung und keine Schlägerei. Ein heimtückischer Angriff von hinten, kein Kampf Mann gegen Mann, mit einem Stilett. Interessant. Genau, stimmte Hugh lächelnd ein. Wie gesagt, gute Neuigkeiten. Was auch immer die über Lincoln Scott sagen mögen, als eine Art Meuchelmörder, der hinterrücks den Dolch zückt, werden sie in dem Gericht kaum verkaufen können. Price hörte den Jüngeren zu und nickte. Und diese Art zu töten hat noch einen weiteren höchst aufschlussreichen Aspekt. Was denn? fragte Tommy. Genau diese Methode einen Mann für immer zum Schweigen zu bringen, lernt man bei der britischen Kommandotruppe. Sauber und sicher, lautlos, schnell. Das legt vielleicht der Schluss nahe, dass bei unseren amerikanischen Freunden die Ranger diese hohe Kunst übernommen haben. Oder andere von ihren eher im Verborgenen arbeitenden Eliteeinheiten. Woher wissen sie das, Philipp? Der alte Brite zögerte mit seiner Antwort. Bedauerlicherweise habe ich einige Kenntnisse über die Techniken, die bei den Spezialeinheiten gelehrt werden. Tommy blieb stehen und starrte den gebrechlichen Star-Anwalt an. Philipp, sie in einem Kommandotrupp, sagte er lachend. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Plötzlich wirkte das Gesicht seines Freundes selbst in der Sonne aschfahl und von einem tiefen Kummer gezeichnet. Tommy verging das Lächeln. Nicht ich, sagte Price und schluckte. Mein Sohn. Sie haben einen Sohn? fragte Tommy. Philipp, fiel Hugh erstaunt ein. Sie haben nie erwähnt. Price gebot ihren Fragen mit einer stummen Geste Einhalt. Für Sekunden wirkte Price fast durchscheinend bleich. Er machte einen Schritt, wankte jedoch, sodass die beiden Jüngeren ihn stützen wollten. Doch der alte Mann wehrte dies ab. Und dann setzte er sich einfach mitten auf dem Weg auf den Boden. Meine lieben Jungs, lieber Tommy, lieber Hugh, tut mir leid. Ich hatte einen Sohn. Philipp Junior. Dem Wing-Commander traten die Tränen in die faltigen Augenwinkel. Seine Stimme klang wie sprödes, rissiges Leder. Unter den Tränen, die ihm jetzt die Wangen herunterliefen, verzog Price das Gesicht zu einem scheuen Lächeln, als hätte der tragische Verlust, den er gerade Preis gegeben hatte, auch eine komische Seite. Ich denke, Hugh, er ist der Grund dafür, dass ich ihr bin. Hugh beugte sich zu seinem Freund hinunter. Philipp, bitte, Price schüttelte den Kopf, nein, nein, ich hätte Ihnen beiden schon vor Monaten die Wahrheit sagen sollen, hab's immer für mich behalten. Sie wissen schon, immer die Contenance waren, das Leben muss weitergehen. Wollte nicht noch mehr zur Last fallen als ohnehin schon. Sie fallen keinem zur Last, sagte Tommy. Sie setzten sich zu ihrem Freund, dessen Blick über den Stacheldraht ins Weite ging. Nun ja, meine Elisabeth starb zu Beginn des Blitzkrieges. Ich hatte sie gebeten, sich auf dem Land in Sicherheit zu bringen, aber sie war ein Dickschädel, auf eine ganz reizende Art. Wahrscheinlich liebte ich sie dafür am meisten. Sie war eine furchtlose Frau und ein dahergelaufener kleiner Gefreiter aus Österreich sollte es wagen, sie aus ihrem Heim zu verhagen. Da konnte er noch so viele Bomber herüberschicken, wie er wollte. Also schärfte ich ihr ein, in eine der U-Bahn-Stationen zu flüchten, sobald die Sirenen heulten, aber manchmal ging sie lieber einfach in den Keller, bis der Angriff vorüber war. Eines Nachts schlug eine 500-Pfund-Bombe direkt ins Haus ein. Wenigstens hat sie nicht gelitten. Philipp, sie müssen nicht, fing Ju an, doch der ältere Mann schüttelte nur lächelnd den Kopf. Zurück blieben wir beide, Philipp und ich, nur noch wir zwei. Und er hatte sich schon zum Militärdienst gemeldet. Gerade mal 19 Jahre alt, Offizier beim schottischen Infanterie-Regiment, Kils und Dudelsäcke, dieses schrille Geleier, das die Schotten für Musik halten, altehrwürdige Traditionen bis hin zu diesen Zweihandschwertern. Sie müssen wissen, dass seine Mutter Schottin war, und er glaubte wohl, ihr das schuldig zu sein. Blackwatch, Clan Fergus und Clan McDermott, harte Männer. Sie wurden zu Kommandotrupps ausgebildet, kämpften in Dieppe Senazer, und wenn Philipp Junior auf Heimaturlaub nach Hause kam, zeigte er mir ein paar der exotischeren Kampftechniken, die man ihm beigebracht hatte, zum Beispiel, wie man einen Wachposten zum Schweigen bringt. Genau die Methode, mit der wir es hier zu tun haben. Sein Ausbilder, ein drahtiger kleiner Rotschopf, der mit einem so starken Akzent sprach, dass Philipp ihn nur mit Mühe verstand, schloss seine Lektionen über das Töten grundsätzlich mit dem Satz, und denken Sie vor allem daran, meine Herren, leisten Sie saubere Arbeit. Mein Sohn liebte diesen Satz. Sauberer Arbeit leisten, sagte er zu mir, wenn ich uns fürs Abendessen ein paar Scheiben Rindfleisch schnitt, und dann lachte er, und wie der Junge lachte, laut und hemmungslos. Es platzte einfach aus ihm heraus. Er lachte viel, selbst wenn ihm beim Rugby-Spiel in der Schule die Nase blutete, grinste er, als wäre nichts. Als seine Mutter starb, fürchtete ich, dass es seine Lebensfreude untergraben würde. Doch trotz dieser Last auf seiner Seele war er ungebrochen. Er liebte das Leben mit jedem Atemzug, und er wurde von vielen geliebt. Natürlich nicht nur von mir, seinem langweiligen Dad, der in ihn vernarrt war, sondern auch von seinen Schulkameraden. Er kam bei den jungen Damen gut an und war bei den Männern beliebt, die unter seinem Kommando standen, denn alle wussten, dass er geradlinig, zuverlässig und brillant war. Ein Junge, der gerade erwachsen wurde. Ich hatte das Gefühl, als könnte ich ihm beim Wachsen zusehen, und ich sah, was aus dem Burschen einmal werden konnte. Price holte tief Luft. Sie hatten eine Regel, wissen Sie, bei den Kommandotrupps. wurde einer von ihnen hinter den feindlichen Linien verwundet, gab man ihn auf. Eine schreckliche Regel, aber wohl unerlässlich. Die Gruppe ist immer wichtiger als der Einzelne. Das Ziel und der Einsatzbefehl waren wichtiger als die einzelnen Männer, wichtiger als ein Leben. Price schluckte, als säßen ihm die Worte im Halse fest. Aber wissen Sie was, fuhr er fort. Das passte einfach nicht zu meinem Jungen. Treue Seele, immer loyal. Man lässt einen Freund nicht im Stich, wie schlimm die Lage auch sein mag. So war er eben. Jedermanns Freund. Auch Hugh starrte durch den Draht in die Ferne. Sein Blick schien durch alles hindurch zu gehen, als lägen die Weiten seiner Heimat unmittelbar hinter den Bäumen der Bayerischen Wälder. Was ist passiert, Philipp? fragte er leise. Sein Käpt'n bekam drei Schüsse ins Bein ab. Es war völlig zerfetzt und Philipp weigerte sich, ihn zurückzulassen. Es war in Nordafrika, nicht allzu weit von Tobruk, in diesem Gemetzel, Rommel und Montgomery dort angerichtet hatten. Und so trug mein Philipp seinen Kommandeur über fünfzehn Kilometer durch diese verfluchte heiße Wüste, das Afrikakor immer in gefährlicher Nähe. Und alle paar hundert Meter drohte der Käpt'n Philipp, wenn er ihn nicht sofort absetzte und sich alleine rettete, würde er sich erschießen. Aber Philipp packte den Mann nur fester und lief weiter. So waren sie den ganzen Tag und fast die ganze Nacht unterwegs und nur noch zweihundert Meter von den britischen Linien entfernt. Da übergab Philipp den Käpt'n überall deutsche Patrouillen unterwegs. Die Linien waren so fließend, dass man nie wusste, ob man Feind oder Freund vor sich hatte. Brand gefährlich. Man konnte von beiden Seiten erschossen werden. Also schickte er die Männer mit dem Käpt'n voraus und folgte selbst in einigem Abstand, um als Einmann Nachhut mit einem Gewehr und ein paar Handgranaten ihren Rückzug zu decken. Er sagte Bloß Philipp nicht. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Vermisst gemeldet, Sie wissen schon, nicht einmal offiziell tot, aber natürlich weiß man, was das bedeutet. Bekam einen Brief von dem Käpt'n. Netter Kerl, Dozent in Oxford, lehrte vor dem Krieg Altphilologie und ein bisschen Griechisch und Latein. Er schrieb ungefähr da, wo Philipp die Nachhut übernommen hatte, seinen Schüsse und Garnatendonner zu hören gewesen. Philipp müsse sich trotz der aussichtslosen Lage bis zum letzten Atemzug zur Wehr gesetzt haben, da die Schüsse eine ganze Weile angedauert hätten, sodass er dem übrigen Trupp reichlich Zeit verschafft habe, um sich in Sicherheit zu bringen. Das war Philipp, wie er leibte und lebte. Er hätte nie gezögert, sein Leben für andere zu geben, aber nicht kampflos. Das hätte ihm nicht ähnlich gesehen. Es gehörte schon mehr als eine Handvoll Krauts dazu, ihn zur Strecke zu bringen. Der Käpt'n verlor sein Bein, aber er blieb am Leben, weil ihn mein Junge getragen hat, bis er in Sicherheit war. Philipp haben sie das Victoria Cross verliehen. Und er verlor das Leben. Wieder schüttelte Price den Kopf. Er war ein wunderbarer Mensch, mein Junge. Lebenswürdig und stark. Wie der Bursche laufen konnte, wurde einfach nicht müde. Schon an der Schule auf dem Sportplatz, wenn die anderen schon keuchten und sich kaum noch auf den Beinen halten konnten, sprang er immer noch vergnügt herum und lachte. Das pure Lebensfreude. Ich denke, so ähnlich hat er sich bis zuletzt gefühlt, als die Mistkerle ihre Kreise enger um ihn zogen und ihm die Munition ausging. An dem Tag, Jo, als ich diesen Brief des Käpt'n bekam, starb in mir jede Hoffnung und ich hatte nur noch den Wunsch, Deutsche zu töten, Deutsche Soldaten zu töten und dabei selber drauf zu gehen. Ich wollte sie töten, weil sie alles getötet hatten, was ich liebte. Deshalb bin ich mit ihnen in die Blanem gestiegen, Jo. Der Bordschütze, für den ich eingesprungen bin, der war gar nicht krank. Ich habe ihm befohlen, zu Hause zu bleiben, weil ich selbst an dem Geschütz sitzen wollte. Nur so konnte ich diese Mistkerle töten. Price stieß einen tiefen Seufzer aus, dann hob er beide Hände und betastete seine nassen Wangen. Erst jetzt wendete er den Kopf und sah Tommy Er war hochgewachsen und wissbegierig wie sie, Tommy, und er war stark und athletisch wie sie, Jo. Und wage es keiner von euch beiden zu sterben. Das würde ich nicht ertragen. Philip Price atmete langsam ein. Dann wischte er sich mit dem Ärmel die Tränen ab. Und ich glaube, fügte er stockend hinzu, es wäre Balsam für mein gebrochenes Herz, wenn ich es noch erleben würde, dass unser junger unschuldiger Mr. Scott diese schlimme Geschichte überlebt. Dann stecken wir mal die Köpfe zusammen und konzentrieren uns auf die Anhörung heute Vormittag.